Manacled Eine Dramini-Fanfiction von Zen Lin Yu Vom Englischen ins Deutsche besetzt hat es Annelina97 Gelesen von mir, Bandeleart Erstes Kapitel Hermine hatte schon längst aufgegeben, in der Dunkelheit etwas sehen zu können. Für eine Zeit lang dachte sie, wenn sich ihre Augen endlich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, würde sie schwache Umrisse ausmachen können. Nicht einmal ein winziger Schimmer mondlich schaffte es, bis so tief in den Kerker vorzudringen. Keine Fackeln im Gang vor der Zelle, nur mehr und mehr Dunkelheit, bis sie sich wunderte, ob sie nicht wirklich blind war. Sie hat jeden Zentimeter ihrer Zelle mit ihren Fingerspitzen erkundet. Die Tür, die mit Magie versiegelt war, hatte kein Schloss, das man aufknacken konnte, selbst wenn man mehr gehabt hätte als nur ein Strohhalm und einen Nachttopf. Sie versuchte, die Luft zu erschnuppern, in der Hoffnung, dass es ihr irgendeinen Hinweis geben könnte. Die Jahreszeit, der ferne Duft von Essen oder Zaubertränken. Die Luft war abgestanden, nass und kalt. Leblos. Sie hatte gehofft, wenn sie nur sorgfältig genug suchen würde, könnte sie in der Wand einen losen Ziegelstein finden, ein Geheimfach, in dem sich ein Nagel oder ein Löffel oder vielleicht ein Stück Seil befindet. In der Zelle hatten sich anscheinend noch nie sehr waghalsige Gefangene befunden. Keine Kratzer, die ein Anzeichen für vergangene Zeit sein könnten. Keine lockeren Steine. Nichts. Nichts außer Dunkelheit. Sie konnte nicht mal mit lauter Stimme sprechen, um die unendliche Stille zu durchbrechen. Dies war Umbridges Abschiedsgeschenk an sie, nachdem sie sie in die Zelle geschleppt und ein letztes Mal ihre Fesseln kontrolliert hat. Sie waren gerade dabei gewesen zu gehen, als Umbridge gezögert und Silencio geflüstert hat. Sie hob Hermines Kinn mit ihrem Zauberstab an, sodass sich ihre Augen trafen und sagte, Du wirst schon früh genug verstehen. Umbridge kicherte und ihr unangenehm süßer Atem striff über Hermines Gesicht. Hermine ist in Dunkelheit und Schiller zurückgelassen worden. Ist sie vergessen worden? Niemand kam jemals vorbei. Keine Folter, keine Verhörer. Nur dunkle, stille Einsamkeit. Essen tauchte einfach auf. Willkürlich, damit sie nichts hatte, um die Zeit festmachen zu können. Sie sagte Zaubertrankrezepte in ihrem Kopf auf. Verwandlungstechniken, überdachte Runen, Heilungsverse. Ihre Finger zuckten. Als sie Zauberstabstechniken imitierte, lautlos die Zaubersprüche wiedergab. Sie zählte rückwärts von 1000, während sie die Primzahlen wegließ. Sie fing an, Sportübungen zu machen. Es ist anscheinend keiner auf die Idee gekommen, sie von körperlicher Aktivität abzuhalten, und die Zelle war groß genug, um ein Rad quay durchzumachen. Sie lernte sogar, einen Handstand zu machen. Sie bebrachte, was sich die Stunden anfühlte, damit Liegestützen zu machen, und eine Übung, die sich Burpees nannte, auf die ihre Cousine einen Sommer lang ganz versessen gewesen war. Sie fand heraus, dass sie ihre Füße durch die Gitterstäbe ihrer Zellentür schieben konnte, um Sit-Ups zu machen, während sie nach unten hing. Es half, ihre Gedanken abzuschalten, zählen, sich selbst an neue körperliche Grenzen zu bringen. Wenn ihre Arme und Beine sich wie Wackelpudding anfühlten, sackte sie in eine Ecke zusammen und fiel in einen traumlosen Schlaf. Es war der einzige Weg, um zu stoppen, dass das Ende des Krieges sich unendlich vor ihrem inneren Auge abspielte. Manchmal fragte sie sich, ob sie tot war. Vielleicht war dies die Hölle. Dunkelheit und Einsamkeit und nichts außer ihren schlimmsten Erinnerungen, die für immer vor ihren Augen hingen. Als da endlich ein Geräusch war, fühlte es sich ohrenbetäubend an. Das Quietschen in der Ferne, als sich eine lang vergessene Tür öffnete. Das Licht, grelles, blendendes Licht. Es war, als ob man sie niederstechen würde. Sie stolperte zurück in eine Ecke und schützte ihre Augen. Sie lebt noch, hört sie Umbridge sagen. Sie klang überrascht. Nimm sie mit, mal schauen, ob sie noch bei Verstand ist. Grobe Hände zogen Hermine aus der Ecke und versuchten, ihre Hände von ihren Augen zu ziehen. Selbst mit fest geschlossenen Augen fühlte sich der Schmerz von der plötzlichen Helligkeit an wie Messer, die in ihrer Hornhaut stachen. Sie zerrte ihre Hände zurück, um sie wieder auf ihre Augen zu pressen. Sie riss ihren Armen aus dem Griff ihres Kidnappers. Oh, bei Marlins Willen, sagte Umbridge schrille, ungeduldig. Überwältigt von einem zauberlosen Schlammblut. Petificus totalus. Hermines Körper versteifte sich. Erleichternderweise blieben ihre Augen geschlossen. Du hättest schlau genug sein sollen, um zu sterben. Crucio. Der Fluch brach durch Hermines bewegungslosen Körper. Umbridge war nicht die Stärkste, von der Hermine jemals verhext wurde. Aber sie meinte es ernst. Der Schmerz bahnte sich einen Weg durch Hermine wie Feuer. Unfähig, sich zu bewegen, fühlte sich ihr Inneres an, als ob es sich in Knoten formte, um dem Schmerz zu entkommen. Ihr Kopf pochte, als der Schmerz immer mehr und mehr wurde, ohne einen Ausweg. Nach einer Ewigkeit hörte der Schmerz endlich auf und tat es dennoch nicht. Der Fluch war vorbei, aber die Qual saß zusammengeknüllt im Inneren fest. Brich einfach zusammen. Brich einfach zusammen. Aber sie konnte nicht. Bringt sie nach oben zur Begutachtung. Lass mich sofort wissen, was der Heile sagt. Sie schwebte, aber die Welt blieb eine Unklarheit aus Geräuschen und Qual. So viel Lärm. Es fühlte sich an, als ob die Vibrationen über ihrer Haut schaben würden. Sie muss innerhalb eines Barrierezaubes gewesen sein, denn plötzlich explodierte die Luft mit Lärm und Licht. Sie versuchte festzuhalten, klar zu bleiben, indem sie sich nur auf das Klopfgeräusch der Schritte konzentrierte. Geradeaus für zehn Schritte. Einmal rechts. Dreißig Schritte. Einmal links. Fünfzehn Schritte. Stopp. Einer der Wachtmänner, der sie schweben ließ, klopfte an einer Tür. Herein, sagte eine gedämpfte Stimme. Die Tür schwang auf. Legt sie da drüben hin. Hermine fühlte, wie ihr Körper auf einen Untersuchungstisch gelegen wurde. Sie spürte, wie sie einen Zauberstab anstupste. Kürzlich ausgeübte Zauber. Betrivicus totalus und der Cruziatus. antwortete eine neue Stimme. Hermine dachte sich, dass sie die Stimme irgendwoher kannte, aber ihre Gedanken waren zu zerstreut durch die Schmerzen, um sie einordnen zu können. Während sie unbeweglich war? Der Heiler hörte sich verärgert an. Für wie lange? Eine Minute. Vielleicht länger. Ein irritiertes Zischen. Wir haben kaum genug, so wie es jetzt schon ist. Versucht Umbridge, sie alle zugrunde zu richten? Bindet sie fest. Sie verletzt sich sonst selbst, wenn ich die Sprüche rückgängig mache. Hermine fühlte Ledergurter, die ihre Handgelenke und Knödel festbanden und etwas, das ihr gewaltsam zwischen die Zähne geschoben wurde. Dann eine Zauberstabberührung in ihre Schläfe. So, so, kleine Hexe, wenn dein Verstand noch nicht ganz zu brei geworden ist, dann tut das jetzt weh. Sehr weh. Aber, fuhr er vergnügt fort, dir wird es danach besser gehen. Finite incantatem. Hermines Welt explodierte. Es fühlte sich so an, als ob sie wieder mit dem Cruciatus getroffen wurde, nur konnte sie sich endlich bewegen. Ihr Körper prallte zurück. Sie schrie und schlug um sich. Die Gurte, die sie zurückhielten, konnten sie kaum davor stoppen, sich rückwärts zu wölben, als sie sich wand und krümmte und in Qualen heulte. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, bevor sie aufhören konnte, um sich zu schlagen. Lange nachdem ihre Stimme den Geist aufgegeben hatte. Ihre Muskeln zuckten noch immer heftig, und ihre Brust wurde von Schluchzern erschüttert. Okay, sie können jetzt gehen, sagte der Heiler, nachdem er Hermine wieder mit dem Zauberstab anstupste. Aber sag Umbridge, wenn nochmal einer in so einem Zustand auftaucht, melde ich sie wegen Sabotage. Hermine öffnete ein Auge und beobachtete, wie die Wachtmänner sich entfernten. Ihre Sicht verschwamm. Alles war so überempfindlich hell. Aber sie konnte vage Formen ausmachen, und das Licht tat weniger weh. Oder vielmehr taten andere Dinge mehr weh als ihre Augen. Der Heiler kam zu ihr zurück. Es war ein großer Mann. Sie erkannte ihn nicht. Sie knifft die Augen zusammen, um ihn besser erkennen zu können. Oh Gott, es zeichnet sich Bewegung ab. Er drehte ihr Handgelenk, um die Gefängnisnummer von ihren Fässern abzulesen. Nummer 273 Er holte eine dünne Mappe von einem Regal und zog die Augenbrauen zusammen, als er sie überflog. Schlammblut, offensichtlich. Hogwarts-Schülerin. Oh. Sehr gute Noten. Hm. Unbekannter Fluch in Abdomen. Im fünften Jahr. Kein gutes Zeichen. Gut, wir werden sehen, womit wir arbeiten müssen. Er übte einen komplizierten Diagnosespruch über ihr aus. Sie beobachtete, wie ihre magische Signatur über ihr schwebte und sich verschiedenstfarbige Kugeln entlang ihren Körper arrangierte. Der Heiler stieß sie an und hielt Notizen in seinen Unterlagen fest. Er war besonders an ihrem Abdomen dressiert, speziell an einer Kugel mit lilanen Anfärbungen. Was? Sie kreicht sah um den Knebel herum, der immer noch zwischen ihren Zähnen steckte. Was schauen Sie sich gerade an? Hm? Oh, unterschiedliche Dinge. Hauptsächlich ihre körperliche Gesundheit. Sie sind in erstaunlich guter Verfassung. Wo wurden sie festgehalten? Obwohl, nichts davon wichtig ist, wenn ich nicht herausfinden kann, was dieser alte Fluch ist, der noch in ihnen steckt. Er arbeitete für ein paar Minuten im Stillen weiter, bevor er leise in sich hineinlachte. Er schwang seinen Zauberstab mit einer komplizierten Bewegung und Zauberformeln, die Hermine nicht verstand. Sie beobachtete, wie ein dunkler Strom aus lilanen Flammen in ihrem Bauch schoss. Ihre Innereien fingen plötzlich das Broden an und es fühlte sich an, als ob etwas zwischen ihren Organen am Leben wäre. Irgendetwas kroch in ihrem Inneren herum. Bevor sie schreien konnte, jagte der Heiler einen roten Zauberspruch in sie hinein. Das Kribbeln stoppte und es fühlte sich an, als hätte sich in ihrem Inneren etwas aufgelöst. Ein schiefgelaufener Zauberspruch, erklärtete der Heiler. Jemand wollte, dass sie bei lebendigem Leib von innen gefressen werden, aber glücklicherweise war der Fluch nicht komplett. Ich habe ihn repariert und dann annulliert. Gern geschehen. Hermine antwortete nicht. Sie bezweifelte, dass irgendetwas von dem hier ihr zugutekommen würde. Nun gut, du bist freigegeben und geeignet. Ich glaube, wir werden gute Verwendung für dich finden, auch wenn der Cruziatus noch etwas mehr Therapie erfordert, bevor du dich ganz davon erholst. Ich werde es in deiner Akte festhalten. Mit einer Bewegung seines Zaubersstabs öffneten sich die Ledergurte um ihre Knöchel und Handgelenke. Hermine setzte sich langsam auf. Ihre Muskeln zuckten noch immer unwillkürlich. Während der Heiler die Tür öffnete, rief er. Sie hat bestanden. Ihr könnt jetzt mit ihr weitermachen. Er kam zurück zum Tisch gelaufen. Alles war seltsam erleuchtet. Sie blinzelte. So hell. Sie konnte nur mit Anstrengung am Licht vorbeischauen, um Umrisse um sich herum auszumachen. Mit zitternden Händen griff sie nach oben, um den Knebel zwischen ihren Zellen zu entfernen. Sie fingen sofort das Klappen an. Sie bemerkte es jetzt, wie extrem kalt ihr war. Zu kalt. Der Wachtmann kam ab sie zu, um nach ihren Armen zu greifen und voranzugehen. Sie glitt vom Tisch und versuchte zu stehen. Sie wackelte unsicher. Sir? War das ihre Stimme? Sie konnte sich nicht daran erinnern, wie ihre Stimme klang. Die Worte kamen verschwommen aus ihr heraus und alle leuchtenden Objekte im Zimmer schienen sich vor ihren Augen zu drehen und zu verformen, als ob ihre Augen in ein Goldfischglas geworfen wurden. Der Heiler drehte sich fragend zu ihr um. Ich glaube, ich bekomme ein... Die Worte schienen nicht zwischen ihren klappernden Zähnen hervorkommen zu wollen. Sie versuchte es noch einmal. Schock! Dunkelheit fing plötzlich an die Ränder ihres Sichtfelds einzunehmen. Alle leuchtenden Sachen verschwanden langsam, bis sie nur noch das besorgte Gesicht des Heilers vor sich schwimmen sah. Ihre Augen rollten zurück und sie fielen. Keiner fing sie auf. Der Kopf schlug auf die Ecke des Tisches auf. Hart. Fuck! fluchte der Wachtmann. Sogar Geräusche schienen wackelig und verzerrt. Das Letzte, woran sich Hermine erinnerte, war, dass sie dachte, es könnte eventuell Marcus Flint sein. Wieder zu Bewusstsein zu kommen, fühlte sich an, als ob sie in Haferbreie trank. Hermine hatte keine Ahnung, warum das der erste Vergleich war, der ihr einfiel. Sie bemühte sich darum, wieder an die Oberfläche zu kommen. Sie bewegte sich auf die gedämpften Stippen zu und versuchte, sie zu verstehen. 16 Monate in Einzelhaft mit Licht- und Geräuschentzug. Sie sollte dorthin sich geisteskrank sein, wenn nicht sogar tot. Es gibt nicht einmal Ausrichtungen über sie, als ob sie sie in eine bodenlose Grube geworfen hätten. Schauen Sie sich diese Unterlagen an. Gefangene 187 im Bett nebenan. Sehen Sie, wie viele Seiten hier sind? Check-Ups, Blutgutachten, psychiatrische Sitzungen, verschriebene Tränke. Ich habe sogar Fotos von ihren Aussehen, bevor sie sie verstümmelt haben. Und die hier nichts. Es war berichtet worden, dass sie diesem Gefangnis zugeteilt wurde und dann verschwand sie einfach. Niemand hat sie je gesehen. Es gibt nicht einmal Ausrichtungen, dass sie gegessen hätte. Für 16 Monate. Erklären Sie mir, wie das passieren konnte. Es gab eine Pause und dann hörte Hermine. Umbridges einfaltige Stimme begann schmeichlerisch zu reden. Es gibt so viele Gefangene hier. Es kann kaum überraschend sein, wenn ein oder zwei durchs Gitter fallen, so wie es mit Miss Granger der Fall war. Miss Granger? Die andere Stimme klang plötzlich verängstigt und stotternd. Wie, in die, Granger? Sie wussten, dass es sie war? Sie haben versucht, sie umzubringen. Was? Nein. Ich würde niemals. Es steht nur dem Doktor Lord zu, über ihre Schicksale zu entscheiden. Ich bin lediglich Fantina. Denken Sie wirklich, der Doktor Lord würde eine Gefangene wie Hermine Granger vergessen? Denken Sie, er wird Vergebung zeigen, wenn er erfährt, was sie getan haben? Ich hatte nie geplant, dass es so lange abdauern würde. Es war lediglich eine vorübergehende Situation. Sie kennen sie nicht. Sie wissen nicht, wozu sie imstande ist. Ich musste sicherstellen, dass sie nicht abhauen oder jemanden kontaktieren würde. Hogwarts war immer noch dabei, die Schutzzauber wieder aufzubauen. Dann, dann, als alle Vorbereitungen fertig waren, muss das mir entfallen sein. Ich würde mich niemals unserem Lord widersetzen. Der Erfolg dieses Vorhabens, dem der dunkle Lord uns zugeteilt hat, hängt über Ihren und meinem Kopf. Wenn ich auch nur so wenig wie einen Hinweis darauf finde, dass sie noch mehr getan haben, um diese Agenda zu sabotieren, werde ich sie sofort an ihn melden. So wie es jetzt ist, steckt Granger unter meiner vollen Verantwortung. Sie ist ja nicht erlaubt, auch nur in ihrer Nähe zu gehen, ohne meine Erlaubnis. Falls ihr noch einmal irgendetwas zustoßen sollte oder durch jemand anderen, werde ich annehmen, dass es durch ihr verschulden ist. Aber, aber sie hat viele Freunde. Umbridge's Stimme zitterte. Dann schlage ich vor, dass sie ihr Gefängnis gut im Auge behalten. Der dunkle Lord hat sie spezifisch in seinen Plänen benannt. Ich werde sie ihm heute vorwerfen, wenn es das ist, was es braucht, um Erfolg zu haben. Ich habe härter und länger gearbeitet als sie, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Gefängnisdirektorin. Ich werde mir von niemandem in die Quere kommen lassen. Gehen Sie und machen Sie mit dem Rest der anderen weiter. Der dunkle Lord erwartet einen Bericht über die verfügbaren Zahlen heute Abend und ich habe schon die Hälfte meines Tages darauf verschwendet, ihre Fehler zu beheben. Ein paar Schritte entfernten sich. Umbridge's dachte und hoffte Hermine. Sie öffnete ein Auge und versuchte, ihre Umgebung unbemerkt wahrzunehmen. Sie sind wach! Nicht unbemerkt genug. Sie öffnete ihre Augen komplett und schaute nach oben auf die verschwommenen Umrisse der Heilerin, die über ihr stand. Die Heilerin beugte sich näher heran, um Hermine zu untersuchen, und Hermine konnte sich etwas besser gegen die Helligkeit ausmachen. Eine ältere Frau, Ernst, mit Roben, die eine medizinische Zugehörigkeit verzeichneten. So, Sie sind Hermine Granger. Hermine war sich nicht sicher, wie sie auf diesen Kommentar antworten sollte. Das Gespräch, das sie belauscht hatte, hat nicht wirklich Licht darauf geworfen, was mit ihr gemacht werden soll. Sie war wichtig für irgendeine furchtbare Intrige von Voldemort. Es war nicht geplant, dass sie tot oder geisteskrank sein sollte, und sie wollten, dass sie gesund ist. Sie würden sie wahrscheinlich auch nicht mehr in grausamer Weise foltern. Sie blieb leise. Sie hoffte, dass die Heilerin eine von der Art Menschen war, die weiterredeten, wenn man nicht antwortete. Sie wurde enttäuscht. Ich muss sie fragen, da niemand sonst es zu wissen scheint. Wie sind Sie noch am Leben? Wie haben Sie es geschafft, nicht verrückt zu werden? Ich weiß es nicht, antwortete Hermine, nachdem sie einige Momente gewartet hatte. Ihre Stimme hörte sich tiefer und wackeliger an, als sie sie in Erinnerung hatte. Ihre Stimmbänder fühlten sich verkümmert an. Es war schwer, Worte zu finden. Die Konsonanten verschwärmten ineinander und passierten dann, als ob es Kraft brauchte, sie rauszubringen. Ich habe geistig gezerrt, ich tränke aufgesagt, ich habe mein Bestes getan, um mich davor zu bewahren, abzurutschen. Beeindruckend, murmelte die Heilerin und kritzelte Notizen in ihre Unterlagen. Aber wir haben sie überlebt. Es gibt keine Aufzeichnungen, dass sie gefüttert wurden und trotzdem sind sie in perfektem Zustand, wenn man die Nährstoffe betrachtet. Ich weiß nicht. Essen ist aufgetaucht. Nie zu einer bestimmten Zeit. Ich dachte, das war beabsichtigt. Was war beabsichtigt? Die Unregelmäßigkeit. Ich dachte es. Ihre Kehle fühlte sich erschöpft an, als sie weiterredete. Wäre Teil der Wahrnehmungsunterdrückung, um mich davon abzuhalten, zu wissen, wie viel Zeit vergangen ist. Ihre Stimme wurde dünner und dünner mit jedem Wort. Oh ja, das wäre kreativ gewesen. Und Ihre körperliche Verfassung? Sie sind nie aus Ihrer Zelle entfernt worden. Dennoch haben Sie einen besseren Muskeltonus wie die Hälfte meiner Heiler. Wie zur Hölle ist das möglich? Wenn ich es nicht aushalten konnte, zu denken, habe ich Übungen gemacht, bis ich nicht mehr konnte. Was für Übungen? Alles. Hampelmänner, Liegestützen, Sit-Ups, alles Mögliche, was auch immer mich müde gemacht hat, damit ich nichts geträumt habe. Mehlgekritzeln. Welche Art von Träumen haben Sie versucht zu vermeiden? Hermines Atem stockte leicht. Die anderen Fragen waren einfach. Das hier, das ging zu nah ran an etwas Reales. Träume von bevor... Bevor! Bevor ich hierher kam. Hermines Stimme war leiser. Wütend. Sie schloss ihre Augen. Das Licht machte ihr höllische Kopfschmerzen. Natürlich! Mehlgekritzeln. Das Geräusch ließ Hermines Muskelzucken. Sie werden hier im Spital bleiben, bis die Nebeneffekte der Folter komplett abgeklungen sind. Ich werde auch einen Spezialisten mit einschalten, der herausfinden kann, was mit ihrem Gehirn passiert ist. Hermines Augen sprangen auf. Die Heilerin starrte sie abwägend an, bevor sie ihren Zauberstab über Hermines Kopf schwang. Sie wurden 16 Monate in wahrnehmungsunterdrückter Isolation festgehalten. Der Fakt, dass sie geistig noch klar sind, ist allein schon ein Wunder. Die Auswirkungen eines solchen Experiments können kaum verhindert werden, besonders unter den Umständen von ihrer Ankunft hier. Ich nehme an, sie haben ein bisschen Heilkunde studiert während des Krieges? Ja, sagte Hermine, während sie auf die Decke in ihrem Schoß schaute. Sie war abgenutzt und roch stark nach Desinfektionsmittel, sodass ihr schlecht wurde von der offensichtlichen Demütigung. Dann sollten Sie wissen, wie ein normales, gesundes, magisches Gehirn aussieht. Das hier ist Ihres. Eine einfache Zauberstabbewegung brachte das magische, projizierende Bild von Hermines Gehirn in ihr Sichtfeld. Hermines Augen verengten sich. Verteilt über die Projektion waren kleine, glühende Lichter. Manche eng zusammen, andere zerstreut, über ihr ganzes Gehirn verteilt. Sie hatte noch nie zuvor so etwas gesehen. Was sind das? Meine beste Vermutung ist, dass es magisch hervorgebrachte Fügungszustände sind. Was? An irgendeinem Punkt während ihrer Isolation hat ihre Magie versucht, sie zu beschützen. Dadurch, dass sie keine Magie nach außen ausüben konnten, hat sich die Magie nach innen gekehrt. Sie haben hart dafür gearbeitet, wie sie selbst gesagt haben, nicht abzurutschen. Wie auch immer ist der Verstand kaum dafür ausgestattet, solche Dinge zu verarbeiten. Ihre Magie hat Teile ihres Geistes abgeschirmt. Als ein Ergebnis hat sie es irgendwie zersplittert. Normalerweise sind solche Fügungszustände sehr generell ausgeweitet. Aber diese hier erscheinen fast chirurgisch genau. Wobei geistige Heilung auch nicht mein Spezialfach ist. Hermine starrte entsetzt in die Luft. Meinen Sie ich, ich bin dissoziiert? So was in der Art. Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Es ist wahrscheinlich eine neue magische Erkrankung. Aber ich multiple Persönlichkeiten? Hermine fühlte sich plötzlich schwindelig. Nein, sie haben einfach Teile ihres Gehirns isoliert. Ich denke, ihre Magie hat versucht, sie vor mentalen Attacken zu beschützen. Aber durch die lange Dauer wurden sie davon abgehalten, auf diese Teile zugreifen zu können. Hermine hatete mit sich selbst. An was kann ich mich nicht erinnern? Nun, wir sind nicht ganz sicher. Sie müssen diejenige sein, die herausfindet, was sie vergessen haben. Was sind die Namen ihrer Eltern? Hermine war für einen Moment still, um abzuwägen, ob die Frage zur Diagnosestellung diente oder um Informationen zu erhalten. Sie wurde bleich. Ich weiß nicht mehr, sagte sie. Plötzlich fühlte sie sich so, als ob sie nicht mehr atmen konnte. Ich erinnere mich, dass ich Eltern hatte. Sie waren Muggel, aber ich kann mich an nichts mehr von ihnen erinnern. Sie starrte flehend die Heilerin an, während sie damit kämpfte, die Panik im Schach zu halten, die in ihr aufkam. Wissen Sie irgendetwas über sie? Ich fürchte nicht. Versuchen wir es mit einer anderen Frage. Erinnern Sie sich an die Schule, auf die sie gegangen sind? Wer sind ihre besten Freunde? Hogwarts, Harry und Ron, sagte Hermine. Sie sah nach unten, als sich ihr der Hals zuschnörte. Ihre Finger zuckten unkontrollierbar. Gut. Erinnern Sie sich an den Schulleiter? Dumbledore. Erinnern Sie sich, was mit ihm geschehen ist? Er ist gestorben, sagte Hermine und kniff ihre Augen zusammen. Auch wenn sich die Details undeutlich anfühlten, war sie sich sicher. Genau. Erinnern Sie sich an die Umstände seines Todes? Nein. Ich erinnere mich, dass er wieder eingesetzt wurde, nachdem es sich bestätigt hatte, dass Volt... Volt... Sie wissen schon, wer zurück ist. Interessant. Und mehr gekritzelt. An was vom Krieg erinnern Sie sich? Ich... Ich war eine Heilerin. Ich war im Krankenhaus. So viele Leute, die ich nicht retten konnte. Ich erinnere mich, dass wir verloren haben. Irgendetwas... Irgendetwas hat nicht funktioniert. Harry ist gestorben. Sie... Sie haben ihn am Astronomietum aufgehangen. Und wir haben ihm beim Verrotten zusehen müssen. Sie... Sie haben Ron und seine Familie neben ihm aufgehangen und Tonks und Lupin. Sie haben sie gefoltert, bis sie gestorben sind. Dann haben sie mich in meine Zelle gebracht und mich dort gelassen. Hermine zitterte, als sie sprach. Das Krankenhausbett, in dem sie lag, wackelte und machte wütende Quietschgeräusche. Die Heilerin schien es nicht zu bemerken und kritzelte weitere Notizen in die Unterlagen. Das ist sehr ungewöhnlich und interessant. Ich habe noch nie von so einem Fügungszustand gehört. Ich bin besorgt zu hören, was ein Spezialist darüber denkt. Ich bin froh, so interessant sein zu können, sagte Hermine. Ihre Lippe kräuselte sich, als sie ihre Augen öffnete, um die Heilerin anzufunkern. Jetzt aber, meine Liebe, ich bin nicht völlig gefühlslos. Denken Sie doch einmal aus einer medizinischen Sicht darüber nach. Wenn es irgendetwas in ihrer Vergangenheit gäbe, vor dem sich ihr Verstand logischerweise schützen würde, wäre es die Auswirkungen des Krieges, die sie offensichtlich traumatisiert haben. Was haben sie jedoch unbewusst beschlossen zu beschützen? Die Identitäten ihrer Eltern und die Kriegstrategie des Ordens. Ihre Magie hat sich nicht dazu entschieden, ihre Psyche zu beschützen, sondern andere Menschen um sie herum. Das ist sehr interessant. Hermine nahm an. Es war interessant, aber es fühlte sich einfach alles zu viel an. Schon alleine, dass sie wieder sehen konnte, fühlte sich überwältigend an. Wieder imstande zu sein, zu sprechen. Aus ihrer Zelle raus zu sein. Alles fühlte sich an, als ob es zu viel wäre. Zu frisch. Zu hell. Sie sprach nicht weiter. Nach ein paar Minuten weiterem Gekritzel schaute die Heilerin wieder auf. Sie bleiben für eine Woche zur Erholung im Spital. Außer der Spezialist hat etwas dagegen, bevor wir ihren Fall weiter bearbeiten. Das gibt ihnen Zeit, sich wieder an das Licht und die Geräusche zu gewöhnen, und sie werden sich eine Behandlung zur Erholung von der Folter und Gehirnschütterung, die sie sich während ihrer Untersuchung zugezogen haben, unterziehen. Die Heilerin fing an wegzugehen, stoppte aber dann. Ich hoffe, dass ich dies anspreche, ist unnötig, aber ich nehme an, dass ich es wegen ihrem Haus und ihrer Vergangenheit trotzdem sagen sollte. Sie befinden sich gerade an einer Kreuzung, Miss Granger. Was ihnen als nächstes zustoßen wird, ist ausweichlich, aber es ist ihre Wahl, wie angenehm sie es sich machen. Mit diesem Verabschiedungsratschlag? Eine Drohung? Eine Erwarnung? Hermine war sich nicht ganz sicher, verschwand die Heilerin hinter dem Abtrennungsvorhang. Hermine sah vorsichtig um sich. Sie war immer noch in Hogwarts. Man hat ihr ihre Gefängniskluft gegen einen Krankenhauspyjama ausgetauscht. Als sie die Ärmel nach oben zog, musste sie mit Enttäuschung feststellen, dass keiner den Fehler gemacht hatte und ihr ihre Fesseln, die um beide Handgelenke geschlossen waren, abgenommen hatten. Sie hielt eines ihrer Handgelenke vor ihr Gesicht, um sie zu inspizieren. Sie sind ihr direkt angelegt worden, bevor sie in ihrer Zelle eingesperrt wurde. Sie hatte nie die Chance bekommen, sie sich genauer anzusehen. Im Licht sahen sie wie ein paar gewöhnliche Armreifen um ihr Handgelenk aus. Sie schimmerten wie ein neuer Penny. Sie waren mit Kupfer überzogen, wie sie es vermutet hatte. In der Dunkelheit hatte sie unglaublich viel Zeit damit verbracht, herauszufinden, was sie waren. Die einfache Antwort war, dass sie ihrer Magie unterdrückten. Wie genau sie das machten und wie sie eventuell umgehen würde, während sie blind und stumm war, hat sie viele Gedanken gekostet. Als sie es sich endlich eingestanden hatte, dass es unmöglich war, sie zu umgehen, hat sie angefangen herauszufinden, wie sie funktionierten. Sie hasste und bewunderte gleichzeitig die Person, die sie entwickelt hatte. Sie war sich übrigens sicher, dass das Kupfer, das ihrer Magie leidete, Drachenheitsfaser im Inneren hatte, wahrscheinlich aus ihrem eigenen Zauberstab entnommen. Die Fesseln schienen speziell ab, sie abgestimmt zu sein. Als sie in ihrer Zelle versucht hatte, zauberstablose Magie zu verwenden, kleidete ihre Magie ihre Arme hinunter zu ihren Händen, um freigelassen zu werden. Und dann lösten sie sich einfach auf, wenn sie die Fessen erreicht hatte. Jetzt, wo sie sich versichert hatte, dass sie verkupfert waren, verstand sie sofort, wie sie funktionierten. Kupfer zieht Magie in sich selbst hinein. Sie erinnerte sich an Bins Lehren in Geschichte der Zauberei, über die Versuche, andere Materialien aus Holz zur Zauberstabherstellung zu verwenden. Kupfer war eine offensichtliche Wahl durch die natürliche magische Leidfähigkeit, die sie besaß. Unglücklicherweise war es leider so leidfähig. Es sog jeden Funken von Magie, das es aufspüren konnte, egal ob gewollt oder ungewollt, in sich hinein. Sprüche explodierten aus Kupferzauberstäben, bevor der Zauber sie fertig sprechen konnte. Sie konnten die Zauberstäbe kaum anfassen, ohne dass sie losgingen. Zwei explodierte Zauberstablabore unter Verlust von vier Zehen hat die Zauberstabhersteller dann davon überzeugt, etwas anderes als Kupfer zu verwenden. Der Kern der Fesseln, da war sich Hermine sicher, war aus Eisen. Das Kupfer zusammen mit Rachenfertsfaser sog die Magie in sich auf und leitete sie dann an den Eisenkern weiter, wo sie effektiv neutralisiert wurde. Die Genialität brachte ihr Blut zum Kochen. Eisenfesseln waren weit verbreitet in Zaubergefängnissen. Sie dämpfte die Magie genug, um Insassen davon abzuhalten, mächtige Zauber auszuüben. Es war immer unmöglich gewesen, die Magie eines Zauberstabs oder eine Hexe komplett mit Eisen zu neutralisieren. Sie konnten immer ein klein bisschen Magie vorbeidrängen, oder sie ließ die Magie in sich aufstauen, bis eine Welle an unkontrollierter Magie aus ihren explodierte. Das Kupfer löste dieses Problem. Mit der begierigen Leitfähigkeit und dem magischen Innen des Gefangenen angepasst war, zog das Kupfer fast jedes bisschen Magie aus Hermine heraus. Es machte sie effektiv zum Muggeln. Kapitel 2 Hermine Sie hörte jemanden atmen. Sie schaute schnell von ihren Fesseln hoch. Sie sah einen Kopf, der durch den Abtrennungsvorhang spitzte. Sie kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Es war Hannah Abbott. Ein Keuchen des Horrors entwich Hermines Lippen. Sie hatte nur ein Auge. Ihr rechtes Auge starrte Hermine an, aber ihr linkes Auge war weg. Es klaffte ein Loch in ihrem Kopf, als ob es einfach herausgerissen wurde. Hannahs Hand schoss sofort nach oben, um die linke Hälfte ihres Gesichts zu bedecken. Entschuldigung, es ist immer schlimm. Leute, wenn sie das zum ersten Mal sehen. Was ist passiert? Sie kann sich an keinen Flur erinnern, der Augen auf diese Weise entfernte. Es gab unzählige Erblindungszauber, aber keine mit solch einem grotesken Ergebnis. Umbridge, sie hat es mit ihrer Zauberstabspitze herausgequetscht, als ich versucht habe zu kommen. Sie hat die Heiler dazu gezwungen, es so zu lassen, für einen besseren Effekt. Hannah wendete ihr Gesicht etwas weiter ab, um die Hälfte ihres Gesichts besser zu bedecken. Sie hat allerdings Ärger dafür bekommen. Hannah senkte ihren Kopf, sodass sie auf den Boden blickte. Ihre Stimme klang, als ob sie schon tot wäre. Jetzt schneidet sie normalerweise die Finger ab, wenn du respektlos bist, wenn du versuchst abzuhauen, wenn du sie falsch ansiehst. Parvati und Angelina haben kaum noch Finger übrig. Hannah schaute Hermine mit ihrem verbliebenen Auge an. Lass dein Gryffindor in dir sterben, Hermine. Versuch nicht mutig zu sein. Versuch nicht clever zu sein. Halte einfach deinen Kopf unten. Leute versuchen seit Monaten abzuhauen. Jeder, der erwischt wird, wird verstümmelt. Jeder, der es raus schafft. Es hat so viele Versuche gebraucht, bis wir es realisiert haben. Die Fässern, die wir alle haben. Hannah hob ihre eigenen, mit Kupfer umhüllten Handgelenke an. Sie haben eine Spur im Innern. Wenn du an den Schutzzauber vorbeikommst, senden sie den hohen General und hängen deine Leiche in der großen Halle auf, wo wir ihr alle beim Verwesen zusehen müssen. Hermine fühlte sich, als ob sie schmerzhaft in die Brust getroffen wurde. Ihre Finger verkrempfte sich im Stoff der Decke, die sie bedeckte. Sie konnte kaum atmen. Wer? Genie. Sie war die erste Leiche, die sie zurückbrachten. Wir alle dachten, dass du es tatsächlich rausgeschafft hast, weil du einfach verschwunden bist. Wir hatten nicht realisiert, dass sie dich nur woanders hingesteckt hatten. Hannahs Stimme verstummte und sie sah Hermine an. Du weißt nicht mal, warum sie dich rausgeholt haben, oder? Hermine schüttelte ihren Kopf. Die Wachtmänner reden viel. Nach dem Krieg dachten wir alle, dass der dunkler Lord anfangen würde, die Muggel zu versklaven, aber es hat sich herausgestellt, dass seine Ränge mehr erschöpft waren, als wir angenommen hatten. Anscheinend macht ihn die Unsterblichkeit geduldiger. Er hat entschieden, dass die Repopulation der reinblütigen Ränge der Zauberer seine erste Agenda sein sollte. Er persönlich hat alle Reinblüter paarweise zusammengestellt. Sie wurden verheiratet, mit der Anordnung anzufangen, sich vorzupflanzen. Hannahs Gesicht war vor Verachtung verzerrt, als sie diese Information vortrug. Hermines Augenbrauen zogen sich vor Überraschung zusammen. Ein Repopulationsversuch? Der Krieg ging mit einer hohen Zahl an Todesopfern einher, wenn man die Zaubererbevölkerung betrachtete, jedoch hatte Hermine nicht gedacht, dass es Voldemort auffallen würde, geschweige denn, dass es ihn interessieren würde. Arrangierte Hochzeiten waren nicht ungewöhnlich für reinglütige Familien, aber sie verpflichtend zu machen, schien extrem. Sie fragte sich, was seine Anhänger darüber entachten. Es gab kaum Babys. Die Fruchtbarkeitsrate der Reinblüter singt seit Jahren. Es gab ein paar wenige Schwangerschaften, die alle verwundet hat. Die meisten davon waren Squibs, und die Schwangerschaften wurden frühzeitig abgebrochen. Oder es kam zu Fehlgeburten. Hanna sah so unwohl aus, wie Hermine anfing sich zu fühlen. Deshalb haben sie dich also endlich rausgelassen, sagte Hanna und gestikulierte hoffnungslos. Sie verwenden Schulaufzeichnungen und Krankenakten, um zu entscheiden, wer von uns qualifiziert ist. Die Heilerin, mit der du gesprochen hast, ist der Kopf der ganzen Sache. Anscheinend ist sie auf magische Gentechnik spezialisiert. Wir sind ihre Laborratten. Sie überprüft die Fruchtbarkeit von uns allen. In der Zwischenzeit hatte Hanna angefangen zu weinen. Hermine starrte sie an. Sie fühlte sich, als ob sie gleich in Ohnmacht fallen würde, vor Schock. Es durfte nicht wahr sein. Es war alles nur eine schreckliche Einbildung. Ein Albtraum, den sie sich in ihrer Zelle zusammenräumte. Wir, wir müssen abhauen, sagte Hermine mit ihrer Stimme so kontrolliert wie möglich. Hanna schüttelte ihren Kopf. Das geht nicht. Hast du mir vorher nicht zugehört? Du wirst nie dazu in der Lage sein, mit den Fesseln abzuhauen, außer du schaffst es, dir deine Hände abzuschneiden. Sie haben die Spur nicht mal hier. Angelina hat ihren Zeigefinger verloren, um das herauszufinden. Der dunkle Lord hat sie persönlich. Deswegen ist es immer der hohe General, der ihnen nachjagt, wenn es ihnen gelingt, abzuhauen. Hermine folgte Hennas Blick, doch sie blickte einfach nur ins Nichts. Wer? Wer ist der hohe General? fragte Hermine. Sie konnte sich nicht an den Titel erinnern. Hanna blickte auf. Ich weiß es nicht. Keiner von uns hat ihn jemals ohne seine Maske gesehen. Jeder redet über ihn. Er ist die rechte Hand des dunklen Lords. Voldemort zeigt sich nicht oft in der Öffentlichkeit, also tritt stattdessen der hohe General auf. Vor ein paar Wochen haben öffentliche Hinrichtungen stattgefunden. Mehr als 20 Menschen. Er hat jeden einzelnen davon mit einem Todesfluch getötet. Er hat keine Pausen gemacht. Er ist einfach der Reihe nach durchgegangen. Niemand hat jemals jemanden gesehen, der so viele Todesflüche nacheinander vollziehen kann. Nicht einmal der dunkle Lord kann das. Das sollte nicht möglich sein, sagte Hermine, während sie ihren Kopf schüttelte. Hanna lehnte sich nach vorne und senkte ihre Stimme. Ich weiß, aber ich habe die Leichen gesehen, nachdem er die Flüchtigen erwischt hat. Und er erwischt sie immer. Das sind diejenigen, die du kennst. Aber es gab viele mehr. Sehr viele mehr. Die Mitglieder des Ordens haben am meisten versucht abzuhauen. Sie sind alle als Leiche wieder zurückgekommen. Es ist immer der Todesfluch. Hanna zögerte und beobachtete Hermine aufmerksam. Mach nichts Dummes, Hermine. Ich erzähle dir all das nicht, damit du versuchst abzuhauen. Ich versuche, dich zu warnen. Es ist wie in der Hölle. Du musst darauf vorbereitet sein, weil, wenn du es nicht bist, wirst du hier rauslaufen und verstümmelt werden und es würde nicht mal von Bedeutung sein. Es schien, als wolle Hanna noch etwas hinzufügen, aber man konnte Schritte hinter dem Vorhang hören. Ein Ausdruck des Terrors huschte über Hennas Gesicht und der Abtrennungsvorhang fiel an seinen Platz zurück, als sie verschwand. Der Vorhang auf Hermines anderen Seite wurde aufgerissen und die Heilerin von zuvor erschien mit einem gequälten Gesichtsausdruck. Der dunkle Lord will deine Untersuchung persönlich mitbegutachten, berichtete die Heilerin, als sie energisch nach Hermines Armgriff. Hermine versuchte instinktiv loszukommen. Sie entrisste der Heilerin ihren Arm und ließ sich auf die andere Seite des Bettes fallen, um Abstand zwischen den beiden zu schaffen. Ach, du dummer, kleine Hexe! Die Heilerin seufzte und gestikulierte zu jemandem außerhalb Hermines Sichtfeld. Bitte häupt sie und bringt sie hier! Zwei Wachtbänner erschienen von hinter dem Vorhang und schossen zwei aufeinanderfolgende Schockzauber auf Hermine. Dem Ersten konnte sie ausweichen, aber der Zweite streifte ihre Schulter. Sie fiel wie ein Stein hin. Als sie wieder aufwachte, war sie an einem Tisch in einer kleinen Halle gefesselt. Ihre Arme und Beine waren festgebunden, während sie immer noch von der Folter zuckte. Weitere Gurte waren an ihrer Stirn und am Kinn befestigt, um sie festzuhalten. Ein kleiner Zauberer stand auf der einen Seite. Voldemort persönlich stammte auf der anderen Seite. Der kleine Zauberer sprach mit dünner, zittriger Stimme und gestikulierte ihn zur Projektion von Hermines Gehirn. Es ist anders als alles, was ich jemals gesehen habe. Normalerweise kommt magischer Gedächtnisverlust ausgeweitet über das Gehirn vor, wenn es selbst zugefügt ist. Eine Person könnte ihnen nicht einmal ihren Namen sagen, Aber das hier ist gezielter, wie Vergessenheitszauber. Eine dissoziative Fügung oder in diesem Fall viele davon, fast wie Vergessenszauber gegen einen selbst gerichtet. Ihre Magie hat bestimmte Erinnerungen im Inneren versteckt. Ich würde es fast als eine Verkalkung von magischen Schichten beschreiben. Dies hat wahrscheinlich niemals ohne die gegebenen Umstände ihrer Inhaftierung passieren können. Es hat Zeit gebraucht. Fast wie eine Muschel, die eine Perle erschafft. Sie hat sie langsam Schicht für Schicht vergraben. Man kann sehen, dass manche sorgfältiger beschützt sind als andere, abhängig davon, wie hell sie leuchten. Voldemorts Augen waren zusammengekniffen. Können diese Erinnerungen mit Legilimentik wieder gewonnen werden? Der kleine Zauberer schien noch nervöser zu werden, feine Tropfen Schweiß hampften sich aus seiner Oberlippe. Es ist unwahrscheinlich. Es ist wie eine Oklomentikmauer von außergewöhnlicher Stärke um jede spezifische Erinnerung herum. Es ist möglich, wenn der Gedankenleser ausreichend stark ist. Ich möchte meinen, ich bin ausreichend stark, sagte Voldemort, während er nach Hermines Augen sah. Sie kniff sie augenblicklich zusammen, aber es war zu spät. Sie glaubte, dass sie Oklomentik früher einmal praktizieren konnte, aber ihre Magie fast komplett beraubt, hatte sie keine Chance, eine Mauer, um ihren Verstand zu errichten. Voldemort schoss hinein wie ein Pfeil, vergrub sich tief unter ihren Erinnerungen und durchsuchte sie langsam. Es fühlte sich so an, als ob ihr Verstand unter seinem erdrückt wurde. Ihre Kindheit, Hogwarts, die weggesperrte Erinnerung der Namen ihrer Eltern interessierte ihn nicht einmal. Nach dem fünften Schuljahr, als alles verschwommener wurde, verstärkte sich sein Interesse. Er untersuchte ihre Erinnerungen, als sie Heilungen vollzog. All diese Leichen, all diese Verletzungen, so viele Menschen. Je näher er dem Ende des Krieges kam, umso mehr Erinnerungen waren weggesperrt. Er versuchte, in sie hineinzufahren. Er versuchte, sich einen Weg mit purer magischer Gewalt freizusprengen. Keine der Mauern gab unter seinem gewaltsamen, hartnäckigen Angriff nach. Es zerbrach sie. Die schiere Gewalt war geistesbetäubend, schmerzhaft, und irgendwie wurde der Schmerz zunehmend mehr, bis es unmöglich erschien, dass sie es überleben würde. Hermine verkrümmte sich, als sie versuchte, davonzukommen, von der Invasion abzuhauen. Schreie umgab sie, und es hörte nicht auf. Es ging weiter und weiter und weiter. Endlich zog sich Voldemort aus ihrem Verstand zurück, aufgebracht. Ihr wurde langsam bewusst, dass die Schreie von ihr gekommen sind. Bis dahin sind sie zu einem winzigen, qualvollen Wimmern durch ihre zerrissenen Stimmbände geworden. Herzreißende, erstickende Schluchzer brachen immer wieder aus ihr heraus, als sich ihre Brust vor Schmerz verkrampfte und sie Schwierigkeiten beim Atmen hatte. Ich mag es nicht, wenn man Geheimnisse vor mir ward. Mit Potters Tod sollte es nichts weiter zu vertuschen geben. Was versuchst du zu verstecken? Zischte Voldemort. Seine knochigen Finger ergriffen ihr Gesicht und drehte es, sodass sich ihre Augen trafen. Ich weiß nicht, sagte sie. Ihre Stimme klang rau und gebrochen, und sie versuchte schwach, ihr Kinn aus seinem Griff zu befreuen. Ruf Severus und die Gefangenisdirektorin. Sie soll für das hier bestraft werden, sagte Voldemort. Er fuhr damit fort, ihren Verstand auf gewaltsame Weise zu durchforsten, bis sie kraftlos und kaum bei Sinnen auf dem Tisch lag. Umbridge kam zuerst an und sah angemessen verängstigt aus. Mein Lord, sagte sie, sie fiel auf den Boden und kroch ungewürfig auf ihn zu. Crucio. Er sprach den Fluch so aus, dass die Wut seinem Ton entsprach. Umbridge schrie, sie schrie und schrie und verkrümmte sich auf den Boden. Sie tat Hermine fast leid. Nach einigen Minuten hörte er endlich auf. Glauben die Gefängnisdirektorin, dass ich sie verschonen würde, weil sie dem Grundsatz, aber nicht meinen genauen Anweisungen folgen? Umbridge wimmerte nur. Ich wusste von ihrem Hass auf Schlammblüter. Ich hatte aber gehofft, dass ihr Gehorsam eine ausreichende Motivation dafür wäre, sich zurückzuhalten. Wahrscheinlich brauchen sie eine dauerhafte Erinnerung. Mein Lord! Auf welche Bestrafung sind sie bei ihrem Insassen zu versessen? Finger, oder? Glauben sie mir, Gefängnisdirektorin, wie viele Finger hatten sie übrig, wenn ich einen Finger für jeden Monat, den sie darauf verschwendet haben, das Schlammblut wahnsinnig zu machen, abschneiden würde? Nein! Umbridge Stimme erklang mit einem Kreischen. Sie zitterte und zuckte noch immer am Boden. Vielleicht sollte ich nachsichtig sein, sagte Voldemort, als er langsam auf sie zuging, während sie sich um seine Füße wand und schluchzte. Deine Arbeit war hauptsächlich zufriedenstellend. Statt sechzehn werde ich es halbieren. Acht Finger, als Erinnerung daran, dass ich gesagt hatte, ich möchte Potters Schlammblut unversehrt haben. Bitte, bitte! Umbridge rappelte sich schluchzend vom Boden auf. Severus nehmt Fäkel zur Tür hinein. Was ist los? Können sie nicht einmal ihre eigens ausgedachte Bestrafung ertragen? zischte Voldemort verachtend und bewegt seine Hand, als er sich von Umbridge abwandt. Tragt sie weg! Setzt sie wieder in ihrem Gefängnis ab, wenn ihr fertig seid! Zwei Todesser traten nach vorne und zogen Umbridge aus dem Raum, während sie bettelte und Entschuldigungen aus ihr heraus sprudelten. Severus, mein treuer Diener, sagte Voldemort, als er sich den Zaubertrankmeister zuwandte. Ich finde mich selbst in einem Rätsel gegenüber. Mein Lord, antwortete Severus, er faltete seine Hände respektvoll vor sich und sagte seinen Blick. Du erinnerst dich an das Schlammblut, nehme ich an. Voldemort ging wieder zurück Richtung Hermine. Er starrte auf sie herunter, während er seine skelettartigen Finger an seinem lippenlosen Mund bewegte. Natürlich, sie war eine unerträgliche Schülerin. Snape ging auf Hermine, die immer noch am Tisch gefesselt war, zu, um sie zu begutachten. Durchaus eine gute Freundin von Harry Potter, der Junge, der starb, sagte Voldemort, während er seinen Zauberstab zärtlich streichelte. Sie war auch ein Mitglied des Ordens, wie du dich bestimmt aus seiner langjährigen Zeit als Spion erinnern kannst. Als Potter starb, wurde sie festgenommen. Ich habe ihre Inhaftierung und Unversehrtheit angeordnet, falls ich sie jemals für etwas gebrauchen könnte. Unglücklicherweise hat die Gefängnisdirektorin es in ihre eigenen Hände genommen, sie zu bestrafen wegen vergangenen Auseinandersetzungen. Sie hat das Schlammblut diese ganze Zeit unter wahrnehmungsunterdrückender Isolation festgehalten. Snapes Augen weiserten sich leicht. Voldemorts Hand lag auf Snapes Schultern. Durch diese Erfahrung gelang es dem Schlammblut, laut Aussagen des Geistheilers ihre Erinnerungen wegzusperren, abgeschottet vor mir und ihr selbst, die Identitäten ihrer Eltern, was keine weiteren Konsequenzen hat. Viel wichtiger jedoch ist die große Anzahl an Erinnerungen während und vor allem gegen Ende des Krieges. Dieser Gedächtnisverlust fand nach Potters Tod statt, nachdem der Krieg vorbei war. Was könnte es sein, was sie zu verstecken versucht? Es klang Bedrohung aus Voldemorts tiefer und geschmeidiger Stimme. Er war für einen Moment still und blickte auf Hermine hinunter. »Da du jemand bist, den sie während dieser Zeit kannte, hast du vielleicht Einblicke in das, was fehlt.« »Natürlich, mein Lord.« Hermine fand Snapes kalte, bodenlose Augen, die auf sie herabstarrten. Sie hatte keine Kraft mehr übrig, sich zu wehren, als er in ihr Bewusstsein eintauchte. Er beschäftigte sich gar nicht erst mit ihren frühen Erinnerungen. Er ging direkt zum Krieg und rauschte schnell, aber sorgfältig durch ihre Erinnerungen. Es schien, als ob er genaue Kategorien hatte, nach denen er vorging. Heilkunde, Zaubertränkebrauen, Treffen des Ordens, Recherche, Konversationen mit Harry und Ron, Kämpfen, die letzte Schlacht. Immer wenn er über eine verschlossene Erinnerung stolperte, waderte er kurz und schien erst, die äußeren Umstände zu betrachten, bevor er versuchte, durchzubrechen. Seine Invasion war drastisch weniger traumatisch als Voldemorts, aber Hermine wimmerte und zitterte trotzdem, als er sich endlich langsam zurückzog. Ihre Hände verkrampften sich spastisch, wo sie an Ort und Stelle gehalten wurden. »Faszinierend«, sagte er, während er auf Hermine hinabblickte, mit einer irgendwie zwiegespaltenen Mine. »Irgendwelche Einblicke?« Voldemorts Griff um Snapes Schulter verstärkte sich, und sein Ton war misstrauisch. Snape wandte sich von Hermine ab und er senkte seinen Blick. »Um ehrlich zu sein, mein Lord, das Schlammblut und ich hatten kaum Kontakt in den letzten Jahren des Krieges. Alle Ordenstreffen, an denen ich teilgenommen habe, sind da. Alles andere, was ich sonst noch von ihr weiß, ist, dass sie vom Kämpfen ferngehalten wurde, da sie als Heilerin und Zaubertrankmeisterin eingesetzt war. All diese Erinnerungen scheinen intakt zu sein. Ich bin ratlos, was sie sonst noch verstecken könnte. »Wenn der Orden noch irgendwelche Geheimnisse hat, dann will ich sie wissen«, sagte Voldemort. Seine scharlachroten Augen verengten sich. »Gewiss«, sagte Snape, sein Ton seidig und nüchtern. »Unglücklicherweise sind fast alle der gut informierten Mitglieder des Ordens in der Zwischenzeit tot. Entweder durch die letzte Schlacht, Folter oder Fluchtversuche. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass neben Miss Granger noch irgendjemand am Leben ist, der diese Informationen besitzt.« Voldemort starrte Hermine herab. Seine roten Augen waren wütend und abwägend, als er mit seinem Finger langsam über seinen Mund fuhr. Dann schaute er plötzlich zum Heiler. »Gibt es irgendeinen Weg, die Erinnerungen wiederherzustellen?«, fragte Voldemort. Sein Zauberstab hing leichtfertig von seinen Fingerspitzen. »Nun, das ist sehr schwer zu sagen«, der Heiler erblasste. »Es ist möglich, da die Umstände, die diesen Zustand hervorgerufen haben, entfernt wurden. Mit etwas Zeit kommen sie vielleicht von selbst wieder zurück.« »Was ist mit Folter?« »Ich habe es schon zuvor geschafft, durch oblivierte Erinnerungen mit Folter zu sprechen.« Der Geistesheiler sah leicht und blass aus. »Es könnte funktionieren, aber man könnte nicht sagen, welche Erinnerungen sie befreien. Sie würden wahrscheinlich nur ein paar bekommen, bevor sie verrückt werden würde.« Voldemort schaute abwägend auf Hermina herab. »Dann will ich, dass sie unter sorgfältiger Beobachtung steht, von jemandem, der sofort weiß, wenn sie zurückkommen. Severus, ich werde sie in deiner Obhut überlassen.« »Natürlich, mein Lord«, sagte Snape und fiel in eine tiefe Verbeugung. »Du hast etwas dagegen einzuwenden?« Voldemort benutzte die Spitze seines Zauberstabs, um Snape nach oben zu zwingen. Er neigte Snapes Kopf so weit zurück, bis sich ihre Augen trafen. »Niemals. Ihr Wunsch ist mein Befehl.« Snapes gefasster Ausdruck bröckelte unter dem forschenden Blick. »Und doch hast du Einwände vorzubringen«, sagte Voldemort und zog seinen Zauberstab zurück, um wieder Hermine anzustarren. »Ich spreche morgen nach Rumänien auf«, sagte Snape, »um den Gerüchten über die Gehorsamsverweigerung, von der wir gehört haben, nachzugehen. Das Vorhaben wird, wie sie gesagt haben, als sie mir es zugeteilt haben, eine heikle Angelegenheit werden, komplex und rigoros, selbst ohne zusätzliche Gefangene, die einer sorgfaltigen Aufsicht bedürfen. »Es widerstrebt mir, sie in einer dieser Angelegenheiten zu enttäuschen.« Er platzierte seine Hand aus seiner Brust und verbeugte sich noch einmal. Voldemort verweilte und schien abzuwägen. Seine Hand lag auf dem Tisch neben Hermine und er lehnte über ihr, um sie zu betrachten. Als er dort stand, erregte eine Bewegung auf Hermines anderen Seite ihre Aufmerksamkeit. Die, der Kopf von Voldemorts Züchtungsprogramm war, hatte sich genähert und flüsterte dem Geistheiler Fragen zu. »Mein Lord«, sagte der Geistheiler und kam zögerlich näher. »Heilerin Stroud macht mich auf einen Aspekt aufmerksam, der für sie von Interesse sein könnte.« »Ja?« Voldemorts Interesse schien geringfügig. »Eine magische Schwangerschaft, mein Lord«, sagte Heilerin Stroud mit einem stolzen Lächeln. »Es gibt einige Aufzeichnungen von Fällen von solchen Schwangerschaften, die Fälligkeit haben, durch magische Fügungszustände zu brechen. Die Magie des Kindes ist kompatibel, aber unendlich genug zu der Mutter, um einen zersetzten Effekt auf angestaute Magie zu haben. Es ist nichts Beweiskräftiges, da es so selten vorkommt, aber es ist möglich. Miss Granger hat außergewöhnliche magische Fähigkeiten. Sie selbst haben das festgestellt und wollten sie ins Repopulationsprogramm integrieren. Wenn sie sie im Programm belassen, gibt es eine Chance, dass eine Schwangerschaft im Wiedererlangen der Erinnerung endet. »Aber«, sie zögerte leicht. »Was?« Voldemort schaute streng zur Heilerin Stroud auf, was sie dazu brachte, blass zu werden und zurückzuweichen. »Es... es wäre ihnen unmöglich, ihren Geist während der Schwangerschaft zu inspizieren«, sprach Heilerin Stroud schnell. »Invasiver Magie, wie zum Beispiel Leglementik, bringt ein großes Risiko einer Fehlgeburt. Es ist oft so traumatisch, dass es in permanenter magischer Unfurchbarkeit enden kann. Sie müssten warten, selbst wenn sie wüssten, dass sie Erinnerungen zurückkommen, bis das Baby geboren wurde. Außer der Vater, der eine ähnliche magische Struktur hat wie das Kind, wäre derjenige, der die Leglementik durchführt.« Voldemorts blickte, gedankenverloren, auf Hermine herab. Seine Finger glitten über seine Brust, als ob er eine Verletzung ertasten würde. »Severus, mein Lord, der hohe General ist ein ausgesprochen begabter Gedankenleser, oder?« »Allerdings, mein Lord«, antwortete Snape, »seine Fähigkeiten sind meinen eigenen sehr ähnlich. Du hast ihn sorgfältig trainieren lassen.« »Seine Frau ist unfruchtbar, richtig?« Die Frage war an Heilerin Stroud gerichtet. »Ja, mein Lord«, antwortete sie sofort. »Dann schickt er Schlammblut zum hohen General. Er soll sie überwachen und sich mit ihr vorpflanzen.« Stroud nickte eifrig. »In zwei Wochen ist sie bereit, um dorthin gebracht zu werden. Ich möchte mich von ihrer allgemeinen Verfassung überzeugen und sie trainieren.« »Zwei Wochen. Ich möchte, dass sie jeden Monat hergebracht wird, bis sie schwanger ist, damit ich ihren Verstand selbst durchsuchen kann.« »Ja, mein Lord.« »Nun, bringt sie zurück nach Hogwarts.« Voldemort entließ sie mit einer Handbewegung. Hermines Körper krampfte noch immer leicht, als die Gurte, die sie festhielten, weggezaubert wurden. Es fühlte sich so an, als ob sie etwas tun musste. Irgendwas. Spucken. Oder sich weigern. Oder bettern. Irgendetwas anderes, als nur hier zu liegen, während Voldemort sie ganz lebensächlich zum Vorpflanzen abordnete. Ihr Körper weigerte sich zu kooperieren. Sie konnte nichts tun. Als unachtsame Hände sie hochzogen und den Gang hinunter levitierten. Kapitel 3 Das Bett, das von Hannah besetzt gewesen war, war leer, als Hermine zurück auf die Krankenstation von Hogwarts gebracht wurde. Hyalurin Stroud kippte einen Trank in Hermines Mund, sobald sie wieder in ihrem Bett lag. Die Schmerzen in Hermines Kopf fließen etwas nach. Sie blinzelte und die tanzenden, schwarzen Flecken in ihrem Blickfeld fingen endlich an zu verblassen. Hermine war übel. Ihr Inneres zog sich zusammen, als ob sie Gift im Inneren hätte, das ihr Körper nicht austreiben konnte. Sie zitterte immer noch. Sie wollte sich nur auf die Seite drehen und in einem Ball zusammenrollen, aber sie konnte die Kraft dafür nicht aufbringen. Bewacht sie mit eurem Leben. Wenn irgendjemand sie anfassen oder auch nur ansehen will, brauchen sie meine Genehmigung dafür. Hörte sie Heilerin Stroud sagen. Hermine drehte sich und konnte vage zwei große Männer ausmachen, die hinter Stroud standen. Ihre Augen waren kalt, als sie auf Hermine hinabstarrten. Stroud vollführte mehrere Überwachungszauber über Hermine, die schimmernd um ihren Körper herum aufstiegen. Nachdem sie die Projektionen für einige Minuten betrachtet hatte, drehte sie sich um und ging weg. Ihre Heilerrube bauschte sich hinter ihr auf. Hermine starrte nach oben an die Decke und versuchte zu verarbeiten, was ihr heute alles passiert ist. Sie hatte das Gefühl, dass sie weinen sollte, aber sie schaffte es nicht, ihre Tränen heraufzubeschwören. Resignation und Hoffnungslosigkeit hatten sich in ihrer Seele verwurzelt, seit sie Harry sterben hat sehen. Sie wusste, nachdem sie die meisten Menschen, die sie liebte, in Höllenquallen hat sterben sehen, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie an der Reihe war zu leiden. Nun war der Zeitpunkt gekommen. Denn Tod hat Hermine noch nie gefürchtet. Ihre Furcht lag immer in der Art und Weise zu sterben. Sie musste die schlimmsten Wege, die es gab zu sterben, mit ansehen. Harrys Tod war gnädig, im Vergleich zu der Folter, die die Weasleys, Remus und Tonks erleiden mussten. Lucius Malfoy stand nur wenige Meter, von wo Hermine eingesperrt war, entfernt, als er zu Ron hochsah und wütend hervorstieß. Das ist für meine Frau! Dann hat er ihn verflucht, sodass Rons Blut Schritt für Schritt in geschmolzenes Blei verwandelt wurde. Hermine musste zusehen, wie sich der Fluch langsam seinen Weg durch Rons Körper gebahnt hatte und ihn von innen heraus erfressen hat. Sie ist hilflos gewesen, konnte nichts machen, zu hilflos, um ihn auf irgendeine Weise zu verschonen. Arthur Weasleys Verstand wurde schon während des Krieges durch einen Fluch dauerhaft geschädigt. Er hat geweint und hat noch nicht einmal verstehen können, warum er gerade Schmerzen hatte und starb. Sie haben Molly bis zum Schluss aufgehoben, sodass sie allen ihren Kindern beim Sterben zusehen musste. Remus hielt Stunden länger aus als alle anderen. Seine Lykantrophie hat ihn immer wieder geheilt, bis er nur noch teilnahmslos dort gehangen hat. Schlussendlich hat jemand aus reiner Langeweile den Todesfluch auf ihn geschossen. Ihre Morde hatten sich schon so oft vor Hermines Augen abgespielt, dass sie dachte, dass der Schmerz irgendwann einmal weniger werden würde. Das war aber nie der Fall. Jedes Mal war es ein Stechen. Genauso stark wie am Anfang. Eine Wunde, die niemals zuheilen würde. Die Schuldgefühle der Überlebenden überlegte sie, das war der Muggelausdruck dafür. So eine armselige Beschreibung. Es konnte nicht einmal einen Bruchteil des Leids in ihrer Seele beschreiben. Dass sie mal zur Vorpflanzung von einem Tod, das sie benutzt werden würde, ist ein Schicksal, über das sich Hermine noch nie Gedanken gemacht hatte. Vergewaltigt werden, das Risiko hatte sie schon bedacht. Es fühlte sich an wie Vergewaltigung in Zeitlupe. Wobei die Situation viel komplexer war als nur das, was auch immer sie in ihrem Kopf versteckt hatte, muss wichtig gewesen sein. Wichtiger als alles andere. Sie konnte es Voldemort nicht in die Hände fallen lassen. Sie hatte keine Angst, dass ihre Leiche in der großen Halle verrotten würde. Das war gar nichts verglichen damit, das aufzugeben, was sie beschützte. Oder vergewaltigt zu werden und ein Kind auszutragen, das ihr aus den Armen gerissen wird, sobald es geboren wurde. Ihr wurde bewusst, dass Abzuhauen mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Luxus war, den sie sich einfach nicht leisten konnte. Das Wichtigste war, schnell zu sterben, bevor man sie stoppen und an weiteren Untersuchungen hindern konnte. Sie lag still im Bett und schmiedete Pläne. Die Tage gingen langsam vorbei. Keine der Gefangenen, die auf die Krankenstation gebracht wurden, wagten es, mit Hermine zu sprechen, da die Wachen nie von ihrer Seite wichen. Heile kamen mehrmals am Tag vorbei, um sie zu beurteilen und zu behandeln. Sie nahmen Blutröhrchen ab und Haarproben zur Analyse. Ein Therapeut kam vorbei, um Hermine in Bezug auf die Folter zu behandeln, wegen ihres Tremors. Letztendlich stoppten ihre zeitweiligen Krämpfe fast komplett. Hermines Finger krampften sich noch immer bei unerwarteten Geräuschen zusammen. Sie war nicht mehr an Lärm gewöhnt. Sie erinnerte sich daran, wie ihr Leben immer voller Lärm gewesen ist in der Vergangenheit. In Klassenzimmern, beim Essen, auf der Krankenstation nach Schlachten. Jetzt erwischte sie jedes unerwartete Geräusch unvorbereitet. Ein Klopfen an der Tür oder das Klappen von Stiefeln, die Schallwellen, fühlten sich wie physische Wahrnehmungen auf ihrer Haut an. Sie würde zusammenzucken. Der nervöse Geistheiler kam regelmäßig mit Heilerin Stroud um Hermines Gehirn und ihre psychologische Verfassung zu untersuchen. Es gab Bedenken zu ihrer allgemeinen mentalen Stabilität. Sie verwendeten Simulationszaubersprüche für ihr Gehirn, um zu sehen, wie sie in Menschenmengen, engen Räumen, bei körperlichem Kontakt, beim Anblick von Blut reagieren würde. Falls sie zusammenbrechen sollte, wollten sie, dass es hier auf der Krankenstation passierte. Anscheinend wurde Hermine trotz des Zuckers als stabil genug angesehen. Als das schlimmste Zittern nach vier Tagen aufgehört hatte, wurde entschieden, dass sie bereit für die Ausbildung war. Am fünften Tag wurde sie von der Krankenstation entlassen. Die Wachtmänner brachten sie direkt in die große Halle. Die ganze Halle stand voller Stuhlreihen, die zur Stirnseite der Halle zeigten. Die Stühle waren gefüllt mit Frauen in eintönig grauen Kleidern. Umbridge stand vorne auf dem Podium und redete mit zuckersüßen Stimme. Sie trug pastellrosane Kleidung und einem großen Anhänger um ihren Hals. Eine ihrer Hände war mit dicken Verbänden eingewickelt. Er wurde dazu auserwählt, beim Aufbau der Zukunft mitzuhelfen, die sich der dunkle Lord vorgestellt hat. Ihr habt das Privileg, diese Zukunft zu schaffen, sagte sie und lächelte künstlich. Ihr seid die wenigen, die verwürdig befunden wurden. Umbridge hörte sich mechanisch an. Sie starrte mit vor Hass funkelnden Augen auf die Mädchen hinab. Das falsche Lächeln zog sich nachdrücklich über ihr Gesicht. Ihre Augen huschten immer wieder in eine Ecke des Raums. Hermine drehte sich leicht, um sich umzusehen, und entdeckte zwei unmaskierte Todesser. Corbin Yorksley und Torfin Rowell. Sie beobachteten Umbridge mit einer Mischung aus Langeweile und Belustigung. Der dunkle Lord hat angeordnet, dass sie ausgebildet werden, damit sie ihre Aufgaben ohne Fehler durchführen können. Es ist eine große Ehre, die er ihnen damit zugeteilt hat. Sie wollen ihn nicht enttäuschen. Sie sind für den dunklen Lord wichtig. Deshalb müssen sie vor anderen und vor sich selbst beschützt werden. Umbridges Lächeln vertiefte sich plötzlich und nahm einen böshaften Zug an. Sie gestikulierte in Richtung der Todesser, und Yorksley und Rowell kamen nach vorne gelaufen. Umbridge wandte sich den Gefängniswärtern zu, die an den Wänden aufgestellt waren. Betäubt sie alle! Seid gründlich! Ein paar der Frauen zuckten zusammen oder versuchten auszuweichen, die meisten aber bewegten sich kaum, als sie Wörter anfingen, sie zu verzaubern. Die Körper zackten in den Stühlen zusammen oder fielen auf den Boden. Hermine stand im hinteren Bereich. Sie schaute dabei zu, wie die Mädchen zusammenzackten. Sie erkannte ein paar bekannte Gesichter. Hannah Abbott, Pavati Patil, Angelina Johnson, Katie Bell, Jo Cheng und Romilda Wayne. Die anderen sind wahrscheinlich in den Klassen über und unter ihr in Hogwarts gewesen. Ein paar etwas ältere Frauen waren auch dabei, wobei keiner älter als 30 aussah. Es waren insgesamt fast 100. Umbridge sah Hermine im Hintergrundtaler Halle stehen. Sie auch, sagte Umbridge. Sie blickte giftig zu Hermine herüber. Sie zögerte. Hallerin Stroud erschien an der Seite von Hermines Blickfeld. Betäubt sie! sagte sie mit einem knappen, genehmigendem Nicken. Hermine wurde ausgenockt, bevor sie sich anspannen konnte. Hermine setzte sich erschöpft auf. Sie hatten sie bewegt und sie fand sich selber neben den anderen Mädchen wieder. Sie sind in Reihen ausgelegt worden. Manche waren noch immer bewusstlos. Die Wächter gingen die Reihen entlang und weckten sie auf. Andere saßen aufrecht und starrten die Fesseln um ihre Handgelenke an. Die magischen Handreifen sahen anders aus, etwas breiter und ohne Verschluss. Ein perfekter Kreis aus Kupfer und jedes ihrer Handgelenke. Eigentum des hohen Generals war in die schimmernde Oberfläche beider Fesseln eingraviert. Was Hermine eher verunsicherte, war der kalte Gegenstand unter dem Metall, der sich leicht in die Innerseite ihrer Handgelenke drückte. Die Fesseln waren so eng angelegt, dass sie nicht darunter spitzern konnte, um herauszufinden, was es war. Es war offensichtlich. Der Grund, warum sie betäubt wurden, war das Entfernen und Austauschen der Fesseln. Vermutlich mit etwas Schlimmeren als zuvor. Die Uhr an der Wand wies darauf hin, dass Stunden vergangen sind, seit sie betäubt wurden. Wie auch immer der Prozess aussah, er hatte seine Zeit gebraucht. Ein großer Tisch war in der großen Halle erschienen, befüllt mit Waffen. Es hätte keine offensichtlichere Falle sein können. Alle standen zurückhaltend da und schauten einfach nur. »Kommt nach vorne!«, versuchte Umbridge, sie mit der schmeichelnden Stimme anzulocken. »Kommt! Seht es euch an!« Keiner bewegte sich. Umbridge sah enttäuscht aus. Sie hatte offensichtlich gehofft, dass jemand dumm genug ist, um nach vorne zu stürzen und sich zu bewaffnen. »Du da! Komm her!« Umbridge zeigte mit dem Finger auf ein Mädchen in der Gruppe. Hermine glaubte, sich zu erinnern, dass das Mädchen in ihrem Jahrgang gewesen ist. Sie glaubte, es war Maffelda aus Slytherin. Das Mädchen gehorchte langsam und erschauderte in dunkler Vorahnung. »Heb etwas auf!«, wies Umbridge sie an. Maffelda griff langsam nach vorne. Als sie jedoch nur wenige Zentimeter von einem Messer entfernt war, zog sie mit einem erschrockenen Aufschrei zurück. Umbridge grinste triumphierend. »Kommt alle her! Versucht etwas zu nehmen und schaut, was passiert!« Die Frauen schleppten sich alle widerschrieben nach vorne. Hermine näherte sich mit steigender Furcht, ihre Gedanken am Kreisen. Es musste den Fesseln einer Barrierezauber hinzugefügt worden sein. Irgendetwas, das sie davon abhielt, bestimmte Objekte zu nahe zu kommen. Sie streckte ihre Hand von einer gewissen Entfernung aus und näherte sich langsam. Als ihre Finger nur noch zehn Zentimeter von einem Dolch auf dem Tisch entfernt waren, fing ein Brennen an, sie zu umhüllen. Sie zog ihre Hand verbittert zurück. Ihre Optionen, Suizid zu begehen, limitierten sich dramatisch. Sie überblickte die verschiedenen Gegenstände. Armbrustpfeiler, Messer, Schwerter, Äxter, Küchenmesser, Brieföffner, sogar große Stahlnägel. Der Zauber, um die Bestrafungsbarriere zu erstellen, muss umfassend gewesen sein. Sie katalogisierte jeden Gegenstand sorgfältig. Aber das konnte nicht alles sein, was die neuen Fesseln konnten. Der eingearbeitete Barrierezauber war einfache Magie. Das neue Set Fesseln hatte etwas Komplexeres an sich. Hermine schaute nach unten und untersuchte sie noch einmal. Die neuen Armreifen werden für eure Sicherheit sorgen und sicherstellen, dass ein neuer Haushalt, in der ihr kommt, sich gut um euch kümmert. Das Oberhaupt des Haushaltes wird einen Talisman tragen, der ihm immer erlaubt, euch zu finden und zu wissen, ob ihr euch gerade in irgendeiner Gefahr befindet. Durch die, Umbridge lächelte herzlich, gefährliche, gewaltsame Natur, die unter Muggel verbreitet ist, werden euch die Fesseln von Gewalttaten aller Art abhalten, auch gegen euch selbst. Sie werden euch damit helfen, sich der großzügigen Gelegenheit, die euch der dunkle Lord gegeben hat, gewollt zu unterwerfen. Einige Frauen fingen hörbar an zu weinen. Immerhin sind es die wichtigsten aller Zauberer, denen ihr dienen werdet. Wir brauchen keine Fehler oder Unfälle, die ihnen Unannehmlichkeiten bereiten. Ein Barrierezauber. Wahrscheinlich irgendeine Art von Zwangzauber gepaart mit Überwachungszaubern. Der Gegenstand, den Hermine unter ihren Fesseln gespürt hat. Ein kleiner Überwachungsmonitor, der ihr körperliches Wohlbefinden überwachte. Überwachungszauber wurden üblicherweise in psychiatrischen Abteilungen in Krankenhäusern verwendet, um Heile zu alarmieren, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass sich Patienten verletzen oder kurz davor waren, verrückt zu spielen. Es werden Herzrhythmus und Hormone überwacht, Anstiege und Steigerungen wahrgenommen. Komplexere Varianten konnten sogar ein wenig an das Bewusstsein anzapfen. Es war nicht direkt Gedankenlesen, es gibt einen jedoch Eindrücke über den Status und die Neigung des Trägers. Zu versuchen, sich umzubringen, ohne irgendeine Art von Waffe, gefangen unter einer Art von Kontrollzauber, ohne eine gedankliche Indikation zu geben, beziehungsweise einen Anstieg des Herzrhythmus, es wird praktisch unmöglich sein. Hermine stand wie festgefroren in der großen Halle und versuchte, alles zu verarbeiten. Die Tage verschwammen ineinander zu einem Dunst aus Angst. Sie wurden ausgebildet. Umbridge hielt immer etwas hoch, was aussah wie eine kleine Laterne und erteilte Anweisungen. Wenn sie fertig gesprochen hatte, glühte die Laterne leicht auf und die Fässern wurden warm, als die Magie in sie hineinsank. Sie verankerte die Zwänge in ihren Köpfen. Es wurde stufenweise gemacht. Es schien, als ob die Anweisungen Zeit brauchten, sich in ihrer Psyche festzusetzen, in ihr Verhalten zu übergehen. Du wirst leise sein. Du wirst gehorsam sein. Du wirst niemanden verletzen. Du wirst die Ehefrauen nicht kränken. Du wirst dich nicht wehren, wenn du zum Beischlaf niedergelegt wirst. Nach dem Beischlaf wirst du dich zehn Minuten nicht bewegen. Du wirst alles dafür tun, schnell schwanger zu werden und um gesunde Babys zu produzieren. Du wirst mit kleinem Mann Sex haben, außer der dir zugewiesene Mann. Als die Tage verstrichen, konnte Hermine die Effekte der Anweisungen an den anderen Frauen beobachten. Sie wurden leiser und leiser. Während der ersten paar Tage war nachts noch leises Geflüsse zu hören. Am dritten Tag war der ganze Raum leiser, bis auf ein paar verzweifelte Schluchzer. Hermine wurde etwas abseits von allen gehalten. Es war immer ein Wärter in der Nähe, der sie flankierte. Umbridge hielt sich von Hermine fern, obwohl ihre Augen sie jedes Mal triumphierend ansahen, wenn eine neue Anweisung verankert wurde. Die dunkle Magie, die für den Zwangzauber verwendet wurde, war empfindlich. Mit jeder neuen Anweisung kamen Heiler hereingefegt und führten Diagnossessprüche über den Mädchen aus. An einem Tag drehte eins der Mädchen einfach durch und stand schreiend auf. Sie schnappte sich einen Stuhl und riss ihn in die Luft, bevor sie ihn auf die Frau Nebensicht niederkrachen ließ. Bis die Wachen es geschafft hatten, sie zu betäuben und wegzusperren, war die Schulter der anderen Frau bereits zertrümmert. Wahrscheinlich waren noch mehr Anweisungen geplant, aber nach diesem Zwischenfall entschied Heilerin Stroud, dass das, was bis jetzt programmiert war, ausreichen musste. Hermine lagierte Nacht im Dunkeln und schmiedete Pläne. Wenn sie abhauen könnte, war ihre größte Hoffnung, durch die Hand des Hohen Generals zu sterben. Er war, von dem, was sich Hermine zusammenreimen konnte, sehr schnell immer worden. Wenn sie ihn dazu provozieren konnte, ohne zu denken, zu handeln, würde er sie eventuell umbringen, bevor er sie stoppen konnte. Wenn sie Erfolg hatte, würde Voldemort eventuell den Hohen General als Bestrafung töten. Was die Welt bei Weitem einen besseren Platz machen würde. Sie musste schnell und clever sein. Wenn er so ein guter Gedankenleser war, wie Snape angedeutet hatte, würde der Hohen General ihre Absichten sofort in ihren Gedanken entdecken. Vielleicht wäre es ja egal. Jemand, der so voller Hass war, ist wahrscheinlich viel schneller emotional, statt überdacht zu handeln. Sie konnte das zu ihrem Vorteil nutzen und so eine Schlinge um deren beiden Hälser ziehen. »Zieht euch aus!«, sagte Umbridge ein paar Tage später. Hermine war sich nicht sicher, ob es der verankerte Zwang war oder die Zwecklosigkeit eines Widerstandes, die sie dazu brachte, einfach zu gehorchen. Wahrscheinlich beides. Zusammen mit dem Rest der Frauen knöpfte sie sich ihre eintönig graue Kleider auf und zog ihre Unterwäsche aus. Sie stand frösteln in dem kalten Raum. Es waren noch 72 von ihnen übrig. Zwanzig wurden von Heilerin Stroud aussortiert, da die Gefahr bestand, dass sie genauso ausrasten würden wie das Schreien der Mädchen. Sie waren alle splitten nackt, bis auf die schimmernden, kupfernden Armreifen um ihre Handgelenke zusammengekrümmt, um irgendwie ihren Körper vor den gierigen Blicken der Wachtwände zu verstecken. »Zieht euch das hier an!« Mit einer Bewegung ihres Handgelenks deckte Umbridge einen großen Stapel an Klamotten auf. Helle, scharlachrote Roben. So rot wie Blut. Keine Unterwäsche. Hermine war dünn genug, sodass sie es kaum vermissen würde, einen BH zu tragen, aber das Fehlen von Unterhosen war ein unangenehmes Gefühl. Wie ein offen liegender Nerv. »Und die hier für die Winterkälte!« »Hm?« Sagt Umbridge grinsend, als sie einen weiteren Stapel Klamotten aufdeckte. Oberschenkellange Stricksocken. Dann fügte Umbridge einen Stapel weißer Hauben und scharlachroter, flacher Schuhe hinzu. Hermine zog sich alles an. Die Haube als letztes. Die Flügel blockierten fast die gesamte Sicht auf ihr Umfeld. Sie dämpften ihr Gehör. Sie konnte nur gerade ausschauen. Wenn sie irgendetwas zu ihrer linken oder rechten sehen wollte, musste sie ihren gesamten Kopf übertrieben drehen. Die Hauben sind durchdacht hergestellt worden, um sie verletzlicher zu machen. Sie konnte kaum sehen, kaum hören, sich nicht wehren, nicht sprechen, nicht abhauen. Ihr Wohlbefinden hing ganz und gar davon ab, sich ihren Besitzern hinzugeben, damit sie anpassungsfähig sind. Wenn sie das Haus verlassen, dem sie zugestellt sind, müssen sie die Hauben tragen. Sie dürfen nicht angeschaut werden, befahl Umbridge. Umbridges Augen lagen auf Hermine, der Hass in ihren so dick, dass sie ihn fast auf ihrer Haut spüren konnte. Umbridge lächeln war kalt und schadenfroh, als sie sich umdrehte und ging. Jemand streifte Hermines Arm, jemand so nah, dass sie ihn nicht einmal sehen konnte, als sie ihren Kopf drehte, da die verschleienden Flügel ihrer Haube im Weg waren. »Tut mir leid«, bruselte Angelinas Stimme. Ihre Stimme brach, als ob sie ein Schluchzen unterdrücken würde. »Du hattest recht, wir hätten auf dich hören sollen.« Hermine öffnete ihren Mund, um Angelina zu fragen, was sie meinte. Bevor sie die Frage aber loswerden konnte, packte sie eine starke Hand um ihren Arm. Sie wurde weggezogen in ein kleines Zimmer. Heilerin Stroud saß hinter einem großen Schreibtisch, der voller Papierkram gestapelt war. Eine Akte lag offen da, sie enthielt scheinbar einen Kalender. Die Kästchen waren mit Haken gefüllt, um Tage abzuhaken. Hermine erkannte, dass es Mitte November 2004 war. Ihr war das Datum bis zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst gewesen. »Miss Granger«, sagte Heilerin Stroud, als sie aufblickte. »Ich bin sehr zufrieden damit, dass ich sie im Programm behalten konnte.« Hermine antwortete nicht. Sie blickte stasinnig auf die Frau vor ihr. »Mir ist klar, dass Sie sich das hier nicht ausgesucht haben, aber angesichts der Seite, die Sie während des Krieges gewählt haben, sind Sie sicher erleichtert, dass Ihre magischen Fähigkeiten anerkannt werden.« Stroud studierte Hermines Gesichtsausdruck. Ihre Augen waren seltsamerweise hell und freundlich. »Nachdem hier wird es nicht mehr die reinblütigen 28 geben. Die Zukunft wird einfach magisch sein. Ich bin mir sicher, Sie können den Vorteil an all dem sehen.« Hermine stand einfach nur da und wunderte sich über die verdrehte Logik, die Frau vor ihr offensichtlich hatte, um sich ein reines Gewissen zu bewahren. Sie brauchte ein paar Sekunden, um zu realisieren, dass eine Antwort angebracht wäre. Strauss' Ausdruck nach zu verurteilen, auch erwartet wurde. »Sie schicken mich los, um vergewaltigt zu werden, und Sie wollen, dass ich einen Vorteil darin sehe?« sagte sie schlussendlich und zog die Augenbrauen nach oben. Hyalurine Strauss' Augen blitzten kurz auf, bevor ihr Blick kalt wurde. »Ich bin nicht für die Sicherheitsentscheidungen zuständig. Es überrascht Sie wahrscheinlich, das zu hören, aber mir liegt Ihre Gesundheit und Ihr Glück am Herzen.« »Auch wenn ich unfruchbar wäre?« Hermine schaute nach unten, um den umgedrehten Kalender zu studieren. Sie versuchte, die Zahlen zu lesen, um das genaue Datum herauszufinden. Hyalurine Strauss verdrehte ihre Augen und seufzte. »Offensichtlich kann man sich mit Ihnen nicht vernünftig unterhalten. Sie sind immer noch so emotional mit allem. Vielleicht schafft es eine Hexe mit Ihrer Intelligenz, es irgendwann einmal wertzuschätzen, was ich hier versuche zu tun.« Hermine sagte nichts. Sie kniff die Augen zusammen und versuchte, noch einmal den Kalender zu lesen. Ihre Finger zuckten. Hyalurine Strauss platzierte eine Akte darüber und stande auf. Hermine blickte auf. Dem dunklen Lord war es wichtig, dass Sie sich unter der Aufsicht von jemandem befinden, der Ihre Gedanken im Auge behalten kann. Ich hatte eine Verlängerung beantragt, damit ich beobachten kann, wie sich Ihre Ausbildung auf Sie auswirkt, aber Sie erreichen in ein paar Tagen Ihr furchtbares Fenster und der dunklen Lord möchte, dass Sie so schnell wie möglich schwanger werden. Ich hätte Ihnen dabei geholfen, sich körperlich darauf vorzubereiten, aber Sie scheinen meiner Hilfe nicht zu wollen. Der hohe General ist verheiratet. Ich bin mir sicher, er weiß, was er tut, und ihm wird es bestimmt nichts ausmachen, Sie selbst so auszubilden, damit Sie seinen Vorlieben gerecht werden. Hyalurine Strauss schenkte Hermine ein kaltes, dünnes Lächeln und Hermine zog sie zusammen. Ihr Bauch verdrehte sich schmerzhaft. Hyalurine Strauss griff in ihrer Schublade und zog eine Tasche heraus. Das hier wird dich zu Anwesen des hohen Generals bringen. Du wirst bereits erwartet. Sie reichte es Hermine entgegen. Hermine wich erschrocken zurück. Sie senkte ihr Kinn ab und versuchte zu atmen. Sie brauchte nur einen kurzen Moment, um sich zu fassen, um sich darauf vorzubereiten, was auf sie zukam und was sie vorhatte zu tun. »Streck deine Hand aus«, sagte Hyalurin Strauss, als sie um den Tisch herum auf Hermine zuging. Hermines Herz pochte schmerzhaft in ihrer Brust, als sie in ihrer Lippe biss und versuchte das Grauen, das wie eine Flut in ihr aufstieg, runterzuschlucken. »Hilflos. Schutzlos. Gehorsam. Du wirst gehorsam sein!« Hermines Hand hob sich wie von alleine. Eine Münze fiel in ihrer Hand. Sie spürte sofort einen Ruck hinter ihrem Bauchnabel, als sie davongezogen wurde. Kapitel 4 In der Rolle von Draco spricht Julian Richter. Hermine tauchte in einem dunklen Foyer wieder auf. Es war ein makelloses, leeres Zimmer. Ein schwarzer, lackierter, runder Tisch stand in der Mitte des Raumes. Auf dem Tisch stand ein großer Strauß weißer Rosen. Sie drehte sich langsam. Sie wollte kein Detail übersehen, aber die dummen Flügel der Haube funktionierten wie Scheuklappen. Sie konnte nur gerade aussehen. Ein großer Treppenaufgang lag zu ihrer rechten Seite. Kalte Flure verloren sich in Dunkelheit und weiter ins Haus hinein. Es war ein Herrenhaus und ein enorm großes, wenn man von der Breite des Treppenaufgangs ausging. Hallo, Schlammblut. Eine kalte Stimme ließ sie erstarrern. Als sie sich langsam umdrehte, fand sie Draco Malfoy vor sich. Er war älter. Ihre letzte Erinnerung an ihn war aus dem fünften Jahr, als er im Inquisitionskommando gewesen ist. Er war größer geworden. Er baute sich vor ihr auf und sein Gesicht hatte alles jugendhafter verloren. Es lag eine gefährliche, raffinierte Brutalität in seiner Haltung. Die Art, wie er sie ansah. Seine Augen waren wie die eines Wolfes, kalt und wild. Seine Tödlichkeit war fast greifbar. Als er auf sie herabblickte, war sie sich sicher, er könnte sich nach vorne lehnen und ihr die Kehle durchschneiden, während er in ihre Augen starrte. Dann würde er zurücktreten und sich nur darum bemühen, ihr Blut nicht auf seine Schuhe zu bekommen. Er war der hohe General, Voldemorts rechte Hand, sein Henker. Die Anzahl von Freunden, die er ermordet hatte, Ginny, McGonagall, Moody, Neville, Dean, Seamus, Professor Sprout, Madame Pomfrey, Flitwick, Oliver Wood. Die Liste ging weiter und weiter. Mal abgesehen von denen, die direkt nach der letzten Schlacht zu Tote gefoltert wurden, jede Person, die sie kannte, die nach Ende des Krieges gestorben ist, ist vom hohen General getötet worden. Die Mädchen haben während ihren ersten paar Nächten geflüstert. Sie haben ihr von der Welt voller Horror erzählt, die sie verpasst hatte. Während sie unter Hogwarts eingesperrt war. Sie hätte nicht gedacht, dass er jemand sein könnte, den sie kannte. Jemand so junges. Panik machte sich in ihr breit. Sie wusste nicht, was sie tun sollte, um den Schock zu verarbeiten. Bevor sie reagieren oder ihre Erkenntnisse verarbeiten konnte, trafen sich ihre Augen und er schoss in ihren Verstand hinein. Die Gewaltsamkeit ließ sie fast ohnmächtig werden. Seine geistige Invasion war wie eine Klinge, die direkt in ihre Erinnerungen fuhr. Er schnitt durch ihre fragile Barrikade, die sie versucht hatte, mit dem letzten Pünktchen Magie zu errichten. Er bohrte sich in ihrer blockierten Erinnerungen. Es fühlte sich an, als ob sich ein Nagel in ihren Kopf bohrte. Diese Präzision und unnachgiebige Gewalt. Er versuchte, immer weiter durchzubrechen. Es fühlte sich fast schlimmer an wie der Kruziatusfluch. Es dauerte länger an, als der Folterfluch konnte, da er die Menschen verrückt werden ließ. Als er endlich aufhörte, fand sie sich am Boden liegend wieder. Malfoy stand über ihr und blickte auf sie herab, während sie vom Trauma der Invasion zitterte. Du hast also wirklich alles vergessen, sagte er, als er sie forschend ansah. Was denkst du, was es ist, das du in deinem Kopf noch beschützen kannst? Ihr habt den Krieg verloren. Sie konnte nicht antworten. Sie hatte keine Antwort darauf. Nun ja, sagte er und strich sie seiner Robe glatt. Der dunkle Lord war so gütig, dich zu mir zu schicken. Falls du deine Erinnerung jemals zurückbekommen solltest, werde ich der Erste sein, der es weiß. Er grinste für einen Moment auf sie hinunter, bevor sein Ausdruck wieder kalt und undurchschaubar wurde. Dann machte er einen Schritt über ihren Körper und ging und ging aus dem Zimmer. Hermine zog sich wieder auf die Füße, zitternd von der geistigen Folter und blendenden Wut, die sie verspürte. Sie hasste ihn. Sie hatte Draco Malfoy noch nie zuvor gehasst. Er war einfach nur ein unausstehlicher Tyrann gewesen, ein Symptom einer Krankheit, für die andere verantwortlich waren. Aber jetzt, sie hasste ihn, für das, was aus ihm geworden ist, für das, was er getan hat. Sie war sein Eigentum. Sie war unter seinem Absatz gefangen und er hatte vor, sie so lange darunter zu zermahlen, bis er das bekam, was er wollte. Sie spannte ihren Kiefer an, um weiter zu denken, als nur bis zu ihrer blinden Wut. Ihr Plan war noch immer der gleiche. Sie musste einen Weg finden, ihn dazu zu bringen, sie zu töten. Er war nicht so, wie sie erwartet hatte. Sie hatte gehofft, dass der hohe General von seinen Gefühlen geleitet wurde und obwohl der Draco, den sie von damals kannte, so gewesen war, schien er jetzt eiskalt zu sein. Was sie natürlich hätte realisieren sollen. Leglementig, Oclomentig, der Schlüssel dafür war Kontrolle, die Fähigkeit, seinen eigenen Verstand hinter Wände zu verschieben. Es würde Gerissenheit brauchen, ihn dazu zu bringen, die Kontrolle genug zu verlieren, damit er einen Fehler, wie sie umzubringen, begehen würde. Was auch immer sie tat, es würde ihr nicht gelingen, es sofort umzusetzen. Sie konnte es nicht überstürzen. Sie konnte nicht nachlässig sein. Sie musste dort bleiben, abwarten und ertragen, was auf sie zukam, bis sich eine Möglichkeit ergab. Der Gedanke ließ sie erschaudern. Ihre Kehle schnürte sich zu, als sie schluckte und versuchte nachzudenken. Das Klackern von Absätzen auf gehölzernem Boden zog ihre Aufmerksamkeit auf sich. Eine zierliche, blonde Hexe kam in den Raum. Sie und Hermine starrten sich für einige lange Momente an. So, das bist dann also du, sagte die Hexe und hob ihre Nase mit einem Schniefen an. Nimm diesen dämmlichen Hut ab und folge mir, wir müssen alle gemeinsam über die Anweisungen schauen, bevor ich dich wegsperren kann, wo du hingehörst. Die Blonde drehte sich auf dem Absatz um und marschierte aus dem Zimmer. Hermine folgte ihr langsam. Die Hexe kam ihr bekannt vor. Eine Greengrass überlegte Hermine. Nicht Daphne, aber vielleicht ihre jüngere Schwester. Hermine konnte sich nicht an ihren Namen erinnern. Sie kamen in einem Zeichenzimmer an. Malfoy war schon da und lehnte sich gelangweilt in einem schmalen Sessel zurück. Hermine zog ihre Haube aus. So, sagte die Hexe, von der Hermine annahm, dass sie Malfoys Ehefrau war, als sie sich in einem weiteren schmalen Sessel niederließ. Heilerin Stroud hat uns ein Päckchen mit Anweisungen zugeschickt. Wer hätte gedacht, dass Schlammblüter mit Anleitungen kommen würden? Wie praktisch, oder nicht? Der Sarkasmus in der Stimme der Hexe war pröckerlich. Lese es einfach vor, Astoria, sagte Malfoy, erblickte kurz abschätzig zu der Hexe hinüber. Astoria, das war also der Name von Malfoys Ehefrau. Ach, dann schauen wir mal. Keine Flüre, keine Folter oder körperliche Gewalt. Sie muss ausreichend gefüttert werden. Wir können sie arbeiten verrichten lassen, aber nicht mehr als sechs Stunden am Tag und sie muss mindestens eine Stunde am Tag draußen verbringen. Astorias Lachen klang fast etwas verrückt. Es ist fast so, als ob man sich einen Krabb als Haustier hält, oder? Wer hätte das gedacht? Ah ja, wie nett. Eine Eula wird jeden Monat an den fünften Tag vorbeigeschickt, an denen es für dich notwendig ist, abzuliefern, Draco. Halloween Stroud hat hier eine handschriftliche Notiz angefügt, durch das hohe persönliche Interesse des dunklen Lords an der Familie Malfoy und dem Schlammblut wird sie jeden Monat persönlich vorbeikommen, um zu sehen, Astoria sah so hysterisch aus, dass Hermine sich wunderte, dass sie noch nicht angefangen hatte zu kreischen und ihren Stuhl zu zertrümmern. Hört dir das an, ich habe die Genehmigung zuzuschauen, du weißt schon, um sicherzustellen, dass alles rein klinisch ist zwischen dir und dem Schlammblut. Astoria wurde vor Schock ganz blass, ihre blauen Augen sahen fast geisteskrank aus. Ihre Hände zitteten und zerknüllten die Papiere in ihren Händen und schmettete sie auf den Tisch. Das werde ich niemals machen, sagten sie mit messerscharfer und bibelnder Stimme. Wenn du etwas dagegen einzuwenden hast, kannst du mich persönlich vor dem dunklen Lodge schleifen, bevor du mich erwartest. Ich werde nicht zuschauen. Sie wurde fast ein bisschen laut. Mach was du willst, aber halt einfach die Klappe, sagte Malfoy. Sein Ton war boshaft, als er aufstand und als am Zimmer schritt. Hermine stand wie gefroren in der Nähe der Wand. Astoria saß für einige Minuten zitternd in ihrem Stuhl, bevor sie wieder das Sprechen anfing. Meine Mutter hat Krabs gezüchtet, süße kleine Dinger, sagte Astoria. So witzig zu sehen, dass das jetzt mit Zauberen gemacht wird. Hermine antwortete nicht. Sie stand einfach nur an der Wand und versuchte sich nicht zu bewegen. Sie versuchte angestrengt, dass sich ihre Finger nicht verkrampften. Ich tue einfach so, als ob ich ein Baum bin, sagte sie schwach zu sich selbst in Gedanken. Schlussendlich stand Astoria auf. Ich zeig dir dein Zimmer. Du kannst machen, was du willst, aber ich will dich nicht zu Gesicht bekommen, so wie ich es verstehe, halten dich die Armreifen, die du hast davon ab, irgendwelchen Unsinn anzustellen. Sie gingen einen langen Flur entlang, dann durch eine schmale Tür, die fast versteckt war, in einen gewundenen Angestellten Aufgang. Nachdem sie drei Stockwerker nach oben gegangen sind, traten sie wieder auf einen größeren Hauptflur des Hauses hinaus. Sie waren in einem Kaster waren dicht behangen, alles war kalt und verschleiert. Alle Möbel waren mit weißen Laken bedeckt, die sie vor Staub schützten. Dieser Flügel des Hauses ist unbenutzt, sagte Astoria, so als ob es nicht offensichtlich wäre. Wir haben so schon mehr als genug Angestellte. Du bleibst hier, wo dich keiner sehen kann, außer es wird etwas anderes von dir verlangt. Die drückte eine Tür auf. Hermine ging hinein. Es war ein großes Schlafzimmer, ein bedecktes Bett stand in der Mitte des Zimmers und ein einzelner Ohrensessel in der Nähe des Fensters. Eine große Kommode stand an der Wand. Es gab keinen Teppich. Ein Porträt hing an der Wand, keine Bücher. Es war kalt und nackt. Wenn du irgendetwas benötigst, ruf an den Hauselfen, sagte Astoria, bevor sie die Tür hinter sich zuzog. Hermine lauschte an den sich entfernten Schritten. Plötzlich unbeaufsichtigt und nicht mehr in einer Zelle zu sein, fühlte sich desorientierend an. Die plötzliche Veränderung fühlte sich aufregend und verängstigend an, fast so, als ob sie plötzlich einer Klippe runtergesprungen wäre. Sie Haube auf den Boden neben der Tür fallen und ging zum Fenster. Die kalte, winterliche Landschaft erschreckte sich so weit, das Auge reichen konnte. Als sie alles in sich aufsog, überdachte sie ihre Situation. Malfoy und Astoria hatten eine offensichtliche Abneigung gegeneinander. Es war kaum überraschend, und als ob arrangierte Reinblut ehe nicht schon dysfunktional genug waren, sie von Voldemort arrangiert zu haben, für den alleinigen Zweck, sich fortzupflanzen, musste jeden Funken im Keim ersticken. Vor allem, nachdem es ihnen nicht gelungen war, sich fortzupflanzen. Astoria schien nicht besonders viel Angst vor Malfoy zu haben, also war er vermutlich nicht aufbrausend genug, um ihr wehzutun. Astoria wirkte ihm gegenüber sehr nachtragend und abgestumpft. Er schien kein besonders aufmerksamer Ehemann zu sein, nicht mal mit viel Vorstellungsvermögen. Seine Ansichten von ihr wirkten wie, als ob er sie als Schädling ansah, denn er gezwungen war, zu ertragen. Was auch immer Astoria für ihren Mann oder ihre Ehe fühlte, Hermines Anwesenheit störte sie offensichtlich. Sie war entschlossen, Hermines Existenz so gut es ging zu ignorieren. Hermine hatte nichts dagegen einzuwenden. Je weniger Spieler, um die sie sich Sorgen machen musste, desto besser. Wenn sie sich auch noch darum kümmern müsste, Astoria abzuwehren oder zu besänftigen, wäre die ganze Sache noch schwieriger. Wenn Astoria ihrem Ehemann gegenüber aufmerksamer wäre, würde es einen Weg abzuhauen zu finden oder Malfoy zu manipulieren viel komplizierter machen. Wenn Astoria hauptsächlich damit beschäftigt sein würde, so zu tun, als Hermine nicht existierte, wäre das das einfachste Szenario. Hermine würde, so gut es ging, außerhalb ihrer Sichtweite in den Schatten bleiben, bis sich eine Gelegenheit zum Handeln eröffnete. Der Schlüssel dazu würde es sein, Malfoy zu beobachten, herauszufinden, was ihn antrieb, was seine Laster waren, wie sie ihn ausnutzen konnte. Er schien nicht besonders an Hermine interessiert zu sein, mal abgesehen davon, dass er versuchte herauszufinden, was sich in ihrem verschlossenen Erinnerungen befand. Wenn das wirklich der Fall war, war es eine Erleichterung. Vielleicht würde er sie auch hauptsächlich alleine lassen. Sie war sich sicher, dass er sich eine Vielzahl an Foltermethoden ausdenken konnte, ohne ihre Fruchtbarkeit zu gefahrten. Draco Malfoy war der hohe General. Es war immer noch schockierend. Was ist ihm während des Krieges zugestoßen, um ihn so skrupellos zu machen? Den Hass, den es brauchte, um einen Todesfluch erfolgreich durchzuführen, war enorm. Jemanden den unmittelbaren Tod zuzufügen, riss einen Teil von einem Selbst heraus. Die meisten dunklen Zauberer schafften es nur ab und zu. Deshalb gab es so viele andere Flüche und Sprüche, die man verwenden konnte, um zu töten. Sadismus spielte da natürlich auch mit rein, aber die Wahrheit war, dass kein anderer Fluch so irreversibel und unaufhaltbar war wie der Todesfluch. Die Kraft, die es brauchte, um so etwas Endgültiges hervorzubringen, war, nun ja, es war mit nichts zu vergleichen. Voldemorts Fähigkeit, ihn wiederholt und unermüdlich durchzuführen, war einer der Gründe, warum er so einen Schrecken verbreitete. Das Ansehen des hohen Generals, dafür den Fluch zu benutzen, war schon genauso sagenumwoben. Es hat ihn in die höchsten Ränge der Todesse aufsteigen lassen. Und es war Malfoy. Sie musste jeden Schritt sorgfältig planen. Die Gleichgültigkeit, mit der die Malfoys sie bei ihrer Ankunft bedacht hatte, zeigte völlige Gewissheit. Sie im Freie zurückzulassen, sie durchs Haus zu führen, sie in einem Leerständen Flügel des Hauses unterzubringen. Amina war sich sicher, dass es keinen einfachen Weg geben würde, abzuhauen. Bis sie einen Weg fand, die Fässern loszuwarten, würde Malfoy immer dazu in der Lage sein, sie zu finden, und sie wäre nicht dazu in der Lage, mit ihm oder irgendjemand anderem zu kämpfen. Sie seufzte, und ihr Atem zeichnete kleine Kontentionskreise an das kalte Glas der Fensterscheibe. Sie setzte eine Fingerspitze aufs Glas und zeichnete die Rune Theorysers für Abwehr, Selbstprüfung und Fokus. Daneben zeichnete sie ihr Gegenteil Merkstaff für Gewalt, Wehllosigkeit, Boswilligkeit, Hass und Gehässigkeit. Genau das, was sie brauchte, was sie hatte. Sie musste ihr Glück herumreißen. Sie beobachtete, wie die Runen langsam auf der Scheibe verblassten, als die Kondensation wieder in den Raum verdunstete. Keiner der Mädchen hatte irgendwelche Gerüchte gehört, dass der Widerstand noch existierte. Abgesehen von Hermine sind alle Ordensmitglieder, die die letzte Schlacht überlebt hatten, tot. Ihre Todesfälle sind öffentlich bezeugt worden. Ihre Leichen wurden aufgehangen, um sicherzustellen, dass es keinen Platz für verborgene Hoffnung gab. Der Widerstand ist mit Harrys Tod zusammengebrochen. Voldemort schien sorgfältig vorgegangen zu sein, um sicherzustellen, dass der Orden des Phönix keinen Funken mehr übrig hatte, um wieder aufzuerstehen. Als der Krieg sich über Jahre gezogen hatte, ist der Orden immer vorsichtiger und unsicherer über seine Unfehlbarkeit geworden, als er jemals zu Hermines Jahren in Hogwarts war. Voldemort war gründlich. Es war besorgend. Wenn er Malfoy zum hohen General ernannt hat, dann hieß es wahrscheinlich, dass Malfoy auch gründlich war. Niemand, der dazu neigte, Fehler bei seinen Entscheidungen zu machen. Vielleicht gab es noch irgendwo einen Widerstand. Die Frauen wussten nur darüber Bescheid, was die Wachtmänner ihnen erzählt hatten. Es gab vielleicht noch ein paar Fraktionen, die gegen Voldemort arbeiteten. Falls es Hermine gelingen sollte, abzuhauen, könnte sie sie vielleicht finden und ihnen letztlich das Geheimnis übergeben, das sie versteckte. Da sie sich im Haus des Hohen Generals auffielte, konnte sie eventuell, wenn sie durchdacht genug vorging, nützliche Informationen sammeln, wenn sie sich weiter gehorsam und kooperiv anstellte. Gehorchen. Wenn sie dachten, dass sie wirklich gebrochen war, würden sie eventuell nachlässiger werden. Sie würden darauf warten. Sie war sehr gut im Warten. Kapitel 5 Hermine erkundete das Zimmer, das ihr zugeteilt wurde. Es gab kaum etwas zu entdecken, das man nicht schon auf den ersten Blick sehen konnte. Die Kommode war voll mit den gleichen scharlachroten Kleidern und Roben, die sie jetzt schon anhatte. Sie kamen in unterschiedlicher Dicke, wahrscheinlich für den Sommer und Winter. Die Schubladen hatten noch mehr Haupen und Wollstrümpfe, noch mehr dünne rote Schuhe. Hermine zog ein Paar heraus und betrachtete sie. Die Sohle war dünn und sie waren aus Stoff. Sie würden sich wahnsinnig schnell durchlaufen. Wenn sie davonlaufen wollte, würde sie neue Schuhe und Klamotten klauen müssen. Auf dem Porträt an der Wand war eine junge Frau zu sehen, hübsch und blond, zweifelslos einer von Malfoys Vorfahren. Sie hatte die gleichen kantigen Gesichtszüge und die gleiche verachtungsvolle Mine. Die Hexe sah aus, als ob sie gerade ihren Abschluss in Hogwarts gemacht hatte, als sie gemalt wurde. Sie starrte gleichgültig auf Hermine hinunter, während sie gelassen in einem schwarzen Sessel saß, ein Buch neben ihr. Schließlich wandte sich Hermine ab und erkundigte den Rest des Raumes. Es gab eine Tür, die so designt war, dass sie sich in die Wand auf der anderen Seite des Zimmers einfügte. Sie ging rüber und öffnete sie. Ein Badezimmer, das hauptsächlich von einer großen, freistehenden Badewanne eingenommen wurde. Keine Dusche. Nichts außer die nötigsten Dinge waren vorhanden. Seife, Handtücher, Zahnbürste und ein kleines Glas für Wasser. Hermine ging zum Waschbecken und wusch sich die Hände. Als sie sie zurückzog, tat sie so, als ob sie ausversehend das Glas von der Anrichte stieß. Es fiel mit einem lauten, klappernden Geräusch auf den Boden. Es zerbrach aber nicht. Es hatte nicht einmal einen Riss. Es hatte einen Schutzzauber auf sich. Malfoy war gründlich. Sie hob das Glas auf, große Schwierigkeiten geraten könnte unter der ständigen Beobachtung des Porträts. Die Hexe muss anscheinend die Anordnung haben, mit Adlers Augen auf sie aufzupassen. Hermine ging zu ihrer Zimmertür und nachdem sie kurz gezögert hatte, drückte sie die Klinke herunter und trat in den Flur. Ihr Herz begann sofort zu klopfen. Das Gefühl von Angst und Freiheit, das über sie hereinbrach, kam, dass sie aus dem Zimmer gelaufen war, war erdrückend. Sie zog die Tür hinter sich zu, lehnte sich gegen die Tür und versuchte langsam zu atmen. Ihre Finger zuckten an der Türklinke, als sie sich umschaute und versuchte sich zu beruhigen. Der Flur verlor sich in Dunkelheit. Es fühlte sich so offen an. Sie schluckte nervös. Sie hatte schon vermutet, dass einige Auswirkungen ihrer Gefangenschaft sie verfolgen würden, aber es jetzt tatsächlich zu erleben, war mehr als nur beunruhigend. Es war grauenvoll. Ihre Versuche zu atmen und sich zu beruhigen schlugen fehl. Ihre Brust wurde von kleinen kurzen Atemzügen erschüttert. Das war das einzige Geräusch in dem kalten dungen Flur des Anwesens. Sie biss sich auf ihre Lippe. Ihr Verstand sie hat sich immer auf ihren Verstand verlassen können. Sogar ihre weggesperrten Erinnerungen fühlten sich wie ein Schutzmechanismus an. Sich jetzt selbst panisch und hyperventilierend wiederzufinden, weil sie gewollt in einen Flur gelaufen ist, das war Verrat. Sie kniff ihre Augen zusammen und versuchte gleichmäßig zu atmen. Sie versuchte ihre Hand von der Türklinker loszumachen, die sie verzweifelt festklammerte, als ob sie ertrinken würde, wenn sie sie losließ. Ihre Fähigkeiten sich selbst einzureden, dass alles in Ordnung war, waren nicht überzeugend genug für ihren Verstand und Körper. Sie versuchte sich selbst zu zwingen, einen Schritt nach vorne zu machen, aber ihre Beine weigerten sich mitzumachen. Das Grauen, das sich durch den Körper zog, machte sie bewegungslos. Es war nur ein Flur, nur ein Flur, sagte sie zu sich selber. Ich durfte hier sein, es gab keine Anweisungen, die mich zurückhalten würden. Es gab keine Anweisungen, die mich zurückhalten wurden. Nur sie selbst. Nachdem sie für einige Minuten dastand und versuchte, aber scheiterte, sich zu bewegen, fing sie unerweitertes Weinen an und rückte sich noch näher an die Tür. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann sie zuletzt geweint hatte, vor langer Zeit in einer Zelle und als zitternd und hyperventilierend im Flur eines verlassenen Flügels des Anwesens stand, weinte sie, sie weinte um jeden, der nicht mehr am Leben war, um jeden, den Malfoy getötet hatte, um all die Mädchen in Hogwarts, die in einer Welt voller Horror entzahnt wurden, aus Wut über die Fesseln um ihre Handgelenke und die Fesseln, die sie irgendwie um ihren eigenen Verstand geschlossen hat. Sie ging zurück in ihr Zimmer, schloss die Tür, sank zu Boden und hörte nicht auf zu weinen. Sie brauchte einen ganzen weiteren Tag, um sich wieder dazu überwinden zu können, in den Flur zu gehen. Sie war entschlossen, ihre eigene Panik zu überwinden. Am nächsten Morgen machte sie die Tür sperrangelweit auf, kauerte sich auf dem Bett zusammen und starrte so lange den Flur entlang, bis ihr Herz aufhörte, nur vom bloßen Anblick schmerzhaft zu pochen. Sie würde jede Chance verlieren, abzuhauen, wenn sie noch nicht einmal aus dem Zimmer gehen konnte, ohne einen mentalen Zusammenbruch zu erleiden. Sie saß auf ihrem Bett und aß ihr Frühstück, während sie das Problem analysierte. Es ist einfach aufgetaucht, als sie alleine war. Sie wusste nicht, ob sie wegen dem Zwang der Fesseln, dass sie gehorsam sein musste, bis jetzt davon abgelenkt wurde, oder durch ihr heimtückisches mentales Trauma, das sie für so lange eingesperrt gewesen war, hat sie bis zu dem Punkt geschädigt, dass sie nicht mehr wusste, wie sie richtig funktionieren sollte, ohne die Kontrolle von anderen. Sie hoffte einfach, dass es nur die Fesseln waren, aber sie glaubte, dass es eher das Zweite war. Die Gefangenschaft hat ihre Psyche so weit zerfressen, dass sie Angst davor hatte, die vollen Auswirkungen herauszufinden. Sie festigte sich, sie war entschlossen, darüber hinweg zu kommen, was auch immer sie dafür tun musste. Als ihr Abendessen erschien, zwang sie sich zu essen, während sie vor der geöffneten Tür in ihrem Zimmer saß. Ihre Hände zitterten so sehr, dass die Hälfte ihres Essens wieder von ihrer Gabel fiel. Als sie mit dem Essen fertig war, hatte das Zittern so weit nachgelassen, dass sie Wasser trinken konnte, ohne sich komplett darüber zu schütten. Sie starrte den Flur an, sie betrachtete die ganzen bedeckten Möbel und die vielen Porträts mit den kühlen, blassen Gesichtern von Aristokraten. Sie versuchte sich daran zu erinnern, was sie von Malfoy wusste. Wie hatte er es geschafft, in dem jungen Alter so hoch in Voldemorts Rängen aufzusteigen? Er ist in Dumbledores Tod am Anfang des sechsten Jahres verwickelt gewesen. Die Umstände sind nie ganz aufgedeckt worden. Sie erinnerte sich daran, dass sie plötzlich durch das Kreischen der Alarme im Nachhinein aufgeweckt wurde. Minerva McGonagall und der Resse Professoren sind bleich vor Schock und Furcht gewesen. Malfoy ist im Chaos verschwunden. Es ist das erste und letzte richtige Ereignis des Krieges gewesen, das Hermine mit Malfoy in Verbindung brachte. Danach ist gesichtsloser Todesser Seine Mutter ist nach einigen Jahren des Krieges gestorben. Hermine erinnerte sich, von Narcissa Malfoys Tod im Lestrange Anwesen gehört zu haben. Es ist während einer Rettungsmission passiert. Harry und Ron sind von Greifen aufgegriffen worden. Als der Orden kam, um sie zu retten, hat ein Todesser die Kontrolle über ein Dämonenfeuer verloren und das ganze Anwesen samt Narcissa und Bellatrix niedergebrannt. Narcissas Tod hat Lucius Malfoy verrückt werden lassen. Er ist einfach in die Fußstapfen des Wahnsinns von Bellatrix getreten. Er hat Harry und Ron die Schuld für Narcissas Tod gegeben und sich voll und ganz dazu verschrieben, ihren Tod zu reichen, indem er die Weasys gejagt hat. Arthur Weasys Gehirnschaden und der beinahe Tod von George während des Krieges haben sie Lucius zu verdanken. Er ist zu einem unberechenbaren Risiko in Voldemorts Rängen geworden. Er war aber zu nützlich und tödlich, um für sein Ungehorsam getötet zu werden, aber er balancierte ständig auf Messes Schneider. Hermine war es in den Sinn gekommen, dass Lucius eventuell der hohe General sein könnte, gegeben den Umständen wie boshaft, hasserfüllt und schnell ermorden konnte. Doch da er es nicht war, wunderte Hermine sich, ob er überhaupt noch am Leben war. Im Anschluss an den Krieg hat er vielleicht endlich den Bogen überspannt und ist ums Leben gekommen. Hermine hoffte es auf jeden Fall. Die Art und Weise, wie Lucius gelacht hatte, während Ron in Todesquallen geschrien hat, Hermine wird diese Erinnerung niemals aus ihrem Kopf verbannen können. Aber Malfoy, sie gedacht, dass er ein besonders wichtiger oder angesehener Todesse gewesen ist, zumindest nicht während des Ordens treffen, an die sie sich erinnern konnte. Was was auch immer er getan hat, um sich seinen Weg bis ganz an die Spitze zu krallen, muss gegen Ende des Krieges passiert sein. Vielleicht hat er dazu beigetragen, die Pläne des Ordens für die letzte Schlacht zu zerstören. Weil Hermine eine Heilerin gewesen ist, ist sie nicht für die gesamte Schlacht dort gewesen. Irgendwas in ihrer Strategie ist schief gegangen. Es waren viel mehr Tod als er dort, als der Orden angekommen ist. Voldemort hat einen Todesfluch auf Harry geschickt und er ist hingefallen. Dann hat er Lucius zu ihm geschickt, um seinen Tod zu bestätigen. Aber er ist nicht tot gewesen. Also hat Voldemort noch einen Todesfluch auf ihn geschickt und noch einen und noch einen. Nach einem halben Dutzend Todesflüchen ist Voldemort selbst zu Harry gegangen und hat seinen Tod bestätigt. Zur Sicherheit hat er seine Leiche in die Luft gezogen und am Astronomieturm aufgehangen. Alle mussten zusehen, als er Harrys Leiche und einem schnell wirkenden Nekrotisierungsfluch traf und Harry einfach vor ihren Augen verrottete. Harrys starrer, grüner Augen Hermina sah sie jedes Mal vor sich, wenn sie ihre Augen schloss. Der Ausdruck auf seinem Gesicht, die Realisierung, dass er versagt hatte, sind auch im Tod noch drauf zu erkennen gewesen. Hermine zittete, als sie darüber nachdachte. Ihre besten Freunde sind vor ihren Augen gestorben, aber durch eine grausame Windung des Schicksals hat sie ihnen nicht folgen dürfen. Sie haben sie zurückgelassen. Sie straffte ihre Schultern und zwang sie selbst einen Schritt in den Flur zu gehen. Sie hat schon alle möglichen Arten des Grauens durchlebt. Sie wird sich nicht von ihrer eigenen Psyche und einem Flur unterkriegen lassen. Ein Schritt zwei drei vier Vier Ihr Atem wurde schwächer und sie formte ihre Hände zu Fäusten bis sich ihre Fingernägel in die Haut gruben. Fünf Sechs Sieben Sie stoppte und schaute nach unten. Von einer ihrer Hände tropfte Blut und bildete einen kleinen Pfad auf dem Boden. Es hatte die gleiche Farbe wie ihr Kleid. Sie starrte nach unten bis sich eine kleine Pfütze so groß wie ein Knut bei ihren Füßen gesammelt hatte. Dann lief sie weiter den Gang hinunter. Sie zählte die Tropfgeräusche statt ihren Schritten bis sie am Ende angekommen war. Sie hatte kein Ziel vor sie sich wieder um und starrte zurück. Sie rüttelte an jeder Türklinker auf dem Weg. Manche waren abgeschlossen, andere nicht. Sie blickte in weitere leere Schlafzimmer, die mit abgedeckten Möbeln gefüllt waren. Sie würde später zurückkommen und sie allesamt genauestens untersuchen. Vielleicht würde sie etwas Nützliches in ihnen finden. Sie zitterte, als sie in ihr Zimmer zurückkehrte. Sie fühlte sich ausgelaugt und kroch zurück in ihr Bett. Als sie einschlief, träumte sie von Ginny. Von Ginny gegen Ende des Krieges mit schulterlangen Haaren und einer grausamen langen Narbe, die sich über die ganze Länge ihrer einen Gesichtshälfte zog. Sie sah zusammengekauert neben einem Bett und sah erschrocken zu Hermine auf. Ginny's Gesicht war vor Qualen verzogen und Tränen überströmt. Sie schluchzte unkontrolliert. Ginny, hörte sich Hermine selbe sagen. Ginny, was ist los, was ist passiert? Als Ginny ihren Mund öffnete, um zu antworten, verblasste der Traum. Als Hermine am nächsten Morgen aufwachte, wusste sie, dass sie etwas geträumt haben muss. Von was hat sie geträumt? Sie konnte sich nicht daran erinnern. Es ist irgendetwas trauriges gewesen. Sie presste ihre Handrücken gegen ihre Augen und versuchte sich zu erinnern. Sie konnte sich an diesem Tag nicht dazu überwinden, sich der Tür zu nähern. Sie kauerte im Sessel am Fenster und überschaute den diesigen Garten, der vor ihrem Fenster lag. Auf der einen Seite war ein Heckenlabyrinth. Sie zeichnete einen Weg hindurch mit ihren Augen. Sie studierte die gesamte Anlage des Anwesens, die sie sehen konnte. Sie versuchte irgendwas zu entdecken, das nützlich sein konnte. Wo würde sie hingehen, um sich zu verstecken, wenn sie versuchen würde zu entkommen? Der Tag verging langsam. Wieder ein Zeitgefühl zu haben, war leicht verunsichert. Das gleichmäßige Ticken der Uhr fing immer wieder ihre Aufmerksamkeit ein. Ein unaufhörliches tickendes Geräusch. Wenn sie sich selbst zu lange darauf konzentrierte, fingen ihre Finger mit jedem Tick der Zahnräder an zu krampfen. Sie bemerkte, dass ihr Verstand die Tendenz dazu hatte, abzuschweifen und sich in sich selbst zu verlieren. Sie unterbrach sich selbst mit einem merkwürdigen Gedanken und bemerkte, dass Stunden vergangen waren. Als der Tag sich dem Ende zuneigte, starrte sie die Tür an. Sie sollte sich wieder dazu überwinden, rauszugehen. Sie hat Malfoy nicht gesehen, seit sie angekommen ist. Sie hat vorgehabt, um sich selbst mit einem gewissen Verständnis von ihm zu bewaffnen. All diese Pläne sind in den letzten zwei Tagen in den Hintergrund gerückt. Sie stand auf und ging langsam auf die Tür zu. Als sie ihrer Finger um die Klinke schloss, ertönte ein plötzliches hinter ihr. Erschrockend drehte sie sich um und sah einen Hauselfen hinter ihr stehen. Sie soll sich jetzt fertig machen für heute die Gebieterin hat das gesagt, sagte der Elf mit großen Augen und ploppte wieder weg. Hermine fühlte sich, als ob ihr das Herz gleich aus der Brust sprang. Ihre Hände fingen das Zittern an. Sie dachte kurz darüber nach, sich einfach nicht fertig zu machen. Wenn sie es nicht machen würde, würde Marfoy auftauchen und sie zweifel es ohne dazu zwingen. Wer weiß, was er noch alles machen würde, wenn sie ihn provozieren würde. Die Anweisungen in ihrem Kopf ergriffen die Kontrolle. Gehorsam, sich nicht wehren. Ihr Gehirn fing automatisch an die Sachen zu ordnen, die gesagt wurden. Sie wusste nicht, ob die Anweisungen sie dazu brachten, rationalisiert zu gehorchen, oder ob Gehorchen die rationale Entscheidung war. Sie ging ins Badezimmer und streteten Wasserhahn der Badewanne auf. Das heiße Wasser floss heraus und sie schaute dabei zu, wie die Wanne sich langsam füllte. Sie überlegte, ob sie sich irgendwie ertränken konnte, bevor es Malfoy schaffen würde, zu ihr zu kommen. Als Herr des Hauses konnte er bestimmt überall hin reparieren. Es über dem Gedanken, dass er sie bei den Haaren packen und nackt aus dem Wasser ziehen würde. Sie zog ihre Roben aus und sank ins Wasser. Sie zischte, aber genoss den Schmerz. Anscheinend hielten die Fässern sie nicht von Hitze fern. Es war ein nützliches Stückchen Information, dass sie sich bewahren würde. Nachdem sie sich gewaschen hatte, trocknete sie sich mit einem übertriebenen großen Handtuch ab. Sie zog ein frisches Set Roben an, das lange, scharlachrote geknöpfte Kleid und die offene, scharlachrote Robe darüber. Dann zog sie die Strümpfe an. Sie hasse sie so sehr. Wenn es nicht so kalt auf dem Anwesen wäre, hätte sie sie niemals angezogen. Abgesehen von der grausamen roten Farbe konnte sie fast so tun, als ließ sie die schreckliche dauerhafte Nacktheit darunter entblößt fühlen. Sie würde nur Unterwäsche bekommen, wenn sie blutete oder schwanger war. Ansonsten musste sie zugänglich bleiben. Sie war angezogen. Sie stand unsicher in der Mitte des Zimmers. Sie war sich nicht sicher, wo sie hingehen sollte, was sie tun sollte. Die Tür wurde aufgerissen und Astoria erschien, weiß wie die Wand. Gut, du bist fertig. Ich hatte Angst, ich muss Draco zu dir schicken, um dich raus zu zerren, sagte Astoria, als sie Hermine von oben bis unten kritisch mussete. Ich zeige dir, wo du heute Abend hin musst. Danach werde ich wo anders sein. Ich erwarte, dass du dich von da an von selbst vorbereitest und an jedem der vorgesehenen Abende von alleine dorthin gehst. Mir ist aufgefallen, dass du wirklich nicht alle Körperteile brauchst, um dich fortzupflanzen. Also, wenn du versuchst, Probleme zu machen, denk daran. Ein Schauder lief Hermine den Rücken hinunter und sie zitterte. Astoria rauschte aus ihrem Zimmer, führte Hermine durchs Haus, raus ins Foyer und dann den ganzen Treppenaufgang hinauf und einen Gang im ersten Stock hinunter. Die Porträts murmelten, als sie an ihn vorbeigingen. Hurre! Hermine hörte es mehr als nur einmal. Astoria stoppte vor der siebten Tür. Geh rein und warte! Träger wird kommen, wenn er möchte, aber du wirst immer um Punkt acht hier sein. Ohne noch länger zu warten, ging Astoria den Gang weiter hinunter und verschwand in der Dunkelheit. Hermines Hände zitterten, als sie sie auf den Türknopf legte und versuchte die Tür zu öffnen. Er wollte sich erst nicht drehen und sie nahm ein paar tiefe Atemzüge, um sich zu beruhigen und das Zittern ihrer Hände weit genug zu stoppen, um den Türknopf zu fassen und zu drehen. Als sie ins Zimmer ging, zog sie jedes Detail in sich auf. Es füllte sich steril an. Sie hatte angenommen, dass ihr Zimmer kahl und kalt war aus Desinteresse, aber vielleicht war es einfach Malfoys Art. Es gab ein großes Bett, einen hohen Kleiderschrank, einen Schreibtisch und einen Stuhl. Hermine hatte sich Malfoys Zimmer luxuriöser vorgestellt, komplett grün und silbern mit teuren Laken und bestickten Kissen mit zu vielen Quastern. Das Zimmer vor ihr hätte einem Mönch gehören können. Es war funktional. Das war wirklich alles, was man über das Zimmer sagen konnte. Kein Wunder, dass Malfoy so kalt war. Sie wich vom Bett zurück und ging hinüber zum Stuhl beim Schreibtisch. Sitzend bliebte sie über die Sachen auf der Schreibtisch Oberfläche. Leeres Pergament und Schreibfeder. Sie streckte ihre Hand aus und zögerte kurz vor den Schreibfeder. Sie fragte sich, ob es ihr erlaubt sein würde, sie anzufassen. Als ihre Finger sich langsam näherten, spürte sie ein leichtes Brennen und sie zog ihre Hand zurück. Ihr Inneres verknuderte sich vor Angst und sie versuchte sich abzulenken, indem sie Arithmatikformen aufsagte, während sie zahsass und wartete. Sie war es gewohnt, unendlich lange zu warten. Was war schon eine Stunde nach 16 Monaten Wahrnehmungsunterdrückung? Sie musste nur aufhören, darüber nachzudenken, was als nächstes passieren würde. Ihr Magen fühlte sich so verdreht an, dass sie dachte, sie müsse sich gleich übergeben. Plötzlich klickte die Tür. Sie stand auf und drehte sich gerade noch rechtzeitig um, um Malfoy hereinlaufen zu sehen. Seine Hand war an seinem Hals und erlockerte seinen Händkragen. Er hatte offensichtlich nicht erwartet, sie hervor zu finden. Er hörte abrupt auf und schade sie an. Es schien fast so, als ob die Farbe aus seinem Gesicht wich, bevor er seine Lippen zu einer harten Linie zusammenpresste. Schlammblut, sagte er nach einem kurzen Augenblick. So, heute ist also der Tag. Kapitel 6 Hermine sagte nichts. Sie schaute ihn nur an. Sie war erleichtert, dass sie nicht zitterte. Sie zwang sich dazu, seinen Blick zu treffen. Sie erinnerte sich daran, dass sie es nur für eine kurze Zeit aushalten musste, nur bis sie einen Plan ausgearbeitet hatte. Sie konnte es aushalten. Sie würde es aushalten. Sie war sich nicht sicher, was sie tun sollte. Er erwartete er, dass sie sich aufs Bett legte. Er schritt an ihr vorbei zum Kleiderschrank und nachdem er seine Hand für einen kurzen Moment auf der Tür abgelegt hatte, riss er sie auf. Vielleicht war Malfoy doch nicht ganz wie ein Mönch. Der Kleiderschrank hatte fast ein ganzes eigenes Zimmer in sich. Die Tür beinhaltete eine komplette Bar und Malfoy stammte sich eine Feuer-Whiskey-Flasche und zog den Korken mit seinen Zähnen heraus. Er spuckte den Korken auf den Boden, hob sich die Flasche an seinen Lippen und starrte sie an. Hermine wartete nur. Nach einer Minute zog er seinen Zauberstab raus und beschwörte einen Tisch mitten im Zimmer herauf. Hermine starrte den völlig verlorenen Tisch an. Sie blickte wieder zu Malfoy zurück. Er lächelte sie spöttisch an. Beug dich drüber, sagte er in einer tiefen, hünnischen Stimme und gestikulierte in Richtung des Tisches. Hermine hätte nicht gedacht, dass sie sich ihm gegenüber noch abgeneigter fühlen konnte, aber anscheinend schon. Sie biss sich auf die Innenseite ihrer Lippe, bis sie spüren konnte, wie die Haut nachgab und das Blut auf ihre Zunge floss, während ihre Beine automatisch gehorchten. Sie lief langsam auf den Tisch zu, zögerte für einen Moment und lehnte sich dann drüber. Das Holz drückte in ihre Hüftknochen. Sie legte ihre Hände an den Kanten ab und packte so fest zu, bis ihre Knöchel unter der Belastung knackten. Sie kämpfte darum, nicht zu zittern. Ihr ganzer Körper fühlte sich an, als ob er durch die Intensität ihrer Verletzlichkeit unter Strom stehen würde. Sie strengte ihre Ohren an, um jedes Geräusch wahrzunehmen. Einen Moment lang war es still. Dann hörte sie, wie Malfoy langsam auf sie zukam. Er machte direkt hinter ihr Halt. Dann war es wieder still. Sie konnte seine Augen auf sich fühlen. Die Luft bewegte sich. Bist du noch Jungfrau Schlammblut? Kannst du dich daran erinnern? Sie zuckte zusammen, als sie bemerkte, dass sie sich nicht erinnern konnte. Er kam näher. Ich bin mir sicher, dass Weasley oder Potter schon mal drüber gerutscht sind. Sie konnte den Spott in seinem Ton hören. Seine Hand lag leicht auf dem unteren Teil ihres Rückens, als er ihren Rock bis zur Hüfte hoch zog. Sie spürte die kalte Luft seines Zimmers auf ihrer Haut. Sie zitterte so stark, dass der ganze Tisch wackelte. Naja, ich denke, wir werden es schon bald genug herausfinden, sagte er und wies sie an. Mach deine Beine weiter auseinander. Sie zwang sich dazu, ihre Beine zu bewegen. Sie fühlte seine Finger auf ihr und wich leicht zurück. Er murmelte etwas vor sich hin und sie spürte etwas Warmes und Flüssiges in ihr. Ein Gleitgel Zauber. Sie versteifte sich so plötzlich, sodass die Tischbeine quietschend über den Holzbuten rutschten. Wir können keine Verletzung oder Infektionen riskieren, die dann nutzenbar einträchtigen würden, erklärte er in einem verachtenden Ton. Sie hörte das Klicken seines Gürtels und dann, ohne Vorwarnung, stieß er in sie. Sie versuchte den Schluchzer zurückzuhalten, der sich an den Weg nach oben bahnte, aber das plötzliche Eindringen hatte sie so sehr überrascht. Nach ihrem Schluchzer erstarrte er, nur für einen kurzen Moment, bevor er wieder anfing, sich zu bewegen. Er berührte sie nicht, außer da, wo sie verbunden waren. Seine rechte Hand hielt sich am Tisch in in der Nähe ihres Gesichts fest. Sie konnte einen schwarzen Ring an seiner Hand ziehen, er glitzerte leicht. Als er kam, wurden seine Bewegungen unregelmäßiger und härter und hörten dann, mit einem leisen Zischen seinerseits komplett auf. Er verweilte nur für eine Sekunde, bevor er sich mit einem Ruck zurückzog und wieder zur Bar rüber ging. Raus! Sein Ton war schneidend. Hermine zitterte. Ich kann nicht. Sie versuchte nicht zu schluchzen, aber ihre Stimme bebte. Ich darf mich danach für zehn Minuten nicht bewegen. Er knurrte wütend. Plötzlich verschwand der Tisch unter ihr und sie stürzte nach unten. Ihr Kopf schlug hart am Boden auf. Raus! Das Zimmer erbebte. Als sie sich hochzog, rannte sie nach draußen. Sie stolperte schwindelig durch den Flur. Sie versuchte sich zu erinnern, wo ihr Zimmer war. Ihre Brust bebte, als sie versuchte nicht zu hyperventilieren. Sie konnte nicht klar sehen. Sie fasste sich mit der Hand an die Stirn, um herauszufinden, dass sie eine Platzwunde hatte, wo sie aufgeschlagen war. Blut strömte nach erinnern. Blut füllte ihre Augen. Sie konnte eine Flüssigkeit spüren, die zwischen ihren Beinen und an ihren Oberschenkeln herunterlief. Sie zitterte. Sie versuchte sich zu erinnern, wo ihr Zimmer war. Wenn sie hier bleiben würde, würde Astoria sie finden und ihre Augen ausstechen oder die Finger abschneiden oder die Zähne ausziehen. Sie stolperte und fiel fast die Treppe runter. Sie holte nicht laut zu weinen. Sie verstand es nicht. Sie hatte den Krieg überlebt. Sie hat dabei zugesehen, wie ihre Freunde vor ihr ermordet wurden. Sie ist zurechnungsfähig geblieben. Sie war alleine im Dunkeln in einer Zelle für über ein Jahr, aber dazu gezwungen zu sein, willig in ihrer eigenen Vergewaltigung zu sein. Sie konnte es nicht ertragen. Nicht wenn sie wusste, dass am nächsten Tag wieder machen musste. Und am Tag danach. Und am darauffolgenden Tag. Sie starrte schwindelig ins Foyer runter. Wenn sie sich einfach die Brüstung runter stürzen würde, konnte Malfoy nichts dagegen tun. Es wäre vorbei. Sie lehnte sich vor und blickte nach unten auf den Tisch im Foyer. Nur noch ein bisschen weiter vor. Ein schraubstockartiger Griff schloss sich um ihren Arm und riss sie zurück. Sie drehte sich um und fand Malfoy vor sich, da sie wütend anstarrte. Wag es ja nicht. Er stieß die Worte wütend hervor, sein Gesicht weiß vor Rage. Bitte, Malfoy. Sie schluchzte. Bitte. Er zog sie die Treppen nach unten und durchs Haus, während sie weinte. Er trat fast schon die Tür zu ihrem Zimmer ein, als er sie reinschleppte und aufs Bett schmiss. Ivanesco! fauchte er, zielte mit seinem Zauberstabe auf ihr Gesicht und plötzlich war das Blut in ihren Augen verschwunden. Darauf folgte ein Heilungszauber, dann stand er nur da und sah sie mit unverdeckter Wut an. Denkst du wirklich, ich würde nicht wissen, wenn du versuchst, dich umzubringen, Schlammblut? fragte er sie endlich, nachdem sie aufgehört hatte zu weinen. Lass mich doch einfach, sagte sie. Hermines Stimme war hölzern. Ihre Brust zitterte. Ich bin mir sicher, dass sie dir ein neues Schlammblut zum Vorpflanzen zuteilen werden. Du hasst mich genauso, Malfoy. Wirst du wirklich, dass ich die Mutter deiner Kinder werde? Dass du mein Gesicht in ihnen siehst? Ich bin mir sicher, dass du dir eine überzeugende Ausrede über meinen Tod ausdenken kannst. Malfoy stieß ein bellendes Lachen aus. Wenn es nur so einfach wäre, hätte ich dich schon längst getötet. Zum ersten Mal in deinem Leben scheinst du einen Wert zu unterschätzen. Der dunkle Lord ist ganz begierig darauf zu sehen, was wir für Nachkommen produzieren werden. Nachdem du ein paar Erben für mich geboren hast, wird er dich weiterschicken, um zu sehen, was du für Erben mit anderen der ältesten Zaubererfamilien hervorbringen wirst. Ihr kleinen Zuchtstuten seid recht praktische Gebrauchsgegenstände. Der dunkle Lord hat ein ganzes Züchtungsprogramm geplant über mehrere Generationen hinweg. Hermine erstarrt er vor Schreck. Er kam mit bedrohlicher Miene näher. Und wir dürfen natürlich nicht deine Erinnerung vergessen. Die Tatsache, dass du es für nötig erachtet hast, etwas zu verstecken, obwohl der Krieg vorbei ist, ist ein Grund zur Beunruhigung. Bis ich herausgefunden habe, wieso wirst du nicht sterben. Was auch immer du für Freiheiten in diesem Haus hast und wie oft ich dich überwachen muss, um deine Sicherheit zu gewährleisten, hängt ganz von deinen kleinen Selbstmordabsichten ab. Hermine saß wie festgefuhren da. Sie hatte angenommen, dass Malfoy ihr Ende war, dass er ihr ein Kind aufzwingen würde und sie dann loswerden würde. Hier ist es nicht in den Sinn gekommen, dass sie von einer zur nächsten Zaubererfamilie weitergereicht werden würde, bis ihr Körper nicht mehr mitmachte. Malfoy blickte sich im Zimmer um und dann wieder zu ihr. Sein Gesicht war angespannt und seine Augen stahlhart. Nun... sagte er und seufzte. Ich hätte nicht vorgehabt, es hier direkt zu machen, nachdem ich dich das erste Mal gefickt habe. Aber wenn ich jetzt schon mal hier bin und da ich eh noch nichts für den Abend geplant habe, Was wäre ein besserer Zeitpunkt als jetzt gleich? Dann schauen wir mal, was in deinem kleinen Schlammblutgehirn noch so vor sich geht. Wie viele andere Ideen hattest du noch? Bevor sie zurückweichen konnte, benutzte er seine Zauberstabsspitze, um ihr Kinn nach oben zu zwingen und seine kalten, grauen Augen sanken in ihren Verstand ein. Er beschäftigte sich gar nicht zuerst mit ihren verschlossenen Erinnerungen. Er ging direkt zur Zeit nach dem Krieg zu ihrer Gefangenschaft und arbeitete sich von da an vorwärts. Hermina wirkte sich nicht. Wenn sie versuchen würde, ihn rauszuhalten, würde es nur noch mehr wehtun und er würde sich seinen Weg hindurch erzwingen. Sie fiel auf dem Bett zusammen, als das Gewicht seines Geistes sich in ihren bohrte. Ihre Finger zuckten unfreiwillig, aber ansonsten bewegte sie sich nicht. Er huschte schnell über die langen, stillen, isolierten Monate und bewegte sich langsamer, als sie aus ihrer Zelle gezogen wurde. Gefoltert, bewegungslos und dann erneut gefoltert, da man sie nicht betäubt hatte, als man die Bewegungslosigkeit aufgehoben hatte. Er nahm ihre Unterhaltung mit Hannah zur Kenntnis und die Beschreibung der Heilerin über Hermines Zustand. Er betrachtete Voldemorts und Snapes Vorgehensweisen, die sie benutzt hatten, um zu versuchen, die verschlossenen Erinnerungen aufzubrechen. Er war besonders an ihren Selbstmord und Fluchtplänen interessiert. Sie konnte seine herablassende Belustigung darüber spüren, wie sie versucht hatte, sich auszumalen, wer der hohe General sein könnte, wie sie sich gewundert hatte, oder ob sie ihn benutzen konnte, um sie umzubringen. Hermine konnte keinen Weg finden, ihre Gedanken wegzuzerren oder sie zu verstecken. Jedes Mal, wenn sie mehr als nur einen Funken Magie gesammelt hatte, konnte sie spüren, wie das Kupfer in ihrer Fesseln es ihrem triss. Er achtete genau auf die Fesseln, die Anweisungen, die verankert wurden. Das schreiende Mädchen, das durchgedreht ist und fast jemanden zu Tote geknüppelt hätte. Hermines Ankunft auf dem Anwesen und ihre Reaktion, als sie ihn zum ersten Mal sah. Ihre Theorie über ihn und Astoria. Die vorsichtige Erkundung ihres Zimmers und die panischen Attacken, als sie versucht hatte, in den Flur zu gehen. Es dauerte Stunden. Er überschaute jedes Detail, all ihre Überlegungen, Zweifel, Fragen und Theorien in ihrem Kopf. Endlich, als er die Erinnerung von Astoria erreichte, wie sie in ihrer Zimmertür erschien, zog er sich zurück. Er war anscheinend nicht daran interessiert, ihre Sichtweise darauf zu sehen, wie es ist, von ihm vergewaltig zu werden. Hermine fühlte sich, als ob ihr Kopf zertrümmert worden ist. Sie zuckte nicht mal mehr, als er da stand und auf sie runterblickte. So viele Pläne, sagte er, als er sich aufrichtete und seinen Kopf zurückkneigte, um sie mit kalten, spöttischen Augen anzusehen. Aber wie gesagt, ich wäre enttäuscht gewesen, wenn du mich nicht mit mindestens einem Plan, wie du mich umbringen willst oder abhauen könntest, unterhalten hättest. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was du dir als nächstes überlegen wirst. Er lehnte sich über ihr Bett, bis sein grausames Gesicht nur noch einen Atemzug von ihrem entfernt war. Denkst du wirklich, du kannst mich dazu bringen, dich zu töten? Hermine wandte ihren Blick von seinem ab und starrte nach oben an den Baldachin. Du kannst es gern versuchen, sagte er in deinem Grinsen. Sobald du es schaffst, allein aus der Tür zu laufen. Danach richtete er sich wieder auf und der ganze Humor verschwand aus seinem Gesicht. Halt dich von meinem Zimmer fern. Ich will dich nicht noch einmal dort vorfinden. Ich werde hinterherkommen, um es zu tun, schnauzte er sie an. Ich werde einen Tisch schicken, damit du weißt, wann du mich zu erwarten hast. Er drehte sich auf dem Absatz um und ging ohne ein weiteres Wort aus dem Zimmer. Hermine bewegte sich nicht. Nicht, als sich die Tür zuzog. Nicht, als die Zeige der Uhr unermüdlich tickten und dann zeigten, dass es drei Uhr morgens war. Nicht, als sie sich über das verkrustete Gefühl an ihrem Oberschenkel, das leicht wundige Gefühl zwischen ihren Beinen und das ungewohnte Zieren in ihrem Unterleib bewusst wurde. Sie lag einfach nur da. Es war einmal vor langer, langer Zeit ein Mädchen, das gekämpft hatte. Eines, das geglaubt hatte, dass Bücher und Klugheit und Freundschaft und Mut alles überleben konnten. Aber jetzt gab es dieses Mädchen nicht mehr. Sie ist während des Krieges gestorben. Und jetzt hat Draco Malfoy dieses Mädchen innerhalb eines Abends zu Staub zertreten. Er hat körperlich und geistig jeden letzten Funken dieses Mädchens zu Tode vergewaltigt. Hermine lag da und schallte den Baldachin über ihrem Bett an. Sie hatte nicht viel Hoffnung in ihrer Pläne gelegt. Sie wusste, dass ihre Chancen ungemein gering waren. Aber jetzt hatte Malfoys Spott das Gefühl der Niederlage in ihr versiegelt. Sie bewegte sich nicht. Der Morgen kam, sie wachte nicht auf. Es war später Nachmittag, als sie sich endlich aus dem Bett aufrappelte und ins Badezimmer ging. Malfoy hatte sie kaum angefasst, aber sie schrubbte dennoch jeden Zentimeter ihres Körpers mit dem Versuch, jede Spur von ihm auszulöschen. Unterdessen bemerkte sie eine dünne, erhobene Narbe auf ihren Rippen. Sie konnte sich nicht erinnern, wie sie sie bekommen hatte, genauso wie ein schwaches Netz aus Narben an ihrem Handgelenk und ihrem oberen Brustteil. Sie untersuchte sie vorsichtig, aber sie fand nur eine große Lücke vor, über wie sie sie erhalten hatte. Sie konnte sich nicht erinnern, in der finalen Schlacht groß verletzt worden zu sein. Für mehrere Jahre bevor der Krieg vorbei gewesen ist, ist sie in keinen Raubebefällen oder Auseinandersetzungen mehr verstrickt gewesen. Als sie ihre Handgelenke nochmals untersuchte, suchte sie in ihrem Kopf alle Flüche, die sie kannte, die solche Narben hervorrufen würden. Es war eine so lange Liste. Voldemort hatte eine Abteilung in seiner Armee geschaffen, die darauf spezialisiert gewesen ist, neue Flüche zu entwickeln. Hermine konnte sich an keine Schlacht erinnern, die nicht zahlreiche Todesopfer gefordert hat, einfach weil sie die ganzen neuen Flüche nicht schnell genug identifizieren konnte. Das Wasser um sie herum wurde kalt, aber sie stieg erst aus der Wanne, als sie vor kälteres Zittern anfing. Als sie ins Zimmer zurückging, sah sie, dass abendessen für sie aufgetaucht war. Sie stocherte lustlos darin herum. Sie ging zur Zimmertür und stand für einige Minuten zitternd davor, bevor sie sich wieder abwandt. Sie schallte die kalte, neblige Wiltshire-Landschaft außerhalb ihres Fensters entlang. Sie genoss den scharfen, kalten Schmerz auf ihrer Haut, als sie ihre Stirn gegen das Glas presste. Sie wünschte sich, dass der Schmerz weiter in sie vordringen würde, um sie geistig zu betäuben. Sie wusste nicht, was sie tun sollte, außer weitere, aussichtslose Pläne zu schmieden. Es gab nichts anderes zu tun. Keine Bücher zum Lesen. Nichts, was ihre Gedanken ablenken konnte. Außer die ganzen Zaubersprüche und Arrhythmantikprobleme und Zaubertrankrezepte, die sie sich schon tausende Male vorgesagt hat. Ihr ist nicht bewusst gewesen, was für ein komfortables Nichts es gewesen ist, was sie nicht sehen, kaum etwas hören konnte und nicht wusste, wie viel Zeit vergangen war. Wieder in der richtigen Welt zu sein, war ein heftigeres Gefühl von Verzweiflung als ihre letztendliche Akzeptanz der Zelle. Zu realisieren, wie wenig sie noch sie selbst war. Festzustellen, dass kein Buch, das sie je gelesen hat, oder Zauberspruch, den sie gelernt hat, ihr eine Lösung für ihre Umstände geben konnte. Sie wusste nicht, wie sie darüber stehen sollte. Sie wusste nicht einmal, wie sie erst durchstehen sollte. Sie wollte einfach nur sterben. Selbst das schien unerreichbar. Der Tisch erschien um Punkt 7.30 Uhr abends in ihrem Zimmer. Sie hatte erst wenige Stunden zuvor gebadet, also schade sie ihn nur an, wappelte sich selbst, bewegte ab. Immerhin war es nicht persönlich. So erniedrigend und entsetzlich es auch war. Immerhin musste sie Malfoy nicht ansehen, wenn er es tat. Sie musste ihn nicht anfassen. Sie wollte ihn nicht sehen. Eine Minute vor 8 Uhr ging sie zum Tisch und lehnte sich darüber. Sie spreizte ihre Beine und drehte ihren Kopf so, dass sie die Uhr sehen konnte. Als sie das Klicken der Tür hörte, bewegte sie sich nicht. Malfoy sagte kein Wort. Er ging zu ihr hinüber und stoppte hinter ihr. Hermines Hände begannen zu zittern, aber sie weigerte sich, sich zu bewegen. Sie würde ihn nicht ansehen. Sie kniff ihre Augen zusammen und begann Heilungszauber aufzusagen, die längsten und komplexesten, die sie kannte. Sie übte die Zauberstabbewegungen in ihrem Kopf. Ihr Rock wurde angehoben und sie spürte, wie sich das Zittern auf den Rest ihres Körpers ausbreitete. Sie hörte den gemurmelten Zauber, warm und nass. Sie knirschte mit den Zähnen, als sie ein Stechen zwischen ihren Beinen spürte. Als er in sie sank, zitterte sie, aber sie weinte nicht. Als er anfing, sich zu bewegen, zwang sie sich über etwas nachzudenken, etwas Neues, irgendwas, das sie nicht schon zu Tode gedacht hatte. Die Zeilen eines Gedichtes erschienen ihr langsam. Ich fühle Begräbnis im Gehirn und Trauergäste her, die trampelten und trampelten in meinem Kopf schwer. Das Tempo der Bewegungen endete sich und sie suchte verzweifelt nach den Worten, die als nächstes kamen. In meinem Kopf schwer und als sie endlich saßen, die Andacht trommelgleich, sie hörte nicht auf zu schlagen, schlagen und schlug das Hirn mir weich. Malfoy kam plötzlich als sie versuchte sich an die Hexenzeilen zu erinnern. Er zog sie schnell zurück. Hermine bewegte sich nicht. Einen Moment später hörte sie das Klicken der Tür. Hermine versuchte sich einen dritten Vers des Gedichtes zu erinnern, aber es trifftete in die Weiten ihrer Erinnerungen zurück. Sie erinnerte sich an einen Sessel und ein Gedichtebuch. Tröstliche Arme, die um eine kindliche Hermine gewickelt waren und Frauenhände, die durch Seiten blätterten. Eine Stimme, an die sie sich nicht länger erinnern konnte. Ihre Mutter. Sie glaubte, dass es ihre Mutter gewesen ist, die das Gedicht beigebracht hat. Sie öffnete die Augen und schalte die Uhr an. Das unvollständige Gedicht, das Hermine sich selbst vorsagt, ist I felt a funeral in my brain. 340 von Emily Dixon Kapitel 7 Die folgenden drei Tage verliefen ziemlich ähnlich. Der Tisch erschien jeden Abend um genau 7 Uhr 30. Hermine ging hinüber und lehnte sich immer ein paar Minuten vor acht darüber. Malfoy kam rein, lieferte ab und ging, ohne ein Wort zu sagen. Hermine sagte sich Geschichten vor und versuchte, ihre Gedanken so weit wie möglich abschweifen zu lassen, nur um nicht darüber nachzudenken, was gerade mit ihrem Körper passierte. Sie war nicht dort. Sie lag über dem Tisch, weil sie müde war. Sie zog mit ihren Fingern die Maserung des Holzes nach. Vielleicht war es Eiche oder Walnuss. Sobald sie erlaubt war, den Tisch zu verlassen, kletterte sie ins Bett und betete darum, einzuschlafen. Sie durfte sich erst am nächsten Morgen waschen und sie wollte die Flüssigkeit zwischen ihren Beinen nicht spüren. Sie versuchte nicht darüber nachzudenken. Nicht während es passierte. Nicht danach, nicht am nächsten Morgen. Sie versuchte einfach nicht darüber nachzudenken. Sie konnte ihr eh nichts dagegen tun. Sie versuchte es in eine Ecke ihres Verstandes zu verdrängen, ihren Geist so weit wie möglich von ihrem Körper zu entfernen und ihn dort zu belassen. Als ihr Morgen nach dem fünften Tag aufwachte, wollte sie vor Erleichterung weinen. Immerhin war es für jetzt erst mal vorbei. Das tote Gefühl des Grauens, das in ihrem Bauch fest saß, wurde etwas schwächer. Sie stand auf und batete. Sie schrubbte jeden Zentimeter ihres Körpers rituell. Dann stand sie zögernd vor ihrer Zimmertür. Sie würde rausgehen. Sie würde aus ihrem Zimmer kommen und mindestens vier Zimmer erkunden. Vier der anderen Zimmer entlang des Flurs. Sie war fest entschlossen. Sie würde jeden Zentimeter untersuchen und schauen, ob sie eine mögliche Waffe finden würde, mit der sie Malfoy töten konnte. Sie hatte sich seinen Tod vielfach und auf kreativste Art und Weise in den letzten paar Tagen vorgestellt. Sie hat sich selbst damit über Wasser gehalten, sich vorzustellen, wie das Licht in seinen Augen erlosch. Sie würde alles dafür geben, ihm eine Klinge durch sein kaltes Herz zu rammen. Sie würde sich auch mit Neben Voldemort und Antonin Dollhoff gab es niemand anderen, dem sie den Tod so sehr wünschte wie Malfoy. Dollhoff ist der führende Entwickler in Voldemorts Fluchabteilung gewesen. Die schlimmsten aller Flüche, die während des Krieges hervorgebracht wurden, gingen auf seine Kappe. Hermine wunderte sich, ob er noch am Leben war, ob er immer noch neue Methoden entwickelte, um Leute mit grausamer Langsamkeit umzubringen. Nun, Dollhoff und Malfoy lagen nah beieinander. Hermine war sie nicht sicher, wen der beiden sie lieber tot sehen würde. Wahrscheinlich aber immer noch Dollhoff nahm sie an, selbst wenn die Leichenzahl gleich wäre, immerhin war Malfoy nicht so ein Sadist. Sie öffnete die Tür und ging nach draußen. Sie stoppte nicht, um die Tür wieder hinter sich zu ziehen. Sie gab sich selber keine Zeit zu erstarren. Sie beeilte sich den Flur entlang in das nächst gelegene Zimmer. Als sie die Tür schloss, lehnte sie ihre Stirn gegen den Rahmen und zwang sie selbst zu atmen. Tiefe lange Atemzüge. Sie ließ die Luft bis in die Spitzen ihrer Lunge strömen und dann wieder raus, bis sie bis acht gezählt hatte. Ihre Schultern zitterten und ihre Finger zuckten. Sie drehte sich entschlossen um, um das Zimmer zu erkunden. Es sah fast genau gleich aus wie ihres, aber mit zwei Stühlen und einer Jazz Lounge. Sie blickte sich um und nahm alle Daraus in sich auf. Während sie das tat, hätte sie fast geflucht, als sie ein Gemälde an der Wand entdeckte. Es war ein holländisches Stillleben, Hexe vom Porträt aus Hermines Zimmer. Sie beobachtete Hermine mit einer leicht herausfordernden Mine. Hermine wollte etwas gegen das Gemälde werfen, aber sie ballte ihre Hände zu Fäusten und zwang sich nicht zu reagieren. Sie ging langsam durch den Raum, blickte in den Kleiderschrank, unter das Bett, in das Badezimmer. Sie schlüpfte hinter die Wintervorhänge und blickte über einen anderen Teil des Heckenlabyrinths. Sie überprüfte die Dielen, aber keine Schiene auch nur zu quietschen. Natürlich würde es nicht einfach sein. Sie atmete tief durch und zwang sich dazu langsam ins nächste Zimmer zu gehen. Es war fast genau gleich. Das Porträt folgte ihr und beobachtete sie weiter, indem sie sich auf einer Picknickdecke neben einem Fluss niederließ in einem Gemälde im impressionistischen Stil. anmutig an einem Stück Käse, während sie Hermine weiter studierte. Das dritte Zimmer war das angenehmste. Nicht, dass es irgendetwas Nützliches beinhaltete, aber im Badezimmer war eine Dusche. Hermines Herz machte einen kleinen Hüpfer. Sie wollte unbedingt duschen. Ihre Haare in einer Badewanne waschen zu müssen, war nur eines der wenigen Dinge, das sie in ihrem Leben hasste. Als sie in der Krankenabteilung in Hogwarts aufgewacht ist, nachdem sie bewusstlos geworden war, ist es schrecklich gewesen, den Schmutz der letzten Monate loszuwerden. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann sie sich das letzte Mal richtig die Haare gewaschen hatte. Sie ging ins nächste Zimmer. Sie machte weiter. Ihre Panikattacken schienen sich im Schach zu halten, wenn sie von Zimmer zu Zimmer ging. Sie brachte sich selbst dazu, langsam bis vier zu zählen, beim Ein- und Ausatmen. Es war hauptsächlich der Flur, der ihr Probleme bereitete. Das riesige, offene, ungewisse. Einzelne Zimmer waren abgegrenzt, aushaltbar. Sie arbeitete sich durch alle offenen Zimmer in Flur. Das Einzige, was sie fand, was auch nur im Entferndesten nützlich sein konnte, war ein Schnürhaken, den sie nicht anfassen konnte. Sie machte sich auf den Weg zurück in ihr Zimmer und rollte sich im Sessel am Fenster zusammen. Sie fühlte sich ratlos. Was sollte sie tun? Sie schloss ihre Augen. Ihr Inneres zog sie zusammen. Sie musste näher an Malfoy rankommen. Er war das, was eine Lösung am endlichsten kam. Solange er ein Ministerium blieb, hatte sie keine Chance vorauszusagen, wann und wann nicht er vorsichtig sein würde. Er wirkte penibel. Sie konnte nichts kaputt machen. Ein Gemälde hing in jedem Zimmer und Badezimmer, aber niemand war perfekt. Jeder hat irgendwelche Schwächen und sie würde Malfoy es finden und das würde sein Ende bedeuten. Es würde natürlich ein Spiel wie Katz und Maus sein. Jede Schwäche, die sie herausfinden würde, würde er sofort in ihren Gedanken finden. Wenn sie nichts über ihn wusste und nur Vermutungen anstellte, würde er es dennoch in ihren Gedanken finden. Der Trick würde sein, ihn gut genug kennenzulernen, um schneller zu sein, als er sie stoppen konnte. Der Gedanke, sich in seine Nähe aufzuhalten, war furchterregend. Sie zischte leise durch ihre Zähne und zog ihre Beine noch näher zu sich heran. Nur der Gedanke, in Malfoys Sichtweite zu sein, schickte ein nadelartiges Gefühl des Schreckens ihrer Wirbelsäule hinunter und sammelte sich in ihrem unteren Rückenbereich. Sie vergrub ihr Gesicht im Sessel. Sie würde es tun. Sie würde. Nur noch nicht jetzt. Sie braucht noch ein paar Tage, um sich zu bewinden, um Abstand davon zu gewinnen, was sie in den letzten fünf Tagen zu ertragen hatte. Vielleicht übermorgen. Malfoy gab ihr keine Zeit, um Abstand zu gewinnen oder sich zu bewinden. Er kam in ihr Zimmer gelaufen, als sie gerade ihr Mittagessen fertig hatte und sie war so entsetzt, dass sie fast aufgeschrien hätte. Er stand da und starrte sie für ein paar Sekunden an, während sie sich an die Lehne des Sessels klammerte und versuchte, sich nicht zu ducken. Warum war er hier? Was wollte er? Würde er sie wieder vergewaltigen? Ihre Finger zuckten und krampften, als sie versuchte, sich zu beruhigen. Seine kalten, blassen Augen glitten über sie, als Opa versuchte, jedes Teil von ihr in sich aufzunehmen. Etwas flackebte in ihnen auf, als er sah, wie sich ihre Hände verkrampften. Es verschwand schnell wieder in der standhaften, aufmerksamen Kälte, wie eine Wippe, kurz bevor sie angriff. Du hast dich nicht an meiner Anweisung gehalten, sagte er, nachdem er sie für eine Minute beobachtet hatte. Hermine starrte ihn verständnislos an. War sie nicht erlaubt, in die anderen Zimmer zu gehen? Das hatte ihr niemand gesagt. Er hatte gesagt, dass sie aus ihrem Zimmer gehen durfte. Sie bemerkte, als sich ihr Magen verknotete, dass es wahrscheinlich eine Falle gewesen ist, um ihm eine Möglichkeit zu geben, sie zu bestrafen. Es fühlte sich an, als ob etwas in ihrer Kehle feststeckte, als sie versuchte, ihre Angst herunterzuschlucken und versuchte, sich auszumalen, was er mit ihr machen würde. Du solltest jeden Tag für eine Stunde nach draußen gehen, sagte er zur Klarstellung, seine Lippen verzogen sich leicht. Wie ich sehe, verlässt du kaum dein Zimmer, also sind diese Anweisungen offensichtlich von dir ignoriert worden. Ich werde nicht zulassen, dass deine mentale Instabilität meine Fähigkeiten den Anweisungen meines Meisters zu folgen beeinträchtigt. Er gestikulierte streng Richtung Tür, machte eine Pause und blickte wieder zu ihr. Hast du einen Mantel? Hemne schüttelte leicht ihren Kopf. Er schnitt eine Grimasse und verdrehte seine Augen. Ich nehme an, dich Erfrierungen erleiden zu lassen, würde als Vernachlässigung und Folter gelten. Sagte er mit einem Seufzer. Er zog seinen Zauberstab raus und holte mit einem Schwung seines Zauberstabs einen schweren dunkelroten Mantel herbei, den er ihr zuwarf. Komm! Er stolzierte aus dem Zimmer und entgang hinunter. Sie folgte ihm automatisch, als er die Haupttreppe des Flügels hinunter ging und nach draußen auf eine große Veranda trat. Hermine schnackte nach Luft, als sie nach draußen ging und die eisige Biese auf ihrem Gesicht spürte. Sie biss auf ihre Lippe und versuchte sich zu beruhigen, als sie im Türrahmen stand. Er drehte sich scharf zu ihr um. Was? fragte er, seine stellenden Augen verengten sich. Ich bin nicht mehr draußen gewesen, seit Harry gestorben ist, sagte sie mit leicht brüchiger Stimme. Ich hatte vergessen, wie es sich anfühlt. Er starrte sie für einige Sekunden an, bevor er schnaubte und sich wieder abwand. Eine Stunde. Geh, sagte er, beschwor sich einen Stuhl herauf und holte eine Zeitung aus dem Nichts herbei. Helvines Augen fielen sofort auf die Überschrift, die sie ausmachen konnte. Sie war so hungrig nach Informationen, dass dies ihre Aufmerksamkeit mehr auf sich zog, als es plötzlich im Freien seien. Repopulationsversuch in vollem Gange, schrien die Worte ganz oben. Sie spürte, wie sich etwas in ihrem Innen verdrehte. Sie presste ihre Lippen zusammen und schaute weg. Malfoy bemerkte ihren Blick. Willst du es dir ansehen? fragte er gedehnt, sodass ihre Haut kribbelte. Sie hörte, wie sich die Zeitung auseinanderfaltete und schaute rüber, um ein Bild von sich selbst zu finden, bewusstlos in einem Krankenhausbett auf dem Titelblatt des Tagespropheten. Sie erstarrte vor Entsetzen. Potters Schlammblut ist eine der ersten Leihmütter, die der dunkle Lord ausgefällt hat, um die magische Bevölkerung wieder zu vergrößern. Das war die Zusammenfassung unter der Überschrift. Malfoy sah sie mit einem Grinsen an. Schau, ich komme auch drin vor. Sein Mund verformte sich zu einem dünnen, boshaften Lächeln und seine Augen glitzerten, als er auf ein Bild von sich selbst zeigte, etwas weiter unten im Artikel. Nur falls es irgendjemanden in der Welt interessiert, werde ich gerade vögelt und wo du bist. Hermine fühlte sich, als ob sie sich gleich in einem blauen Übertopf der Fichter neben der Tür übergeben musste. Ich finde, es ist eine ziemlich offensichtliche Falle, fügte Malfoy mit einem Seufzen hinzu. Er schaute von ihr weg und lehnte sich in einem Stuhl zurück. Er öffnete die Zeitung mit einem gelangweilten Gesichtsausdruck. Aber nun ja, dein Widerstand ist noch nie für seine Intelligenz bekannt gewesen. Etwas unscheinbareres wäre ihnen wahrscheinlich entgangen. Der dunkle Lord ist recht zuversichtlich, dass falls noch jemand übrig sein sollte, sie sich moralisch dazu verpflichtet fühlen würden, dich zu retten, so wie Potter es immer getan hat. Oh Gott. Die ganze Welt wusste, dass Voldemort sie zu Malfoy sechs Sklaven für das Repopulationsprogramm gemacht hatte. Sie wurde als Köder benutzt. Hermine taumelte zurück und fühlte sich schwindelig. Sie musste von Malfoy und seiner Grausamkeit wegkommen, bevor sie schlug ihre Hände über den Mund zusammen, als sie den Kiespfad hinunterstolperte. Falls du dich im Heckenlabyrinth verläufst, schicke ich meine Hunde, um dich wieder raus zu zerren. Malfoy Stimme schien sie zu verfolgen. Sie rannte. Sie ist seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gerannt, aber sie hatte sich in ihrer Zelle recht fit gehalten. Die ganzen Hampelmänner und die Liegestützen alles, was sie getan hatte, ihre Gedanken abzuschalten. Sie musste ihre Gedanken loswarten. Sie konnte nicht nachdenken. Sie musste sich bewegen, bis sie nicht mehr konnte. Sie sprintete den Weg hinunter, bis er in eine kleine Straße überging. Sie beschleunigte. Die Hacker, die sich um sie herum auftürmten, fühlten sich erdrückend an. Alles erdrückte sie. Ihre Hände schnellten nach oben und öffneten den Mantel, den Malfoy gegeben hatte. Sie spürte, wie der Wind ihn davonriss. Sie würde lieber frieren. Sie rannte und rannte, bis sie das Ende der Hecke erreicht hatte und die Straße sich durch eine Reihe von Feldern zog. Sie rannte weiter, denn wenn sie anhalten würde, würde sie nachdenken. Wenn sie nachdenken würde, würde sie weinen. Sie durfte nicht weinen, nicht bis sie einen Weg gefunden hatte und die noch übrigen Mitglieder des Ordens davon abzuhalten, sie zu retten. Oh Gott, oh Gott, sie stolperte endlich. Ihre Lunge fühlte sich an, als ob sie verbrennen würde. Das stechende, brennende Bedürfnis nach Sauerstoff war schneidend in ihrer Brust. Ihr ganzer Körper war in Schweiß gebadet und er wurde sehr schnell eiskalt auf ihrer Haut. Sie spürte ein Stechen in ihrer Seite. Ihre Schuhe hingen nur noch in Fetzen. Ihr Rock war mit Schlamm vollgesogen. Sie drehte sich keuchend um und schaute, wo sie war. Das Malfeuereinwesen schien endlos. Graue Hügel mit totem Wintergras und dunklen Flecken laublose Bäume in der Fahne, die sich gegen den grauen Himmel abhoben. Es fühlte sich so an, als ob alle Farben aus der Welt verschwunden waren, außer sie selbst. Sie stand in Scharlach rot da. Sie hob sich von der Monotonie ab. Sie presste ihre Hände über ihren Mund zusammen, als sie weiterkeuchte und nach Luft schnappte. Als sie sich endlich etwas erholt hatte, wurde sie sich bewusst, wie kalt ihr wurde. Es ging ein scharfer Wind, der durch ihre dünnen Klamotten wehte. Ihre Hände versteiften sich und wurden weiß. Sie spürte, wie ihre Wangen Wangen und Nassen spitz anfing langsam weh zu tun. Sie spürte eine Eiseskälte in ihren Zehen, die langsam ihre Beine hinauf wanderte, als sich die Strümpfe mit Wasser vollzogen. Sie drehte sich, um dahin zurück zu schauen, wo sie hergekommen war. Die Hecken sahen klein aus in der Fahne. Sie presste ihre eiskalten Hände für einige Minuten auf ihre Augen. Sie versuchte nachzudenken. Es gab nichts. Nichts anderes, was sie tun konnte. Ihr Plan blieb der gleiche. Nichts hatte sich verändert. Ihre Situation war genau die gleiche wie die Nacht zuvor. Der einzige Unterschied war, dass sich ihr Wissen leicht erweitert hatte. Die Optionen waren noch genauso limitiert. Das Risiko hat sich schlicht weg erhöht. Sie machte sich langsam auf den Rückweg. Sie bezweifelte, dass Malfor wirklich Hunde hinter ihr herschicken würde. Von einem Hund zerfleisch zu werden, würde mit hoher Wahrscheinlichkeit ihre Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen. Sie wunderte sich, ob die Fesseln ihr erlauben würde, sich gegen einen Tierangriff zu wehren. Falls sie wirklich verzweifelt war zu sterben, konnte sie sich vielleicht in den Weg einer tödlichen Kreatur schmeißen. Jemand Abscheuliches wie Malfoy hatte vielleicht so was wie einen Manticore irgendwo auf seinem Anwesen versteckt. Oder falls es Fallen für die eventuellen Retter gab, konnte sie sich vielleicht in eine Davon schmeißen. Ihre Zähne fingen das Klappen an, als sie weiter den Weg Richtung Hecken hinab lief. Sie war zu müde, um noch einmal zu rennen und sich selbst aufzuwärmen. Sie schlang ihre Arme um sich selbst und ging weiter. Sie ist nicht auf den Gedanken gekommen, dass Voldemort den Repopulationsversuch öffentlich machen würde. Im Nachhinein war es jedoch offensichtlich. Es war kein Geheimnis, dass man so einfach vertuschen konnte, wenn man 72 Leihmütter auf die angesehensten Zaubererfamilien in ganz Großbritannien verteilte. Besser es gleich ganz offen darzulegen. Sie fragte sich, was Malfoy davon hielt, öffentlich mit ihr in Verbindung gebracht zu werden. Das Schlammblut, das er schon Schulzeit so sehr hasste, die jetzt die Mutter seiner Kinder sein würde und die Welt würde es wissen. Er war seinem Meister fast klavisch untergeben. Er rationalisierte es wahrscheinlich irgendwie, dachte sie zu sich mit Spott. Die Anzahl der Möglichkeiten, wie sie ihn hassen konnte, machten sie fast sprachlos. Jedes Mal, wenn sie ihn sah, fand sie einen neuen Aspekt, der dazu beitrug, warum er einen langsamen, grauenvollen Tod verdiente. Die scharfen Steine des Kiesweges schnitten schlussendlich komplett durch die Sohlen ihrer Schuhe. Ihre Füße fingen das Bluten an, als sie die Hecken erreichte. Sie zog sie aus und schmiss sie in die Hecke, wo sie stecken blieben. Das Rot hob sie stark vom Grün ab. Sie ging weiter, zitternd. Als sie es endlich zum Anwesen zurückschaffte, um uns Eck lief, sah sie, dass Malfoy immer noch da war, erlas ein Buch, die Zeitung achtlos zur Seite geworfen. Sie stoppte, zögerte. Sie wollte sich nicht mit ihm unterhalten, aber ihr war eiskalt. Sie wusste nicht, wie sie sonst nach drinnen kommen sollte. Ihre Bewegung oder Farbe musste Malfoys Aufmerksamkeit erregt haben. Er schaute auf und stahlte sie entsetzt an, während er ihren verwahrlosten Zustand betrachtete. Dann zog er eine Augenbraue hoch und grinste. Du nimmst deinen Namen wohl wörtlich, ich seh schon. Blutrot und Schlamm. Er lachte für einen Moment in sich hinein, bevor sich sein Ausdruck wieder verhärtete. Du hättest deinen Mantel nicht verlieren sollen, du hast immer noch ... Er schaute auf seine Armbanduhr. Zehn Minuten, bevor du wieder nach drinnen darfst. Hermine sank vor Elend in sich zusammen und ging um die Seite des Anwesens herum. Sie fand einen Platz, der wenigstens halbwegs windgeschützt war und rollte sich an der Wand zu einem Ball zusammen. Sie versuchte, ihre Körperwärme zu speichern. Ihr war so kalt. Das Zittern hatte aufgehört. Sie wurde extrem müde. Was, bemerkte sie vaga, auf Hypothermie hindeutete. Hermine hat nie wirklich Unterkühlungen während des Krieges behandelt, nur die Variante, die von Dementoren hervorgerufen wurden. Zauberer hatten normalerweise nicht mit Hypothermie zu tun, Wärmezauber waren so einfach, dass die meisten Schüler aus dem ersten Jahr sie schon durchführen konnten. Autorklamotten von Zauberern hatten solche Zauber normalerweise mit eingearbeitet. Aber wenn sie wartete, würde sie vielleicht davon sterben. Es würde all ihre Probleme lösen. Sie zog sich noch näher an die Wand des Anwesens und schloss ihre Augen. Sie atmete langsam. Die Dinger verschwammen langsam ineinander. Kreativ! Malfoys harsche Stimme brach durch den Nebel in ihren Kopf. Etwas Unangenehmes Warmes traf ihren Körper. Sie erstarrte und schrie kurz auf. Sie realisierte, dass er sie mit einem Wärmezauber belegt hatte. Der extreme Kontrast der Temperaturen schmerzte, als die Magie auf ihre Haut traf. Malfoy war schon wieder auf dem Rückweg, als sie aufschaute. Ekelhafter Bastard! Er hat sie nur gerade so viel aufgewärmt, dass es genug war, um sie von der Unterkühlung zu bewahren, aber nicht genug, um sie von der Eiseskälte, die sie verspürte, zu schützen. Sie kauerte sich wieder an der Wand zusammen und versuchte zu schätzen, wann zehn Minuten vorbei wären. Der Schmerz ihrer kalten Hände und Füße zog sich bis in ihre Knochen. Sie bereute es sehr, dass sie nicht wusste, wo ihr Mantel gelandet war. Anscheinend hatte sie doch noch etwas Gryffindor Gemüt in sich übrig. Nur genug, um ab und zu wahnsinnig dumme Sachen zu tun. Jetzt, wo ihre Wut und Angst abgeklungen war, konnte sie ihre idiotische Impulsivität besser einschätzen. Zu versuchen, es Malfoy heimzuzahlen, indem sie sich weigerte, seine Hilfe anzunehmen, die ihr ihr entgegenbringen musste, schattete niemanden außer ihr selbst. Es war, als ob sie das Essen verweigern würde. Sie selbst zu schwächen, um ihnen zu zeigen, dass sie immer noch stur sein konnte, war das genaue Gegenteil von dem, was sie tun sollte. Er würde nicht unvorsichtig werden, wenn er dachte, dass sie immer noch Kampfgeist hatte. Damit schnitt sie sich nur ins eigene Fleisch. Sie stöhnte und schlug ihren Kopf gegen die Mauer des Anwesens. Eine Minute später zog das Geräusch von knisterndem Kies ihre Aufmerksamkeit auf sich. Sie schaute nach oben, um Malfoy zu entdecken, der wieder auf sie zukam. Sein Gesichtsausdruck war so kalt wie der Wind. Er streckte seinen Arm aus und ließ den Mantel vor ihre Füße fallen. Du hast ihn gefunden, sagte sie und schaute nach unten. Magie, der Akio-Spruch ist recht nützlich, zumindest für die von uns, die ihn noch benutzen können, sagte er in einem fiesen Grinsen. Stehst du auf oder muss ich dich hinter mir herschleifen? Ich habe bessere Dinge zu tun, als dich zu beaufsichtigen, es sind immer noch so viele Menschen am Leben. Einige der Hauselfen habe ja auch schon länger nicht mehr getreten. Er grinste sie dünn an. Hermine biss sich auf die Zunge, hob ihren Mantel auf, zog sich hoch und wickelte ihn um sich. Er tritt sich auf dem Absatz um und schritt zur Veranda zurück. Er wartete an der Tür auf sie. Als ihn erreichte, bemerkte sie, dass er etwas blass war und auf dem Boden hinter ihr blickte. Sie drehte sich um und bemerkte, dass ihre Füße blutige Fußabdrücke auf dem weißen Marmor hinterlassen haben. Er wirkte fast nachdenklich, als er sie betrachtete. Bist du überrascht, dass er schnappte. Alles Blut sieht gleich aus. Das Blut meiner Hunde hat die gleiche Farbe, genauso wie meine Hauselfen. Die Frage der Überlegenheit wird mit Macht beantwortet. Und da ich der Herrscher über diese Ländlichkeiten den Hauselfen und dir bin, glaube ich, dass die Antwort auf deine Frage klar ist. Und doch bin ich die jenige, die dir nachkommen verschaffen soll, sagte sie und traf seinen Blick mit ihrem eigenen kalten Gesichtsausdruck. Das ist wegen Astorias Versagen, nicht meinem eigenen, sagte er und kräuselte leicht seine Lippen. Er zog seinen Zauberstapel vor und ließ das Blut auf dem Marmor verschwinden. Dann seufzte er und vertrete seine Augen. Ich schätze, ich kann dich nicht die Teppiche ruinieren lassen, obwohl es sehr belustigend wäre, dich weiter bluten zu sehen. Er schwang seinen Zauberstab und zielte auf ihre Füße, während er ein beachtloser Heilungszauber sprach. Er ließ den Schlamm verschwinden, der am Saum ihres Rockes hing. Ich nehme an, dass dein Gehirn noch so weit funktioniert, dass du den Weg zurück in dein Zimmer findest. Wenn nicht, kannst du irgendwo am Boden schlafen. Er verschwand mit einem. Hermine stand ein paar Sekunden alleine vor der Tür. Er war kalt, aber sie ging schnell hinüber und hob die Kopie des Tagespropheten auf, die immer noch am Boden lag. Sie schlüpfte durch die Tür. sie ging nur so weit rein, dass sie der beißenden Kälte entkommen konnte, bevor sie hasste die Zeitung aufschlug und jedes bisschen Information verschlang, das sie darin finden konnte. Kapitel 8 Repopulationsversuch im vollen Gange Potts Schlammblut ist eine der ersten Leihmütter, die der dunkle Lord ausgewählt hat, um die magische Bevölkerung wieder zu vergrößern. Hermine las weiter. Die erste Phase des britischen Repopulationsversuchs hat jetzt angefangen. Geeignete Halbblut- und Schlammblut-Leihmütter sind vielen der wichtigen Zaubererfamilien Großbritannien zugeteilt worden, mit der Hoffnung, die Zaubererbevölkerung wieder ansteigen zu lassen. Die Zuteilung wurde vom Doktor Lord persönlich genehmigt in Rücksprache mit Hallerin Stroud, die ihre Karriere damit verbracht hat, sich auf magische Genetik und magische Fruchtbarkeit zu spezialisieren. Am bemerkenswertesten unter den Schleimmüttern ist Schlammblutamine Granger, die die letzte Überlebende der Terrorgruppe der Orden des Phönix ist. Die Hexe ist dafür bekannt geworden, schon seit jungen Jahren eine romantische Schwäche für bekannte Zauberer zu haben. Dies wurde besonders 1994 deutlich, wo sie mit nicht nur einem, sondern zwei der Teilnehmer des Remagischen Turniers, Harry Potter und Victor Crum involviert war. Jetzt hat sie es geschafft, einen Weg in das Bett des wohlmächtigsten Zauberers zu finden, den sie je hatte. Draco Malfoy, am bekanntesten für seine Hinrichtung des Zauberers Albus Dumbledore mit zarten 16 Jahren, ist schon seit langem ein angesehener Todesser. Der Tagesprophet hat sich mit mehreren Zeugen abgesichert, dass Leihmutter Granger vor ca. einer Woche auf dem Malfoy anwesend angekommen ist. Seitdem Lucius Malfoy seinen Titel als Lord nach dem Tod seiner Frau im Jahr 2001 an seinen Sohn abgetreten hat, ist die Familie ohne einen würdigen Nachfolger. Leider kann sich Malfoy nicht zu sehr an die Verreiterin, die sein wettwärmt gewöhnen. Wenn sie drei Malfoy Erben produziert hat, bestätigte Alorin Stroud, wird sie einer anderen rein Blutzauberer Familie zugeteilt werden, um weiter dazu beizutragen, das magische Blut Großbritannien zu diversifizieren. Wenn die Ergebnisse des Populationsversuchs so erfolgreich sind, wie angenommen wird, hofft Hilary Stroud, dass das Experiment innerhalb eines Jahres auf ganz Europa ausgeweitet werden kann. Malfoy hat also Dumbledore umgebracht. Noch ein Name mehr auf der Liste der Leute, die der hohe General umgebracht hat. Lucius war immer noch irgendwo am Leben. Die anderen Frauen des Züchtungsprogramms wurden nicht erwähnt. Hermines Augen huschten über die Artikel, sie erfasste jedes bisschen Information. Der nächste Artikel zahlte Hinrichtungen in Großbritannien auf, die vom hohen General durchgeführt wurden. Er beinhaltet ein Bild. Mehrere ausgemärgelt wirkende Männer und Frauen knieten auf ihrer Plattform. Hinter ihnen in schwarzen Klamotten und mit kunstvoller Maske stand der hohe General. In dem Bild zog er seinen Zauberstab und tötete mit einer lockeren Bewegung die erste Person. Die Wiederholungsschleife des Bildes war nur wenige Sekunden lang, aber Malfoy tötete drei Leute auf der Plattform, bevor es wieder von vorne anfing. Hermine starrte, nahm jedes der Teil in sich auf. Zu wissen, dass es Malfoy war, macht es offensichtlich, dass es Malfoy war. Die lockere, elegante Haltung, das skrupellose Zaubern, die tödliche Kälte, die von ihm auszugehen schien. Jedoch machte weder der Artikel über den Repopulationsversuch noch die Kolumne über die Hinrichtung einer Andeutung darauf, dass Malfoy der hohe General war, als ob der Titel und sein Träger getrennter Dinge wären. Die Anonymität war überraschend. Die Zeitung bot keine Spekulation über die Identität des hohen Generals an, als ob es nicht erlaubt wäre, so etwas zu drücken. Hermine zerbrach sich den Kopf über dieses Detail. Der hohe General war Voldemorts rechte Hand, anscheinend sein Repräsentant. Hermine fragte sich, ob die Anonymität zu Voldemorts oder Malfoys Kunsten war. Sie vermutete eher Voldemorts. Der dunkle Lord hatte eine außergewöhnlich machtvolle Marionette. Sogar Voldemort selbst hat den Todesflug nicht mit solch einer Geschwindigkeit und so mühelos hervorrufen können, als er Harry getötet hat. Er wollte Malfoy nicht die Möglichkeit geben, seine eigenen Anhänge zu sammeln, mehr Macht zu gewinnen und dann seinen Meister zu stürzen. Malfoy dazu zu zwingen, hinter seinem Titel anonym zu bleiben, nur bekannt unter dem Todessern und anderen vertrauten Dienern, war wohl möglich ein Werkzeug, um Malfoy zu kontrollieren. Voldemort behielt Malfoy genau im Auge. Vielleicht hatte Malfoy heimliche Absichten, um die sich Voldemort sorgte. Das machte Malfoy auch zur perfekten Falle für Widerstandskämpfer. Falls irgendjemand versuchen sollte, Hermine zu retten, würden sie denken, dass sie nur einen verhätschelten Todesser der zweiten Generation angreifen würden. Sie hätten keine Ahnung, dass sie in die Klauen des Hohen Generals Voldemorts berüchtigtem und tödlichsten Todesser laufen würden. Hermine überflog den Rest der Zeitung. Nordeuropa war immer noch nicht unter der Kontrolle der Todesser. Voldemort ging aggressiv vor, um die skandinavischen Länder zu besiegen. An Gainant wurden die Vampire, Fetteln und andere dunklen Kreaturen, die während des Krieges nach Großbritannien gebracht wurden, in den letzten Monaten nach Nordeuropa gebracht. Es wurden keine Aufstände in Rumänien erwähnt. Keine Mitglieder des Widerstandes sie noch kämpften. Pius Thickness war noch immer der Zauberer Minister. Für das kommende Schuljahr ist ein Trimagisches Turnier geplant. Mehrere Seiten waren internationalen Kreditsspielen gewidmet. An Gainant verlor der Sportteil auch unter einem dystopischen Regime nicht seinen Reiz. Der Rest der Zeitung war voll mit Gesellschaftsseiten. Astoria Malfoy war ziemlich prominent. Sie nahmen Wendteil kaffte Tische an Wohltätigkeitsversammlungen und spendete großzügig für Kriegsdenkmäler. Malfoy war die meiste Zeit nicht anwesend. Er schloss sich nur selten seiner Frau an. Hermine las jedes Wort, sogar die Annoncen. Sie suchte nach Hinweisen, etwas Zweideutigem, irgendetwas, das nicht direkt gesagt, aber angedeutet wurden. Falls sowas in den Nachrichten enthalten war, war Hermine ignorant, um es zu finden. Schlussendlich faltete sie die Zeitung wieder zurückfaltig mit ihren scheifen Fingern zusammen und brachte sie zu dem Platz zurück, wo sie auf der Veranda zurückgelassen wurde. Sie massierte ihre kalten Fingern, während sie durch das Anwesen wieder nach oben eilte. Überraschenderweise hatte sie keine Panikattacke, als sie alleine wieder zurück ging. Vielleicht weil sie von der Kälte so abgelenkt war. Sie hoffte, dass dies der Fall war. Der Weg zurück war einfach. Sie drehte sofort das kalte Wasser auf, als sie zurückkam und ins Badezimmer eilte. Sie ließ es über ihre taubten Finger laufen, bis das Gefühl langsam wieder in sie zurückkehrte und das Wasser aufhörte, sich warm an zu fühlen. Dann drehte sie die Hähne der Badewanne auf und ließ sich ein lauwarmes Bad ein. Sie ließ sich mit einem Seufzer nieder und genoss die Erleichterung von dem kalten Schmerz, der sich durch ihren durchgefrorenen Körper gezogen hatte. Sie schrubbte ihre Füße und Knöchel, bis auch das letzte bisschen Schmutz verschwunden war. Nachdem sie so lange in einer Zelle gelebt hatte, würde es nie mehr selbstverständlich für sie sein, sich waschen zu können. Sie weiß nicht, ob sie jemals über die neu gewonnene Freude hinwegkommen würde, sich das gleiche galt definitiv nicht für das Essen, welches nur dazu diente, nährreich zu sein, obwohl die Zutaten offensichtlich teuer waren. Sie kannte sich nicht besonders gut mit Diäten vor einer Schwangerschaft aus, aber sie verstand nicht, warum sie nur ungesalzenes verkochtes Gemüse ohne Soße, Roggenbrot mit ungesalzene Butter und gekochtes Fleisch und forschierte Eier ebenfalls ohne Salz essen durfte. Sie würde für eine Packung Chips töten. Als sie im Wasser saß und sich langsam aufwärmte, ließ sie den Tag noch einmal Revue passieren. Ihre Leihmutterschaft unter der sorgfältigen Beobachtung von Malfoy wurde als Köder benutzt. Die hönische lockere Wortwahl der Titelseite machte sie rasend. Ein sorgfältig gewählter Ton, der Hermine einerseits entmenschlichte, um Mitleid der breiten Masse zu vermeiden, aber gleichzeitig sich darum bemühte, diejenigen zu entrüsten, die für sie sympathisierten. Sie fragte sich, was wohl für Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, um eventuelle Retter zu fangen. Waren andere Todesser auf dem Anwesen der Malfoy angesetzt? Oder wird angenommen, dass der hohe General auch alleine mit allem fertig werden würde? Falls es der erste Fall war, musste Hermine Aufschau halten, um sich zu entdecken. Sie würden auch ein zusätzliches Hindernis für ihre Flucht darstellen, außer sie konnte irgendwie ihre Zuneigung gewinnen, oder sie konnte einen von ihnen dazu bringen, sie umzubringen. Ein sehr ambitionierter, aber kurioser Plan, der Malfoy ihn sowieso finden würde, lange bevor sie ihn umsetzen konnte. Falls es aber nur Malfoy war, dann war dies ein wie gefährlich war Malfoy tatsächlich. Hermine legte ihren Kopf auf ihren Knien ab und versuchte sich genauer an die Umstände von Dumbledores Tod vor acht Jahren zu erinnern. Die Details fühlten sich neblig an. Sie kniff ihre Augen zusammen und hatte Schwierigkeiten sich genau daran zu erinnern. Es war weniger als einem Monat nach Beginn des sechsten Schuljahres passiert. Die Alarme sind auf einmal losgegangen weil jemand einen Todesflug benutzt hatte. Die Schule ist mit Instant Finsternispulver schreien und trampelnden Studenten gefüllt gewesen. Als die Dunkelheit endlich verschwand sind mehrere verletzte und geschockte Studenten und Dumbledores tote Körper zu sehen gewesen. Mehrere Leute waren in dem Chaos über ihn drüber getrampelt. Avelpuff und Siddharvin Schüler aus dem ersten Jahr sind die einzigen gewesen die etwas gesehen hatten ihre Aussagen waren jedoch widersprüchlich. Dumbledore ist an ihnen vorbeigegangen da waren ältere Schüler im Gang vielleicht auch zwei männlich ein Ravenclaw ein Gryffindor ein Hufflepuff Cormac MacLagan Adrian Foussey Colin Creevey Ernie McMillan Draco Malfoy Die meisten Schüler aus dem ersten Jahr erkannten die älteren Schüler noch nicht nach nur drei Wochen Schule Der einzige gemeinsame Nenne war dass es jemand Blondes gewesen ist Sie haben den Fluch gehört Dann Dunkelheit Ein paar sagten es war andersrum Erst Dunkelheit dann der Fluch Alle haben geschrien und sind gerannt Keiner hat irgendetwas sehen können Alle Alarme sind los gegangen Als die Dunkelheit verschwand haben sich die Lehrer alle in der großen Halle versammelt Die Abteilung der magischen Strafverfolgung ist gekommen um die Schüler zu verhören und die Leiche zu untersuchen Die Autopsie ergab dass es ein Todesfluch in den Rücken gewesen ist Keine andere kürzliche Zauber wurden entdeckt Da ist noch etwas anderes gewesen Es hatte mit Dumbledores Hand zu tun Hermine versuchte sich verzweifelt zu erinnern Es fühlte sich an als ob es ein weiter Jede der älteren Schüler die von den Erstklassern genannt wurden wurden befragt und vom Verdacht befreit Alle außer Draco Malfoy Er ist nicht anwesend gewesen Das Schloss und das Gelände sind durchsucht worden Er war weg Auroren wurden zum Anwesen der Malfoys losgeschickt und fanden es unzugänglich vor Er wurde als hat Diese Fragen blieben unbeantwortet Der Orden hat angenommen dass es ein Versuch gewesen ist den Namen der Malfoy Familie wieder rein zu waschen nachdem Lucy versagt hat und gefangen genommen wurde nach dem Kampf in der Ministeriums Abteilung Hermine konnte sich nicht daran erinnern ob es jemals bestätigt wurde dass Malfoy Dumbledore getötet hat Als Todesse sechs Monate später die Kontrolle über das Zauberministerium übernommen haben ist es schwer gewesen noch an gute Informationen zu kommen Der Tagesprophet ist sofort zu einer vollwertigen Propagandamaschine geworden Ist es bestätigt worden? Sie erinnerte sich nicht Dass Hermine sich nicht erinnern konnte war ohne Bedeutung Sie konnte nicht einmal sagen wo in ihrer Erinnerung die Lücken waren bis man ihr eine Frage stellte wo sie nicht einmal was fehlt Wenn sie Tieren fühlte es sich an als würde man durch Thea kriechen Ermüdend Aussichtslos Wenn sie nur ein winziges bisschen zu viel Magie hineinsteckte wurden die Fesseln aktiviert und saugten alles weg Das klasse Bild über wo die Erinnerungen sind hat sie durch Voldemorts Snapes und Malfors zahlreiche Versuche sie aufzubrechen Der Schmerz Schock und das Trauma ließen die Details verschwimmen Es so als ob ein paar wenige Erinnerungen über die Zeit des Krieges verteilt waren aber die Mehrheit konzentrierte sich auf das letzte Jahr des Krieges vor ihrer Gefangennahme Die Lücken in ihrem Wissen zerrten an der Minas Inneren Sie wollte unbedingt herausfinden was fehlte aber sie hatte auch Angst davor die Informationen zu finden Es fühlte sich an als ob sie durch ein Hinfeld ging Sie wusste nie wo zu verstehen fühlte sich wie ein bittersüßes Gift in ihrem Inneren an Warum habe sie den Krieg verloren Warum konnte sie sich nicht einmal an das erinnern Es war als ob sie und Malfoy Schach spielten aber nur er konnte das Brett sehen Sie suchte Händeringen nach dem kleinsten bisschen an Information Aber sobald sie es wusste wussten es auch ihre Feinde Ihre Ignoranz war gleichzeitig ein Schild und eine Waffe Es verschaffte ihr Zeit abzuhauen aber es konnte jeden Moment wieder über sie hereinbrechen Aus irgendeinem Grund war sie sich fast sicher dass es ihr Ende bedeuten würde Es fühlte sich an als würde das Schwert von Damokless über ihren Kopf hängen Ihre Fingerspitzen waren vom Wasser ganz verschrumpelt als sie endlich aus der Wanne stieg Sie fühlte sich ausgelaugt Sie krabbelte ins Bett und sogar ein Kissen an ihre Brust Ihre Gedanken sponnen sich weiter und weiter mit Fragen auf die sie keine Antwort hatte Am nächsten Tag kam Malfoy wieder direkt nach dem Mittagessen Hermines Herz rutschte in ihrer Hose Sie nahm sich aber ihren Mantel und folgte dem Gehorsam nach draußen Nur hinter ihm her zu laufen beschleunigte schon ihren Puls Sie fragte sich ob er es spüren konnte mit was auch immer er sie überwachte Als sie auf der Veranda ankamen zauberte sich Malfoy sofort wieder einen Stuhl herbei setzte sich hin und öffnete eine Zeitung Die Titel Story war über ein neues Denkmal zu Ehren von Voldemort Es ist in der Winkelgasse enthüllt worden Hermine stand unschlüssig neben der Tür und überlegte wo sie hingehen sollte Stille Sie konnte keine Konversation anfangen Sie blickte verbittert zum Heckenlabyrinth hinüber Sie würde wahrscheinlich einfach nur ziellos herumwandern Sie ging langsam los Doch als sie das tat überkam sie ein leicht unwohles Gefühl Sie schaute nach oben und sah den offenen grauen Himmel Ihr Herz schien auf einmal stillzustehen Es fühlte sich an als ob alle Sauerstoff und alle Geräusche auf einmal weg waren und da nur noch eine endlose Leere vor ihr lag Es gab keine Luft Es fühlte sich an als würde sie ersticken Ihr Herz fing das Rasen an immer schneller und schneller Sie konnte es hören Sie konnte die Schritte sehen den Kies die Hecken Es fühlte sich an wie ein Nichts Als ob das Universum vor ihren Zehen enden würde Wenn sie nur einen Zentimeter weiter vor ginge würde sie fallen Sie erstarrte Sie versuchte sich zu bewegen aber zitterte nur und konnte es nicht Sie biss sich in ihre Unterlippe Sie versuchte zu atmen Sie versuchte sich zu zwingen einen Schritt nach vorne zu machen Es war so offen Sie schloss die Augen Es ist nur in meinem Kopf Es ist nur in meinem Kopf Sie kämpfte um jeden Atemzug Sie sog ein paar Mal scharf die Luft ein als ob sie sich darum bemühte einen klaren Gedanken zu fassen Gestern hatte sie auch keine Probleme gehabt Sie ist so verängstigt und wütend gewesen Sie ist mehrere Male gerannt aber jetzt Sie konnte nicht Es war alles zu viel Sie konnte sich nicht daran erinnern dass sich die Welt früher so offen angefühlt hat Der Himmel war so hoch Die Wege gingen immer weiter und weiter Sie wussten nicht wo sie endeten Ihre Hände fingen das Zittern und Krampfen an als sie darüber nachdachte Er wurde schlecht Sie wollte zurück in ihr Zimmer gehen Sie wollte sich in eine Ecke drücken und die Wände um sie herum spüren Sie starrte auf ihre Füße und spürte Tränen in ihren Augen Winkern Die Panik kam in ihr hoch wie eine Flut Ihr Herz wurde immer schneller und schneller Es fühlte sich als er versuchte auszubrechen Sie schlug die Hände über ihren Mund zusammen während sie versuchte nicht zu hyperventilieren Ein schneidendes plötzliches Geräusch zog auf einmal ihre Aufmerksamkeit auf sich Als sie nach drüben schaute sah sie Welfoy seine Zeitung so fest umklammerte dass seine Knöchel ganz weiß waren Seine Hände zitterten leicht Sie schnallte nach Luft und stolperte weiter Es tut mir leid stammelte sie voller Angst Ich gehe Sie kam nur ein paar Schritte weit bevor sich ihre Beine weigerten sie weiter zu tragen Aber nicht mal er konnte die Todesangst übertönen die sie verschlang als sie versuchte vorwärts zu gehen Ihre Lunge fühlten sich an als ob auf das letzte bisschen Luft aus ihnen heraus gequetscht worden ist Sie öffnete ihren Mund und versuchte nach eine Kreatur ihr die Krallen in ihren Rücken gerammt hatte und sie in ihrer Wirbelsäule entlang nach unten zog Sie aufschlitzte Ihre ganzen Muskeln und Nerven und Knochen in der kalten Winterluft entblößte und sie dabei war zu sterben Sie konnte nicht atmen Die Welt fühlte sich an als ob sie zur Seite kippte Nadern sanken in ihre Hände und Arme Alles was sie sehen konnte war die offene Leere sie konnte nicht aufhören zu zittern die Panik nicht stoppen sie konnte nicht laufen es war so offen diese Leere das nichts das nichts für immer sie war ganz allein darin nicht mal Wände nichts sie konnte für immer schreien kein Geräusch keiner würde kommen es war Dunkelheit die den Himmel verschlang dann würde da nichts mehr sein keiner würde kommen sie konnte nicht stopp knurrte es plötzlich hinter ihr die Realität brach auf einmal über sie herein wie eine Flut sie zuckte zusammen und schaute sich um Malfoys Gesicht war blass und seine Augen blitzten auf während er sie anstarrte du bist dazu verpflichtet draußen zu sein du musst nicht herum latschen bring dich nicht selbst dazu einen mentalen zusammenbruch zu haben der meinen Zugang zu deinen Erinnerungen beeinträchtigen könnte sein Gesicht spannte sich leicht an als er sie weiter ansah er zog seinen Zauberstab und beschwor noch einen Stuhl herauf setz dich hin komm runter wies er sie mit kühlem Ton an Hermine nahm einen tiefen Atemzug und ihre Füße trugen sie zum Stuhl sie versuchte nicht in der Flut von Erleichterung zu verweilen die sie überkam sie setzte sich hin und schallte nach unten auf ihre Hände als sie versuchte die Kontrolle über ihre Atmung wieder zu erlangen sie saß auf einem Stuhl neben Malfoy sie waren nicht in einer großen unendlichen Leere da war Marmor unter ihren Füßen sie musste nirgendwo hingehen sie saß auf einem Stuhl sie atmete langsam ein während sie bis vier zählte ausatmen durch ihren Mund während sie bis sechs zählte ein und aus wieder und wieder sie saß auf einem Stuhl sie musste nirgendwo hingehen ihr Herz hörte langsam auf wie verrückt zu schlagen aber ihre komplette Brust tat weh sobald das Flatten in ihrer Brust nachließ versuchte sie ihre Finger davon abzuhalten zu zuckern sie schaffte es nicht also setzte sie sich wieder auf sie drauf als sich ihr Verstand komplett von ihrer Panik erholt hatte traf sie einen Peitschen hieb der Verzweiflung sie war gebrochen sie war es es machte keinen Sinn es zu verleugnen psychisch ist etwas in ihr während ihrer Gefangenschaft zerbrochen und sie wusste nicht wie sie es reparieren sollte sie konnte nicht durch vernünftiges Urteilen einen Weg hindurch finden es verschlang sie von innen heraus sie stattel nach unten in ihren Joes Tränen rollen aus ihren Augen ihre Wangen hinunter und über ihre Lippen bevor sie hinunter tropften durch den schneidenden Wind fühlten sie sich wie Eis auf ihrer Haut an sie wischte sie weg und zog den Mantel enger um sich sie zog die Kapuze auf der Mantel erdrückte sich schon fast mit der Wärme die ihr ausstrahlte aber Hermine fühlte sich immer noch kalt vor Veranda saß sie versuchte nachzudenken es ist ihr gut gegangen gestern ist es ihr gut gegangen warum warum hat es sie da nicht gestört eine Art von Agoraphobie das musste es sein irgendwie musste sie in ihrer Zelle ohne Licht oder Geräusche oder Zeit auf die Sicherheit der Wände vertraut haben diese Eingrenzung ist die einzige Konstante in ihrem Leben geworden und jetzt wann immer sie vom gegenwärtigen Schrecken diese Situation befreit war wann immer sie die Zeit hatte nachzudenken das Gefühl der Offenheit erschuf eine Angst die sie verschlang draußen war es noch viel schlimmer als im Flur vor ihrem Zimmer vielleicht ist sie nur unvorbereitet gewesen vielleicht konnte sie die Panik jetzt überwinden wo sie darüber Bescheid wusste wenn sie sich erreichbarer Ziele setzte die Treppe runter laufen über den Kies laufen zur Hecke laufen wenn sie sich selbst anspornte sie würde sich sicherlich nicht so bei dem Hecken Labyrinth verlaufen ihr Magen verdrehte sich ihr Zeitplan für ihre Flucht verlängerte sich immer weiter sie hatte noch nicht einmal Zeit gehabt Fluchtmöglichkeiten zu erkunden je länger sie brauchte sie könnte schwanger werden sie war vielleicht schon schwanger und fast nicht erhöht sich die Wahrscheinlichkeit mit jedem Monat denn sie gezwungen war sich über den Tisch zu beugen mehr sie wollte weinen sie warf einen flüchtigen Blick auf Malfoy der angestrengte Quidditch Ergebnisse durchglas was für nützliche Informationen konnte sie über ihn raus finden alles was er tat war wütend zu sein und zu lesen um dann weg zu gehen und Leute um zu bringen sie würde niemals abhauen können sie würde wahrscheinlich auf diesem Anwesen sterben sie beobachtete ihn als Hoffnungslosigkeit er war einfach nur kalt wütend eiskalter zorn schien über ihn zu hängen sie konnte die dunkle magie spüren die sich um ihn band wen hasste er so sehr gab er auch dem Orden die schuld an Narcissas Tod so wie Lucius waren all diese Todesflüche Rache ist es das was seinen Aufstieg angefeuert hat alles an ihm hat sich verändert es scheint so als ob nicht mal mehr das winzigste Filmchen von dem Jungen übrig war den sie vor so vielen Jahren mal gekannt hatte er ist größer und breiter geworden die Überheblichkeit seiner Schultage ist weniger geworden und durch ein spürbares Gefühl von Macht ersetzt worden eine tödliche Gewissheit sein Gesicht hatte alles jugendhafte verloren Es war grausam schön Seine kantigen aristokratischen Züge waren von einer unnachgiebigen Härte geprägt Seine grauen Augen waren wie ein Messer Seine Haaren waren immer noch fahl weiß blond und achtlos zur Seite gekämmt Jede Zentimeter von ihm sah aus wie ein gleichgültiger englischer Lord bis auf die fast unmenschliche Kälte Wenn man die Klinge eines Assassinen zu einem Mann machen würde sie die Form von Draco Malfoy annehmen Sie starrte ihn an nahm ihn auf Wunderschön und verdammt wie ein gefallener Engel oder vielleicht eher wie ein Todesengel Während sie ihn beobachtete schloss erraschend die Zeitung und schaute zu ihr hinüber Sie traf seinen Blick für einen Moment bevor sie weg sah Was ist mit dir los fragte er nachdem er sie einige Sekunden angestarrt hatte Sie wurde leicht rot und antwortete nicht Wenn du es mir nicht erzählst kann ich mir die Antworten auch direkt aus deinen Gedanken holen sagte er Hermine kämpfte darum nicht bei der Drohung zusammen zu zucken Sie starrte einfach auf die Hecke Ich glaube es nennt sich Agoraphobie sagte sie nachdem sie ein paar Mal tief ein und aus geraten hatte Irgendwas an offenen Räumen lässt mich in Panik geraten Warum Ich weiß es nicht Es ist nicht so als ob es rational wäre sagte sie verbittert als sie die Naht ihres Mantels untersuchte Die einheitliche Näharbeit war etwas geregeltes das sie anstarren konnte etwas Absehbares etwas das Sinn ergab etwas anderes als ihr irrationaler Verstand Du hast doch bestimmt eine Theorie da bin ich mir sicher sagte er mit herausgefordertem Ton so als ob nur darauf wartete dass sie sich weigerte es ihm zu erzählen damit er sich seinen Weg in ihren Gedanken erzwingen und die Lösung selbst herausziehen konnte Es ist wahrscheinlich weil ich so lange in einer Zelle angespannt war sagte sie nach einer Minute Es gab dort nichts Es war wie eine große unendliche Leere alle waren tot niemand würde für mich kommen ich war einfach nur dort und ich wusste nicht einmal für wie lange die Wände waren das einzige reale ich denke ich war irgendwann auf sie angewiesen und jetzt wenn ich versuche irgendwo hinzulaufen und ich weiß nicht ich weiß nicht wo es hingeht ich weiß nicht ich kann es es fühlt sich an als ob sie hatte schwierigkeiten damit das grauen zu beschreiben es ist als wäre ich wieder verlassen worden als ob alle tot sind und ich einfach nur alleine bin ich kann damit umgehen wenn sich meine Welt klein anfühlt aber wenn ich mich daran erinnere wie groß sie ist ich kann nicht ich kann nicht sie schluckte und ihre stimme verstummte sie wusste nicht wie sie es beschreiben sollte worte verschafften es nicht die irrationale komplexität auszudrücken sie schaute verloren weg malfoys ausdruck schien sich zu verhärten während sie redete und gestern fragte er nach einer unzufriedenen pausa ich weiß es nicht ich denke mein entsetzen war größer als meine angst es war für einen kurzen moment still bevor er leicht schnaubte und sich in seinen stuhl zurücklehnte und sie beobachtete ich ich muss zugeben als mir gesagt wurde dass ich dich bekommen würde konnte ich es kaum abwarten dich endlich zu brechen sagte er und lehnte sich leicht zu ihr mit einem harten lächeln auf den lippen aber ich glaube dass das was du dir selbst angetan hast nicht mehr zu übertreffen ist das ist ziemlich enttäuschend ich bin mir sicher dass du es dennoch versuchen wirst sagte sie und schaute ihm in die Augen sie wusste dass ihr die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben stand aber es machte eh keinen Sinn es vor ihm zu verstecken seine silbernen Augen blitzten auf als er sah Kapitel 9 Malfoy redete die restliche Stunde nicht mehr mit ihr er zog ein Buch aus seinem Mantel und begann zu lesen anscheinend ohne dass die eiseskälte ihm etwas anhaben konnte Hermine schloss ihre Augen für ein paar Minuten um ihr Herz davon abzuhalten nur beim bloßen Anblick des Himmels verrückt zu spielen sie würde darüber hinwegkommen es war ihr egal was sie dafür tun musste die Tage verschwammen ineinander Malfoy erschien täglich direkt nach dem Mittagessen und führte sie nach draußen auf die Veranda als sie dort ankam ignorierte er sie normalerweise indem er ein Buch oder den Tagespropheten las Hermine lief normalerweise unruhig auf der Veranda herum sie versuchte den Nerv zu finden spazieren zu gehen sie schaffte sie schaffte es die Marmorstufen hinunter aber erstarrte bevor sie das Kies erreichte anders wie im Flur schien sie hier nicht einfach darüber hinweg zu kommen es war eine Grenze die sie nicht überschreiten konnte die rationalen Teile ihres Verstandes kamen einfach stotternd zum Stehen also setzte sie sich auf die Stufen sammelte Steinchen in ihrer Hand und warf sie dann einzeln so weit sie konnte wie zu davon oder ordnete sie zu Runden oder Bilden an es gab nichts anderes zu tun Malfoy redete nicht mit ihr also konnte sie auch nicht mit ihm reden nicht dass sie das wollte aber die Demütigung dass sie trotzdem seine Erlaubnis dafür bräuchte die Tatsache dass Malfoy keine Angestellten brauchte hieß wohl dass nicht erwartet wurde dass sie etwas anderes tat als zu existieren sie gaben ihr keinerlei mittel sich irgendwie zu beschäftigen keine bücher kein papier nicht mal ein stück schnur ihr war es fast genauso langweilig auf dem anwesen wie es ihr in ihrer zelle in Hogwarts gewesen ist nur dass sie noch zusätzlich von einem abwärt schauenden porträt wie besessen beobachtet wurde und dass sie wusste dass außerhalb ihrer Tür ein Herrenhaus darauf wartete erkundet zu werden wenn sie sich dazu überwinden konnte Hermine hatte alle Schlafzimmer auf ihrem Flur mehrfach erforscht sie hat das Heckenlabyrinth durch alle Fenster studiert und war sich fast sicher dass sie einen Weg hindurch finden würde Hermine hat versucht nachzufinden die Treppe hinunter zu gehen und die anderen Stockwerke zu erkunden sie ist mit Malfoy schon fast neunmal durchs Erdgeschoss gelaufen dennoch konnte sie sich nicht dazu überwinden es alleine zu tun nach acht Tagen kam Malfoy nicht nach dem Mittagessen zu ihr stattdessen kam Hyalrine Stroud durch die Tür von Hermines Zimmer gelaufen Hermine stand still da und beobachtete wie die Frau einen Untersuchungstisch mitten im Zimmer herbeizauberte jede Person die Hermine hasste schien sie auf einem Tisch zu zwingen Voldemort Malfoy Stroud Hermine lief hinüber bevor sie dazu gezwungen werden konnte und ließ sich am Rand des Tisches nieder mach deinen Mund auf wie sie an Hermines Mund öffnete sich automatisch und Hermines Stroud hob ein Fläschchen an und entlerte es in Hermines Mund als sie das Fläschchen wieder verstaute konnte sie einen Blick auf den Inhalt erraschen und sie versteifte sich Veritas Serum das war wohl ein Weg an den Arzt Hermine effizient zu machen die Testperson vom Lügen abzuhalten Hermine verstand den Sinn dahinter aber nicht so ganz die Fesseln machten sie ja schon gehorsam Heilrin Stroud hätte ihr einfach die Anweisung geben können die Wahrheit zu sagen Heilrin Stroud schien den Ausdruck auf Hermines Gesicht zu bemerken es vereinfacht Dinge sagte Stroud und schwang ihren Zauberstab wenn der hohe General dich angewiesen hätte über etwas zu lügen könnte es zu einem Konflikt kommen so ist deine Ehrlichkeit nicht deine Schuld Hermine nickte das ergab Sinn noch nicht schwanger ich denke es wäre zu viel gewesen jetzt schon damit zu rechnen Hermine brach vor Erleichterung fast zusammen dann erinnerte sie sich aber daran dass das hieß dass Malfoy wieder an fünf Tagen kommen würde um sie über einen Tisch zu nehmen und ihre Erleichterung verschwand ganz schnell wieder schauen sie mich an Miss Granger wie Heilrin Stroud sie an hat sie irgendjemand verletzt seit sie hier sind Hermine starrte die Frau standhaft an und ihr Mund antwortete wie von selbst ich wurde fünfmal vergewaltigt und geistig zweimal Heilrin Stroud sah unbeindruckt aber nachdenklich aus ist die Legilimentik schmerzhaft ja ich werde eine Notiz darüber festhalten dir wurde keine anderen Schatten zugefügt nein sehr gut das ist eine Erleichterung es gab einige Probleme mit ein paar der anderen Hermine fühlte wie sich entsetzend über sie ausbreitete wie die Berührung eines Geistes sind die anderen okay krechste sie oh ja wir haben uns um alles gekümmert einige der Männer müssen nur daran erinnert werden dass man ihnen das Geschenk des dunklen Lords auch wieder wegnehmen kann wenn sie sich nicht richtig darum kümmern sagte Hallorin Stroud man konnte einen Hauch von Sympathie oder Schuld in ihrer Mine erkennen als sie ihren Zauberstab weiter über Hermine bewegte Hermine wollte mit ihren Händen nach Trüben Fasten und der frauten Hals umdrehen ihre Hände zitterten als sie damit zu kämpfen hatte sich zurück zu halten Hallorin Stroud zeigte sich von Hermines offensichtlichen Wut unbeindruckt sie führte einen Diagnose Zauber über Hermines Unterbauch raus keine Einrisse das ist erleichternd das wäre problematisch geworden ich hätte früher kommen sollen um nachzusehen aber ich hatte so viel zu tun einen Überblick über alle Unterbringungen zu behalten war anstrengender als ich gedacht hatte Hallorin Stroud schien von Hermine zu erwarten dass sie ihr Mitgefühl zeigte Hermine blickte starr zur Uhr und antwortete nicht dein körperlicher Zustand hat sich jedoch etwas verschlechtert gehst du täglich nach draußen um Übungen zu machen fragte Hallorin Stroud in einem irritierten Gesichtsausdruck Hermine spannte sich an ihre Brust verengte sich als sie versuchte zu atmen und die Frage so gleichgültig wie möglich zu beantworten nein anfangs nicht aber der hohe general hat angefangen sicherzustellen dass ich rausgehe bewegst du dich lange spaziergänge sind wichtig für deine verfassung ich kann nicht Hallorin Stroud starrte Hermine an du kannst nicht Hermine biss sich auf ihrer lüppe und zögerte ich habe panikattacken schon alleine aus diesem zimmer hier zu gehen ist schwer der hohe general nimmt mich mit auf die veranda für eine stunde aber ich kann nicht ich kann nicht ich weiß nicht es ist so so Hermine schnappte nach luft als sie versuchte es zu beschreiben sogar mit veritaserum hatte sie probleme ihre angst in worte zu fassen sie kämpfte damit die welle an wut und verzweiflung unter kontrolle zu bringen die sie wegen diesem irrationalen hindernis verspürte dass sie nicht selbst überwinden konnte sie presste ihre lippen zusammen aber sie verzogen sich trotzdem sie konnte den druck in ihren wangen und augen spüren als sie versuchte nicht zu weinen interessant sagte Halloween Strout während sie einige notizen aufschrieb vermutlich durch ihre gefangenschaft es ist mir bis jetzt nicht in den sinn gekommen dass es ein problem für sie sein könnte nach draußen zu gehen ein Beruhigungstrank wäre nicht ausreichend aber aber ich kann ihnen auch nicht dauerhaft zur angstländerung geben das würde eine mögliche schwangerschaft negativ beeinflussen vielleicht etwas nur für kurze zeit das ihnen hilft sich anzupassen da muss ich erst noch nachschauen Hermine sagte nichts du wirst täglich mit Hygiene Artikeln für einen Zyklus versorgt werden sagte Strout hinzu als sie damit weitermachte ihre Notiz nachzuschreiben ein Gedanke schien ihr in den Sinn zu kommen und sie schaute Hermine interessiert an was hast du gemacht dass du im Gefängnis warst ich habe einfach geblutet sagte Hermine sie haben die Zelle sauber gehalten aber mir wurde nichts zur Verfügung gestellt Hyline Strout schüttelte missbelegend ihren Kopf als ob sie umbridge moralisch überlegen wäre wenn es zu Hermines Verhandlung kam gibt es noch irgendetwas anderes von dem sie denken dass ich es wissen sollte fragte Hyderin Strout Hermine ich denke dass sie grausam und unmenschlich sind antwortete Hermine sofort sie hatte nicht mal Zeit um zu realisieren dass die Worte aus ihrem Mund kamen das Veritaserum hat sie einfacher vorgebracht Hyderin Strouts Blick flackerte für einen kurzen Moment Nun an diese Antwort bin ich selbst schuld gibt es irgendetwas über ihre Gesundheit von dem sie denken dass ich es wissen sollte Hermine dachte einen Moment nach Nein Nun dann Hyderin Strout schadde noch ein paar letzte Male über ihre Notizen Oh das hatte ich fast vergessen Sieht deine Schrümpfe aus Hermine zog sie gehorsam aus Hyderin Strout schaute für einen kurzen Moment über Hermines Beine und schwang dann ihren Zauberstab Ein schneidendes brennendes Gefühl breitete sich für einige Sekunden nach ihnen aus Hermine zischte leicht erschrocken Als das Brennen nachließ schaute sie nach unten und sah dass ihre Beine rot und gereizt aussahen Ein dauerhafter Haaren Verhältnis Zauber Mehrere der Männer hatten sich beschwert zur Verfügung gestellt aber die undankbare kleine Hexe ist mit ihrem ganzen Kopf untergetaucht und ist mit einer Glatte wieder aufgetaucht Hyderin Strout reichte Hermine eine kleine Dose Myrtla Pessence Die Hautreizung sollte in ein bis zwei Tage wieder weg sein Ich werde mit dem hohen General über deine Verfassung reden Hyderin Strout packte Hermines Akte wieder in ihre Tasche und Hermine rutschte Mörtla Pessence in der anderen Hand da Mit einer Bewegung ihres Zauberstabes ließ Hyderin Strout den Tisch verschwinden und ging ohne weiteres Wort aus dem Zimmer Malfoy kam eine halbe Stunde später in ihr Zimmer und sah noch wütender aus als sonst Hermine zog ihren Mantel an und folgte ihm Als sie die Veranda erreichte schaute er zu ihr rüber und verzog das Gesicht Ich würde dich mit einem Haus Elfen schicken aber Hyderin Strout befürchtet dass deine eigens zugefügte Gehirnverletzung vielleicht dazu führen könnte dass du einen Krampfanfall bekommst wenn du überlastet bist Er sah wütend genug aus um etwas kaputt zu machen Ich muss dich von jetzt an begleiten Er schaute für einen Moment über seine Ländereien und fügte hinzu Du bist schlimmer als Er stürmte die Treppe hinunter und drehte sich um als er auf dem Kies Weg stand Komm sagte er mit kalter Stimme Seine Augen blitzten auf und seine Lippen waren zu einer geratenen Linie zusammengepresst als er sie ansah Hermine schaute ihn ungläubig an Eher würde die Hölle zufrieren bevor Draco Malfors Anwesen sie davon abhalten würde eine Panikattacke zu bekommen Der Zwang der Fesseln zog sie nach vorne Hermine nahm einen tiefen Atemzug als sie behutsam einer Stufe nach der anderen runter lief und dann nachdem sie einen Moment gezögert hatte trat sie auf den Kies Weg Sie ging vier Schritte in seine Richtung und wollte vor Wut weinen als sie nicht einfach gestarrte Anscheinend war sein kalter Tag in der Hölle Malfall drehte sich auf dem Absatz um und ging den Weg entlang während sie ihm folgte Es war wahrscheinlich wegen den Fesseln überlegte sie während sie liefen Er hat ihr die Anweisung gegeben zu kommen also ist sie gekommen Die Fesseln zwangen sie dazu willig zu sein wenn sie vergewaltigt wurde Wie auch immer der Zwang funktionierte er war anscheinend dazu in Malfoy anzugreifen und ihn dann auf qualvolle und langsame Weise umzubringen Er spazierte an der Außenseite des Heckenlabyrinths entlang bis sie ganz daran vorbei waren und er sie auf die Wege durch die überwindeten Rosenbeete führte Hermine fragte sich ob es irgendetwas an Malfoys Anwesen gab das sich nicht so kalt tot und steril anfühlte Der Schotterweg hatte noch nicht einmal sind sorgfältig für den Winter zugeschnitten worden die Hecken zu präzisen geraden Mauern geformt die in den Himmel ragten Hermine sind formelle englische Karten immer egal gewesen aber der des Malfoys Anwesens war der schrecklichste den sie jemals gesehen hatte Hecken und weiße Schotter und blüterlose Bäume und Büsche die haargenau zugeschnitten waren Sinner Mann dass es im Frühling oder Sommer weniger schlimm aussehen würde aber in seinem momentanen Zustand sie hatte schon Parkplätze mit einer besseren Ästhetik gesehen Malfoy schien auch nicht besonders dazu geneigt zu sein die Landschaft zu würdigen nachdem er für eine Stunde die Wege entlang gestopft war ging Malfoy den Weg zurück zum Haus als sie näher kam glaubte Hermine zu sehen wie sich ein Vorhang im Obergeschoss bewegte Malfoy brachte Hermine zu ihrem Zimmer zurück aber anstatt sie wieder zu gehen als sie fort war blieb er stehen und blickte auf sie hinunter Hermine machte sich immer kleiner während sie mit dem Saum ihres Mantels spielte wenn sie ihn einfach ignorieren würde er vielleicht verschwinden Bett befahl er nach einem kurzen Moment sie schaute erschrocken zu ihm auf und grinste sie boshaft an als er einen Schritt auf sie zumachte außer du willst es lieber hier auf dem Boden tun sagte er Hermine bewegte sich nicht sie starrte ihn nur an sie fühlte sich vor Angst wie gelähmt er zog seinen Zauberstab bevor und mit einer schnellen lautlosen Bewegung spürte Hermine wie seine Magie sie packte und nach hinten zog bis sie mit dem Bett zusammen stieß und sie rückwärts drauf fiel Malfoy schlenderte gelangweilt zu ihr hinüber es war ein schwaches Funkeln in seinen Augen zu sehen Hermine biss sich in die Lippe um einen Wimmern zu unterdrücken und verschränkt die Arme vor ihrer Brust er schaute auf sie hinunter und dann presste er seine Beine zwischen ihre und linde sich über sie Hermine wünschte sich dass sie im Bett versinken und ersticken würde sie wollte einfach nur schreien können sie wünschte sich nur ein winziges bisschen ihrer Magie zurück damit sie sich wehren konnte gehorsam leise kein Widerstand sie zog ihr Kind zu ihren Schultern und versuchte so weit wie möglich von ihm weg zu kommen seine rechte Hand drückte sich neben ihrem Kopf in die Matratze und dann spürte sie die Spitze seines Zauberstabes unter ihrem Kinn schau mich an Schlammblut ihr Kinn bewegte sich wie von selbst als sie ihren Kopf drehte und ihm in die Augen sah seine Augen waren nur wenige Zentimeter von ihren entfernt seine Pupillen waren verengt und das Grau seiner Iris sah wie ein Sturm aus er schoss in ihren Verstand sie keuchte auf vor Schreck sogar seine Leglementik war kalt als ob man in einen eisigen See gesogen wurde es war ein schneidender klarer Schmerz anders als bei den Meilen zuvor war ihr Verstand nicht durch Trauma oder Schock vernebelt schockt dadurch war er er schoss durch ihre Erinnerung er gab auf alle Ansammlungen von verschlossenen Erinnerungen acht er versuchte in eine einzubrechen bis ein Heulen ihrer Lippen entwich Er gelesen hat ihre Panik Attacke Er untersuchte ihre wiederholten Versuche sich an die Details von Dumbledores Tod zu erinnern und wie sie sich nicht an etwas erinnern konnte das mit dem Arm des Zauberers zu tun hatte Dieses Detail zog sein Interesse auf sich Er versuchte die Information zu finden aber konnte nicht sagen wo in ihrem Kopf sie dieses Detail versteckt hatte Sie konnte seine Gereiztheit spüren als er endlich zu ihrem Treffen mit Stroud und ihrem Spaziergang über das Anwesen überging und wie sehr sie den Garten verabscheute Als er ihre Furcht erreichte wie er sie zum Bett beordert hatte zog er spöttisch auf sie herab Lass mich dir versichern Schlammblut dass ich kein besonderes Interesse daran habe dich anzufassen ich finde deine bloße Existenz in meinem Anwesen schon erniedrigend Das Gefühl beruht definitiv auf Gegenseitigkeit sagte Hermine mit trockener Stimme Es war kein besonders guter Konter Ihr Kopf Pochte vor Schmerzen Es fühlte sich so an als ob Malfoy seinen gesamten Verstand in ihren geschoben hatte und sie innerlich zerquetscht hat Malfoy richtete sich auf und schaute auf sie hinunter als ob er mit einer anderen Antwort gerichtet hätte Sie schaute zu ihm auf Hast du Dumbledore wirklich umgebracht Er grinste und lehnte sich gegen einen Debettposten verschränkte seine Arme und legte seinen Kopf leicht zur Seite Das hast du auch irgendwie vergessen Erinnerst du dich überhaupt an etwas Nützliches oder vergisst du einfach schon aus Gewohnheit alles was nicht aus einem Buch kommt Er blickte kurz auf seine Nägel hinab und streifte sie dann gelangweilt an seinen Ruben ab Das war wohl alles zu dem du jemals nützlich warst Du hast nicht mal während dem Krieg gekämpft oder Ich hab dich auf jeden Fall nie gesehen Du warst nicht einmal da draußen mit Potter und Weasley Du hast dich nur versteckt Hast deine ganze Zeit in einer Kranken Abteilung verbracht Hast nutzlos deinen Zauberstab geschwungen um Menschen zu retten die am Ende tot besser dran gewesen wären Als sie seine Worte hörte wich ihr das Blut so schnell aus dem Gesicht dass das Zimmer vor ihren Augen verschwamm Sie schnappte nach Luft als ob sie von einem Klatscher getroffen wurde Die vielen Male als sie Ron Bill George und Fred Tonks Remus Ginny Hannah Angelina Katie geheilt hatte Sie hatte sie für das Ende des Krieges aufgehoben Sie hatte sie dafür aufgehoben zu tot gefoltert zu werden Sie hatten sie dafür aufgehoben versklavt und vergewaltigt zu werden Sie schlang die Hände über den Mund zusammen und presste ihre Finger über ihren Lippen zusammen bis sie die Klonturen ihrer Zähne spüren konnte Ihr ganze Körper zitterte auf dem Bett und sie versuchte nicht zu schluchzen Ein gedämpftes Wimmen bandte sich einen Weg durch ihre Finger Sie spürte ein Brennen in ihren Augen kurz bevor Malfoys Gesicht durch die Tränen verschwemm Sie rollte sich auf die Seite zusammen Da du so begierig bist es zu wissen Der dunkle Lord hat mich persönlich darum gebeten Erbes Dumbledore während des sechsten Jahres zu töten Also habe ich ihm eines Freitag morgens als der stümperhafte Idiot in den Gängen an mir vorbeigelaufen ist den Todesfluch direkt in den Rücken gejagt Er ist stehen geblieben um mit ein paar Schülern aus dem ersten Jahr über Scherbe Zitronen und einem anderen ähnlich unwichtigen Thema zu reden Ziemlich leichtsinnig von ihm so ungeschützt zu sein Aber das ist der Gryffindor in euch Sie erwarten es nie dass sich jemand dazu entschließen könnte sie am helllichten Tage umzubringen Ich bin mir sicher dass er sogar wusste dass ich versuchen würde ihn umzubringen und trotzdem hat er mir den Rücken zugedreht Vielleicht hat er angenommen dass ich es nicht über mich bringen würde Er schnappte kurz vor Verachtung bevor er seufzte Das ist der Nachteil wenn man den Todesfluch von hinten anwendet Sie verpassen diese Millisekunde in der sie realisieren dass sie sterben werden Hermine bis auf ihre Lippe Asimel vor es gedehnten Vortrag zuhörte Sie hatte angenommen dass wenn sie ihm jemals diese Frage stellen würde dass er grausam und stolz darauf sein würde Es schockte sie dennoch es jetzt zu hören Ich nehme an dein Meister war sehr zufrieden mit dir sagte sie ohne ihn anzusehen Das war er vor allem als ich ihm den Zauberstab des alten nach übergeben habe Er hat mit mir und meiner Mutter zu Abend gegessen hier auf dem Anwesen Ich wurde zu einem seiner Schützlinge ernannt Seine Stimme klang fast hohl Hermine schaute über ihre Schulter zu ihm Er schaute nicht sie an Seine Augen waren auf das Fenster gerichtet und er sah fast wehmütig und nachdenklich aus als ob er mit seinen Gedanken woanders wäre Er schreckte plötzlich auf und lächelte dünn auf sie hinunter Soll ich dich noch mit weiteren Details versorgen Er zog eine Augenbraue in die Höhe als er ihr die Frage stellte Sein Ausdruck war mechanisch Nein sagte sie und wandte ihren Blick wieder von seinem Gesicht ab Das war alles was ich wissen wollte Nun gut Er strich seine Roben glatt und wandte sich zu gehen ab Die Außenwelt braucht mich Versuch keinen Krampfanfall zu haben während ich weg bin Schlammblut Kapitel 10 Harry wird gesprochen von Super Flash Crash Ich versuche mich an dich zu erinnern und dich zur selben Zeit loszulassen Naira Wahid Harry Potter saß auf einem Hausdach rauchte Zigaretten und blickte in die Fahne Hermine kletterte aus einem Fenster um ihm Gesellschaft zu leisten Was ist mit uns passiert Hermine fragte er als sie näher kam Der Krieg sagte sie leise sie streckte ihre Hand aus und drehte sein Gesicht in ihre Richtung Er hatte eine Platzwunde auf seiner Stirn Seine blasse Haut war noch leicht rot von dem Blut das er versucht hatte abzuwaschen Sein Ausdruck war traurig müde und wütend Wer von uns hat sich verändert du oder ich fragte er während er sich mit den Fingern die Haare aus dem Gesicht hielt damit sie die Wunde verschließen konnte ich sagte sie und vermied seinen Blick warum glaubst du dass ich es nicht schaffen werde sagte er versuchst du dich darauf vorzubereiten dass ich scheitern werde sie führte einen Diagnosespruch über ihm aus er hatte zwei gebrochene Rippen und mehrere Blutergüsse auf seinem Bauch sie drückte ihn zurück damit es sich hin legen würde bevor sie damit anfing ihn zu heilen ich glaube dass du es schaffen kannst aber die Prophezeiung es ist eine Glückssache nachdem Dumbledore gestorben ist sie stockte kurz der Tod ist nur ein Fluch von uns allen entfernt sagte sie nach einem kurzen Moment ich kann mich nicht einfach zurücklehnen und zuschauen darauf warten dass die 50-50 Chance auf uns fällt und ich nicht weiß wie es ausgehen wird nicht wenn so viele Menschenleben davon abhängen das was was du hast deine Art wie du Menschen liebst ist rein und mächtig aber wie oft hast du Tom jetzt schon umgebracht als Baby wegen deiner Mutter im ersten und zweiten Jahr aber er ist immer noch hier er kämpft immer noch gegen dich ich will einfach nicht annehmen dass irgendetwas genug sein wird du denkst nicht dass das Gute einfach gewinnen kann sagte Harry der Vorwurf in seiner Stimme wog schwer alle die jemals gewonnen haben sagen dass sie gut waren aber sie sind diejenigen die die Vergangenheit schreiben ich habe noch nie etwas gelesen das angedeutet hat dass moralische Überlegenheit einen Unterschied gemacht hätte sagte sie nachdem sie die Sprüche murmelte um die Brüche zu reparieren du redest aber von der Muggelvergangenheit Magie ist anders die magische Welt ist anders sagte Harry und streckte seine Hand nach ihrer Zauberstab Hand aus als sie gerade dabei war zur nächsten Rippe überzugehen er ballte seine Hände zu einer Faust und ließ sie wieder sinken Hermine schüttelte augenblicklich ihren Kopf und Harrys Ausdruck verbitterte sich er schaute nach oben in den Himmel Hermine schloss einen Barriere Zauber um ihre mit kleinen kreisen Bewegungen zu verteilen du warst mal anders sagte Harry du warst mehr rechtschaffend wie ich was ist mit dir passiert dieses Mädchen hätte niemals gesagt dass dunkle Magie es wert ist was ist passiert dieses Mädchen ist in der Krankenabteilung gestorben als sie versucht hat Colin Creevey zu retten ich war auch da als Colin gestorben aus der Mine und ich habe mich nicht verändert ich bin immer dazu gewillt gewesen alles zu tun was nötig war Harry unsere ganzen Abenteuer in der Schule wenn ich einmal dabei war dann war ich dabei vielleicht ist ihm nie aufgefallen wie weit ich für dich gehen würde als Amine aufwachte konnte sie sich an den Traum erinnern sie gingen immer und immer wieder durch es war eine erinnerung was sie etwas verängstigte aber es schien nicht so als ob irgendetwas besonders wichtiges darin vorgekommen wäre sie versuchte das Jahr einzuordnen Harry hatte geraucht eine Angewohnheit die er nach drei Jahren Krieg angefangen hat Hermine hat das Dach nicht erkannt aber das muss nichts heißen es hat so viele Sicherheitshäuser und Verstecker gegeben die Hermine kaum besucht hat eine neue Erinnerung an Harry zu haben auch wenn es keine besonders glücklicher war fühlte sich wie ein unerwartetes Geschenk an sie vermisste ihn so sehr dass es manchmal schwer war zu atmen sie lag im Bett ging es immer und immer wieder in Gedanken durch durchsuchte jedes Detail das Licht in seinen Augen die nervöse und intensive Art wie er einen Zug von seiner Zigarette nahm und die Luft scharf einzog die Erschöpfung in seinem Gesicht die Art wie seine Haarspitzen abstanden sie wünschte sich dass sie ihn umarmt hätte oder seine Hand genommen hätte oder dass sie ihm in die Augen geschaut hätte und ihm gesagt hätte wie wichtig er ihr war sie ihm gesagt hätte wie sehr sie ihn brauchte dass er ihr bester Freund ist dass sie ihm bis ans Ende dieser Welt folgen würde dass sie niemals darüber hinwegkommen würde wenn sie ihn verlieren würde sie wünschte sich dass sie die Zeit zurückdrehen könnte um das zu reparieren was schief gegangen war was auch immer das war dass sie zurückgehen konnte um Harry zu sagen dass er am Tag der letzten Schlacht nicht nach Hogwarts gehen sollte zurückzugehen um den Orden davon zu warnen was passieren würde wenn sie verlieren würden die Diskussion in ihrer Erinnerung war kein Einzelfall Hermine hat schon seit längerem gewollt dass der Orden nun nicht unbedingt die dunklen Künste aber Magie die eher im grauen Bereich lag benutzte je länger der Krieg angedauert hat desto drängender ist sie geworden und es hat Spuren auf Beziehungen mit mehr Leuten als nur mit Harry hinterlassen sie versuchte sich nicht zu lange mit der Frage ob sie den Krieg hätte gewinnen können wenn der Widerstand dazu gewillt gewesen wäre um die Magie zu verwenden zu beschäftigen der Krieg war vorbei und sie hatten verloren sie presste ihre Hände auf ihre Augen und versuchte die Frage zu bedrängen egal was die Antwort wäre sie wäre genauso schmerzhaft wie sie auch nutzlos wäre oh Harry hatte sie ihm gesagt dass sie ihn liebte an dem Tag als er gestorben war hatte sie überhaupt mit ihm gesprochen sie konnte sich nicht erinnern Hermine rollte sich zusammen und schloss ihre Arme um sich als ob sie sich selbst umarmen würde als sie in ihrer Zelle gewesen ist hatte sie sich gefragt ob es möglich war von dem vernichtenden Gefühl der Einsamkeit zu sterben das sie verspürte sie hatte sich gefühlt als ob ihr Herz gebrochen wäre es fühlte sich immer noch so an nach ein paar Minuten zwang sie sich wieder aufzustehen im Bett zu liegen und sich zu bemitleiden würde sie nicht weiterbringen sie stoppte kurz am Fenster es hatte geschneit die Welt da draußen sah wie zugedeckt aus die Erleichterung von dem niemals endenden Grau war fast herzlich zusammen mit dem Frühstück kamen Fläschchen mit irgendetwas Hermine erkannte den Trank nicht sie starrte ihn an und roch daran aber war sich nicht sicher sie stellte ihn auf die Seite man hatte ihr nicht befohlen ihn zu trinken und bis sie nicht dazu gezwungen wurde hatte sie nicht vor irgendwelche unbekannte Tränke zu schlucken sie machte sich auf den Weg zu der Treppe und starrte nach unten es war in der Zeit sie würde sie selbstständig hinabsteigen die Tatsache dass sie es noch nicht längst getan hatte war erbärmlich es war nur eine Treppe nur eine Treppe die zu einem Hausflur führte durch den sie schon mehrere Male mit Mather gelaufen war ihre Schultern zitterten fast unmerklich und sie straffte sie sie fühlte sich wie ein verängstigtes Kind sie hasste es sie presste ihre Lippen zusammen und atmete tief durch dann legte sie eine Hand an die Wand und ging langsam einen Schritt nach vorne sie würde abhauen sagte sie zu sich selbst bevor sie schwanger werden würde würde sie vom Malfoy anwesend abhauen eines Tages würde sie zurückkommen und Malfoy umbringen sie würde frei sein frei irgendwo mit Sonnenschein und Magie und Menschen die ihr nicht wehtun würden sie konzentrierte sich auf diesen Gedanken bis es keine weiteren Stufen gab die sie hinabsteigen konnte sie schaute sich um ihre Hand war noch immer gegen die Wand gepresst sie konnte die Struktur der Tapete spüren die Wand zu berühren schien ihr dabei zu helfen ihren Herzschlag zu kontrollieren sie ging in ein Teezimmer und in einen Salon und ein Garderobenzimmer und ein Zeichenzimmer sie erkundete alles sorgfältig das Porträt folgte Hermine die ganze Zeit nichts 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 sogar die Bänder um die Vorhänge waren so verzaubert dass man sie nicht runter machen konnte sie öffnete Schränke Türen und Wäscheschränke und sie konnte nichts finden das nützlich sein konnte keine Waffe die sie so benutzen konnte nichts für ihre Flucht sie schloss frustriert eine Schublade wenn sie irgendetwas Nützliches finden wollte müsste sie den bewohnten Teil des Anwesens erkunden es war einfach für Malfoy sicherzustellen dass Hermine nichts zu ihrem Nutzen finden würde in einem unbewohnten Teil des Hauses es würde schwerer sein so eine Sorgfalt auch in anderen Teilen des Hauses zu bewahren Astoria ist Hermine etwas gedankenlos vorgekommen da sie so darauf bedacht war Hermines Existenz zu ignorieren würde sie wahrscheinlich nicht die gleiche Vorsicht walten lassen wie Malfoy Hermine kehrte langsam in ihr Zimmer zurück und blickte über die unberührte Landschaft hinter ihr sie fühlte sich von ihrer Exkursion ausgelaugt als ob sie einen Marathon gelaufen wäre alles benötigte so viel Anstrengung sie lehnte ihre Backe gegen die Fensterscheibe und spürte eine neue Welle der Verzweiflung auf sich zukommen selbst wenn sie es schaffen würde ihre Agoraphobie zu überwinden dann war das noch nicht einmal ein richtiger Anfang die Wahrheit war dass sie überhaupt keine Ahnung hatte wie sie irgendetwas anderes erreichen sollte sie starrte auf die Fesseln um ihre Handgelenke sie hatte viel über deren Fähigkeiten nachgedacht und damit experimentiert seit Malfoy dazu in der Lage gewesen war ihre Agoraphobie zu überschreiben sie hatte angefangen genauer zu analysieren wie die Zwänge funktionierten sie ist perplex gewesen wie mächtig sie waren sie hat viele Artefakte während des Krieges studiert die Artefakte waren nichts im Vergleich zu den Fesseln sie begann ihre Experimente in dem sie versuchte den Zwang der Stille zu durchbrechen in dem sie versuchte zu schreien das Konzept dieses Zwangs war weniger eingeschränkt als das der Gehorsamkeit es war ihr erlaubt Geräusche zu machen und zu sprechen wenn mit ihr gesprochen wurde es schien als ob dieser einfachste Zwang zu brechen war sie dachte wenn sie nur stark genug dagegen ankämpfen würde konnte sie sich einen Weg hindurch sich willensstarke Leute irgendwann gegen den Imperius Fluch wehren konnten sie war sich sicher dass sie sich als zumindest genug willensstarkes Individuum qualifizierte als sie ihren Mund aufmachte um zu schreien stottelte sie einfach es war egal wie sehr sie sich anstrengte um einen Ton heraus zu bringen sie mühte sich so lange ab bis ihre Fesseln ganz heiß wurden sie konnte sie nicht besiegen irgendwann brach sie auf dem Boden zusammen so ausgelaugt dass sie Schwierigkeiten hatte bei Bewusstsein zu bleiben als sie so am Boden lag und der Raum vor ihren Augen verschwamm begann sie zu verstehen warum die Fesseln so mächtig waren sie verwendeten ihre Magie als Zauberer hatte man genauso viele Möglichkeiten die Magie in den einzudämmen wie man dafür hatte seine Nieren Funktion abzuschalten was auch immer sie an Kraft investierte um die Fesseln zu bezwingen das hatten die Fesseln ihr in gleicher Menge entgegen zu setzen sie konnte nicht mal aus Frustration schreien als sie es verstand sie hatte so viel Frust in sich dass sie das Gefühl hatte gleichen Flammen aufzugehen sie wollte etwas kaputt machen sie wollte ihre Magie verwenden um etwas zum explodieren zu bringen sie so wie es die Leute in Filmen immer taten sie wollte das Glas splitten sehen bis es so aussah wie sie sich fühlte sie wollte dass ihre knöchel aufgeplatzt und sie blutete sie wollte den Schmerz in ihrem mittelhand knochen durch ihre Hände bis zu ihrem Handgelenk spüren sie war verzweifelt irgendetwas anderes zu spüren als die emotionale Ausweglos in der sie das Gefühl hatte zu ertrinken aber sie konnte nicht sie versuchte die fessern auf verschiedenste arten weise zu umgehen der zwang ging viel tiefer als nur nicht zu schreien oder nur zu sprechen wenn sie angesprochen wurde sie konnte nicht laut sein weil sie die anweisung erhalten hat leise zu sein dadurch dass es ihr bewusst war dass sie nicht leise war wurden ihre fessern aktiviert alles was ungehorsam wahrnahm konnte sie nicht machen deshalb ist hylerine stroud so sehr darauf bedacht gewesen die psychische stabilität der mädchen zu kontrollieren und zu sichern wenn sie verrückt werden würden konnten die zwänge sie nicht mehr kontrollieren so war es dem schreien der mädchen möglich jemand anderen anzugreifen die fesseln waren nur so eingeschränkt wie Hermines Kreativität Hermine versuchte sich auf etwas anderes als sie versuchte mit den Füßen zu stampfen oder die Tür zu schlagen sie sagte gedanklich Arrhythmantik Formeln auf zählte gedanklich die Zutaten für den Trunk des Friedens auf die Fesseln aktivierten sich trotzdem ihr waren die Ideen ausgegangen wie sie die Fesseln sonst noch umgehen konnte sie wandte sich von der verschneiten Landschaft ab und fing an Sportübungen zu machen es hat sich zu Beginn komisch angefühlt unter der Beobachtung des Porträts aber nach fast einem Monat war sie inzwischen egal sie hatte keine Lust mehr nachzudenken und immer wieder auf neue zu verzweifeln nicht dass sie sich wirklich vom Nachdenken abhalten konnte nicht mal als sie ihre Füße unter die Kommode schob und anfing Sit-ups zu machen bis sich ihre Bauchmuskeln anfühlten als hätte jemand Säure in sie reingespritzt immerhin konnte sie so ihre Wut an etwas raus lassen sie würde nicht dazu in der Lage sein Malfoy um zu bringen die Fässern machten das unmöglich sie konnte aber auch nicht alleine abhauen Umbridge hatte sich nicht einmal darum bemüht eine Anweisung nicht abzuhauen mit einzuarbeiten so sicher waren sie und Halvin straut sich dass sie die Fässern nicht abbekommen würden dieses Detail war das einzige Hintertürchen das Hermine gerade finden konnte sie konnte Dinge tun mit der Absicht abzuhauen sie hatte alles was sie über die Fässern wusste genau überdacht Hannah hat nie die Andeutung gemacht dass es irgendjemanden jemals gelungen war die Fässern abzubekommen egal was für eine nachlässige Kameradschaft mit den Wachen entstanden war die Fässern hatten eine Spur auf sich und Angelina hatte sogar versucht die Spur zu stehlen anstatt sie von den Fässern runter zu bekommen nicht nur eine Person war es gelungen von Hogwarts abzuhauen all die Leute die Mervy umgebracht hat niemand ist jemals erfolgreich abgehauen denn keiner konnte die Fässern abbekommen was hatte Hannah gesagt außer sie würde es sie niemals abhauen können wie konnten die Fässern entfernt werden zwei Todesser sind an dem Tag nach Hogwarts gekommen an dem sie ihre neue bekommen haben Yorksley und Rowell sie sind nach vorne gerufen worden als die Wachtmänner angefangen haben alle Frauen zu betäuben und sie sind wieder verschwunden gewesen als Amina wieder zu sich gekommen ist nur Todesser mit einem dunklen Mal konnten die Fässern entfernen sie hatte zwei Optionen sie musste Malfoy entweder dazu bringen sie zu töten oder ihr bei der Flucht zu helfen es gab keine Möglichkeit ohne ihn es wäre egal ob sie ein komplettes Campingset einen Korb voller Portschlüssel und eine Waffe die sie tatsächlich benutzen konnte finden würde solange sie die Fässern nicht runter bekommen würde wären sie nutzlos sie schnaubte leise vor Frustration und drehte sich auf den Bauch und fing an Liegestützen zu machen bis sie sich nicht mehr vom Boden hochheben konnte sie rollte sich auf den Rücken und schaute an die Decke Draco Malfoy wo ist der Schwachpunkt in deiner perfekten Rüstung wie wenn man vom Teufel spricht öffnete sich die Tür und Malfoy kam hereingelaufen sie drehte ihren Kopf auf die Seite um ihn anzuschauen immer noch zu müde um vom Boden aufzustehen er blickte auf sie herab und etwas blitzte in seinen Augen auf ein Muggelding scheint mir sagte er Hermine verdrehte ihre Augen und zwang sie dazu aufzustehen es fühlte sich an als ob ihr ganze Körper aus Wackelpudding gemacht war er schattel sich im Zimmer um seine Augen landeten auf dem Fläschchen mit Zaubertrank den Hermine sich heute früh geweigert hatte zu nehmen er rief das Fläschchen ohne Zauberstab zu sich und fing es mit seiner rechten Hand auf mir fällt auf dadurch dass du ein Gryffindor bist dass du manche offensichtlichen Dinge einfach nicht begreifst ich denke ich sollte nicht überrascht sein dass du die angedeutete Anforderung diesen Trank zu nehmen verfehlt hast sagte er sein Mund zog leicht vor Belustigung Hermine verschränkte stur ihre Arme auch wenn es strategisch wahrscheinlich gut wäre nachgiebig und gehorsam zu reagieren als ehemalige Zaubertrank Meisterin war sie viel zu paranoid um so etwas einfach zuzustimmen was ist da drinnen fragte sie Malfoys Ausdruck wurde schadenfroh das sage ich dir wenn du jeden Tropfen davon wie ein gutes Mädchen runterschluckst sagte er und ein fieses Grinsen huschte über sein Gesicht Hermine rührte sich nicht vom Fleck Malfoy lächelte leicht als er sie ansah komm her Schlammblut ordnete er nach einem kurzen Moment an Hermine funkelte ihn an als ihre Füße sie widerwillig durch das Zimmer zu ihm trugen sie hörten nicht auf bis sie nur noch ein paar Zentimeter von ihm entfernt war so nah dass ihre roben die Seilen berührten sie schaute elendig auf seine Schuhe schau mich an Schlammblut ihr Kind hob sich wie von selbst an bis sie ihm in die Augen schaute er lächelte immer noch ich bin mir sicher du weißt dass ich dich nicht töten werde sagte er seine Augen funkelten vor grausamer Belustigung wenn dies der Fall wäre kann ich mir vorstellen dass du sofort angerannt kommen würdest Hermine glühte ja das wusste sie selbst aber Gift war nur eines der unzähligen Dinge mit denen er sie dosieren konnte ihr Herz schlug ihr bis zum Hals und sie konnte das Rauschen des Blutes in ihren Ohren hören mach den Mund auf wie sah sie an er öffnete das Fläschchen um es in ihren offenen Mund zu schütten schlug alles runter Hermines Mund schloss sich und sie schluckte der Trank schmeckte bitter mit einem leicht kribbelten Effekt auf ihre Zunge und in ihrem Rachen als er in ihren Magen hinuntersackte sie konnte spüren wie er dort kurz verweilte bevor er sich in ihrem System verweilte es fühlte sich an als ob jemand ein Ei über ihrem Verstand aufgeschlagen hatte etwas kaltes kaltes über ihr Bewusstsein bis es sich anfühlte als ob ihr ganzer Kopf davon umhüllt war so als hätte jemand ihr Gehirn ausgesteckt und in einen Eimer voller Eiswasser gelegt ihr Körper war da aber ihr Geist war es nicht es war als ob sie sich selbst in der dritten Person wahrnahm ihr Puls verlangsamte sich zu einem gleichmäßigen Pochen sie sollte panisch werden es war als ob ihr Bewusstsein von ihrem Hormonsystem abgeschottet wurde es gab keine Flut von Adrenalin oder Noradrenalin keine Angst es war ausschliesslich eine Beobachtung sie sollte Panik bekommen tat es aber nicht sie schaute zu Malfoy auf ihr war bewusst dass ihn hasste es war ein Stück Information das sehr wichtig schien und sie konnte es dennoch nicht fühlen Hass war mehr ein Konstrukt als eine Emotion er schaute aufmerksam auf sie hinab wie fühlst du dich schlammblut fragte er nach einem Moment still seine aufmerksam Augen nahmen jedes Detail wahr beobachteten ihr Gesicht und ihre Augen und wie sie vor ihm stand ihre Hände hatten das Krampfen aufgehört sie bemerkte es als er nach unten schaute es war als würde er sie katalogisieren Hermine spürte wie ihre Haut unter der Erkenntnis kribbelte sie spürte wie ihr ein leichter Schauer den Rücken runterlief aber sie konnte die normalerweise einhergehende Angst nicht spüren nur Erkenntnis kalt kalt antwortete sie mein Gehirn fühlt sich kalt an was hast du mit mir gemacht es dient dazu dich an das Anwesen zu gewöhnen sagte er er ging einen Schritt zurück als er sie weiter vorsichtig beobachtete damit ich dich nicht weiter persönlich beaufsichtigen muss Hermine sagte nichts ihr Gehirn analysierte das ungewohnte diese Situation ärgerte sie das unbekannte es machte sie panisch aber der Trank blockierte es ihre Trauer war weg ihre Wut sie war nichts sie existierte einfach in einem kalten nichts sie schaute zu Malfoy auf fühlte es sich so an du sein Kapitel 11 Malfoy lachte schwach gefällt's dir fragte er sie sie neigte ihren Kopf leicht zur Seite es war leichter ihn anzuschauen jetzt wo sie keine Furcht mehr spürte oder von ihrem Hass auf ihn überwältigt wurde ihr war schon noch bewusst dass er gefährlich war aber ihr Körper reagierte nicht mehr darauf kein verdrehter Magen kein verdreifachter Herzschlag er hätte auch eine Statue sein können es fühlt sich an als ob ich tot wäre sagte sie er nickte als ob ihn diese Aussage nicht überraschen würde der Effekt hält nur kurze Zeit an in zwölf Stunden wird es wieder nachlassen und irgendwann wird man immun dagegen es sollte lange genug wirken damit du dich an das anwesen und die ländlichkeiten gewöhnen kannst Hermine starte zu ihm nach oben du bist so anders zu mir weniger gemein warum tust du das für mich sagte sie sie zog ihre Augenbrauen verwirrt zusammen an Jainant konnte sie sich noch verwirrt fühlen ich mache das nicht für dich Schlammblut sagte er leise in ihr Ohr ich mache es für mich du würdest sowieso nicht reagieren er richtete sich wieder auf siehst du nichts kein erhöhter puls kein pochendes herz ich könnte einen irrwicht herbringen oder dich über einen tisch beugen du würdest nicht mal mit der wimper zucken das macht keinen spaß Hermine nickte nachdenklich wenn sie sich umbringen wollte wäre es unter der Einwirkung des Trankes einfacher Malfoy würde vielleicht nichts bemerken bis es zu spät war Malfoy setzte eine erster Mine auf er gestikulierte Richtung Tür sollen wir sie holte ihren Mantel und folgte ihm danach draußen er wartete auf der veranda und beobachtete wie sie alleine die treppe nach unten ging der schnee ist vom schotterweg entfernt worden aber sie konnte dennoch schon spüren wie die kälte in ihre zehen kroch es war bitter kalt heute sie zögerte einen moment und überlegte wo sie hingehen sollte dann gingen sie zum hecken labyrinth auf all ihren spaziergängen mit Malfoy sind sie hineingegangen sie war recht gespannt ob sie einen weg hindurch finden würde es war riesig die hecken türmten sich über ihr auf es erinnerte sie an das hecken labyrinth des trimagischen turniers sie bezweifelte jedoch dass Malfoys hecken versuchen würden sie zu fressen oder sich dunkle kreaturen darin versteckten sie wanderte durch die sich windenden schlängelnden verwinkelten Wege und dachte über den Trank nach den Malfoy sie gezwungen hatte zu nehmen sie hatte die vermutung dass er sich selbst damit dosierte um so ein kalter und grausamer bastard zu sein verwarf den Gedanken aber schnell wieder der Todesfluch war emotional basierte Magie es war unmöglich ihn mit so einer Distanziertheit durchzuführen obwohl es so schien als ob Malfoy auf verstörende Art und Weise die Regeln um den Fluch verbiegen konnte sie schob das Ministerium und Malfoy und seine unendliche Quelle an Hass zur Seite sie konnte den Trank gut gebrauchen sie würde mehr Fortschritte machen können im Hinblick auf ihre Flucht was sie im letzten Monat insgesamt gemacht hatte so viel mehr dass es verdächtig unachtsam von Malfoy erschien sie stoppte um abzuwägen Malfoy war nicht unachtsam egal wie sehr erhasste sie zu beaufsichtigen er würde nicht unachtsam sein es musste etwas absolut zuverlässiges geben das ihm genug Sicherheit gab um sie mit so etwas mächtigem zu dosieren er würde es sonst nicht riskieren nicht mal wenn er dachte dass sie zu beaufsichtigen folter gleich kam wie konnte er sich dennoch sicher sein dass sie nichts tun würde wenn ihr Herzschlag und ihr Puls sie nicht verraten würden sie hatte sich erst vor kurzem fast von einem Balkon geworfen und er hatte sie gerade noch so gestoppt er hat genau gewusst wann er auftauchen musste sie schaute auf ihre Handgelenke er musste es durch die Fesseln gespürt haben aber wie hatte er gewusst dass er genau dann auftauchen musste aber nicht während ihrer Panikattacken ein Überwachungszauber nicht mal ein sehr spezifischer könnte so genau unterscheiden außer Malfoy würde irgendwie ihre Gedanken durch die Fesseln lesen sobald ihr der Gedanke kam wusste sie dass sie richtig lag sie sollte von Verzweiflung verschlungen werden aber intellektuelle Ärger war alles was sie zusammenbrachte als ob seine Leglementik nicht schon genug invasiv war durch ihre Gedanken zu fischen als ob sie seine eigene persönliche Außerbank wären sie war sich sicher dass er durch die Fesseln irgendwie ihre Gedanken lesen konnte sie hatte bemerkt dass er nie ihre Gedanken überwog sie erinnerte sich daran wie Snape es immer bei Schülern gemacht hat er ist durch ihre Augen eingetaucht und hat das aufgelesen was ganz vorne stand Malfoy hat sich noch nicht einmal die Mühe gemacht das zu versuchen Hermine drehte sich um sie marschierte aus dem Hecken Labyrinth und zurück zur Veranda wo es so schien als ob Malfoy in ein Alchemiebuch vertieft war er ließ das Buch zuschnappen und schaute auf während sie vor ihm stand die Hände in die Hüften gestemmt sie konnte zwar nichts sagen aber sie konnte ihn anfunkeln er schien zu realisieren dass sie nichts sagen konnte grinste leicht und schaute bloß zurück ja sagte er endlich nach fast einer Minute liest du meine Gedanken sagte sie er lächelte breit und du hast nur einen ganzen Monat gebraucht um es zu bemerken sagte er spöttisch wobei man dir zugestehen muss dass du recht beschäftigt warst mit weinen und trübsal blasen und angst vor fluren und im himmel zu haben das gute daran keine emotionen zu haben war dass Malfoys gemeinheiten sich nur wie winzige steinchen anfühlten die man in einen teich schmiss ein kleiner schneller platscher in ihrer mentale und durchlässigkeit und dann war da wieder stille und gleichgültigkeit wie ist das möglich fragte sie und hob skeptisch eine augenbraue an es widersetzte sich mehreren fundamentalen gesetze der magie ich kann dir versichern schlammblut dass ich nicht all deine gedanken lese wenn ich ständig deinen gedanken strömen ausgesetzt wäre würde ich mich wahrscheinlich selbst erwadern es verzeichnet sich nur etwas wenn du etwas interessantes tust und es hält mich davon ab aufzutauchen nur weil du versuchst die treppe alleine nach unten zu gehen eine nicht unter Drogen gesetzte Hermine wäre vermutlich wegen seinem Spott vor Zornrot angelaufen aber die gegenwärtige Hermine blinzelte nur und betrachtete die Informationen also war es nichts dauerhaftes das war gut zu wissen wenn etwas jedoch genug Auffälligkeit verzeichnete war es ihm irgendwie möglich Einsicht zu nehmen und ihre vordersten Gedanken zu lesen das war ein Problem sie überwachtete ihn sie musste klauen was auch immer es war mit dem er sie überwachte Umbridge hatte es als einen Zauber beschrieben den der Herr des Hauses trug Hermine war sich nicht sicher was es sein könnte magische Objekte waren normalerweise etwas aus Metall um die magische Verbindung zusammenzuhalten und sie und sie getragen werden eine Kette oder Armreif oder Ringe waren die üblichsten Malfoy schien keinen Schmuck zu tragen nicht mal einen Hochzeitsring das einzige sichtbare Stück an ihm war der schwarze Ring an seiner rechten Hand vielleicht war es das du kannst es nicht stehlen sagte Malfoy gedehnt sie schaute ihn an es ist kein Gegenstand es ist nicht das hier sagte er er hob seine Hand an und zeigte ihr den Ring den sie gemustert hatte er zog ihn sich vom Finger und warf ihn ihr zu sie fing ihn reflexartig auf und untersuchte ihn es war aus irgendeiner Art von schwarzem Metall es schien keine starke magische Signatur zu haben so wie es etwas hätte das mit seinen Fessen verbunden wäre aber vielleicht war es trotzdem der Ring er log vielleicht vielleicht versuchte er sie in die falsche Richtung zu lenken sie wunderte sich was er tun würde wenn sie ihn verschluckte er brach ihn gelächter aus verschluck ihn nicht sie blickte schnell zu ihm auf und er hob wissend eine Augenbraue er grinste und streckte seine Hand aus sie ließ ihn im Gitterstreben mit seiner Hand fallen und er streifte ihn sich wieder über den Finger wie ich schon gesagt habe es ist kein Gegenstand du kannst die Spur nicht stehlen nicht die auf dir sie haben Blutmagie verwendet um die Fesseln herzustellen Hermine schaute ihn überrascht an bin ich in deinem Kopf sagte sie ihr Mund öffnete sich eine Spalte als sie von der Erkenntnis getroffen wurde sie hatten ihr Blut abgenommen als sie in Hockrads war hatten sie ihr Röhrchen mit Blut abgenommen und Haarproben genommen sie hatte angenommen dass es für genetische Testung war es war ihr nicht in den Sinn gekommen dass sie es benutzen würden um rituelle Blutmagie durchzuführen das bedeutete dass sie mit ihrem Fleisch Fleisch Blut an Malfoys Bewusstsein gebunden war er konnte sie in seinem Hinterkopf wahrnehmen es war wie ein Blutzauber auf Anwesen oder Burgen die eine unbewusste Verbindung mit dem Herrn des Hauses kreierten dieser Blutzauber ließen den Besitzer spüren wenn jemand versuchte das Grundstück zu betreten oder wenn sich jemand an etwas zu schaffen machte Hermine musste auf eine ähnliche Art und Weise in Malfoys Bewusstsein existieren wenn sie nicht komplett emotionslos wäre wäre ihr vor Entsetzen ganz kalt geworden du bist Potters Schlammblut zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wurden als notwendig angesehen also dann lass uns mal festhalten wie die Dinge laufen ich werde immer wissen was du tust und ich werde immer dazu in der Lage sein dich zu finden außer du schaffst es die Fesseln loszubekommen er schaute auf die Fesseln hinunter und lächelte schwach ich werde liebend gerne sehen wie du das schaffst er lachte vielleicht kannst du ja damit anfangen mich zu verführen schlug er belustigt vor lehnte sich in seinem Stuhl zurück und schaute sie von oben bis unten an stehe mir mein herz mit deinem verstand und deinem scham Hermine verdrehte ihre Augen ja richtig vielleicht morgen sagte sie ihre Gedanken waren schon ganz aufgewühlt nun das war erleuchtend sagte sie ich werde dich nicht weiter beim lesen stören sie drehte sich auf den Absatz um und ging zurück ins Heckenlabyrinth sie wand und schlängelte sich durch das Heckenlabyrinth während sie nachdachte ihre Möglichkeiten hatten sich noch weiter verkleinert Malfoy erwartete offensichtlich nicht dass sie abhauen würde er schien nicht einmal beunruhigt darüber sie machte ihm keine Vorwürfe sie erwartete es ja nicht mal selbst es ist die ganze Zeit die Hoffnung eines Narren gewesen jetzt fühlte es sich wie komplette Idiotie an sie seufzte leicht und beobachtete wie sich ihr Atem in kleine Wolken in der Karten Luft verwandelte wenn die Wirkung des Trankes nachlassen würde sie sehr deprimiert sein sie erkundigte das gesamte Heckenlabyrinth ihre Füße waren vor Kälte ganz taub und voll gesogen als sie wieder heraus kam sie humpelte leicht zurück zur Veranda als sie an ihm vorbei nach drinnen und allein zu ihrem Zimmer hoch lief so emotionslos wie sie war war es schön sich wieder mehr wie eine funktionierende Vision ihrer selbst zu fühlen keine Trauer keine Depressionen oder Verzweiflung sie musste nicht die Angst haben dass ihr Körper sie mit einer Panikattacke im Stich lassen würde der Trank würde bestimmt schon abhängig machen nicht dass Malfoy es erlauben würde Heilerin Stroud hatte angemerkt dass Tränke zur Angstländerung sich negativ auf Schwangerschaften auswirken können also würde sie ihn vermutlich nur für kurze Zeit bekommen Hermine wünschte sich mehr über magische Schwangerschaften zu wissen es ist ein zum größten Teil übersehender Aspekt ihrer Ausbildung zur Heilerin gewesen wenn man ihr ein Stück Pegament und eine Schreibfede geben würde könnte sie einen 30 seitigen Aufsatz über die Auswirkung von Tränken zur Angstländerung auf Heilungsmagie und dunkle Flüche schreiben aber Schwangerschaften waren vom normalen Heilen ausgeschlossen so gut wie niemand hatte während des Krieges Babys bekommen und wenn doch haben sie das Kämpfen aufgehört und sind zu einer Hebamme gegangen sie fragte sich wie der Trank wohl gemacht wurde sie war sich fast sicher dass er Billywick Stachelschleim Baldrennwurzeln und Schlafbohne enthielt vielleicht auch Schleim von Faultier Gehirnen sie erinnerte sich an den Geschmack und das Kribbeln zurück als sie ihn geschluckt hatte vielleicht war das eine Reaktion des Stachelschleims zusammen mit Nierwurzelsirup es war schön etwas Neues zu haben über das sie nachdenken konnte ihr Gehirn hatte sich angefühlt als ob es sich seit einem Krieg wund gekratzt hätte komplett ausgehungert von neuen Informationen die sie in Gedanken durchgehen konnte es war nur voller Vergangenheit die sie immer und immer und immer wieder durchging sie wunderte sich was schief gelaufen ist ihre Vergangenheit war wie ein Mahlstein der sie immer wieder runter zog der sie unermüdlich zurück zog so dass sie sich immer und immer wieder fragte was schief gelaufen ist hatte sie es gewusst hatte sie gewusst warum der Orden den Krieg verloren hat gewusst und die Informationen versteckt sich dazu entschieden sich selbst zu foltern indem sie es versteckte warum wie Malfoy schon gefragt hat sie hatte den Krieg verloren was war so wichtig dass sie es auch noch nach dem Krieg beschützen wollte obwohl sie wusste dass alle dir etwas bedeuteten entweder in Gefangenschaft oder tot waren wie bei Dumbledores Tod fühlten sich die Details die das Ende des Krieges umgaben neblig an sie konnte sich nicht daran erinnern warum sie nach Hogwarts gegangen sind sie konnte sich nicht einmal daran erinnern dass sie gefangen genommen wurde sie erinnerte sich daran dass Harry gestorben ist und dann war sie in einem Käfig und musste mit ansehen wie die Weasleys gefoltert wurden sie hatte angenommen dass sie es durch den Schock verdrängt hatte Hermine erkundigte den gesamten Flügel des Anwesens von oben bis unten bevor es dunkel wurde den Dachboden jeden Schrank und die angestellten Treppen und Tunnel sie ging nicht durch die Zimmer aber sie hoffte dass wenn sie sich mit ihnen bekannt machte dass sie später zurückkommen konnte ohne Panik zu warten oder einen nervösen Zusammenbruch zu erleiden auch ohne den Trank sie fragte sich wie viele Hausärfen die Malfoys wohl hatten es gab nicht mal eine Spinnwebe in den dunkelsten Ecken des Dachbodens als sie am nächsten Morgen aufwachte fühlte es sich an als ob jemand einen Felsbrocken auf ihre Brust gelegt hatte sie wurde auf ihr Bett gedrückt und sie wurde von einem Peitschen Hieb an Verzweiflung übermannt die sie am Tag zuvor nicht spüren konnte sie kämpfte darum zu atmen der Aufschub von zwölf Stunden machte all ihre Emotionen noch schmerzhafter es ließ die ganze Erleichterung fraglich erscheinen ist sie nicht bewusst gewesen wie tief die Einschnitte der Trauer und Einsamkeit in ihr Inneres reichen bis sie für kurze Zeit von dem Schmerz den sie fühlte sie sich als ob sie darunter zu Staubs ermahlen wurde sie konnte es fast spüren wie ihre Ecken und Kanten zerbröckelten und zerbrachen wie sie in den Erden fielen es war fast nichts mehr von ihr übrig außer Schmerz ihre Wirbelsäule und ihr Nacken fühlten sich überhitzt an wohingegen sich der Rest ihres Körpers klamm und eiskalt anfühlte ihre Haut war feucht so als ob sie den Trank über Nacht ausgeschwitzt hätte sie rollte aus dem Bett und musste sich gleich heftig auf den Boden übergeben bevor sie es überhaupt versuchen konnte ins Badezimmer zu stürzen sie brach zusammen zitternd ihr Körper fühlte sich bleisch schwer an sie konnte kaum ihre Arme bewegen sie wollte duschen ihr war zu heiß und zu kalt sie war Wasser sie wollte eine Umarmung eine neue Welle von Einsamkeit überrollte sie so plötzlich dass sie in Tränen ausbrach sich krank und schwach zu fühlen ließ sie wieder wie ein Kind vorkommen verzweifelt nach ihrer Mutter die sich um sie kümmerte und ihre Hand auf ihre Stirn legte um sie zu trösten sie konnte sich nicht einmal an ihrer Mutter erinnern aber sie vermisse sie dennoch sie erinnerte sich daran im Bett zu liegen und sie spürte kühle Finger auf ihrem Gesicht wie sie eine Locke von ihrer Stirn strichen und auf ihrer Wange liegen blieben als die Welle der Übelkeit endlich nachließ schleppte sie sich ins Badezimmer und nachdem sie mehrere Gläser Wasser getrunken hatte ließ sie sich in ein lauwarmes Bad sinken es war als ob man einen Kater hatte während man die Grippe hatte wahrscheinlich fühlte sich so ein Entzug an Hermine ist nie drogenabhängig gewesen zumindest erinnerte sie sich nicht daran natürlich würde Malfoy sie nicht warnen dass sie sich wie tot fühlen würde sobald die Wirkung des Trankes nachließ sie verfluchte ihn in Gedanken und hoffte dass sie spüren konnte sie wollte sich ertränken als sie in ihr Zimmer zurück ging ist der Boden geputzt worden sie fühlte sich immer noch friebrig sie nahm ihre Decke vom Bett und kuschelte sich darunter als sie ihre Wange an das Fenster lehnte sie fühlte sich den ganzen Tag krank und anscheinend hatte Malfoy es erwartet er tauchte nicht auf und erwartete dass sie nach draußen ging am nächsten Nachmittag erschiene ohne ein Wort trotz der Dolche die sie im gedanklichen entgegenwarf und führte sie auf die Veranda sie stellte fest dass der Trank sie ein bisschen akklimatisiert hatte sie schaffte es von der Veranda zu laufen ohne dass sie total in Panik geriet sie zitterte und musste gegen das Hyperventilieren ankämpfen aber ihre Angst verschlang sie nicht komplett über den Schotterweg in das Heckenlabor hinzukommen war das schwierigste aber als sie zwischen den sich auftürmenden Eiben war ihr Finger die Wände entlang strichen und sie sich auf das Navigieren des Weges konzentrierte war sie dazu in der Lage einigermaßen normal zu atmen als sie zur Veranda zurück ging war man voll weg anscheinend zufrieden damit dass er sie nicht mehr beaufsichtigen oder mit ihr laufen musste der Trank erschien wieder am nächsten Morgen Hermine verbrachte einige Stunden damit abzuwägen ob sie ihn noch einmal nehmen sollte oder nicht nur der Gedanke daran noch einmal durch den Entzug zu müssen ließ Übelkeit in ihr aufkommen am Ende knischte sie ihre Zähne und stürzte ihn hinunter sie schlicht für das Anwesen wie ein Schatten und erkundete den Hauptflügel sie war ständig in Alarmbereitschaft für das Geräusch von Astorias Schuhen sie hatte die Hexe nicht wieder getroffen seit dem Abend als sie zu Malfoys Zimmer gebracht hatte aber sie hatte ab und zu einen Blick auf jemanden erhaschen können der sie von den Fenstern aus beobachtete wenn Malfoy sie nach draußen genommen hatte sie war nicht daran interessiert auszutesten ob Astoria ihre Drohung ernst meinte sie erkundete den Großteil des Hauptflügels das Anwesen vermutlich mit ihrem Blut verschlossen hat er hat sie mit ihrer eigenen Blutsignatur ausgesperrt dann drei Tage später dachte der Trank nicht mehr mit dem Frühstück auf Hermine hatte eine Vorahnung warum und brachte kaum noch etwas runter sie lief wie verrückt in ihrem Zimmer auf und ab und ging dann in die Duschen den Gang runter in einem der anderen Zimmer um für über eine Stunde einfach nur unter dem Wasserstrahl zu sitzen während sie versuchte das Zittern aufzuhören nach dem Abend dessen kam ein Hauself um das Geschirr mitzunehmen sie soll sich jetzt fertig machen für heute Abend sagte er bevor er verschwand Hermine saß wie festgefroren in ihrem Sessel sie hatte es sich schon fast gedacht die Besteitigung fühlte sich dennoch schlimmer an da sie einen zusätzlichen Monat hatte um sich davor zu fürchten erschien die Furcht nur noch kälter es fühlte sich so an als ob jemand ihre Organe zu einem immer enger und enger werdenden Knoten zusammen zog bis es sich so anfühlte als ob gleich etwas zerreißen würde ihre Brust fühlte sich so eng an dass sie es kaum hin bekam gleichmäßig ruhige Atemzüge zu nehmen sie ging ins Badezimmer und batete als sie aus der Wanne stieg ertappte sie sich mehrfach dabei wie sie zur Mitte des Raumes blickte sie hatte solche Angst davor dass Mal eventuell seine Vorgehensweise enden würde sie bemerkte wie sie sich selbst an die Hoffnung klammerte dass der Tisch auftauchen würde und er nicht etwas Nobles tun würde sie wollte nicht auf eine neue Art vergewaltigt werden sie fing fast vor Erleichterung das Weinen an als der Tisch um genau 7.30 Uhr erschien sie wollte sich selbst eine reinhauen in was für eine abgefuckten Welt war eine Frau glücklich darüber dass sie auf eine Art und Weise vergewaltigt wurde die ihr vertraut war Malphi kam und ging für fünf Abende ohne dass er ein Wort zu ihr sagte genau auf die gleiche Art wie er es den Monat zuvor getan hatte jeden und stellte sich vor wie sie den Trank zur Angstlinderung brauen würde sie hatte so viel Freizeit dass sie angefangen hatte den Trank zu rekonstruieren sie versuchte es so real wie möglich zu machen sie versuchte sich Düfte und Gefühle zu erstellen sie war sehr genau bei den Details besessen weit weit weg vom Wackern von dem Holz das sich in ihrer Hüftknochen drückte von dem gleitenden Gefühl in ihr sie erlaubte ihren Gedanken nicht dort hinzugehen sie war nicht dort sie braute einen Trank sie holte einen Zinkkessel mit Hilfe einer kleinen Leiter aus dem Regal mit der geübten Bewegung ihres Zauberstabes rief sie eine Flamme hervor sie wartete bis das Metall einer mittlerer Temperatur erreicht hatte bevor sie den Billig Stachelschleim hinzufügte sie würde das Fläschchen in ihre rechte Hand halten und hineingießen der beißende Geruch würde ihr in der Nase kitzern der Zinkkessel und die Hitze würden die schwebenden Bestandteile des Stachelschleims dazu bringen zu verdunsten nachdem sie ihn für eine Minute gekocht hatte sie würde den Dampf abfüllen und als Betäubungsmittel für lokale Wunden verwenden sie würde ein Faultier Gehirn aus einem Glas nehmen und sie würde vorsichtig waren das Gehirn in ihrer Hand würde schwammartig und empfindlich sein ihr Griff würde sehr vorsichtig und das Messer sehr scharf sein nach einer Minute würde sie die Temperatur zu einem niedrigen Köchern reduzieren und die Scheiben aus Faultier Gehirn über die Oberfläche verteilen sie würde dem Stachelschleim und dem Faultier Gehirn zwei Minuten geben um sich zu verbinden während es langsam eine sterlend blaue Farbe und eine dickflüssige Konsistenz annahmen währenddessen würde sie die Schlafbohnen vorbereiten sie würde 20 verwenden sie würde sie unter der Klinge eines silbernen Dolches zerdrücken bevor sie den Saft gewinnen würde sie würde den Druck ihres Daumens auf ihren Knöcheln fühlen wenn sie sich darauf lehnte sie stellte sich vor wie es sich anfühlen würde wenn die Bohne unter der Klinge nachgeben würde sobald der Saft hinzugefügt wurde würde sie den Trank zwölfmal im Uhrzeigersinn mit einem silbernen Braustab umrühren und 18 Mal gegen den Uhrzeigersinn mit einem Aschestab Der Trank würde abgedeckt werden und für 73 Stunden bei niedriger Temperatur köcheln Das lange Kochen war notwendig um die schläfrig machenden Bestandteile des Trankes zu annullieren Der Trank würde sich leicht grün verfarben In der 74. Stunde würde sie geschnittene Murlap-Tentakel einen zerquetschten Blaustern baldren Wurzeln und Pulver von Aschwindereiern hinzugeben Sie würde es schnell für 30 Sekunden zum Kochen bringen und dann einen Kältezauber benutzen um die Temperatur bis kurz vor dem Gefrierpunkt sinken zu lassen Der Trank würde eine mitternachts blaue Farbe und eine wässrige Konsistenz annehmen Dann würde sie Nieswurz Sirup über die Oberfläche gießen ein Tropfen pro zehnmal langsam im Uhrzeigersinn umrühren und dann gegen den Uhrzeigersinn Ihr Arm würde langsam müde werden 30 Tropfen bis der Trank langsam dickflüssiger werden würde und an dem Aschenstab kleben bleiben würde Dreimal mit einem Silberstab umrühren und dann für fünf Minuten zum Köcheln bringen bevor sie ihn vor der Hitze nehmen würde und der sich ohne Magie auf Raumtemperatur abkühlen würde Er würde dunkelgrau und sirubartig werden Es würde 25 Dosen ergeben Sie braute den Trank jeden Abend in Gedanken Passte Mengen und Techniken an Kehrte die Reihenfolge um oder fügte Zutaten hinzu Am fünften Abend war sie sich fast sicher dass sie das komplette Rezept herausgefunden hatte Am sechsten Tag zwang sie sich dazu selbstständig nach draußen zu gehen da sie Angst hatte dass Malfoy sonst auftauchen und es ihr befehlen würde Sie hatte es sich vorgenommen ihre Agoraphobie als erstes zu bezwingen Alle Pläne die Malfoy involvierten mussten warten bis sie es schaffte alleine nach draußen zu gehen Tief im Inneren hatte sie jedoch den Verdacht dass sie sich nur etwas vormachte und die ihm aus dem Weg ging Aber sie war ratlos wie sie ihn dazu bringen sollte sie umzubringen wenn sie noch nicht mal ohne seine Erlaubnis mit ihm reden konnte und ihn zu verführen wie er es vorgeschlagen hatte nun ja die Idee war einfach nur absurd fast schon lächerlich Am nächsten Tag tauchte er auf fiel sie auf dem Bett fest und durchsuchte ihre Erinnerungen Er redete kaum mit ihr Als er fertig war drehte er sich einfach auf dem Absatz um und ging nach draußen Zwei Tage später hatte Hermine einen Traum von Alastair Moody wie er in einer kleinen Abschellkammer vor ihr stand Sein Auge drehte sich aufmerksam in alle Richtungen Es fühlte sich jedoch so an als ob sie unter Wasser waren Die Worte die sie austauschen waren nicht zu verstehen Er blickte sie angestrengt an und sagte etwas während er ihre Reaktion beobachtete Sie erinnerte sich dass sie sich skeptisch aber entschlossen gefühlt hatte Moody sagte noch etwas anderes und Hermine schüttelte ihren Kopf Er nickte kurz und als er sich umdrehte um zu gehen hatte er eine starre Mine aufgesetzt Sein Auge als er zurückschaute hatte etwas Zögerliches an sich Alastair zögerte nie Nachdem Alastair gegangen war stand sie für einige Minuten alleine da Sie wusste nicht was ihr Traum bedeutete Sie versuchte nicht zu viel darüber nachzudenken Hermine erkundete weiter den Hauptflügel des Anwesens Denn Porträts waren es anscheinend strengstens verboten mit ihr zu sprechen Sie beobachteten sie immer mit aufmerksamen Augen sagten aber nie auch nur ein Wort Sie erkundete das Heckenlabyrinth bis sie mit geschlossenen Augen durchlaufen konnte Sie konnte sich draußen kaum woanders aufhalten außer sie blieb an der Mauer des Hauses Offene Flächen waren noch immer schwierig Sie kam noch nicht mal von den Wänden los wenn sie einen großen Flur entlang lief und sie hielt es fast nicht aus wenn sie in den Ballsaal des Hauptflügels ging nach zehn Tagen kam Hellerin Stroud wieder um zu untersuchen ob Hermine schwanger war Hermine war es nicht Hermine hatte energisch in ihrem Zimmer trainiert um ihrer Wut irgendwie loszuwerden Hellerin Stroud war über die Entwicklung von Hermines körperlichen Zustand sehr erfreut Am nächsten Tag als Hermine zitternd von ihrem Spaziergang zurückkehrte wartete Malfoy in ihrem Zimmer auf sie Er trug seine komplette Todeseruniform Lust auf einen Ausflug Schlammblut? Hermine starrte ihn an und nahm in sich auf was er an hatte Sein Gesicht war ohne Emotionen als er auf sie zukam Hast du vergessen? fragte er seine silbernen Augen flackierten Zwei Monate keine Schwangerschaft der dunkle Lord ist gespannt darauf dich wiederzusehen Er schnappte sich ihren Arm bevor sie zurückweichen konnte und die separierte Kapitel 12 Der Saal in dem Voldemort residierte war feucht und warm wie ein Reptilienkäfig irgendwo unter der Erde Die Wände die sie in der Dunkelheit erkennen konnte waren aus Stein und ohne Fenster tief unter der Erde Die Luft war dick und säuerlich abgestanden verdorben durch dunkle Magie Hermine brach in kalten Schweiß aus als Malfoy sie vorwärts zog während sie darum kämpfte loszukommen Es war keine bewusste Entscheidung jede Zelle in ihrem Körper schrie dass sie von dort abhauen sollte Malfoys Hand um ihren Arm war wie ein Schraubstock sie konnte sich nicht losreißen er schien sie kaum in seinem Griff wahrzunehmen Mein Lord sagte er in einem respektvollen Ton als er sich verbeugte Ich habe das Schlammblut gebracht wie ihr es gewünscht hattet Seine Worte wurden von Hermines panischem schnellen Atem untermalt als sie versuchte die Panik zu unterdrücken Ein erdrückendes Gewicht ließ sich plötzlich auf ihrem Rücken nieder und zwang sie dazu sich auf dem feuchten Boden niederzuwerfen Sie konnte unter dem Druck kaum atmen und sie kämpfte darum Sauerstoff in ihre Lungen zu bekommen als ihr Kinn hart in den steinenden Boden gedrückt wurde Das Geräusch rasselte in ihren Ohren Oh ja murmelte Voldemort in seinem liebkosenden Flüstern Stroud hat mich informiert dass du sie bis jetzt noch nicht geschwängert hast Hermine schaute mit ihren panischen Augen nach oben um zu sehen von wo sie nach unten gedrückt wurde Voldemort lehnte sich in einem großen Steintron zurück während Er träger auf sie hinabblickte Er gestikulierte mit einer Hand Es befanden sich stumpfe Schuppen darauf Bringt sie nach vorne ordnete er an Das Gewicht das Hermine auf den Boden gedrückt hatte ließ nach und zwei Diener zogen sie vom Boden hoch und über die Stufen des Podiums nach oben Sie zwangen sie auf die Knie vor Voldemorts Füßen Voldemort setzte sich nicht auf Er drehte seinen Kopf leicht und wischte sich seinen Mundwinkel ab Hermine kniff ihre Augen zusammen aber fuhr trotzdem in ihren Verstand Sein Geist in ihrem fühlte sich wie ein Brandeisen an Er verbrannte sie beschädigte sie Sie schrie und schrie bis ihre Lunge und ihre Kehle den Geist aufgaben und sie nur noch vor Qual zitterte Hermine hatte nicht realisiert wie sehr der Schock aus ihrer Zelle raus zu sein alles abgestumpft hatte sie konnte sich nicht daran erinnern dass es so sehr wehgetan hat oder vielleicht war sich Voldemort auch nur rachersüchtig weil sie noch nicht schwanger war es fühlte sich an als als ob ihrem Bewusstsein die Haut abgezogen wurde sie konnte nicht sagen wie lange es dauerte eine halbe Ewigkeit sie fühlte sich als ob sie mehrmals hätte sterben sollen Voldemort versuchte durch die Magie um ihren weggesperrten Erinnerungen zu brechen und als er endlich aufgab ging er zu ihren aktuellsten Erinnerungen über ihre Ankunft auf dem Malfoy Anwesen das erste Mal als Malfoy sie in seinem Zimmer vergewaltigt hat und das zweite Mal und das dritte und das vierte und das fünfte und das sechste Mal er ließ sie alle zehnmal nochmals durchleben als ob er neugierig war wie Malfoy es getan hatte ihre Panikattacken ihre Unterhaltung mit Malfoy ihre limitierten Zusammentreffen mit Astoria ihre Fragen und Vermutungen und Pläne er ging über die Monate mit übermäßiger Grausamkeit und Neugierde er zerschnitt ihren Verstand bis sie nur noch schlapp dahin ihre Muskeln zu ausgelaugt um überhaupt noch zu zittern endlich zog er sich zurück und die Hände die Hermine festgehalten hatten ließen sie auf den Boden fallen wo sie zuckend da lag du hast das Schlammblut in der Schule gekannt hörte Hermine Voldewort nach einer Minute sagen allerdings mein Lord sagte Malfoy mit einem leicht spöttischem Unterton eine eine von Potters Lieblingen sie wünscht sie schon fast verzweifelt deinem Tod noch mehr als sie sich meinen wünscht sagte Voldemort mit Belustigung das zeigt dass sie gespür dafür hat was ich sonst noch für möglichkeiten mit ihr habe sagte Malfoy affektiert Voldemort stieß Hermine mit seiner Zehe an ihre Sicht war wackelig und verschwamm immer wieder wenn sie versuchte sich auf etwas zu fokussieren es war keine Dunkelheit es war als ob ihre Augen nicht mehr wussten wie man sehen konnte sie ist schlau ich vertraue dir dass du sie in guten Händen behältst hoher General natürlich mein Lord ihr wisst dass worauf immer ihr mich ansitzt ich werde Erfolg haben allerdings sagte Voldemort es ist eine Weile her dass du mich enttäuscht hast ich habe es euch geschworen mein Lord du bist dir bewusst dass sie gefährlich ist sagte Voldemort und Hermine fühlte wie Magie sie plötzlich nach oben zog und sie frei in der Luft hing als er sie anstarrte sein Gesicht vor Ekel verzogen sie sie auf der lauer um eine schwäche zu finden ihr habt sie sorgfältig einsperren lassen ihr wisst dass ich euch nicht enttäuschen werde sagte Malfoy respektvoll ich will dass sie schwanger wird sagte Voldemort mit einem scharfen zischen dann als ob es ein nachträglicher einfall war fügte er ihn zu es beruhigt mich dass die Malfoy Linie noch keine Erben hat natürlich mein lord Astoria und ich sind sehr vorsichtig um heilerin strouds anweisungen zu befolgen sagte Malfoy sehr gut sagte Voldemort er lehnte sich noch weiter in seinem Thron zurück und tupfte noch mal seinen Mundwinkel ab dann bring sie zum Anwesen zurück Malfoy verbeugte sich und griff nach Hermines Arm von wo sie herunter hing die Magie die sie in der Luft hielt ließ sie los und sie fiel gegen ihn er verzog vor Ekel sein Gesicht und zog sie aus dem Saal weg von den widerlichen erdrückenden Nest aus dunkler Magie Als sie halb den Gang runter waren drückte Malfoy sie gegen eine Wand und ließ sie los sie sagte halb daran herunter und hob zitternd ihre Hände an um 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 die an an trockenen Tränen auf ihren Wangen ab zu wischen sie konnte noch immer kaum sehen durch den blendenden Schmerz in ihrem Kopf trink das fortete er sie auf und legte ein Fläschchen mit gewöhnlichem Schmerzlinderungstrank in ihre Hand sonst wirst du ohnmächtig wenn ich mit dir appariere und es würde die Zeit die du zur Erholung brauchst deutlich verlängern sie schluckte ihn sie war sich ziemlich sicher dass er sie nicht vergiften würde hat er das schon mal mit dir gemacht fragte sie ihn als die Schmerzen anfingen so weit nachzulassen dass sie wieder sprechen konnte und sein Gesicht langsam in den Fokus rückte Malfoy sah sie für einen Moment an mehr als nur einmal sagte er meine Ausbildung war nicht einfach sie nickte war das nach dem fünften Jahr fragte sie ihn und blickte zu ihm auf der Schmerz schien etwas zu verblassen wenn sie sich auf die Fragen konzentrierte ja sagte er knapp deine Tante prummte er zustimmend seine Augen waren verengt sie starrten sich beide aufmerksam an es fühlte sich so an als Orbe der einzige war was sie sehen konnte nicht das einzige was du den Sommer über gelernt hast bemerkte sie seine Augen weiteten sich ein Stück brauchst du ein Geständnis oder was soll ich dir alles erzählen was ich getan habe fragte er vorsichtig er ging auf sie zu sodass er sich über sie aufbaute willst du sagte sie er starrte sie an als ob er etwas abwägen würde dann verhärtete sich sein blick und er entfernte sich wieder warum sollte ich mit dir über irgendwas reden wollen schlammblut sagte er kalt packte sie am arm und zog sie hinter sich her zum operations punkt hinunter herminas gehirn fühlte sich immer noch zerquetscht und beschädigt an als Malfoy in ihr zimmer zurück apparierte ließ das druckgefühl in ihrem kopf sie aufschreien und zusammen brechen sie musste sich übergeben sobald sie wieder auftauchten geh ins bett du hast zwei tage zeitig zu erholen bevor ich erwarte dass du wieder auf den beinen bist sagte er bevor er sich zu gehen abwand sie hätte zu ihm aufgeschaut wenn sie ihren körper davon unterbrechen hätte können zwanghaft zu wirken als sich ihr körper endlich davon überzeugt hatte dass absolut nichts mehr in ihrem magen war kroch sie ins bett und legte ihren kopf auf ihre arme ab sie war sich nicht sicher wann zwei tage vergangen waren sie schlief als ob sie tot war und sie konnte nicht sagen ob stunden oder tage vergangen waren als sie ohne kopf beaufwachte als sie in ihrem frühstück herumstocherte kam Malfoy rein spaziert frohe weihnachten schlammblut sagte er affektiert als er zu ihr hinunter blickte sie starrte ihn mit leichter überraschung an als ein weihnachtsgeschenk an mich selbst habe ich mich dazu entschlossen das wöchentliche ritual alle deine schuhe zu ersetzen zu beenden es sollte morgen ankommen bitte interpretiere es nicht als Zeichen meiner Zuneigung sagte er und lachte für einen Moment in sich hinein dann wurde sein Gesicht wieder kälter als er auf sie zukam es sind bereits drei Tage vergangen und du hast dein Zimmer noch nicht verlassen ich hoffe du bereitest mir keine Unannehmlichkeiten Hermine fühlte sich zu schlecht um vor Malfoy Angst zu haben ich habe keine Möglichkeit zu wissen was für ein Tag es ist sagte sie mit matter Stimme vielleicht kannst du einen Kalender besorgen als zusätzliches Geschenk für dich selbst mit hinzufügen er starrte sie an du bist nicht auf die Idee gekommen einen Elfen zu fragen fragte er nach einem Moment Hermine starrte ihn an und spürte wie sich ungewollte Tränen der Erniedrigung in ihren Augenwinkeln sammelten ihr Mund verzog sich als sie versuchte ihn nicht bissig anzufahren oder zu weinen ich kann mit niemanden sprechen außer man spricht zuerst mit mir sagte sie steif Malfoy erstarrte und war für eine überraschend lange Zeit leiser ein nicht entzifferbarer Ausdruck huschte über sein Gesicht bevor er blinzelte und leicht lachte und ich dachte schon es wäre eine Elfenrechtssache sagte er ihm dann im Grinsen seine Augen sahen immer noch leicht starr aus ich werde später einen Elfen schicken um zu sehen ob du sprechen kannst wenn der Elf es initiiert er drehte sich auf dem Absatz um und ging ohne ein weiteres Wort aus dem Zimmer als Hermine damit fertig war in ihrem Essen herum zu stochen tauchte eine Elfe auf um das Geschirr wegzuhäumen der Gebieter will wissen ob sie etwas brauchen sagte sie und wich ihren Blick aus ein Kalender der anzeigt welcher Tag ist wenn möglich und ein Buch egal über was die Hauselfer sah unbehaglich aus ich kann gehen und einen Kalender bekommen aber die Gebieterin hatte gesagt das Schlammblut darf nicht die Bücher von den Malfoys besudeln und hat sie verhexen lassen sodass sie dein dreckiges Blut verbrennen Elmine schaute weg und ihre Brust verengte sich sie bis auf ihre Lippe damit sie nicht zitterte natürlich würden Malfoy oder Astoria so etwas Abscheuliches tun wie sie spezifisch vom Lesen abzuhalten dann vergiss es sagte sie leise es war eine Pause du könntest den Tagespropheten haben wenn du es haben willst sagte die Elfe das wäre schön sagte Hermine ohne aufzusehen sie wollte sich nicht so hoffnungsvoll fühlen will das Schlammblut irgendetwas anderes Hermines Mund zuckte sie hätte die Elfe fast gefragt ob sie sie Hermine nennen könnte keiner hatte sie Hermine genannt seit seit es war schwer sich daran zu erinnern aber sie war sich nicht sicher ob sie wissen wollte ob die Elfe spezifische Anweisungen dafür hatte sie Schlammblut zu nennen wahrscheinlich schon es war einfach nicht zu fragen nein nichts mehr sagte sie und sah aus dem Fenster die Elfe verschwand mit einem Plopp Geräusch ein Kalender hing an der Wand und eine Kopie des Tagespropheten lag am Nachmittag auf ihrem Bett als sie zitternd von ihrem Spaziergang zurückkehrte 25. Dezember es an der Wand zu sehen ließ sie für einige Momente erstarren die Kopie der Zeitung bestellte das Datum sie hatte Angst ihre Finger danach auszustrecken und sie zu berühren sie erwartete fast dass es sie verbrennen würde eine besonders ausgeklügelte Gemeinheit sie ließ zögernd ihre Fingerspitzen darauf nieder nichts passierte sie setzte sich hin und las sie von vorne bis hinten durch sie genoss die Wörter lesen sie hatte es vermisst das letzte Mal als sie den Tagespropheten gelesen hatte ist es so gehetzt gewesen sie las ihn einmal langsam durch und dann noch einmal und noch einmal jedes Wort es war hauptsächlich Müll schlecht verschleierte Propaganda die politischen Nachrichten waren fast unverständlich unter all dem ganzen Wer war Hermine fand Quidditch noch nie interessant aber sie las sich begehrig durch all die Spielwiederholungen da dies die einzigen Dinge zu sein schienen die wahrheitsgetreu berichtet wurden die Gesellschaftszeiten berichteten immer und immer wieder von Astoria ihr name wurde in jedem Gesellschaftsartikel erwähnt Hermine las die Zeitung vorwärts und rückwärts sie suchte nach Mustern oder Codes nur für den Fall am am nächsten Morgen fand sie ein paar Stiefel in ihrer Kommode zusammen mit ihren anderen Schuhen Malfoys Geschenk sie hatte die Sohlen der dünnen Schlappen alle paar Tage durchgelaufen und durch den Schnee waren ihre Zähne ein paar Mal fast abgefroren die Stiefel waren aus Drachenleder als sie sie anzog passten sie sich genau ihrer Schuhgröße an sie konnte spüren dass Zauber in sie hineingearbeitet waren um ihre Füße perfekt temperiert zu halten sie konnte 100 Kilometer in ihren Laufen und würde nie auch nur eine Blase bekommen sie schaute sie mit Verwirrung an sie waren zu viel wie der Mantel den er ihr zur Verfügung gestellt hatte vielleicht wusste Malfoy einfach nicht wie man normale Schuhe kaufen konnte vielleicht nahm er an dass alle Stiefel aus Drachenleder waren und mit Temperaturkontrolle und Polsterungszauber versehen waren Malfoy als fürsorglich wahrzunehmen wäre zu befremdlich sie starrte für ein paar weitere Minuten auf die Stiefel sie verscheuchte die Vorstellung wenn Astoria einen Schoß und hätte würde er bestimmt mit einem maßgeschneidertem Diamantenhalsband ausgestattet sein sie war einfach nur eine gut versorgte und ausgestattete Vorzeigeleihmutter die erfögern konnte er hatte wahrscheinlich Angst dass wenn sie sich Erfrierungen zuziehen würde und er dann wieder mehr Arbeit mit ihr hätte und dass sie angeblich dafür vorgesehen war drei Kinder zu gebären bevor sie auf ein anderes Anwesen geschickt wurde konnte man annehmen dass sie für mindestens vier Jahre auf dem Malfoy Anwesen leben wird wahrscheinlich eher fünf oder sechs wenn man bedachte wie spärlich das Malfoy Anwesen eingerichtet ist schien Malfoy wohl eine strikte Kaufes einmal Kaufes fürs Leben Philosophie zu verfolgen dass er ihr 20 paar Schuhe in den letzten zwei Monaten kaufen musste war wahrscheinlich etwas das er moralisch demütigend fand auch wenn es schön sein würde wenn ihre Füße nicht mehr für Stunden jeden Tag wehtun würden die Sachen für die sie sich selbst dankbar schätze erschreckte sie die Hauselfe erschien wieder um das Geschirr wegzuräumen und fragte sie ob sie irgendetwas brauchte darf ich die Zeitung behalten wenn ich sie fertig gelesen habe frage sie vorsichtig auf diese Frage hatte die Elfe anscheinend keine Antwort vorbereitet sie trat von einem Fuß auf den anderen und schien abzuwägen Topsi denkt schon sie würde sonst einfach danach verschwinden sagte die Elfe nach einigen Minuten warum will das Schlammblut sie haben Hermine zuckte mit den Schultern es gibt hier nichts zu tun Papier zu haben das ich für etwas verwenden kann wäre schön ich nehme an dass ich keinen Ball oder ein Stück Wolle haben darf die Elfe nickte Hermines Vermutung war richtig Topsi muss das Zimmer sauber halten aber das Schlammblut kann die Zeitung benutzen bis die nächste Zeitung erscheint sagte die Elfe das ist fair sagte Hermine zustimmend nicht dass sie wirklich mit entscheiden konnte Hermine las die Zeitung zwölf mal durch bevor sie in genauer rechtecke zerriss sie hatte die nacht zuvor damit verbracht eine liste zu erstellen mit Dingen die sie vielleicht erlaubt sein würde zu haben sie hatte angenommen dass sie keine Stricknadel haben durfte dass sie keine Wolle haben durfte ist geraten gewesen obwohl es fraglich erschien dass Malfoy sich darum sorgte dass sie sich erhängen würde ohne dass das Porträt sie rechtzeitig bemerken würde vielleicht draußen sie musste sich genauer die Bäume des Anwesens ansehen sie legte solche Pläne für kommende Tage zur Seite sie dachte nicht über Selbstmord nach sie dachte nicht darüber nach wie ihr Kopf immer noch pochte so als ob Voldemort einen permanenten Schaden in ihrem Bewusstsein angerichtet hatte sie dachte nicht darüber nach wie Geräusche schmerzten oder wie ihre Hände sich wieder wegen der Uhr verkrampften oder dass es sich noch dramatischer angefühlt hat als Voldemort sie gezwungen hatte ihre Vergewaltigungen nochmals zu durchleben wie zu der Zeit wo es tatsächlich passiert ist sie dachte nicht daran dass sie es niemals schaffen würde abzuhauen sie dachte an nichts außer vorsichtig den Tagespropheten zu zerreißen so ruhig wie es mit ihren krampfhaften Fingern möglich war das war alles es war das einzige woran sie dachte als sie ein paar perfekte Rechtecke gemacht hatte fing sie an sie zu falten sie fing mit Origami Kranichen an sie konnte sich nicht genau daran erinnern wo sie gelernt hatte sie zu machen die fähigkeit fühlte sich wie Muskelerinnerungen an wie sie die genauen falzen kreierte in einer bestimmten Reihenfolge an die sie sich nicht erinnern konnte sie jemals gelernt zu haben ihr Vater vielleicht jemand mit wendigen genauen Fingern an einem Küchentisch der sie durch die Schritte führte wenn du 1000 Kranichen in einem Jahr faltest dann hast du einen Wunsch frei sagt eine männliche Stimme Nein dann bekommst du Glück und Fröhlichkeit kam eine Stimme aus dem Zimmer nebenan das ist doch das gleiche nicht wirklich ein Wunsch nimmt an dass die Person weiß was das Beste für sie ist Glück und Fröhlichkeit überlässert dem Schicksal sie an den wichtigen Orten zu führen ich wäre viel lieber mit Glück und Fröhlichkeit gesegnet als mit nur einem einzigen Wunsch ok Confucius ich ergebe mich seinem überlegenen Wissen des Mystischen jetzt versuchst du mich aber mit Absicht zu provozieren Confucianismus mit japanischer Mythologie zu vermischen ist eine Beleidigung der Gottes Lehren ich werde dich nicht den Kopf unserer Tochter mit solchen Fehlinformation füllen lassen vielleicht rege ich nur ihr kritisches Denken an ok ich entschuldige mich aufrichtig dafür wie schlecht erzogen sie jetzt sein wird ich übernehme die volle Verantwortung wenn es dazu führen wird dass sie von der bürgerlichen Gesellschaft ausgeschlossen wird und dazu gezwungen sein wird die Erde macht macht davon hat deine Mutter keine Ahnung ich habe erst einen Artikel von einem Astrophysiker gelesen der vorgeschlagen hat diese Technik zu verwenden um große Membranen auf Satelliten anzubringen Hermine faltete Origami Kraniche bis sich ihre Fingerspitzen Wund einfühlten dann arrangierte sie sie auf den Boden sodass sie mit ihren Flügeln ausgestreckt dastanden die Zeitung hatte nicht die ideale Papierdecke für Origami aber es war etwas das sie tun konnte Hermine hatte schon so lange nichts mehr zu tun gehabt es war sehr schade dass japanische Mythologie nicht echte Magie war sie würde hunderttausende Kraniche falten wenn es ihr nur ein bisschen Glück bringen würde sie sammelte alle Kraniche auf und kletterte sie sie ließ sie in einem ordentlichen Haufen für die Elfen liegen damit sie sie verschwinden lassen konnten sie wunderte sich wie ihre Eltern wohl gewesen waren was für Berufe sie hatten sie hoffte dass sie sich nicht erinnern konnte hieß dass sie in Sicherheit waren dass sie sie beschützt hat bevor der Krieg angefangen hatte sie hoffte dass sie nicht wussten was aus ihrer Tochter Tochter geworden ist Kapitel 13 fünf tage später saß Hermine am Boden beim Fenster und faltete was nach ihren zählungen nach der 236. Papierkranich sein musste als sich die Tür öffnete und ein junger Mann hereinschaute seine Augen wanderten durch das Zimmer und als sie auf Hermine landeten kam er schnell herein und schloss die Tür hinter sich sein Ausdruck schien gerissen und er schaute sie an er schien gehetzt er war breit gebaut mit dunklen Haaren und einem kantigen Gesicht er trug formelle dunkelblaue Festgewänder er hatte dichte Bartstoppel über sein Gesicht verteilt Hermines instinktive Reaktion als sie ihn erblickte war pure Angst sie starrte als ob sie gelähmt war und starrte ihn nur an sie konnte nirgendwo hinrennen sie konnte noch nicht einmal schreien sie hatte noch nie daran gedacht dass ein Fremder einfach in ihr Zimmer kommen könnte er stoppte kurz als er auf sie zukam und ihren Ausdruck wahrnahm du erinnerst dich nicht an mich sagte er mit einem überraschten Unterton es schwang eine Spur von Beleidigung in seinen Worten mit Hermine sah ihn hoffnungslos an und versuchte zu erraten wer er war er kam ihr vage bekannt vor vielleicht aus der Schule jemanden den sie nicht besonders gut gekannt hat er kam weiter durch den Raum auf sie zu er war schon halb bei ihr und Hermines Hände fingen das Krampfen an als sie Schwierigkeiten hatte zu überlegen was sie als nächstes tun sollte wenn sie wegrennen wollte musste sie außer Hörweite gelangen oder er könnte ihr einfach befehlen zu stoppen vielleicht wenn sie sich die Ohren zuhielt aber er könnte sie einfach betäuben sie konnte nicht er war nur noch ein paar Schritte entfernt und sein Ausdruck wurde triumphierend plötzlich war da ein lautes Ploppgeräusch und Malfoy erschien neben ihr wie aus dem Nichts Hermine stutzte und rückte näher zu ihm weg von dem näher kommenden Unbekannten der intensiver triumphierende Ausdruck auf dem Gesicht des jungen Mannes verwandelte sich schnell in eine undurchschaubare Miene als er Draco erblickte die Verschlagenheit seiner Körperhaltung verschwand als er sich aufrichtete und in Hermines Zimmer umher blickte hast du dich verirrt Montague fragte den Malfoy kühl als er einen Schritt nach vorne ging um sich vor Hermine zu stellen der dunkle Lord hat sie in meine Obhut gegeben mit spezifischen Anweisungen zu ihrer Betreuung es ist immer gut zu wissen wenn jemand das Zimmer unbefugt betritt Montague lachte darf sie keine Besucher haben darauf dass Montague ihm folgte Montague schien sich absichtlich seine Zeit zu lassen er sah sich nochmal im Zimmer um und blickte zu Hermine die Intensität kehrte in seine Augen zurück als er auf sie hinunter blickte Malfoy hinter sich dann drehte er sich zu Malfoy um und folgte ihm nach draußen Hermine stahlte die Tür die sich hinter ihnen verschlossen hat für einige Minuten an Montague Graham Montague er ist im Inquisitions Kommando gewesen und er ist der Captain von Therese Quidditch Team gewesen Fred und George hatten ihn während des fünften Jahres in das verschwindende Kabinett gesteckt Hermine kannte ihn kaum er kannte sie kaum wann hatte sie ihn so gut gekannt dass er erwartete dass sie ihn erkannte während sie nachdachte legte Hermine das Stück Papier zur Seite das ihre krampfenden Finger zerknüllt hatten die Malfoys schmissen eine Neujahrsparty auf dem Anwesen sie hatte keine Ahnung davon gehabt wenn Montague und Malfoy nicht aufgetaucht wären sie stand auf und ging zur Tür sie zögerte sie wollte die Leute mit eigenen Augen sehen aber der Gedanke machte ihr auch Angst wenn sie jemand entdecken würde konnten sie mit ihr machen was sie wollten außer Malfoy taucht auf um sie zu stoppen mit ihre enorme instinktive erleichterung als er vorher aufgetaucht war beunruhigte sie auf mehrere Arten und Weisen wie sie wollte liebe den Teufel den du kennst als der Teufel den du nicht kennst sie stand für mehrere Minuten hinter der Tür bevor sie sie zögernd aufmachte sie schlichten flur entlang und in einen der stillgelegenen angestellten Aufgänge sie suchte sich ihren Weg in den Hauptflügel des Hauses allmählich gelangte das Geräusch eines Seiten Quartetts an ihre Ohren zusammen mit den Summen von Stimmen sie stoppte und lauschte Musik sie hatte seit Jahren keine Musik mehr gehört sie stoppte und lehnte sich gegen die Wand und die Musik in sich aufzunehmen sie machte ihre Augen zu und atmete im Rhythmus der Seiten sie hatte vergessen wie es sich anfühlte Musik zu hören nach 15 Minuten kam sie wieder in die Wirklichkeit zurück und setzte ihren Weg fort sie öffnete eine Tür und spitzelte in den Gang hinaus um zu sehen ob die Luft rein war sie wollte gerade hinausgehen als sie das Rascheln von Stoff hörte und das Kicheln einer Frau Hermine ging schnell einen Schritt zurück und beobachtete wie Astoria um die Ecke kam und ein Handgelenk umklammerte ein männliches Handgelenk das ganz offensichtlich nicht zum Malfoy gehörte Hermine konnte es in der Dunkelheit nicht genau erkennen aber die Statur des Mannes passte nicht breiter und kleiner und nicht blass oder blond genug Astoria lehnte sich nach hinten gegen die Wand und der Mann kam ihr näher bis Hermine die blonde Hexe gar nicht mehr sehen konnte Hermines Augen weiterten sich als das Kichern in Keuchen überging sie hatte nicht nun es war nicht wirklich überraschend Hermine hatte nur nicht damit gerechnet es zu sehen plötzlich wurden zwei milchweiße Beine sichtbar als sie sich um die Hüften des Mannes schlangen und die Geräusche gingen von Keuchen in Stöhnen über Hermine bemerkte wie sie seltsam fasziniert mit der Situation war bis ihr ein entsetzlicher Gedanke kam Malfoy würde ihre Erinnerungen finden sie machte schnell einen Schritt zurück und und floh nach oben sie nahm einen anderen weg zum ball saal sie ist in der zwischenzeit recht gut darin geworden sich im haus zurecht zu finden solange sie sich nicht zu sehr beeilte und die wände als sicherheit hatte konnte sie fast überall hingehen im zweiten stock war eine kleine gewunsene treppe die auf eine balkonartige nische führte Hermine nahm an dass die Party im Ballsaal statt fand sie hatte gehofft dass sie irgendwo hingehen konnte wo sie den gesprächen lauschen konnte aber Astorias Fluraffäre hat ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht Hermine ließ das Geschennis nochmal vor ihrem inneren Auge abspielen das was sie getan hatten war nicht überraschend aber die Taktlosigkeit schien überzogen ihren Ehemann in einem Flur voller Familienportraits zu betrügen selbst wenn es eine offene Ehe wäre schien die Dreißigkeit doch unklug Hermine schlüpfte in die Nische kniete sich hin und sperrte über das Gelände nach unten auf die Party der Ballsaal war gefüllt mit Leuten die alle ihre besten Roben trugen der Raum war prächtig geschmückt glitzernd die Kronleuchter waren mit Lichterketten erleuchtet und in der Mitte des Raumes stand ein Turm aus Champagnergläser der so konstruiert worden war dass er mindestens eineinhalb Meter hoch war Champagner floss daran herunter wie in einem endlosen magischen Springbrunnen es es war eine feier die für die gesellschaft zeiten gedacht war es gab mehrere fotografen die bilder für die morgen zeitung schossen und ein Anhänger, der sukzessiv auf ihrem Busen lag. Umbridge lachte gekünstelt und berührte Malfoys Arm, während er nur mit ernster Miene dastand. Sein Blick fiel immer wieder verstohlen auf ihre Brust, auf eine Art, die wie ein Mix aus Neugierde und Unwohlsein schien. Bevor sie die Interaktion weiter beobachten konnte, zog eine scharlachrote Person ihre Aufmerksamkeit auf sich. Sie schaute hinüber und musste noch einmal hinsehen. Da war eine Leihmutter auf der Party. Hermines Blick huschte durch den Raum und sie stellte fest, dass neun von ihnen anwesend waren. Sie starrte vor Verwunderung. Sie erkannte keinen von ihnen wieder. Sie hatten alle die Hauben auf und folgten den Zauberern wie ihrer Schatten. Die Köpfe waren gesenkt und ihre Schultern unterwürfig nach vorne gebeugt. Manche der Zauberer, die sie begleiteten, waren Todesser. Hermine erkannte Amy Cascaro, Malkyber und Avery. Die anderen Zauberer waren jünger. Sie glaubte, dass einer Adrian Pusey und ein anderer Marcos Flint sein konnten. Die Leihmütter, realisierte Hermine, als sie sie beobachtete, waren Statussymbole, die vorgeführt wurden, um die Wichtigkeit einer Blutlinie zu unterstreichen. Hermines Brust verengte sich und ihr Gesicht verzog sich, als sie zuschaute. Die Frauen kamen sich gegenseitig nicht zu nah. Wahrscheinlich sind sie angewiesen worden, nicht umherzuwandern. Aber als zwei aneinander vorbeiliefen, konnte Hermine sehen, wie sich ihre Hände für einen Moment berührten. Um eine Botschaft zu bereichen oder einfach nur, um sich Trost zu spenden. Hermine konnte es von der Entfernung aus nicht genau erkennen. Hermine hatte angenommen, dass die Leihmütter in den Häusern weggesperrt blieben, so wie sie. Das war offensichtlich eine falsche Annahme. Hermine war der außergewöhnliche Fall. Ein Ordensmitglied. Versteckte Erinnerungen. Blutgebundene Fässer. Dem hohen General überreicht, zu Voldemort gebracht. Es war sogar möglich, dass es den anderen Mädchen erlaubt war, alleine nach draußen zu gehen. Dadurch, dass sie aufspürbar waren, gab es eigentlich keinen Grund, warum sie das nicht dürfen sollten. Vielleicht war es Hermine normal auch erlaubt, so etwas zu tun. Obwohl sie es irgendwie bezweifelte. Wenn sie noch nicht mal Besucher haben durfte, schien es zweifelhaft, dass Malfoy sie vom Anwesen runterlassen würde. Eine Minute bis Mitternacht, rief eine Hexe mit lauter, gemachter, heiteren Stimme und unterbrach Hermines Gedanken. Macht euch bereit für eure Neujahrsküsse! Astoria kam in den Saal zurückgehuscht. Ihre Roben waren glatt gestrichen und ihre Mine unschuldig, aber sie wirkte etwas herzaust, was für Hermine offensichtlich war. Ihr Lippenstift war leicht verwischt, sodass er nicht mehr komplett auf ihren Lippen lag. Nicht offenkundig verwischt, aber sodass die Form ihres Mundes leicht verweichtigt wurde. Ihr Ausdruck war selbst zufrieden. Hermine beobachtete, wie Astoria sich ihren Weg zum Malfoy bahnte. Astorias Mine verwandelte sich in einen liebevollen Ausdruck, als sie näher kam, man konnte jedoch noch etwas anderes in ihren Augen aufblitzen sehen. Malfoy musste das sie genau, aber seine Mine verzog sich kein bisschen. Hermine konnte Astorias Gesicht von ihrem Blickwinkel aus nicht gut erkennen. Zehn! Neun! Acht! Sieben! Alle Leute fingen in Kautown an, für das neue Jahr runterzuzählen. Als die Zahlen runtergingen, steckte Malfoy seine Hand aus, sein Ausdruck noch immer undurchdringlich und wischte mit dem Daumen über Astorias Lippen. Bei Null lehnte er sich nach vorne und presse seine Lippen auf Astorias. Eine Kamera blitzte. Der Raum explodierte mit magischen Feuerwerken und Jubeln und das Klirren von Gläsern, als die Leute anstießen. Malfoys Lippen waren immer noch auf Astorias gepresst, aber während er seine Frau küsste, schaute er auf und über Astorias Kopf hinweg. Seine kalten, grauen Augen fanden sofort Hermines Gesicht. Hermine vergaß zu atmen. Sie starrte zurück. Er starrt. Ihr Magen verdrehte sich. Ihr Herz fing so stark als Klopfen an, bis sie es in ihren Ohren hören konnte. Sie fröstelte. Sie hatte das Gefühl, als ob sie sich zurückziehen sollte, aber sie war gefangen, als ob sie von dem kalten Silber an Ort und Stelle festgehalten wurde. Er starrte weiter zu ihr nach oben, bis Astoria den Kurs beendete und sich wegdrehte. Er ließ seine Augen sinken und ein falsches, vornehmes Lächeln zog sich über seine Lippen, als er sich im Saal umschaute. Er klatschte ohne Begeisterung für ein paar Sekunden, bevor er sich eine Champagnerflöte von einem schwebenden Tablett schnappte. Er kippte sie runter, als ob es Wasser war. Hermine ließ sich zurück sinken und legte sich ihre Hände auf die Brust, um ihr Herz dazu zu bringen, langsamer zu schlagen. Die Party dauerte Stunden. Hermine beobachtete die sozialen Interaktionen genau. Sie hielt Ausschau nach Zeichen von Spannungen und Verbündnissen. Sie versuchte, die soziale Rangordnung herauszufinden, um zu verstehen, was vom Tagespropheten nicht berichtet wurde. Sie erblickte Graham Montague im Getümmel und beobachtete ihn für eine Weile. Sie versuchte herauszufinden, ob ihr irgendetwas bekannt vorkam. Er schien ihr völlig fremd. Malfoy mischte sich nicht unter die Leute. Er stand da und ließ die Leute zu sich kommen. Es wurde immer offensichtlicher für Hermine, welche Leute wussten, dass er der hohe General war und welche nicht. Die Art und Weise, wie die jungen Todesser auf ihn zugingen, hatte etwas von Ehrfurcht und Vorsicht. Ältere Todesser wie Mulkyber oder Not Senior und Yorksley bedachten ihn eher mit einer Mischung aus Achtung und Verbitterung. Und für andere wiederum, die vermutlich nicht wussten, warum Malfoy so vorsichtig von anderen Todessern behandelt wurde, schien der Respekt fast ansteckend zu sein. Es war fast vier Uhr morgen, als der letzte Gast ging. Hermine machte sich vorsichtig auf den Weg zurück in ihr Zimmer. Sie wollte nicht wieder auf Astoria treffen oder auf irgendwelche Nachtzügler. Als sie den Flur erreichte, der zu ihrem Zimmer führte, spitzelte sie um die Ecke und fand Malfoy, der auf sie wartete. Er schaute zu ihr rüber und sah sie sofort. Hattest du Spaß? Sie zögerte für einige Sekunden, bevor sie um die Ecke lief und auf ihn zuging. Sie zuckte mit den Schultern. Es war interessanter, als immer nur drüber zu lesen, sagte sie. Er schnaubte. Worte, von denen ich gedacht hätte, dass sie nie aus deinem Mund kommen würden, sagte er. Dann starrte er sie mit zusammengekniffenen Augen an. Warum ist Montague an dir interessiert? Er hob eine Augenbraue an. Hermine blickte zu ihm auf. Natürlich war er deshalb hier. Sie war überrascht, warum er sie fragte. Er hatte, wie sie bemerkte, einen Zeitplan für ihre Leglementik-Sitzungen. So ungefähr alle zehn Tage. Die letzte Sitzung hatte er ausfallen lassen und hat sie Voldemort überlassen, aber sie hatte erwartet, dass er im Laufe des nächsten Tages auftauchen würde. Ich weiß nicht, sagte sie. Ich habe ihn in der Schule kaum gekannt. Neugierde blitzte in Malfoys Augen auf. Tatsächlich? Wie faszinierend, sagte er mit einem belustigen Tonfall. Du bist voller Überraschungen. Hermine vertrete ihre Augen. Sagst du das zu jedem Mädchen? fragte sie mit einem sarkastischen, süßen Tonfall. Er blickte schnell zu ihr und lachte in sich hinein. Geh ins Bett, Schlammblut. Trotz der Formulierung hörte er sich nicht wie ein Befehl an. Hermine starrte ihn noch für einen Moment länger an, bevor sie trotzdem in ihr Zimmer lief. Er stand immer noch im Flur, als sie die Tür hinter sich zuzog. Die Zeitung am nächsten Morgen hatte ein Bild von Malfoy und Astoria auf dem Titelbild. Es hielt den Moment fest, als Malfoy seine Hand ausgestreckt hat, um mit seinem Daumen über Astorias Lippen zu wischen und sich dann nach vorne gelehnt und sie geküsst hat. Feuerwerker und Luftschlangen explodierten hinter ihnen. Es sah süß, romantisch und intim aus. Auf der nächsten Seite war ein Bild des hohen Generals, wie er mehrere Leute in Frankreich umbrachte. Das eine Mädchen kam ihr vage bekannt vor. Hermine glaubte, dass sie Hogwarts eventuell während des Trimagischen Turniers besucht hatte. Hermine war nicht aufgefallen, dass Malfoy Anfang dieser Woche das Land verlassen hatte. Hermine faltete das Bild von Malfoy in Astoria zu einem Fischkreiten-Mosaik und machte sich einen Spaß daraus, Malfoy in Astoria immer wieder zueinander hin und voneinander weghüpfen zu lassen. Sie zerriss das Bild des hohen Generals in dünne Streifen und flocht sie zu einem Untersetzer. In einem anderen Leben überlegte sie sich, hätte es ihr vermutlich Spaß gemacht, komplizierter Muster für Kuren zu designen. Sie stand auf und fing ihre Trainingsroutine an. Sie wurde immer fitter, was zufriedenstellend, jedoch hauptsächlich unnötig war. Es machte nicht wirklich einen Unterschied, wie hart sie zuschlagen konnte, wenn sie nicht mal dazu in der Lage war, ihre Faust in Malfoys Gesicht zu schlagen. Ihre Ausdauer brachte ihr nichts, wenn sie jedes Mal eine Panikattacke bekam, sobald sie ihre Hand von der Hecke nahm und versuchte, sich mit einer Geschwindigkeit zu bewegen, die schneller als Zeitlupe war. Malfoy kam am späten Nachmittag, um durch ihre Erinnerungen zu gehen. Es schien nichts Besonderes Interessantes in ihren kürzlichen Erinnerungen zu finden. Er reagierte nicht mal, als er die Erinnerung fand, wo Astoria mit jemandem auf dem Gang fügelte. Die Porträts hatten es ihm wahrscheinlich schon gesagt. Als er damit fertig war, durch ihre Erinnerungen zu gehen, richtete er sich auf. Hermine blinzelte das Kopfweh weg, setzte sich auf und schaute ihn an. Ich werde ein letztes Fläschchen des Dranks morgen schicken lassen, sagte er. Hermine nickte. Er sagte nichts anderes. Er drehte sich um und ging. Diesen Abend legte sich Hermine einen genauen Plan für den nächsten Tag zurecht. Wenn es tatsächlich ihre letzte Dosis war, gab es einige Dinge, die sie versuchen wollte, solange die Wirkung anhielt. Am nächsten Morgen las sie nicht die Zeitung. Sie schüttete den Trank runter, bevor sie zögern oder sich vor den Entzugserscheinungen, die sie später bekommen würde, fürchten konnte. Dann ging sie mit kalter Entschlossenheit aus dem Zimmer. Ihr erstes Ziel war der Südflügel des Anwesens, der einzige Teil des Hauses, den sie noch nicht erkundet hatte. Sie fing auf dem obersten Stockwerk an und arbeitete sich ihren Weg nach unten. Es war eher unwahrscheinlich, dass sie hier auf jemanden treffen würde. Als sie im Erdgeschoss ankam, spürte sie, wie die Luft eine kalte Veränderung annahm, die sie sogar mit der gedämpften Wirkung des Trankes wahrnehmen konnte. Die Haare in ihrem Nacken stellten sich auf und sie brach in kalten Schweiß aus. Dunkle Magie. Sie war so dick in der Luft, dass sie sie fast schmecken konnte. Sie erstarrte für einige Minuten auf der Treppe, um abzuwägen. Hermines Instinkte schrien danach, sich umzudrehen und abzuhauen, aber sie wurde von einem Trank unterdrückt. Ihre Neugierde allerdings nicht. Sie ging die letzten paar Stufen nach unten und ging in die Richtung, aus der das Gefühl kam. Eine Tür war nur angelehnt. Sie spitzelte in den Raum. Es war ein großes Zeichenzimmer, komplett leer, keine Möbel, keine Wandbehänge, keine Porträts an den Wänden. Es schien sogar so, als ob die Tapete abgezogen wurde. Es gab nichts in dem Zimmer, außer ein großer Käfig, der in der Mitte des Raumes stand. Die dunkle Magie, die in dem Zimmer hing, schien sich hauptsächlich auf den Käfig zu konzentrieren. Leute sind in diesem Zimmer gestorben. Viele Leute. Langsam. Hermines Gedanken fingen automatisch an, dunkle Rituale zu sortieren, von denen sie wusste, die eine so festsitzende Präsenz von dunkler Magie hervorrufen konnte. Die Magie hat wahrscheinlich einige der Linien des Anwesens verdorben. Als sie näher herantrat, sah sie, dass der Käfig in den Stein eingelassen war, sodass man ihn nicht entfernen konnte, außer das Fundament des Anwesens würde herausgerissen werden und selbst das war wahrscheinlich noch nicht genug. Nur in der Nähe des Käfigs zu stehen, erzeugte einen eigenartigen Geschmack wie Blut in ihrem Mund. Sie untersuchte den Käfig vorsichtig. Er war ungefähr drei Zentimeter niedriger als sie. Er war wahrscheinlich genau ein Meter fünfzig groß und einen Meter breit. Groß genug, damit ein Gefangener darin kauern oder gepückt stehen konnte. Sie fragte sich, wie viele Leute wohl schon darin festgehalten wurden. Ein Geräusch unterbrach sie. Sie drehte sich um und fand Malfoy in der Tür, wie er sie irritiert, fast wütend anstarrte. Natürlich würde dir der Verstand fehlen, hier nicht reinzugehen, sagte er mit einem harten Unterton, als sie auf sie zukam. Kapitel 14 Hermine drehte sich gelassen zu Malfoy um. Sie war der Meinung, dass sie selbst ohne den Trank nicht besonders verunsichert wäre. Sie schaute ihn an, als er auf sie zukam. Sie ist der Erkenntnis gekommen, dass er weder die Erlaubnis noch die Tendenz dazu hatte, ihr wehzutun. Selbst wenn er nicht so zwingend ihre Gedanken durchsuchen musste, hatte Stroud ihm vermutlich genau erklärt, warum es nicht zu empfehlen war, sie physisch zu brechen. Hältst du dir viele Leute in Käfigchen? fragte sie. Er starrte sie an. Sein Gesicht war leicht blass und seine Augen waren dunkel und verhärtet vor Wut. Er konnte sich kaum unter Kontrolle halten. Sie konnte es spüren, wie sie sich um ihn wandte. Ihr wurde bewusst, dass wenn sie versuchen wollte, ihn dazu zu bringen, sie zu töten, dann war dies vermutlich der perfekte Moment dafür. Er war umgeben von der verderbenden, abhängig machenden, dunklen Magie des Raumes. Sie konnte spüren, wie sie in sie kroch, als sie dastand und ihn ansah. Man konnte leicht in Rage geraten in so einer Umgebung. Malfoys Lippen pressten sich zu einer geratenen Lini zusammen und sie konnte sehen, wie sich sein Kiefer anspannte. Da war so viel mehr unter seiner endlosen Kälte. Eine schlummernde Wut köchelte und brodelte direkt unter der Oberfläche. Das Zeichenzimmer hatte einen starken Einfluss auf ihn. Eine einfache Provokation und er würde vielleicht die Kontrolle verlieren. Sie fragte sich, wie sie vorgehen sollte. Er lächelte sich spöttisch an. Du bist die Einzige, die ich im Käfig hatte, Schlammblut, sagte er. Sein Ausdruck wurde plötzlich wieder undurchsichtig. Die Wut schien wieder zurückgedrängt worden zu sein. Ist dir das noch nicht bewusst gewesen? Hermines Lippen verzogen sich. Malfoy saß sich im Zimmer um. Sein Gesicht war angespannt, aber er grinste auf sie herab. Das ist der Teil des Hauses, der meinem Vater gehört, sagte er. Hermine blickte sich schnell um. Sie erwartete fast, dass Lucius Malfoy einfach irgendwo auftauchen würde, mit einem verrückten Ausdruck auf dem Gesicht, wie seine ehemalige Schwägerin. Zu deinem Glück, fuhr Malfoy fort, ist er seit Ende des Krieges im Ausland. Ich will hoffen, dass er dich nicht auf grausame Art und Weise foltern und verfluchen würde, aber ich muss zugeben, ich würde nicht darauf wetten, dass die Chancen zu deinen Gunsten stehen. Also würde ich von regelmäßigen Besuchen hier absehen. Willst du eine komplette Tour, bevor wir wieder gehen? Damit du dich versichern kannst, dass nicht zufällig etwas herumliegt, mit dem du mich ermorden willst. Er gestikulierte Richtung Tür und Hermine ging nach draußen. Er folgte dicht hinter ihr, nachdem er die Tür sorgfältig zurückgezogen hatte. Hermine konnte einen magischen Impuls spüren, als er sie verschloss. Das Gefühl der Dunkelheit verschwand aus der Luft um sie herum. Die Tür war mit vielen Schutzzaubern belegt. Hermine wurde klar, dass dies wahrscheinlich eine der unzähligen Zimmer war, die sie nicht betreten sollte. Sie fragte sich, ob die anderen Zimmer, von denen er sie fernhielt, genauso verseucht mit dunkler Magie waren. Astoria hat mir nicht gesagt, dass ich irgendwo nicht hineingehen soll, also bin ich davon ausgegangen, dass ich das ganze anwesende kunden darf, sagte sie. Ich bin mir sicher, sie wäre begeistert davon, wenn du ein tragisches Ende finden würdest. Wenn wir mal die Demütigung durch deine bloße Existenz beiseite lassen, würde es vermutlich auch mit meinem Untergang einhergehen. Dann würde sie eine wohlhabende Witwe sein, und sie könnte noch öffentlicher all ihren geschmacklosen Affären nachgehen, als sie es jetzt eh schon tut, sagte Malfi unberührt. Hermine schaute zu ihm auf. Und stört dich das nicht? Er blickte mit einer kalten Mine zu Hermine. Mir wurde befohlen, sie zu heiraten, und deshalb habe ich sie geheiratet. Mir wurde nie befohlen, dass ich mich um sie sorgen sollte, sagte er. Du hörst dich so versklavt an, wie ich es bin, sagte sie mit einem spöttischen Unterton. Malfi stoppte mitten im Gang, drehte sich langsam zu ihr um und zog eine Augenbraue hoch. Er betrachtete sie für einige Sekunden und Hermine stoppte ebenfalls, um zu ihm zurückzustarren. Versuchst du mich zu provozieren oder mein Vertrauen zu gewinnen, Schlammblut? Wie unglaublich gewagt von dir. Hermine beobachtete sein Gesicht für einige Momente, bevor sie selbst eine Augenbraue nach oben zog. Du hast doch selbst schon daran gedacht, sonst wärst du jetzt gekränkt gewesen, sagte sie. Er studierte ihr Gesicht für einige Momente, bevor sich langsam ein Lächeln über seine Lippen zog. Du wirkst fast wie ein Gryffindor. Ich war schon immer ein Gryffindor, antwortete sie. Seine Augen blitzten leicht auf. Das ist wahr. Ich nehme an, dass bist du, sagte er. Der Moment zog sich. Sie schauten sich nur gegenseitig an. Hermines Augen verengten sich, als sie versuchte, ihn einzuschätzen. Es schien unmöglich, dass er gerade mal 24 Jahre alt war. Niemand so junges sollte eine solch eiskalte Wut in seinen Augen haben. Hermine hat viele Gesichter gesehen, die von Krieg gezeichnet waren, aber Malfoys war einzigartig. Er war so kontrolliert verschlossen, aber in seinen Augen herrschte ein Sturm. Sie sahen aus, als ob sie die Kraft des Meeres in sich hatten. Wie viele Leute hat er ihm gebracht? Leute, die er kannte, Leute, die er nicht kannte. Nichts davon schien ihn zu stören. Sein Gesicht wurde nicht von Besorgnis gezeichnet, jung und gleichgültig. Sie konnte jedoch den Krieg in seinen Augen sehen. All die Tode, die er verursacht hat, als ob das Graue in ihnen Geister wären. Ginny. Er hat Ginny umgebracht. Poppy Pomfrey. Sie ist die Erste gewesen, die Hermine im Heilen unterrichtet hatte. Neville. Hermines Ersten Freund in der Zauberwelt. Moody. Malfoy hat jeden umgebracht, der nach dem Tod noch übrig war. Er hat den Orden des Phönix ausgelöscht. Sogar mit dem Einfluss des Krankes konnte sie dem Hass und der Wut nicht entkommen, die sie für ihn empfand. Sie hasste ihn nicht nur emotional. Die Wut über alles, was er zerstört hat, war ein Konstrukt in ihren Gedanken. Er verdiente es zutiefst zu leiden für all das, was er getan hat. Sie musste keine Emotionen haben, um das zu glauben. Sein Leben schien bizarrerweise leer von allem Zufriedenstellenden. Was trieb ihn an? Sie öffnete ihren Mund, um ihn anzustacheln, aber hielt sich dann doch zurück. Sie musste vorsichtig vorgehen. Sie wollte mir darüber nachdenken. Er grinste, als er sah, wie sich ihr Mund widerschloss. »Stellst du dir ein psychologisches Bild von mir zusammen?« fragte er. Hermine verzog ihren Mund zu einem schwachen Lächeln. »Ja«, sagte sie. »Ich freue mich schon darauf, es zu sehen«, sagte er und drehte sich um, um den Gang weiter hinunterzulaufen. Sie seufzte und schaute ihm nach. Plötzlich hörte man das Klappen von Absätzen und Astoria kam um die Ecke gelaufen. Als sie Hermine und Malfoy erblickte, fängten sich ihre Augen und ihre Lippen pressten sich zusammen. »Warten wir jetzt alle gesellig?« fragte Astoria mit bitter süßer Stimme. »Nur eine Tour durch das Anwesen«, sagte Malfoy gekünstelt. Astorias Gesicht wurde leicht blass. Die Tür des Zeichenzimmers im Südflügel stand offen. »Wahrscheinlich haben die Hauselfen sie offen gelassen«, sagte Astoria steif. »Tatsächlich«, sagte er in deinem Grinsen. »Ohne Zweifel waren es die Hauselfen.« »Ich dachte, du hättest heute Geschäfte zu erledigen«, sagte Astoria und erlädte einfach das Thema. »Du hast gesagt, dass ein Tag ziemlich voll ist, als ich dich gefragt habe, ob du bei der Wohltätigkeitsveranstaltung heute Nachmittag vorbeischauen kannst und dennoch bist du hier und gibst eine Tour durch das Anwesen.« Hermine stand unschlüssig zwischen Malfoy und Astoria. Da war etwas extrem Instabiles an Malfoys Frau und Hermine war darauf bedacht, nicht ihre Aufmerksamkeit oder Wut auf sich zu ziehen. Sie konnte sich jedoch auch nicht aus der angespannten Unterhaltung zurückziehen, ohne es offensichtlich zu machen. Sie blieb einfach still und beobachtete das Szenario aufmerksam, während sie versuchte, unauffällig zu sein. Die Worte trieften nur so von gegenseitiger Abneigung. Astoria kochte fast vor verschleiertem Groll. Ihre Zähne waren leicht zu sehen, als sie zu ihrem Ehemann nach oben schaute. »Der dunkle Lord war sehr spezifisch darüber, dass das Schlammblut Vorrang über alles hat«, sagte Malfoy mit einem kalten Ausdruck. Astoria stieß schrilles, hysterisches Lachen aus. »Mein Gott, ich wusste nicht, dass Nachkommen so wichtig sind«, sagte sie und blickte auf Hermines Bauch. »Es sind die Anweisungen des dunklen Lords, die wichtig sind«, sagte Malfoy. Er schien langsam gelangweilt von der Situation. Er schaute seine Frau nicht mal an. Hermine realisierte, dass er über Astorias Kopf hinweg in einen Spiegel schaute, in dem er sich selbst und Hermine sehen konnte. »Wenn er mich gefragt hätte, Flubberwürmer zu züchten, würde ich es mit der gleichen Hingabe tun.« Hermine hätte beinahe geschnaubt. »Mir ist bis jetzt nicht aufgefallen, dass die anderen Zuchtstuten so viel Hingabe benötigen. Du lässt nicht mal jemanden in ihrer Nähe. Es ist so, als ob du sie horten würdest«, erwiderte Astoria schnippisch. Malfoy lachte in sich hinein und ein boshaftes Glitzern erschiel in seinen Augen, als sie auf Astorias Gesicht herabschauten. Ein Blitzen der Unsicherheit flackerte in Astorias Augen auf, als ob sie von der uneingeschränkten Aufmerksamkeit, die ihr Mann ihr plötzlich entgegenbrachte, überrascht worden wäre. »Ich dachte, du hättest es deutlich gemacht, dass du sie nicht sehen willst, Astoria. Ist das nicht richtig?«, sagte Malfoy. »Sein Ton war leicht, fast schmeichelnd, aber es lag ein frostiger Unterton darin.« »Wer ist dir lieber, wenn ich sie mit mir rumzeigen würde? Soll ich sie mit zur Oper nehmen? Vielleicht könnte sie mit uns auf das Titelblatt des Tagespropheten nächstes Jahr an Silvester, hm? Die ganze Welt weiß schon, dass sie mir gehört. Willst du, dass ich es nochmal wiederhole?« Astoria wurde sichtlich blasser und schaute mit versteckter Abscheu zu Hermine. »Mir ist egal, was du mit ihr machst,« stieß Astoria wütend hervor, drehte sich auf dem Absatz um und stürmte in die andere Richtung davon. Die Instabilität in der Luft löste sich mit dem leiser werdenden Geräusch ihre Schritte auf. Malfoy sah Astoria mit einem genervten Gesichtsausdruck hinterher. Er drehte um und richtete seinen finsteren Blick auf Hermine. »Du hast meine Frau verärgert, Schlammblut,« sagte er. Hermine schaute zu ihm auf. Es schien fast so, als ob er eine Entschuldigung erwartete. »Meine bloße Existenz verärgert sie,« antwortete sie ungerührt. Sie schaute ihm in die Augen. »Wenn es dich so sehr stört, gibt es eine ganz einfache Lösung dafür.« Er schnaubte und schaute sie von oben bis unten an. »Der Trank hat wirklich eine interessante Wirkung auf dich,« sagte er. Er sah sie so unverwandt an, als ob er sie in seinen Erinnerungen verankern würde. Sie begegnete ruhig seinem Blick. Sie wünschte sich, dass sie so ruhig bleiben könnte, ohne sich so betäubt zu fühlen. Es gab so viele Dinge an ihm, die sie entdecken und herausfinden wollte, wenn sie nur ihrer Psyche zügeln könnte und sich selbst in den Griff bekommen würde. Es gab so vieles an ihm, das so wenig Sinn für sie ergab, wenn sie dem Ganzen nur näher kommen könnte. »Es fühlt sich an, als ob ich wieder atmen kann,« sagte sie, »als ob ich für so lange Zeit am Ertrinken war, dass ich vergessen habe, wie sich Sauerstoff anfühlt.« Sie verzog ihr Gesicht zu einer Grimasse. »Der Entzug lässt jedoch zu wünschen übrig.« Er lachte und sein Blick ließ endlich von ihrem Gesicht ab. »Wenn ich dich nicht wirkend am Boden lassen würde, würdest du vielleicht den Fehler machen und denken, dass ich mich sorge,« sagte er mit einem abweisenden Ton. Hermine schaute ihn an. »Du wirkst überraschend beunruhigt darüber, dass ich so etwas denken könnte,« sagte sie und beobachtete ihn kühl. Murphy machte eine kurze Pause und starrte sie für einen Moment an, bevor sich langsam ein katzenähnliches Lächeln auf seinen Lippen ausbreitete. »Machen wir jetzt also mit dem Vorhaben weiter,« Hermine kniff ihre Augen zusammen. »Wie war dein Plan nochmal? Den Südflügel erkunden? Versuchen, die Küche zu finden? Nach Gartenschuppen oder Stellen suchen?« »Malfoy finden und versuchen, eine Schwäche zu finden, um sie auszunutzen?« »Sind wir schon so weit vorangeschritten?« »Ziemlich effizient.« Hermine starrte ihn an. Hermine wollte wütend sein, aber der Trank unterdrückte eine solche Reaktion erfolgreich. »Du warst letzte Nacht in meinem Kopf,« sagte sie schließlich. »Ich habe versucht zu schlafen, aber du hast ziemlich laut nachgedacht,« sagte er in einem gelangweilten Ton. Er zupfte einen nicht existierenden Fussel von seiner Robe und schaute im Foyer umher, als ob er ein Innenausstatter wäre. »Nun, dann viel Spaß,« sagte er nach einem Moment. »Die Ställe sind hinter den Rosengärten auf der Südseite des Anwesens.« »Und der Gartenschuppen ist auf der entferntesten Seite des Heckenlabyrinths.« »Ich habe alles überprüfen lassen, sodass du die Heckenscheren und Mistgabel nicht anfassen kannst.« »Du wirst vielleicht dazu in der Lage sein, mich mit einem Zaumzeug zu erwürgen, aber ich glaube irgendwie nicht, dass du dich dazu überwinden kannst, das tatsächlich zu tun.« Er grinste auf ihre Handgelenke hinunter, bevor er sich umdrehte und die Treppen ohne ein weiteres Wort nach oben gingen. Hermine stand da und schaute ihm zu, wie er der Gang hinunter verschwand und schaute sich dann um. Sie dachte darüber nach, während sie ihren nächsten Schachzug plante. Er hat ihre Gedanken die Nacht zuvor gelesen. Es war nicht wirklich überraschend, aber es ließ alles, was sie tat, schrecklich nutzlos erscheinen. Er musste nicht einmal warten, um der Gelement dich auszuüben. Er konnte einfach ihre Pläne aus ihren vordersten Gedanken auflesen. Sie ging in ihr Zimmer zurück und zog ihren Mantel und ihre Stiefel an. Als sie das Haus über die Veranda verließ, fing sie an, gedanklich in zwei Schritten nach oben zu zählen. Während sie zählte, ließ sie ihre Gedankenträger herumirren. Draco Malfoy war ein Rätsel. Da waren so viele Widersprüche, die unter seiner kalten Oberfläche herumschwammen. Was waren seine Ziele? Er schien sich immer mehr Macht zusammenzusammeln, ohne einen bestimmten Gebrauch dafür zu haben. Sie wusste, dass er an Befehle gebunden war, die er nicht missachten konnte. Astoria heiraten, seine Blutlinie mit Halblütern zu besudeln, Hermine unter dauerhafter Beobachtung zu behalten. Er folgte Voldemorts Befehle mit voller Hingabe, obwohl er keinen offensichtlichen Gefallen daran fand. Was sprang für ihn dabei heraus? Was trieb ihn an? Seine Macht und sein Status schienen unwichtig. Er schien nicht mehr Vorteile daraus zu ziehen, wie er es nicht auch als ein mittelständiger Todersager getan hätte. Sechundsechzig, achtundsechzig, siebzig. Natürlich übersah Hermine vielleicht etwas. Er verschwand für mehrere Tage irgendwo hin und sie hatte keine Ahnung, was er machte. Es konnte unzählige Dinge geben, die er machte, von denen sie keine Ahnung hatte. Da war etwas, das sie übersah. Ein Detail, von dem sie das Gefühl hatte, dass sie es unterbewusst wusste, aber es einfach nicht festmachen konnte. Irgendwas. Irgendwas. Wie ein Puzzle, das sie zusammensetzte, gebaut aus den widersprüchlichen Informationen, die sie in ihren Gedanken zusammengetragen hatte. 134, 134, 136. Sie fühlte, wie etwas im hinteren Teil ihrer Gedanken aufbrach. Und eine Seite eines stark abgenutzten Notizbuches voller handschriftlicher Notizen erschien vor ihren Augen. Ein Krieg ist das Leben des Menschen gegen die Bosheit des Menschen. Die Klugheit führt, indem sie sich der Kriegslisten hinsichtlich ihres Vorhabens bedient. Nie tut sie das, was sie vorgibt, sondern zielt nur, um zu täuschen. Mit Geschicklichkeit macht sie Luftstreicher. Dann aber führt sie in der Wirklichkeit etwas Unerwartetes aus, stets darauf bedacht, ihr Spiel zu verbergen. Eine Absicht lässt sie erblicken, um die Aufmerksamkeit des Gegners dahin zu ziehen, kehrt ihr aber gleich wieder den Rücken und zieht durch das, woran keiner gedacht. Jedoch kommt ihr andererseits ein durchdringender Schafsinn durch seine Aufmerksamkeit zuvor und belauert sie mit schlauer Überlegung. Stets versteht er das Gegenteil von dem, was man ihm zu verstehen gibt und erkennt zugleich, dass alle falsche Miene machen. Die erste Absicht lässt er immer vorübergehen, wartet auf die zweite, ja auf die dritte. Indem sie jetzt die Vorstellung ihrer Künste erkannt sieht, steigert sie sich noch höher und versucht nunmehr durch die Wahrheit selbst zu täuschen. Sie ändert ihr Spiel, um ihre List zu ändern und lässt das nicht erkünstelte als erkünstelt erscheinen, indem sie so ihren Betrug auf vollkommenste Aufrichtigkeit gründet. Aber die beobachtende Schlauheit ist auf ihrem Posten, strengt ihren Schafblick an und entdeckt die in die Licht gehüllte Finsternis. Sie entziffert jenes Vorhaben, welches je aufrichtiger, desto trügeriger war. Auf solche Weise kämpft die Arglist des Pythons gegen den Glanz der durchdringenden Strahlen Apollos. Hermine stoppte und wunderte sich, woher die Worte kamen. Sie erkannte das Buch nicht wieder. Sie hatte die Worte auswendig gelernt. Sobald sie die Worte in ihrer Erinnerung gesehen hatte, erinnerte sie sich daran, sie auswendig gelernt zu haben. Das Leben des Menschen gegen die Bosheit des Menschen. Sie sagte sich die Worte ein paar Mal selbst vor. Dann fing sie an, immer jede dritte Zahl zu zählen, als sie weiter in die Richtung des Labyrinths ging, in der laut Malfoy der Gartenschuppen lag. Der Tag verstrich nutzlos, gefüllt mit weiteren Zähnen. Sie konnte nichts Nützliches während ihrer letzten Erkundungstour des Malfoys Anwesens finden. Der Gartenschuppen, zu dem Malfoy ihr den Weg gekleid hatte, war zugesperrt. Sie fand heraus, dass Malfoy einen Stall mit geflügelten Pferden hatte, gigantische Abraxa, Graniana und Aetons. Alle starrten zu ihr hinunter durch die verriegelten Stalltüren und stampften mit den Hufen, als sie näher kam. Ein anmutiger Graniana war der einziger, der nicht zurückwich, als Hermine näher kam. Er bewegte seine quallenden Flügel und streckte seine Nase durch die Sterbe. Er wirhte und streckte seinen Kopf in Hermines Richtung. Hermine streichelte leicht seine samtigen Nüsten und spürte die Wärme seines Atems auf ihrer Hand. Wenn ihr verstanden nicht betäubt gewesen wäre, hätte sie wahrscheinlich geweint bei der Realisierung, dass das Pferd die erste, warme und sanfte Berührung ist, die sie seit Jahren bekommen hat. Sie stand für einige Minuten da, streichelte den Kopf des Pferdes und das Kinn, während es an ihren Roben schnupperte, in der Hoffnung, dass es vielleicht einen Apfel oder eine Karotte darin finden würde. Als es feststellte, dass Hermine nichts im Angebot hatte, zog es seinen schmalen Kopf zurück hinter die Sterber und ignorierte sie. Hermine blieb länger dort, als sie hätte müssen. Hermine ging zu den Wegen zurück und fand den Eingang zu Malfoys Anwesen. Große eisengeschmiedete Tore, die geschlossen waren und sich nicht von Hermine öffnen ließen. Hermine war sich nicht sicher, was sie getan hätte, wenn sie sich geöffnet hätten. Sie wanderte so viel wie möglich auf dem Anwesen umher. Sie fand den Familienfriedhof. Unzählige Grabsteine und Mausoleen vergraben unter Schnee. Die Malfoy-Familie war sehr alt. Nur ein Mausoleum war sorgfältig vom Schnee befreit. Auf jeder Seite der Tür blühten verzauberte gelbe Narzissen. Hermine las die Wörter, die in der Marmor gemeißelt waren. Narzisse Black Malfoy, geliebte Ehefrau und Mutter. Astra in client, said non obligant. Ein großer Grabstein von Bellatrix Lestrange war ganz in der Nähe. Das Wappen der Black-Familie schmückte in Marmor. Hermine verließ den Friedhof wieder und erkundigte weiter das Anwesen. Es fühlte sich endlos an. Isoliert. Ununterbrochener, schneebedeckter Hügel, so weit das Auge reichte, blendend weiß unter dem blauen Himmel. Als es dunkel wurde, streifte Hermine weiter herum. Sie schaute nach oben in die Sternenkonstellation, bis sie bemerkte, wie die Wirkung des Trankes langsam nachließ. Ihr ging es so schlecht am nächsten Morgen, dass sie dachte, sie müsste sterben. Sie übergab sich auf den Boten neben ihrem Bett und sie brauchte Stunden, um sich endlich ins Badezimmer zu schleppen. Sie wusste nicht, ob sie immun gegen den Trank werden konnte, aber sie glaubte nicht, dass es möglich war, es weiter zu überleben, um es rauszufinden. Selbst wenn ihn Malfoy noch einmal schicken sollte, bezweifelte sie es, dass sie dazu in der Lage sein würde, sich noch einmal dazu zu überwinden, ihn zu nehmen. Sie war zwei Tage lang krank, gegen das Fenster gelehnt, als sie zitternd und den Trank aus ihrem System schwitzte. Sie krübelte wieder und wieder über Malfoy und das Zeichenzimmer im Südflügel nach, als sie nicht mehr zu fiebrig war, um einen klaren Gedanken zu fassen. In der zweiten Nacht träumte sie von Ginny. Sie sah zusammengekauert neben einem Bett und weinte leise. Sie sah erschrocken zu Hermine auf, als sie ins Zimmer kam. Ginny's Gesicht war vor Qual verzogen, als sie sich umdrehte und Hermine erblickte. Ihre Brust behebte und sie zog schneller, abgehackte Atemzüge durch ihren offenen Mund. Sogar ihre roten Haare waren ganz nass von den Tränen. Als Hermine auf Ginny zuging, rutschten ihre Haare zurück und entblößten eine grausame, lange Narbe, die sich von der Stirn bis zum Kinn über ihre eine Gesichtshälfte zog. Ginny, sagte Hermine. Ginny, was ist los? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Ginny zwang die Worte heraus und fing noch mehr als das Weinen an. Hermine Ich weiß nicht, wie. Ginny unterbrach sich, als sie nach Atem rang. Erstickende, schnappende Laute kamen aus ihrem Mund, als sie gegen ihre spastische Lunge ankämpfte. Es ist alles gut. Atme. Du musst atmen. Dann erzähl mir, was los ist und ich werde dir helfen, versprach Hermine ihr, als sie mit ihrer Hände langsam Ginny's Rücken rauf und runter strich. Atme einfach. Einatmen bis vier. Und kurz die Luft anhalten. Und dann durch die Nase wieder aus bis sechs. Ganz langsam. Ich atme mit dir, okay? Komm, atme mit mir. Ich bin für dich da. Ginny weinte nur noch mehr. Es ist okay. Sie wiederholte Hermine, als sie anfing, demonstrativ tief Luft zu holen, damit Ginny es nachmachen konnte. Sie hielt Ginny fest im Arm, sodass sie Hermines Atemzüge spüren konnte als unterbewussten Anhaltspunkt. Ginny weinte noch für einige Minuten weiter, bevor ihre Schluchzer weniger wurden und ihr Atem sich verlangsamte und sie anfing, Hermine nachzumachen. Willst du mir erzählen, was los ist oder soll ich losgehen und lieber jemand anderen herbringen? Fragte Hermine, als sie sich sicher war, dass Ginny nicht weiter hyperventilierte. Nein, du kannst nicht, sagte Ginny sofort. Oh Gott, ich weiß nicht. Ginny fing wieder an Hermines Schultern das Weinen an. Sie hat noch immer geweint, als Hermine aus dem Traum aufwachte. Hermine nickte die Erinnerung noch einmal in Gedanken durch. Ginny hat fast nie geweint. Als Percy gestorben ist, hat sie tagelang geweint, aber je weiter der Krieg voranschritt, desto mehr versiegten ihre Tränen, genauso wie die von allen anderen. Ginny hat kaum geweint, als Arthur verflucht wurde oder als George fast gestorben war. Hermine konnte sich nicht daran erinnern, dass Ginny je viel geweint hat. Hermine ging die Erinnerungen immer und immer wieder in Gedanken durch, um den Zusammenhang zu verstehen. Sie konnte sich nicht an die Narbe auf Ginny's Gesicht erinnern. In Erinnerung schienen sie schon ein paar Monate alt zu sein, aber Hermine hatte keine Erinnerung daran, wie Ginny sie bekommen hat. Es sah so aus, als ob jemand gewaltsam einen Teil von Ginny's Gesicht mit einem Messer ausgeschnitten hatte. Hermine fragte sich, ob sie diejenige gewesen war, die sie geheilt hatte. Kapitel 15 Hermine hatte wieder ihren furchtbaren Zeitraum erreicht. Der Tisch erschien wieder in der Mitte ihres Zimmers und sie fühlte sich resigniert bei seinem Anblick. Es hat angefangen, sich unausweichlich anzufühlen. Unausweichlich. Hermine stellte mit einem niedergeschlagenen Gefühl fest, dass sie sich an ihren Käfig gewöhnte. Malfoy würde sie über einen Tisch vergewaltigen, und der Gedanke ist für sie eine Tatsache geworden. Sogar das Wort Vergewaltigung schien nicht mal mehr wirklich als Beschreibung zu passen. Alles fing an sich weniger anzufühlen. Körperlich und psychisch. Die Furcht hat angefangen, weniger zu werden, als ihr Verstand sie dazu zwang, sich anzupassen. Sie fühlte sich nicht mehr so, als ob ihr gleich schlecht werden würde. Ihr Herz schlug nicht mehr wie verrückt. Das Gefühl in ihrem Magen war nicht mehr so schlimm, dass sie dachte daran, ersticken zu müssen. Ihr Verstand vertrete sich selbst in Rationalisierung, versuchte sich anzupassen, damit sie überlebte. Wenn ihre Situation besser werden würde, wäre sie weniger dazu geneigt, einen Fluchtversuch zu starten. Weniger dazu geneigt, Malfoy zu provozieren. Auf wissenschaftlicher Ebene konnte sie es verstehen. Aus der Sicht einer Heilerin konnte sie die Psychologie und Physiologie erklären. Es wäre unmöglich, in einem dauerhaften Zustand der Angst, des Grauens, der Furcht zu bleiben. Ihr Körper konnte sich nicht in einem konstanten Zustand von Flucht oder Kampf befinden. Sie ist dazu gezwungen, sich entweder anzupassen, oder sie würde wahnsinnig werden. Der Trank, den Malfoy ihr verabreicht hatte, hat wahrscheinlich dazu beigetragen, den Vorgang zu beschleunigen. Die Wissenschaft dahinter zu verstehen, machte ihre Erkenntnis nicht besser. Es machte es schlimmer. Sie wusste, in welche Richtung ihr Verstand ging. Sie gewöhnte sich an das Anwesen. Der Gedanke erschütterte sie zutiefst. Sie starrte den Tisch an und wusste nicht, was sie dagegen tun könnte. Es war ja nicht so, als ob sie ihn bekämpfen könnte. Sie konnte sich nicht noch mehr wieder setzen, als sie es ohnehin schon tat. Wir taten nichts, um sie zu verletzen. Wenn sie dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit schenken würde, sich davon abhalten würde, mit den Gedanken, woanders zu sein, würde es alles eher schlimmer als besser machen. Sie musste abhauen. Das war alles, was sie tun musste. Sie musste einen Weg finden. Kein Käfig war perfekt. Niemand war perfekt. Es musste etwas an Malfoy geben, das sie benutzen konnte. Sie musste nur rausfinden, was es war. Sie musste. Sie musste. Sie sagte sich diesen Ansatz immer und immer wieder vor, als sie durch das Zimmer lief und sich über den Tisch beugte. Füße auseinander. Denk nicht darüber nach, sagte sie zu sich selbst. Schlimmere Dinge würden passieren, wenn sie sich darüber nachdenken lassen würde. Ich werde abhauen, versprach sie sich selbst. Ich werde irgendwo hingehen, wo die Leute nett und freundlich sind und wo ich frei bin. Sie kniff ihre Augen zusammen und zeigte sich dieses Versprechen immer und immer wieder vor, bis sie hörte, wie die Tür aufging. Sie beobachtete, wie die Tage im Januar an ihr vorbeizogen. Malfoy kam für fünf Tage zu ihr. Am sechsten Tag erschien er wortlos und untersuchte ihre Erinnerung. Er schien beschäftigt zu sein. Sie war auf sich alleine gestellt. Sie faltete Origami. Sie erkundete das Haus. Sie erkundete die Ländlichkeiten. Sie las die Zeitung. Die Berichte über Kriegsgeschehnisse wurden immer weniger. Die öffentliche Faszination über die Leihmütter nahm langsam einen Großteil der Gesellschaftszeiten ein. Sie tauchten immer regelmäßiger auch in der Öffentlichkeit auf, trotteten nebenher, wurden mit in die Oper genommen. Sie wurden behandelt, als ob sie exotische Haustiere wären. Die Bilder der Mädchen mit Hauben wurden immer von wildem Getratsche begleitet. War das ein kleiner Bauch? Oder nur die Art, wie ihre Roben fielen? Unbekannte Zeugen sagten Sachen wie, es besteht die Chance, dass die Flints bis Ende des Jahres einen neuen Namen in ihrem Staunbaum hinzufügen können. Hallorin Stroud war kurz angebunden, was so noch mehr Raum für Spekulationen schuf. Hermines Panikattacken schienen fast der Vergangenheit anzugehören. Sie hat ihre Grenzen ausgetestet und versucht, sie zu erweitern. Wenn sie sich konzentrierte und sich selbst damit ablenkte, Porträts zu betrachten und das Anwesen und die Wendlichkeiten zu erkunden, schaffte sie es, ruhig zu bleiben. Wenn sie versuchte, nicht über den Krieg und über jeden, der tot war, nachzudenken. Sie wurde so gut darin, sich abzulenken, dass sie manchmal für einen kurzen Moment vergaßt, was sie verdrängte. Sie atmete ein und erlebte einen Moment, in dem sie sich nicht gebrochen oder trauernd oder verzweifelt fühlte. Wenn es nur ihre Einsamkeit war, die sich vor ihr erstreckte. Die Schuldgefühle, die sie nur einen Moment später übermannte, waren so kalt und bitter wie Meereswasser. Sie erstarrte für einen Moment und schluckte den Klosters Grauens in ihrem Hasin unter und erneuerte das Versprechen, dass sie abhauen würde. Aber sie konnte nicht abhauen. Sie untersuchte das Haus von oben bis unten. Sie fand einen sehr Zauberschach und spielte Spiele gegen sich selbst. Sie baute Kartentürme mit einem Stapel Karten, die sie in einer Schublade gefunden hat. Sie besuchte die Pfade. Es gab keinen Weg, um zu fliehen. Sie versuchte, Malfoy zu finden, schaffte es aber nie. Sie wusste ja nicht einmal, ob er im Haus war. Er hätte woanders sein können oder nur hinter einer Tür, die sie nicht öffnen konnte. Manchmal fühlte es sich aber so an, als ob er ihr absichtlich aus dem Weg ging. Sie hatte keine Ahnung, wie sie fliehen sollte. Hermine sah Astoria immer häufiger. Das vertraute Geräusch von Absätzen in der Ferne und Hermine wurde recht geschickt darin, sofort hinter einem Vorhang oder in einem Angestelltengang zu verschwinden. Die Angestelltengänge waren mit geschickt versteckten Gucklöchern versehen. Hermine nahm an, dass sie nur Hauselfen in Anspruch nahmen, dass die Tunnel schon immer hauptsächlich zum Spionieren verwendet wurden. Das Anwesen war voll mit ihnen. Manche waren offensichtlich, andere waren verdammt gut versteckt. Hermine fand sie alle. Wann immer die Dimension eines Raumes nicht ganz passte, machte Hermine sich an die Arbeit. Sie klopfte leicht an den Wänden entlang und drückte jeden Ast im Holz und drehte an jedem Wandleuchter und an jeder Schraube, bis sie spüren konnte, wie etwas nachgab. Manche Türen tauchten auf magische Art und Weise auf, andere waren aus durchdachten Mechanismen und Drehapparaten gebaut. Astoria war kaum alleine, wenn Hermine sie sah. Sie war in der Begleitung des gleichen dunkelhaarigen Mannes mit breiten Schultern, auf den Hermine schon an Silvester einen Blick erhascht hatte. Es wurde bald deutlich, dass entweder Astoria oder ihr Geliebter etwas gegen Betten hatten. Das erste Mal, als sie sie sah, war Astoria fast nackt gegen ein Salonfenster gepresst. Es schien, als ob sie versuchten, in jedem Zimmer des Anwesens Sex zu haben. Hermine gab ihr Bestes, ihnen aus dem Weg zu gehen. Sie wollte sich nicht wirklich vorstellen, wie Mel für ihre Gedanken dazu verwenden würde, seine Frau dabei zu beobachten, wie sie in allen möglichen verschiedenen Positionen gefögelt wurde. Hermine belustigte der Gedanke, zuzuschauen, nur um ihnen damit eins auszuwischen, aber verwarf ihn wieder. Mel für schien es ziemlich egal zu sein, was Astoria machte. Es würde ihm wahrscheinlich sowieso nichts ausmachen. Es wäre nur sehr unangenehm für Hermine. Wann immer Hermine zufällig auf Astoria mitten im Geschlechtsakt stieß, wandte sie schnell ihre Augen ab und huschte wieder weg. Einige Zeit lang traf sie das Paar kaum angezogen an, aber nach einer Weile fand sie sie komplett begleitet vor. Hermine ist im Nordflügel durch das oberste Stockwerk gewandert, als sie sie draußen erblickte, wie sie den Schotterweg, der sich am Heckenlabyrinth entlang zog, hinuntergingen. Astoria redete angeregt und während sie sprach, drehte sich der Mann an ihrer Seite um und steuerte zum Nordflügel nach oben. Als Hermine sie beobachtete, konnte sie endlich das Gesicht des Mannes erkennen. Graham Montague. Hermine schaute geschockt zu ihm nach unten, als er aufmerksam die unteren Fenster des Flügels absuchte. Als er seinen Kopf weiter zurücklehnte, machte Hermine schnell einen Schritt zurück und aus seinem Sichtfeld heraus. Hermines Herz schlug plötzlich ganz schnell. Graham Montague war Astorias Liebhaber. Montague, der ganz zufällig in Hermines Zimmer gekommen war, an Silvester. Der erwartet hatte, dass Hermine ihn sofort erkannte. Er hatte eine Affäre mit Astoria. Er war fast täglich auf dem Anwesen. Er suchte mit einem Ausdruck der festen Schlossenheit die Fenster ab, wo Hermines Zimmer lag. War das alles ein Zufall? Könnte es überhaupt ein Zufall sein? Hermine überdachte alle Szenarios, die sie sich ausmalen konnte. Was wusste sie über ihn? Thetherian. Ehemaliges Mitglied des Inquisitionskommandos. Schwer verletzt durch Fred und George. Irgendwann während des Krieges hat sie ihn gekannt, ist aber vergessen. Er hatte eine Affäre mit Astoria. Er schien nach Hermine zu suchen. War er ein Todesser? Hermine wusste es nicht. Er musste Voldemorts Armee beigetreten sein, außer er hat im Ministerium gearbeitet. Er schien einen zu hohen sozialen Status zu haben, um nur ein Greifer zu sein, und erschien nicht allzu bekannt mit den Mysteriumsarbeitenden auf der Neujahrsparty. Hermine ging nochmal alles durch, an was sie sich von diesem Abend erinnern konnte. Sie ist so damit beschäftigt gewesen, Malfoy und die Leihmitte zu beobachten, dass Astoria und Montague zu selben Zeit verschwunden waren. Als sie ihn später am Abend beobachtet hat, hatte er sich unter die Leute gemischt. Er hat aber am vertrautesten mit Marcus Flint und Adrian Pusey gewirkt. Mal abgesehen von ihren verlorenen Erinnerungen, die den Krieg betrafen, war sich Hermine ziemlich sicher, dass Flint und Pusey, wenn sie sich richtig erinnerten, Todesser der mittleren Klasse ohne ein dunkles Mal waren. Sich ein dunkles Mal zu verdienen, galt als ausschlaggebende Ehrung. Eine Aufnahme in den sorgfältig ausgewählten inneren Kreis von Voldemort. Als Voldemorts Übernahme von Europa immer sicherer wurde, hat er weniger und weniger seiner Anhänger mit den dunklen Mal versehen. Das hieß also, dass die einzige logische Schlussfolgerung war, dass Montague auch ein Todesser war, ob mit oder ohne Mal, das wusste sie nicht. Außer... konnte es sein? Hermine war fast ängstlich, den Gedanken zu Ende zu führen. Dem Gedanken zu erlauben, in ihrem Verstand zu existieren, wo Malfoy ihn finden würde, aber sie konnte sich selbst nicht stoppen, ihn zu denken. Ist Montague ein Spion für den Widerstand gewesen? Ist das der Grund gewesen, warum er versucht hatte, mit ihr in Kontakt zu kommen, bevor er mit Malfoy weggegangen war? Sie fing an Astoria und Montague genau zu beobachten, wann immer sie keinen Sex hatten. Sie spionierte ihnen durch die Geheimgänge nach und ihr Verdacht, dass Montague andere Motive hatte, um auf dem Anwesen zu sein, wurde immer stärker. Er war extrem am Haus interessiert und seine Augen wanderten immer umher, wenn Astoria abgelenkt war. Hermine wog das Risiko ab, auf ihn zuzugehen. Er war kaum alleine. Astoria schien nie mehr als ein paar Meter von ihm entfernt zu sein. Wenn eine der wenigen Gelegenheiten aufkam, wo er alleine war, zögerte sie. Er schien so unbekannt. Wenn er jemand gewesen war, dem sie vertraut hatte, würde sie das doch instinktiv spüren. Sie versuchte vernünftig zu urteilen. Wenn er tatsächlich ein Mitglied des Widerstands war und sie zu früh auf ihn zuging, könnte sie ihn vielleicht auffliegen lassen. Wenn er keinen Weg hatte, die Fesseln zu entfernen, wäre alles umsonst. Hermine entschied sich dazu, die Zeit abzuwarten und ihn weiter zu beobachten. Lieber unbeschädigte Vermutungen als irgendwas Konkretes, das Malfoy von ihr erwarten konnte. Sie blieb unschlüssig. Halvin Stroud kam und fand heraus, dass Hermine schon wieder nicht schwanger war. Ihr Ausdruck schien irritiert, als sie die Diagnostikergebnisse betrachtete. Hermine schaute bestimmt auf die Uhr an der Wand. Warum ist ein Natriumspiegel so niedrig? fragte Halvin Stroud, nachdem sie noch ein paar mehr Tests durchgeführt hatte. Hermine schaute zu ihr. Mir wird kein Salz mit dem Essen zur Verfügung gestellt. Nicht? sagte Halvin Stroud überrascht. Was bekommst du zu essen? Hermine zuckte mit den Schultern. Gekochte Sachen, Gemüse und Fleisch und Eier und Rockenbrot. Warum? Warum? Ich habe angenommen, dass sie die Anweisung hatten, mir das zu geben. Es ist nicht so, als ob ich die Freiheit habe, irgendetwas in Frage zu stellen, sagte Hermine kalt. Du sollst eine ausgewogene Dehret haben. Salz eingeschlossen, sagte Halvin Stroud mit einem genervten Gesichtsausdruck. Sie streckte ihre Arme aus und berührte die Fesseln mit ihrer Zauberstabspitze. Eine Minute später kam Malfoy mit einem finsteren Blick ins Zimmer. Sie haben mich gerufen? sagte er. Ja, gibt es einen Grund, warum sie kein Salz bekommt? sagte Halvin Stroud. Malfoy blinzelte. Salz? Sie sagt, dass all ihr Essen gekocht ist und kein Salz enthält. Es fängt an, ihren Natriumspiegel zu beeinflussen, sagte Halvin Stroud. Ihre Augen verengten sich und sie schaute Malfoy an. Malfoys Augenbrauen zogen sich überrascht nach oben. Die Elfen wurden angewiesen, sie mit Mahlzeiten zu versorgen. Ich habe angenommen, sie würde das gleiche bekommen wie Astoria und ich, sagte er. Dann spannte er sich sein Kiefer an und seine Augen verengten sich. Astoria hat die Aufgabe, über das Menü zu schauen. Ich werde herausfinden, was passiert ist. Machen sie das. Der dunkler Lord wird durch den fehlenden Fortschritt ungeduldig. Wir wollen nicht, dass sich irgendetwas störend auswirkt. Das ist richtig, sagte Malfoy kühl und traf Halvin Strouds Blick. Falls es sonst nichts mehr gibt, ich muss zu meiner Arbeit zurück. Natürlich, hoher General. Ich werde sie nicht mehr weiter aufhalten, sagte Halvin Stroud. Sie schenkte ihm einen letzten Blick, bevor sie sich wieder zu Hermine umdrehte. An diesem Abend bekam Hermine ein komplettes Essen mit Beilagen und einem frischen Salat, Gewürzen und am wichtigsten einen Salzstreuer. Er war nicht mal aufgefallen, wie sehr sie Salz vermisst hatte, bis sie es endlich wieder hatte. Es war jedoch auch nicht gerade überraschend, dass Astoria die Hauselfen angewiesen hatte, sie auf eine Art Gefängnisdiät, Bauernkost, zu setzen. Hermine war sich nicht mal sicher, was sie damit erreichen wollte. Die Frau war seltsam. Ihre Empörung über Hermine schien sich in allem zu zeigen, mit dem sie davonkommen konnte. Und sie ist damit davongekommen. Für drei Monate. Ungefähr 270 Mahlzeiten. Hermine wollte nie wieder auch nur ein Stück verkochtes Gemüse essen. Malfoy kam in Hermines Zimmer, als sie fast mit Essen fertig war, und kam zu ihr hinüber, um das Essen auf ihrem Teller zu begutachten. Anscheinend muss ich mich persönlich von allem überzeugen, sagte er in einem finsteren Blick. Das Essen entsprach anscheinend seinen Vorstellungen. Du hättest etwas sagen können. Wenn ich anfangen würde, mich zu beschweren, dann wäre das Essen sicher nicht das Erste, was mir einfallen würde, antwortete Hermine, während sie eine Tomate aggressiv mit ihrer Gabel aufspießte. Er schenkte ihr ein seines Lächeln. Nein, ich nehme an, das wäre es nicht. Er ging zum Fenster und schaute nach draußen über die Landschaft, während sie fertig aß. Sie ließ sich mit Absicht Zeit und wiederholte in Gedanken alle nervigen Lieder, die sie in der Grundschule gelernt hatte. Als sie fertig war, schaute sie zu ihm rüber. Sie konnte nur noch sein Profil sehen und bemerkte, wie sein Blick unfokussiert wurde. Ich hoffe, du stirbst den langsamsten und grauenvollsten Tod, denn es gibt Malfoy, knurrte sie in Gedanken. Nach einem Moment blinzelte er und schaute emotionslos zu ihr herüber. Sie entgegnete seinen Blick ohne Reue. Habe ich mir notiert, sagte er und gestikulierte deine Richtung Bett. Hermine lief resigniert zum Bett und setzte sich auf die Kante, bevor sie zu ihm hoch sah. Sie blinzelte nicht, als seine kalten, silbernen Augen in ihr Bewusstsein sanken. Schlussendlich lag sie immer flach auf ihrem Rücken, wenn er endlich damit fertig war, durch ihre Erinnerung zu gehen. Er schaute sich die Erinnerung von Ginny mehrere Male an. Dann beobachtete er, wie sie Graham Montague nachspionierte und sich Gedanken zu ihm machte. Er zog sich aus ihrem Bewusstsein zurück. Montague hat sein dunkles Mal nach der letzten Schlacht bekommen, sagte er und schaute auf sie herab. Es war wegen, so wurde mir gesagt, der Anerkennung von außergewöhnlichen Diensten, die er vorzuweisen hatte. Er verzog sein Gesicht zu seinem spöttischen Lächeln, als er dies sagte. »Hast du auch einen außergewöhnlichen Dienst vollbracht?«, fragte sie, als sie zu Malfoy aufschaute. Sie hatte keine Ahnung, ob er sie über Montague anlog, ob er sich überhaupt dafür abmühen würde. Er schaute auf sie hinab und ein grausames, erbarmungsloses Grinsen erschien auf seinem Gesicht. »Aussergewöhnlicher als Montague's auf jeden Fall«, sagte er. Das Grinsen erlosch. Er schaute sie wieder an. Er beobachtete ihr Gesicht aufmerksam und ließ seine Augen dann über den Rest von ihr wandern. Sein Blick schien weicher und dunkler als sonst. Sie bemerkte verspätet, wie sie auf dem Rücken vor ihm lag. Sie spürte, wie ihre Haut aus Kribbeln anfing. Sie setzte sich schnell auf. Er schaute sie noch für einen Moment an, bevor er seinen Blick abwand und dann die Wand hinter ihr schaute. »Falls du irgendwelche Hoffnungen haben solltest, die mit Montague zu tun haben, solltest du sie vergessen«, sagte er kühl. Dann drehte er sich um und ging. Eine Woche später hatte Hermine einen neuen Traum mit Ginny. Hermine stand in ihrem Schlafzimmer im Grimauplatz, als Ginny hereinkam. »Du bist früh zurück«, sagte Ginny. Hermine schaute nach unten auf ihre Ohr. »Ja«, »ich hatte Glück heute«, sagte Hermine. »Ja«, sagte Ginny und sah leicht unbehaglich aus. »Ähm, ich wollte dich wegen etwas fragen«, Hermine wachete. Ginny strich sich nervös die Haare aus dem Gesicht. Ihr Gesicht war makellos. »Ich? Also, du weißt ja offensichtlich von Harry und mir«, sagte Ginny. Hermine nickte kurz. »Richtig. Also, die Sache ist die, ich wollte vorsichtig sein. Ich benutze schon den Zauberspruch dafür, aber da ist etwas an der Broward-Family. Die sind nicht wie andere Zaubererfamilien. Sie werden einfach irgendwie schwanger. Ron und ich waren beides Unfernachtenzwillingen. Also, ich habe mich gefragt, ob du mir einen Verhütungstrank machen könntest, wenn du Zeit dafür hast. Ich war nie gut in Zaubertränke. Wenn du keine Zeit hast, dann ist es auch okay. Dann kann ich Padma fragen. Ich weiß, du hast wahnsinnig viel zu tun. Ich wollte nur, ich wollte nur nicht, dass du denkst, dass ich dich nicht fragen will. »Natürlich. Ich wollte sowieso heute Abend ein paar Tränke brauen. Es ist einfach, diesen Trank auch noch zu machen. Hast du irgendwelche Vorlieben für den Geschmack? Die effektivsten schmecken nicht so gut. Mir ist egal, wie er schmeckt, solange er funktioniert«, sagte Ginny sofort. »Nun, ich habe schon ein paar Fläschchen von deiner Sorte da. Ich kann sie dir gleich geben, wenn du möchtest. Du hast schon welche?« Ginny blinzelte und scharrte Hermine misstrauisch an. »Hast du?« Hermine konnte sehen, wie Ginny die Liste an möglichen Männern in Hermines Leben durchging. »Du hast nichts mit Snape, oder?« stieß Ginny plötzlich hervor. Hermine starrte sie mit offenem Mund an. »Oh Gott, nein!« spuckte sie aus. »Ich bin eine Heilerin. Ich habe viele Dinge auf Vorrat. Du liebe Zeit. Was? Wie kommst du überhaupt?« Ginny sah etwas verlegen aus. »Es wirkt nur so, als ob er die einzige Person ist, mit der du dich mal länger unterhältst. Außer Fred. Aber er ist mit Angelina zusammen. Mit allen anderen schadest du dich immer nur. Und nicht auf eine heiße und genervte Verwöhnungssexartenweise.« »Das heißt noch lange nicht, dass ich mit ihm ins Bett steige«, murmelte Hermine. Sie hatte das Gefühl, dass ihr Gesicht gleich in Flämmen aufgehen würde. »Er ist ein Kollege. Ich beratschlage mich mit ihm über Zaubertränke.« »Du wirkst nur so einsam«, sagte Ginny und schaute Hermine lange an. Hermine stutzte und starrte Ginny an. »Du redest heutzutage mit niemandem mehr«, sagte Ginny. »Du bist früher immer mit Ron und Harry zusammen gewesen. Aber sogar bevor du weggegangen bist, um einer Heilerin zu warten, schienst du immer und immer mehr alleine zu sein. Ich dachte, vielleicht hast du ja jemanden. Zugegeben, Snape wäre eine fragwürdige Wahl aus so vielen Gründen. Aber es herrscht Krieg. Es ist zu viel, egal für wen, um damit alleine fertig zu werden. »Rum zu vögern, um zu vergessen. Das ist Ron's Ding, nicht meins«, sagte Hermine steif. »Außerdem ist es ja nicht so, als ob ich kämpfen würde.« Ginny sah sie für einen Moment nachdenklich an, bevor sie sagte, »Ich finde, dass die Krankenstation schlimmer ist, als es still achtfällt.« Hermine schaute weg. Sie hatte sich schon öfter gefragt, ob das nicht der Fall war, aber sie hatte niemanden, dem sie diese Frage stellen konnte. Ginny fuhr fort. »Ich muss jedes Mal daran denken, wenn ich hier bin. Auf dem Schlachtfeld ist alles fokussiert. Selbst wenn jemand verletzt ist, dann appariert man sie einfach weg und kommt zurück. Man gewinnt manche Schlachten. Man verliert manche. Manchmal wird man getroffen, dann schlägt man zurück. Und man bekommt Tage frei, um sich davon zu erholen, wenn es schlimm war oder wenn dein Kampfpartner gestorben ist. In der Krankenabteilung, da ist es so, als ob man jede Schlacht verliert. Ich bin jedes Mal mehr traumatisiert, wenn ich dort war, als ich es nach dem Kämpfen bin.« Hermine blieb still. »Und du bekommst dich mal frei«, sagte Ginny. »Du hast bei jeder Auseinandersetzung Dienst. Sie könnte dich entbehren, nicht mal um zu trauern. Ich weiß von Harry und Ron, dass du immer noch darauf trägst, die dunklen Künste zu verwenden, wenn du zu den Orten treffen gehst. Ich stimme dir nicht zu, aber ich verstehe es. Ich verstehe, dass du den Krieg aus einem anderen Blickwinkel siehst. Vermutlich aus dem Schlimmsten. Deswegen, ich meine ja nur, wenn du jemanden hast, dann würde es mich sehr für dich freuen. »Auch, wenn es Snape ist«, Hermine verdrehte die Augen. »Du sollst jetzt wahrscheinlich das Reden aufhören, wenn du immer noch einen Verhütungstrank haben willst«, sagte Hermine mit einem strengen Blick. Hermine wachte geschockt auf. Ginny und Harry waren ein Paar. Ginny und Harry sind zusammen gewesen und Hermine hatte keinerlei Erinnerung daran. Es kam nicht mal sowas wie eine Spur davon in ihrer Erinnerung. Sie hatte es komplett vergessen. Harrys und Ginny's Beziehung war etwas, das sie vergessen hatte. Absichtlich? Ist es das, was Hermine versteckt hatte? Ginny war noch am Leben, als Hermine gefangen genommen wurde. Ginny ist nicht in der letzten Schlacht gewesen. Sie ist nicht neben dem Rest der Weasleys zu Tote gefoltert worden. Hermine hatte gedacht, dass Ginny noch am Leben war, bis Hannah ihr vom Hohen General erzählt hatte. Wenn Voldemort von Ginny's einzigartiger Wichtigkeit für Harry gewusst hätte, wäre ihr Tod grauenvoll gewesen. Viel schlimmer, als was dem Rest der Weasleys widerfahren ist. Hermine hätte alles dafür getan, um Ginny zu beschützen. Ihre eigenen Erinnerungen weggesperrt, um sie zu verschonen. Für Harry. Und für Ginny selbst. Ginny ist immer eine zuverlässige Freundin während des Krieges gewesen. Sie standen sich nie sehr nahe, aber es war eine zuverlässige Freundschaft, auch dann, als sich tiefe Fröchen in Hermines anderen Freundschaften gezogen hatten. Ginny und Luna und Hermine hatten sich ein Zimmer im Grimauplatz geteilt, bis Luna gestorben ist. Aber Ginny war tot. Malfoy hat sie gejagt und sie getötet. Hermine fühlte sich, als ob ihr gleich schlecht werden würde. War es wirklich alles so nutzlos? Hat sie ihre Vergangenheit weggesperrt, um Ginny zu beschützen, weil sie nicht wusste, dass Ginny schon tot war? Hermine wurde einem Helfer übergeben und vor Voldemort gezerrt und alles nur, um jemanden zu schützen, der schon tot war. Und Snape? Hermine hatte sich sehr darum bemüht, seit sie freigelassen wurde, nicht über Snape nachzudenken. Sie hatte gedacht, er ist auf ihrer Seite gewesen. Er hat sie zu einer Zaubertrankmeisterin ausgebildet. Er hat unzählige Stunden seiner persönlichen Zeit damit verbracht. Kurz nachdem Dumbledore ermordet wurde, ist Cindy Karka zu Snapes Tür hinabgestiegen und hat mit fester Stimme gefragt. Wenn es eine Schlacht geben sollte, von welchen Zaubertränken sollte ich wissen, wie man sie macht, die ich wahrscheinlich nirgendwo zu kaufen finden würde? Anstatt eine spätische Bemerkung zu machen, hat er sie in sein Büro eingeladen. Bis Hogwarts geschlossen wurde, verbrach er sie jeden Abend bis späten die Nacht in seinem Büro. Sie braute einen anspruchsvolleren und komplizierteren Trank nach dem anderen. Als Hogwarts schilgelegt wurde, unterrichtete er sie weiter im Grimauplatz. Der rätselhafte Mann schien langsam vor Erschöpfung zu zerfallen, als er sie unterrichtet hatte. Er hat keine Energie mehr für Beleidigungen gehabt. Er ist streng und fordernd, aber großzügig mit seinem Wissen gewesen. Er schien einer der wenigen Leute gewesen zu sein, der sich auch für einen langen Krieg vorbereitet hat. Er hat ihr Stapelweise seine persönlich kommentierten Zaubertranktexte zum Lesen in die Arme geladen und ihr Karten aufgezeichnet, wo man am besten eigene Zutaten sammeln konnte, wenn es nur noch wenige Möglichkeiten zum Kaufen geben würde. Mitten in der Nacht und früh am Morgen hat er sie mit sich durch ganz England genommen. Er ist von einem zum nächsten Ort appariert, um ihr beizubringen, wie man die Pflanzen fand und wie man sie richtig erntete, damit die Wirkung erhalten blieb. Wie man Schlingen baute und wie man die Tiere und magische Kreaturen möglichst schmerzlos fing und tötete. Er hatte nicht mal was gesagt, als sie geweint hat, nachdem sie ihren ersten Mördler getötet hatte. Er hat sie unterrichtet, bis sie sich als Zaubertrankmeisterin qualifizierte. Sie ist seine überzeugte Verteidigerin während des Kriegs gewesen. Charlie Weasley hat angefangen, sie dafür zu hassen, dass sie sich fast immer auf Snape's Seite schlug. Sie verteidigte Snapes mit Toten und alles, was er tat, was als Todesse nötig war. Sie verteidigte ihn, als Harry und Ron ihn aus dem Orden schmeißen wollten. Sie seien ihn mehr als nur ein Kollegen oder Mentor. Er ist jemand gewesen, dem sie voll und ganz vertraut hatte. Es ist alles nur eine List gewesen. Ein cleverer Trick. Ohne Dumbledore, der für ihn einstehen würde, hat er sich eine neue Verfechterin gesucht. Er hat sie um seinen Finger gewickelt, indem er so großzügig mit seinem Wissen umgegangen ist. Er hat sich ihre Loyalität mit dem Titel der Zaubertrankmeisterin erkauft. Dann, als er erfolgreich war, hat er sie abgeschnitten. Er hätte die Chance gehabt, sie davor zu bewahren, in das Züchtungsprogramm gesteckt zu werden. Er hat sie aber abgelehnt. Er ist nach Rumänien abgehauen und hat sie dort zurückgelassen, um sich fortzupflanzen, um vergewaltigt zu werden. Sie ist so bitter und tief persönlich hintergangen worden, dass sie es kaum über sich brachte, darüber nachzudenken. Sie stand auf und fing an, die Zeitung zu lesen. Kapitel 16 Mitte Februar kam Dolores Umbridge während eines Mordanschlages auf den Zauberministerium ums Leben. Eine Statue von Voldemort ist im Hogwarts-Gefängnis enthüllt worden, um an die letzte Schlacht zu erinnern. Gefängnisdirektorin Umbridge stand auf einem Podium neben Minister Thickness, während Thickness eine Rede in Anwesenheit der Gefängniswärter, Reporter und ein paar Angestellte des Ministeriums hielt. Als das Banddurchschneiden stattfand, schoss ein Armbrustpfeil aus dem verbotenen Wald durch die Schutzzauber, verfehlte knapp den Minister und versank mitten in die Brust von Gefängnisdirektorin Umbridge. Sie ist nicht direkt gestorben. Splitter einer Halskette und der Pfeil verlangsamten die Blutung. Die Wärter, die zu unwissend über einfache mittelalterliche Waffen und grundsätzliches medizinisches Verständnis waren, haben den Pfeil herausgerissen. Dann ist sie innerhalb von wenigen Minuten gestorben. Der Mordversuch an den bekannten Zaubererminister ließ eine Welle des Schocks durch die britische Gesellschaft gehen. Die Widerstandsterroristen galten als nicht mehr existent. Dass sie mit so einem spektakulären Auftritt wieder auftauchten, brachte Chaos und die Todesse dazu, wieder in voller Montur auszurücken. Voldemort nahm den Angriff als persönliche Beleidigung auf. Montagues Besuche auf dem Anwesen wurden abrupt weniger. Astoria huschte durch das Anwesen und sah blass und paranoid aus. Hermine hörte, wie sie Malfoy mit schriller Stimme fragte, was genau er für Schutzzauber auf dem Anwesen angebracht hatte. Wann immer Hermine einen Blick auf Malfoy erhaschen konnte, schien er etwas anzuhaben, das wie eine Kombination von Kampfausrüstung und Jagdgewänder aussah. Er kam regelmäßig voller Schlamm zum Anwesen zurück und er sah fahl aus vor Wut. Hermine war begeistert. Sie las die Neuigkeiten wie besessen durch. Die Zeitung verkündete laut darüber, wie der Mordversuch fehlgeschlagen war. Hermine fand Umbridges Tod jedoch viel passender als das eigentliche Ziel des Angriffs. Thickness war nur eine Marionette. Umbridges Vergehen waren ihre eigenen. Aber die Genugtuung über die Vergeltung war nichts im Vergleich zu der Erleichterung, die sie verspürte, als sie herausfand, dass der Widerstand noch am Leben war. Hermine weinte eine halbe Stunde lang vor Glück. Sie fühlte sich unerwartet hoffnungsvoll für das erste Mal seit einer sehr langen Zeit. Dieses Wissen gab ihr noch tagelang ein federleichtes Gefühl. Als Hallorin Stroud wiederkam, um Hermine zu sehen, konnte man ihr deutlich ansehen, wie genervt sie damit war, dass Hermine noch immer nicht schwanger war. Sie vollführte eine Reihe von Sprüchen über Hermine und beobachtete sie nachdenklich. Nun, dein Natriumspiegel wird besser, sagte Hallorin Stroud schlussendlich nach ein paar Minuten Stille. Hermine starrte die Uhr an und sagte nichts. Hallorin Stroud suchte nach ihrer Medizintasche und zog ein großes Fläschchen mit einer lilafarbenen Flüssigkeit heraus. Trink alles aus, wies Stroud sie an. Hermine führte es automatisch in ihrer Lippen, obwohl sie noch herausquetschte, »Was ist das?« Hallorin Stroud wartete und antwortete erst, als Hermine das ganze Fläschchen leer getrunken hatte. »Ein Fruchtbarkeitstrank. Es sollte nicht notwendig sein, aber ich habe keine anderen Ideen mehr. Dir werden die Nebenwirkungen nicht gefallen, nehme ich an, und es erhöht die Wahrscheinlichkeit von Schwangerschaften mit mehr als einem Kind.« Hermine spürte, wie das Blut aus ihrem Gesicht wich, und es fühlte sich an, als ob sie gleich vom Untersuchungstisch fallen würde. Das Fläschchen fiel aus ihrer Hand und zersplittete am Boden. Hallorin Stroud ließ die Glasscherben sofort verschwinden. »Du kannst geschwollene, empfindliche Brüste erwarten, Stimmungsschwankungen und eine leichte Schwellung im Unterbauchbereich. Es kann auch zu Hitzempfindlichkeit führen und dazu, dass deine Angstzustände zurückkommen,« sagte Hallorin Stroud, als sie weitere Notiz zu Hermines Unterlagen hinzufügte. »Ich werde dem hohen General Bescheid geben.« Hermine schluckte und biss sich auf die Unterlippe, als sie entschlossen auf die Uhr am anderen Ende des Zimmers schaute. Malfoy kam an diesem Tag nicht, um ihre Erinnerungen zu durchsuchen. Hermine war nicht überrascht. Sie hat es erwartet. Voldemort. Jeden zweiten Monat, wenn sie nicht schwanger war. Als Malfoy am nächsten Tag auftauchte, sah er müde und verärgert aus. Er sagte nicht ein einziges Wort, als er ihren Arm packte und mit ihr in die gewundenen Tunnel apparierte, die zu Voldemort's Saal führten. Der Saal war noch wärmer und stank nach verfaultem Fleisch. Hermine fing das Würgen an, sobald sie den Geruch einatmete. Malfoy schien immun, als er sie mit nach vorne zog und sich hinkniete, erzwang sie neben sich auf den Steinboden. Der Boden war nass, klebrig und schimmerte leicht. Der Raum war fast komplett dunkel, nur ein paar wenige Quellen spenden etwas Licht. Soweit Hermine es erkennen konnte, waren keine anderen Leute oder Todesse anwesend. Das Schlammblut, mein Lord, sagte Malfoy. Man konnte einen langen, langsamen Zischlaut von dem dunklen Podium hören und plötzlich erschienen Voldemorts scharlachrote Augen. Bringt sie nach vorne, sagte Voldemort nach einem kurzen Moment. Malfoy zog Hermine nach vorne und die Stufen nach oben, bevor er sie auf ihre Knie nach unten drückte. Hermine erstarrte voller Ekel. Der Thron auf dem Voldemort des letzten Massas war weg. Stattdessen ruhte er auf einem gigantischen Nest aus Pythons, die alle ineinander verschlungen waren und grob die Form eines Thrones ergaben. Sie waren unter ihm verschlungen und schlängelten sich träge umher. Voldemort legte seinen Kopf schräg und fuhr sich mit seinen spinnenartigen Fingern über die Brust, als er Hermine nachdenklich betrachtete. Immer noch nicht schwanger, sagte Voldemort mit einem bedrohlichen Unterton. Leider nicht, mein Lord, sagte Malfoy. Seine Stimme war entschuldigend. Wie auch immer werdet ihr sehen, dass der Geist heiler Recht hatte und Zeit alleine ausreicht, um ihre Erinnerungen zurückzubringen. Voldemort schieß ein irritiertes Zischen aus und ein Pythons-Kopf kam aus der sich bewegenden Massen unter ihm hervor und legte sich in seinen Schoß. Voldemort streichelte gelangweilt die Schlange und ließ sich weit in das Nest zurücksinken. »Halte sie fest«, befahl Voldemort Malfoy. Hermine spürte Malfoys Knie zwischen ihren Schulterblättern und seine Hände schlossen sich um ihr Kinn und hielten ihren Kopf an Ordensstelle fest. Hermine zitterte, als Voldemorts rote Augen durch ihre eigenen Stachen und in ihr Bewusstsein sanken. Hermine konnte spüren, wie sich Malfoys Hände um ihre Kehle und ihr Kinn schlossen, als sie vor Schmerz erschautete. Es fühlte sich an, als ob Voldemorts Leglementig eine Klinge war, die durch ihre Gedanken schnitt. Sie schrie durch ihre Zähne. Es war langsamer. Statt heißer, blendender Qual war es ein allmählich mehr werdender, heimtückischer Schmerz, die Art bis in die Knochen und bis in den hintersten Winkel des Gehirns vordrangen. Voldemort ries gelangweilt ihre Erinnerungen in Stücke, wie eine Katze, die mit ihrer Beute spielt. Sie wussten nicht, dass so etwas überhaupt möglich war. Kleinigkeiten, die er als unwichtig erachtete, zerstörte er, nur um zu sehen, wie sie reagieren würde. Ihre Erinnerung, wie sie Origami faltete, während ihre Eltern über östliche Mystik diskutierten. Wie sie die Kranianerschelle entdeckt hatte. Er zerriss sie in winzige Stückchen, als ob sie aus Papier waren. Sie konnte spüren, wie sie verschwanden. Sie versuchte, sie festzuhalten, als sie verblassten, aber sie glitten einfach davon, bis die Qual in ihrem Kopf sie vergessen ließ, was sie versuchte festzuhalten. Er war von ihren Erinnerungen über Ginny fasziniert. Als er sich aus ihrem Bewusstsein zurückzog, brach sie zusammen und fiel gegen Malfoy. Sie konnte nichts außer die wütenden, roten Augen von Voldemort sehen. Konnte sie sie sehen? Oder hatten sich seine Augen einfach in ihren Verstand eingebrannt? Ihr Gehirn tat so weh, dass sie fast erwartete, dass es anfing, aus ihren Ohren zu tropfen. Durch den Nebel an Schmerzen, der nicht weniger wurde, konnte sie ihren Puls spüren, der wie verrückt gegen den Druck von Malfoys Fingern pochte. Es ist eine Schande, dass du das Weasley-Mädchen nicht lebend zurückgebracht hast, hörte sie Voldemort energisch sagen. Es tut mir leid, mein Lord. Ich hatte keine Ahnung von ihrer Bedeutung. Wie ihr euch bestimmt erinnert, war sie schon fast tot, als ich sie aufgegriffen habe. Hermine bewegte sich leicht und wimmerte. Sie versuchte, die Schmerzen abzuschütteln, damit sie besser zuhören konnte. Es erklärt den Angriff des Schlammbluts auf Sussex, sagte Voldemort in einem nachdenklichen Unterton. Eine Selbstmordmission, um eine sterbende Freundin zu befreien. Der Orden war schon immer überraschend vorhersehbar. Allerdings. Die Verachtung in Malfoys Stimme war offensichtlich. Es herrschte eine lange Stille. Malfoys griff um Herminas Kinn, lockerte sich, und Hermina spürte, wie sie auf dem Boden glitt. Als sie dort lag, spürte sie einen kühlen, muskulösen Strang einer Schlange, die anfing, sich langsam um ihr Bein zu wickeln. Ich bin enttäuscht von deinem ausbleibendem Erfolg, denjenigen zu finden, der für den Angriff verantwortlich ist, hoher General, sagte Voldemort. Eine Spur von Rage zog sich durch seine Worte. Hermina konnte kaum atmen. Die feuchte Hitze und die Verwesung in dem Saal waren erdrückend, und die Schuppen verfingen sich leicht in ihren Schrimpfen, als die Schlange sich weiter um ihr Bein schlangen. Die Python glitt unter ihrer Robe. Sie zog zusammen und versuchte, ihre Beine wegzuziehen. Sie konnte kaum irgendwelche Umrisse in der dunklen Halle erkennen. Ihre Unfähigkeit zu sehen, machte sie besonders aufmerksam auf die Geräusche, Zischen und das leichte Schaben von sich schlängelnden Schuppen, die sich stetig neben ihr in der Dunkelheit bewegten. Ich werde euch nicht enttäuschen. Wenn es der Orden war, werde ich sie finden, sagte Malfoy, seine Stimme ruhig und entschlossen. Tödlich. Hermine konnte spüren, wie ihre Lippe zitterten und wie sich Tränen in ihren Augen zammelten. Sie spürte, wie ihre Hände das Zittern anfingen, als Wut sich einen Weg durch den Schmerz beantete. Es gab nichts, was sie tun konnte. Malfoy konnte jemanden jagen und mitten in ihrem Zimmer umbringen, wenn er wollte und Hermine würde nur daneben stehen und zuschauen können. Ich hasse dich, Malfoy. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Es war der Orden. Wer sonst hätte es wissen können? Der Idiot Slughorn muss es Dumbledore erzählt haben. Potter muss es gewusst haben. Deshalb ist er in Hogwarts eingebrochen. Es muss jemand während der Säuberung übersehen worden sein. Jemand, der für den Orden sehr wichtig gewesen ist. Nicht einer von ihren ignoranten, dummen Soldaten. Ich bin mir sicher, dass Schlammblut weiß, wer es ist. Während Voldemort sprach, wurde das Gefühl von dunkler Magie im Raum dicker, fast so, als ob die Luft selbst fest werden würde. Schwere Massen drückten sich unbarmherzig auf Hermine. Sie konnte spüren, wie sich ihre Rippen unter dem Druck verbogen und wie sie brutal in den Steinboden gedrückt wurde. Sie keuchte, als sie versuchte, mit einer Lunge zu atmen, die sie nicht ausdehnen konnte. Vielleicht, mein Lord, wäre es von Vorteil, Severus zurückzuholen, sagte Malfoy. Seine Worte hörten sich gezwungen an. Hermine war nicht die Einzige, die zu Tode erdrückt wurde. Nein, sagte Voldemorts kalte Stimme. Rumänien ist äußerst wichtig. Es würden Fragen aufkommen, wenn wir Severus zurückholen, nur weil es einen Mordanschlag auf Thickness gab. Severus wird bleiben, wo er ist. Hast du herausgefunden, wie sie in den Besitz des Medaillons kam? Der Druck ließ etwas nach, und Hermine schnappte gierig nach Luft. Die Python kroch langsam weiter ihr Bein nach oben. Sie konnte spüren, wie die Schuppen oberhalb ihres Schrumpfes über ihre nackte Haut streiften. Ein Wimmen des Ekels riss sich aus ihrer Kehle los, und sie versuchte, noch mehr wegzurutschen. Sie spürte, wie sich eine weitere Schlange um ihren anderen Knöchel wandte. Ich habe im Stillen ermittelt. Es gibt Fotos des Ministeriums in 95, in denen sie es schon zu tragen scheint. Sie hat angegeben, dass es ein Selwyn-Erbstück war. Wie sie aber in den Besitz gekommen ist, weiß keiner. Wobei eine ehemalige Sekretärin der Gefängniswärterin erwähnt hat, dass es eine Gewohnheit von ihr war, Schwarzmarkthändlern von ihren Besitztümern zu befreien. Also weißt du gar nichts. Nicht, wie der Orden es geschafft hat, es aus so einer weiten Entfernung zu zerstören. Nicht, wie sie es geschafft haben, es zu identifizieren. Nicht mal, wie sie in den Besitz gekommen sind. Gibt es irgendwas, was du weißt? Tch, knurrte Voldemort. Dann ließ er sich für einen Moment nach hinten sacken, bevor er mit einer ruhigeren, bedrohlichen Stimme fortfuhr. Du hast mich enttäuscht, hoher General. Ich hoffe, du hast nicht vergessen, was das letzte Mal passiert ist, als du mich zutiefst enttäuscht hast. »Gruzio!« Hermine spürte, wie Malfoy plötzlich auf den Boden fiel. Er ist nicht einfach flach hingefallen, er ist in einer kaumen Position zusammengesackt. Sie konnte spüren, wie sein Körper unnachgiebig von der Folter zitterte, als ein tiefes, kehliges, schmerzverzerrtes Schönen aus ihm herausbrach. Voldemort folgerte ihn nicht für sehr lange. Nach ungefähr einer Minute hörte er auf, das Zittern neben ihr stoppte, und Hermine konnte Malfoy in der Nähe ihres Ohres keuchen hören, als er sich erholte. »Ich werde euch nicht enttäuschen, mein Lord. Ich habe die Fallspitze und die Reste des Medaillons von einem Kobold untersuchen lassen,« sagte Malfoy, nur mit einem leichten Zittern in seiner Stimme, als er sich wieder aufrichtete. »Die Fallspitze ist aus kobaltgeschmiedetem Silber gewesen, durchzogen mit einer Kombination aus dem Gift des Schwanzes eines Manticores und Basilisken-Gift. Durch das Manticore-Gift konnte der Pfeil einfach durch die Schutzzauber brechen. Das Basilisken-Gift hat dann das Medaillon zerstört.« »Hast du mögliche Quellen untersucht?« Hermine spürte das Streich und eine Zunge auf der nackten Innenseite ihres Oberschenkels und schluchzte leiser. »Ein junger Basilisk ist einfach genug zu beseitigen. Für jeden Zauberer mit einer Kröte und einem Talent für Erblindungszauber und Geduld. Die Quelle für das Manticore-Gift ist hingegen fraglicher, da die meisten Zutaten heutzutage vom Ministerium überwacht werden, seit sie die Kontrolle übernommen haben. Magnair hat darauf bestanden, für die Ermittlung zuständig zu sein, was ungewöhnlich großzügig von ihm war. Ich habe einen seiner Assistenten privat befragt. Es stellte sich heraus, dass es seit längerem Unstimmigkeiten in den Aufzeichnungen über importierte Kreaturen gab. Der Schwarzmarkt hat in den letzten paar Jahren des Krieges stark an Zuwachs gewonnen. »Bring ihn zu mir!« sagte Voldemort. Seine Stimme überschlug sich fast vor Wut. »Der Angriff wäre unmöglich gewesen, wenn da nicht seine Unachtsamkeit gewesen wäre. Einige meiner Diener scheinen ungrich zu werden.« »Zu eurem Befehl, mein Lord«, sagte Malfoy und Hermine spürte, wie er sie vom Boden hochzog. Die Python, die sich um ihr Bein geschlungen hatte, verstärkte ihren Griff und zog sie wieder nach unten. Voldemort stieß ein scharfes Zischen aus und sie ließ mit einem missbilligenden Zischlaut los. Als Malfoy sie aus dem Griff der Schlange zog, kam Voldemorts Gesicht in ihr Blickfeld. Einige der Schlangen hatten sich um ihn herum versammelt. Er war halb von Pythons bedeckt und starrte aufmerksam zu ihr hinab. »Das Schlammblut ist mit Dunkelheit gezeichnet. Die Schlangen können es riechen. Sie ist fruchtbar«, sagte Voldemort. Er wischte sich über seinen lippenlosen Mund, als er sie betrachtete. Hermine starrte für einen Moment zurück, bis ihre Sicht wieder verschwamm. Sie konnte das leichte Zittern der Folter in Malfoys Griff spüren. »Heilerin Stroud hatte ihr gestern einen Trank gegeben«, sagte Malfoy. »Und was die Dunkelheit betrifft, nun, die Spuren der Zerstörung, die sie in Sussex hinterlassen hat, ließen schon vermuten, dass sie sich nicht an die Vorschriften des Ordens keine dunkle Magie zu verwenden gehalten hat.« Voldemort stieß ein zustimmendes Zischen aus. »Behalte sie im Auge. Jetzt, wo der Orden wieder aktiv ist, werden sie bestimmt für sie kommen«, sagte Voldemort. »Ihr wisst, dass ich eher sterben würde, bevor ich sie entkommen lassen würde«, sagte Malfoy mit tiefer Stimme und Hermine spürte, wie sich sein Griff von ihren Armen verstärkte. »Ich will ihre Leichen, hoher General. Wer auch immer das getan hat, dieses letzte Mitglied des Ordens, ich will deren Schädel in meiner Kollektion haben.« »Ihr sollt ihn haben, so wie ich euch auch alle anderen gebracht habe«, sagte Malfoy. Hermine zuckte zurück und versuchte, ihren Arm loszureißen. Voldemort beobachtete sie, sie konnte die Grausamkeit und Bosheit in seinem Blick auf ihn spüren. Er öffnete seinen Mund und streckte seine Zunge raus, als ob er die Luft schmecken würde. Sein Gaumen war weiß und ohne Zähne, wie der einer Schlange, und seine Zunge schimmerte leicht in dem schwachen Licht. Als er seinen Mund wieder zumachte, lehnte er sich nach vorne und schieß ein leises Zischen aus. Sein Gesicht war nun Zentimeter von Hermines entfernt. Sie konnte den Luftzug spüren, wie er über ihr Gesicht striff. Sie war sich nicht sicher, ob er sie ablecken oder wieder legitimateig anwenden würde. Seine blutroten Augen studierten sie für einen Moment, bevor er sich wieder in sein Nest aus Pythons zurücksinken ließ. »Wenn das Schlammblut all ihre Geheimnisse rausgerückt hat, will ich sie auch umbringen. Sie weiß zu viel, um sie weiter in Strauts Programm zu lassen. Obwohl, wenn sie schwanger sein sollte, werde ich dir erlauben, zu warten, bis sie dir einen Erben geboren hat. »Wie ihr es wünscht, mein Lord«, sagte Malfoy ohne zu zögern. Dann zog er Hermine aus dem Saal. Als sie wieder in dem Tunnel waren, verabreichte er ihr einen Schmerzlinderungstrank. Hermine machte eine höhnische Bemerkung in Gedanken, bevor sie den Trank schluckte. Sie versuchte, ihren Kopf frei zu bekommen. Sie hatte immer noch Probleme zu sehen. Es fühlte sich an, als ob die Luft in dem Saal sie vergiftet hätte. Sie glitt langsam zu Boden, ihr Gehirnschmerzen auch immer qualvoll, selbst mit dem Schmerzlinderungstrank. Trotzdem wimmerte es in ihr nur so vor Fragen. »Ich habe ein Gefängnis angegriffen«, zwang sie sich zu sagen. »Nachdem Potter gestorben ist«, hörte sie Malfoy Stimme aus der Dunkelheit. »Ein paar Stunden nach der letzten Schlacht. Du wurdest gefangen genommen, nachdem du fast die Hälfte davon plattgemacht hast, bei dem Versuch einzubrechen. Es war eine unerwartete Gegenattacke. Ich habe nur die Berichte darüber gelesen, nachdem du mir zugeteilt wurdest. »Es ist eine Schande, dass dich keiner früher verhört hat. Das übermäßige Selbstvertrauen der Gewinner nehme ich an.« Hermine schaute nach oben, in die Richtung, aus der sie seine Stimme hörte. Sie konnte nur schwach seine helle Haare ausmachen, bevor ihre Sicht wieder verschwann. Sie lehnte ihren Kopf nach hinten an die Wand, um sich zu erholen. »Ich war eine Heilerin«, sagte sie. »Ich habe nicht... Sie haben mich nicht kämpfen lassen.« Sie zog ihre Augenbrauen zusammen. Sie versuchte, es nachzuvollziehen. »Aber Ginny hat es rausgeschafft. Ich habe sie befreit.« »Ja, hast du. Aber sie war fast tot, als du... Als du sie getötet hast. Warum?« fragte sie. Ihre Stimme war leiser und vor Schmerz verzogen. Es herrschte eine kurze Stille, bevor Malfrey antwortete. »Sie war in Sussex zur experimentellen Forschung.« Eine langsame Erkenntnis des Horrors bandet sich an den Weg aus Hermines Inneren heraus. »Die Dolleho-Fluch-Entwicklungsabteilung.« Malfrey weitete, bis sie aufhörte zu würgern, bevor er sie vom Boden hochzog und zurück in ihr Zimmer auf dem Anwesen apparierte. Das Geräusch, das sie ausstieß durch den Schmerz des Apparierens, hörte sich animalisch an. Sie brach zusammen und fiel gegen Malfoy. Sie entdeckte, dass sie vollgesogen in etwas war, was wie schimmernde, verfaulte Überreste aussah. Sie konnte es nur für einen kurzen Moment zehren, bevor ihre Sicht wieder wackelte. Sie unterdrückte ein Schluchzen und versuchte blind, ihre Hände an den genauso verträgten Rupen abzuwischen. Malfoy mummerte mehrere Reinigungszauber und der Geruch um sie herum verschwand. Er schob sie nach hinten aufs Bett. »Drei Tage«, sagte er, und sie hörte vage, wie er davonging. Hermine wollte wach bleiben, damit sie trauern und das verarbeiten konnte, was sie herausgefunden hat, aber ihre Gedanken fühlten sich an, als ob sie verblassten. Sie konnte sie nicht ganz erreichen. Sie zog an ihren Klamotten, bis die Knöpfe aufsprangen und schmiss sie auf den Boden. Sie zog die Strümpfe mit ihren Zielen aus und versuchte, das Gefühl von Schlangenkörpern von ihrer Haut zu rubeln. Es dauerte zwei Tage, bis sie wieder halbwegs Marmar sehen konnte. Die Schmerzen in ihrem Kopf hielten sie davon ab, irgendwelches Essen in sich zu behalten. Das Zimmer verschwamm vor ihren Augen, wenn sie versuchte, sich hinzusetzen oder aufzustehen. Sie hatte nichts zu tun, außer nachzudenken. Als Malfoy am dritten Tag in ihr Zimmer kam, zwang sie sich dazu, sich hinzusetzen und ihn ruhig anzusehen. Noch mehr Fragen? Sagte er kühl, als er sie begutachtete. Hermine schüttelte ihren Kopf. Er sah leicht überrascht aus. Nun, vielleicht einer? Sagten sie nach einer Minute. Malfoy wartete. Hermine nahm einen tiefen Atemzug, bevor sie das Sprechen anfing. Sie begegnete seinem Blick. Ein Krieg ist das Leben des Menschen gegen die Bosheit des Menschen. Der Krieg ist zu einem Stillstand gekommen, sagte sie. Auch wenn er noch offiziell in Teilen Europas andauert. Er wird nicht mehr als etwas betrachtet, das noch groß von Bedeutung ist oder viele Konsequenzen haben wird. Tatsächlich nehme ich an, basiert auf der Berichtserstattung, dass wahrscheinlich sehr bald ein Waffenstillstand ausgerufen wird. In den letzten zwei Jahren, seit Großbritannien erobert wurde, seit Harry gestorben ist, gab es kaum Fortschritt. Malfoy war still, sein Ausdruck vorsichtig verschlossen. Es ist fast nichts passiert, seit Harry gestorben ist. Voldemorts komplette Kampagne ist zum Stillstand gekommen, nachdem er Harry besiegt hatte, weil... Sie zögerte nur leicht. Da war etwas, was sie zusammengehalten hat. Sie waren irgendwie miteinander verbunden. Wahrscheinlich von damals, als er versucht hatte, Harry als Baby umzubringen. Deshalb ist er immer wieder in Harrys Trömen aufgetaucht und ich bin mir sicher, du kannst dich daran erinnern, wie Harry Parsley sprechen konnte. Deshalb hatte Todesfluch nicht, als es es funktioniert. Als Voldemort versucht hat, Harry in Hogwarts zu töten, es... es hat es nicht funktioniert. Hermines Stimmer wackelte und sie schluckte und zwang sich dazu, weiterzusprechen. Ein neuer Schmerz machte sich langsam in den hinteren Teil ihres Kopfes breit. Sie ignorierte ihn. Deshalb musste er den Todesfluch nochmal auf Harry schicken. Wegen der Verbindung. Aber... aber es war nicht nur Harry. Die Art, wie er unsterblich ist. Professor Squirrel, das Tagebuch, das sein Vater hatte... Irgendwie musste ein Meister herausgefunden haben, in dem man seine Lebenskraft an lebendige und nicht lebendige Dinge binden kann. Und der Order wusste davon. Deshalb wusste er, dass der Angriff diesen Monat auf den Orden zurückzuführen ist und nicht auf eine neue Widerstandsgruppe. Weil der Mordversuch kein Mordversuch war. Fickness war nie das Ziel. Umbridge war es auch nicht. Der Anhänger, den sie manchmal anhatte. Das Medaillon. Ich habe es gesehen, als sie uns ausgebildet hat. Es war seins. Eines seiner Verbindungen. Wer auch immer das letzte Mitglied des Ordens ist, hat herausgefunden, was es war und hat sie umgebracht, um es zu zerstören. Malfall kniff seine Augen nur ein winziges Stück zusammen. Hermine legte ihren Kopf leicht schräg, als sie sich gegenseitig ansahen. Ich glaube, ich habe die Frage überhört, sagte Malfall nach einem kurzen Moment. Ich habe sie noch nicht gestellt, sagte Hermine gelassen. Sie versuchte das Pochen in ihrem Hinterkopf, das immer stärker wurde, als ob ihr ein Skalpell durch die Schädeldecke gerammt wurde, zu ignorieren. Der Repopulationsversuch, sagte sie und versuchte durch den Schmerz zu atmen. Ist nur eine Ablenkung. Eine List. Voldemort interessiert es sich nicht für die magische Bevölkerung. Es ist nur ein Köder, um die Öffentlichkeit in falsche Richtungen zu lenken, um sie zu beschäftigen. Er wartet nicht darauf, die Mogel zu versklaven, weil er sich um die Zauberer-Demografie Sorgen macht. Er macht es, um sich selbst mehr Zeit zu verschaffen. Er unterhält die Massen, indem er ein öffentliches Spektakel aus den Rheinblut-Vamilien macht. Erst mit den Hochzeiten und den Fehlgeburten und jetzt mit den Leihmüttern. Der Krieg ist nicht zum Stillstand gekommen, weil er es wollte, sondern weil er keine andere Wahl hatte. Ein Schmerz schoss durch ihren Kopf und das Zimmer verfärbte sich vor ihren Augen in eine angsteinflößend rote Farbe, so also Blut vor ihren Augen herunterfließen würde und ihren Blick trübte. Sie stieß einen quälenden Schrei aus und fing an, nach vorne zu kippen. Sie zwang sich dazu, Malfoy anzuschauen. Er kam auf sie zu. Ach, er stirbt. Oder etwa nicht? Kapitel 17 Ron wird gesprochen von Lego Elfie Productions Hermine war im zweiten Stock des Grimauplatzes. Der Flur lag still da und war schwach erleuchtet. Es war entweder spät am Abend oder früh am Morgen. Als sie in einem der kleinen Zimmer vorbeikam, erhaschte sie einen Blick auf einen roten Haarschopf, der über einen Schreibtisch gebeugt war. Sie zögerte und klopfte leicht an die Tür. Hey, Miele. sagte Ron abgelenkt, als er einige Teilen auf den Karten verschob und sich abwesend mit seiner Zauberstabsspitze am Kopf kratzte. Sein Gesichtsausdruck war angespannt. Hast du eine Minute? Sicher. Er steckte seinen Zauberstab in seine hintere Hosentasche und blickte zu ihr auf. Ich gehe nur alles durch, was passiert ist, seit ich gegangen bin. Ziemlich viele Angriffe, als wir weg waren. Du hattest bestimmt viel zu tun. Er warf ihr einen andringlichen Blick zu. Hermine senkte ihren Blick ab. Ich bin mir nicht sicher, welche Strategie du dahinter siehst, sagte sie leiser. Kingsley benutzt die Horcruxe, um Harry von den Schlachten fernzuhalten, sagte er. Hermine nickte kurz. Du verstehst darum, oder? Rons Ausdruck verhärtete sich noch mehr, als er mit den Schultern zuckte und nickte. Es bringt nichts, ihn für Kleinigkeiten zu riskieren, wenn wir ihn für den letzten Schachzug brauchen. Ja, ich verstehe es. Das heißt doch lange nicht, dass er es mir gefällt. Und manche von diesen... Er zog ein paar Pergamentrollen zu sich her und schaute darüber. Sie sind so ziemlich das gleiche wie Selbstmordmission. Mir ist nicht klar gewesen, wie sehr Kingsley auf Nummer sicher gegangen ist, wegen Harry. Zu sehen, was er tun wird, wenn wir mal für eine Woche weg sind. Er unterbrach seinen Satz und starrte wütend nach unten auf die Berichte. Wie hoch genau waren die Zahlen der Todesopfer, während wir weg waren? Hermine öffnete ihren Mund, um zu antworten, aber er schnitt ihr das Wort ab. Du musst es mir nicht sagen. Ich kann die Zahlen hier vor mir sehen. Verdammt, das ist... das ist verfickt, doch mal nicht zu fassen! Wenn Kingsley jetzt hier wäre, würde ich ihm eine reinhauen! Sein Gesicht wurde vor Wut ganz rot. Ron, wir können uns nicht mehr leisten, auf Nummer sicher zu gehen, sagte Hermine. Ihr Magen vertrete sich, als sie daran dachte, von wie vielen Leuten sie in den letzten paar Wochen die Augen verschlossen hat und das neue Sicherheitshospiz mit dem Sibyl geholfen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob dir bewusst ist, wie tief unsere Ressourcen erschöpft sind. Wie viele Jahre denkst du, dass Harrys Verlies eine Armee besorgen kann? Die Krankenabteilung fährt schon nur auf Reserver. Europa wird unter Toms Herrschaft gebracht. Die einzige Option, die wir noch übrig haben, ist das Risiken einzugehen. Und die können Harry nicht riskieren. Ron sagte nichts. Hermine konnte sehen, wie die Muskeln in seinem Kiefer arbeiteten, als er sie anspannte und wieder entspannte. Wir müssen die Horcruxe finden, sagte er endlich. Hermine atmete lang und tief aus. Sie hatte ängstlich die Luft angehalten und nickte. Das müssen wir, sagte sie. Tom und Harry sind die Stützen. In ideologischer Hinsicht sind die Toderse zu verschieben. Tom macht nicht alles, was deren Armee zusammenhält. Wenn wir es schaffen, ihn zu töten, sollte es auf lange Sicht genug interne Machtkämpfe geben, um den Widerstand, die Obhut zu geben. Ich denke, das ist der eine Vorteil an Voldemorts Unsterblichkeit. Er macht sich gar nicht erst die Mühe, einen Nachfolger heranzuziehen, sagte Ron Hilton, als er über einen anderen Missionsbericht schaute. Hermine konnte ihre eigenen Unterschrift darauf sehen. Die Anzahl der Verletzten, die Todesopfer ordentlich aufgelistet und persönliche Zahlen. Auch wenn ich es nicht bezweifeln würde, dass die Malfoys denken, dass sie die Nächsten in der Reihe wären, jetzt wo Bellatrix tot ist. Verdammte Psychopathen! Du musst Harry davon überzeugen, dass die Horcruxe zu finden, seine oberste Priorität sein muss, sagte sie und starrte Ron unverwandt an. Vor allem jetzt, nachdem was mit Ginny passiert ist. Ich habe die Befürchtung, dass er die Horcruxe einfach ganz ignorieren will. Rons Ausdruck spannte sich an. Ja, sagte er leise. Hermine zögerte und ging auf ihn zu. Ron, was ich letzte Nacht beim Treffen gesagt habe, hat dir nicht das Gefühl gegeben, dass es deine Schuld war. Du hast Ginny gerettet. Ich konnte diese Information nicht zurückhalten, aber ich wollte dich nicht damit verletzen. Passt schon, sagte er steif. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Es tut mir leid. Fang dich damit an. Ich will wirklich nicht darüber reden, sagte er mit zittriger Stimme, die keinen Platz für Diskussionen hatte. Er ließ. Hermines Augen huschten über sein Gesicht, nahmen die Anspannung um seine Augen wahr. Die Spitzen seiner Ohren waren rot, während sein Gesicht so blass wurde, dass seine Sommersprosten davorstanden, als ob es Blutspritzer wären. Wenn sie weitermachen würde, würde er explodieren. Hermine spürte, wie ihr das Herz in die Hose rutschte. Okay, nun, dann überlasse ich dich mal wieder den Berichten, sagte sie und drehte sich zum Gehen um. Hermine kam wieder zu Bewusstsein und spürte schummrig, wie jemand über ihr lehnte und ihren Kopf nach hinten neigte. Die rechte Seite ihres Gesichts und Körpers fühlte sich steif an. Sie konnte ihre Finger nicht bewegen und ihre Zunge tat weh, so als ob mehrfach darauf gebissen wurde. Sie zuckte vor den Händen zurück, die auf ihr lagen, und eine Person, ein Mann, zog seine Hände zurück. Er machte einen Schritt von ihr weg und beobachtete sie genau. Sie schaute ihn verwirrt an. Er war blass und blond, und sein Gesicht, das voller Emotionen war, als sie ihre Augen geöffnet hatte, war jetzt undurchschaubar. Du hattest einen Krampfanfall, sagte er mit ruhiger Stimme. Anscheinend vertragen sich Fruchtbarkeitstränke und Leglementik nicht so gut. Er schaute nach unten auf seinen Zauberschab, den er in der Hand hielt. Kannst du sprechen? Du hast für mehrere Minuten geschrien. Emine hatte Probleme damit zu schlucken. Ihre Kehle fühlte sich wund an, so als ob mehrere Minuten eine große Untertreibung gewesen ist. Sie versuchte, ihren Mund zu öffnen und stellte fest, dass die Muskeln auf der rechten Seite ihres Kiefers so verkrampft waren, dass sie kaum ihre Zähne aufeinander brachte. Sie fühlte sich ausgelaugt. Sie fühlte sich, als ob sie von einem Stromschlag getroffen wurde. Ihre Muskeln und Sehnen fühlten sich an, als ob sie straff gezogen wurden, bis sie kurz davor waren, abzureißen. Als sie versuchte zu atmen, kam ein tiefes, japsendes Geräusch aus ihrer Kehle. Sie versuchte, sich zu erinnern, was passiert war. Sie versuchte, sich hinzusetzen, aber ihr Körper machte nicht mit. Sie brach in Tränen aus. Wer bist du? quetschte sie undeutlich durch ihre Zähne, als sie endlich das Schluchzen aufhörte. Sie schaute zu dem Mann auf, der neben ihr stand. Eine Unzahl an Emotionen flackerten plötzlich über sein Gesicht. Er öffnete seinen Mund und schloss ihn dann bestimmt wieder und zögerte. Ich bin für dein Wohlergehen zuständig, sagte er schlussendlich. Sein Ausdruck war wieder undurchringlich. Er zog ein kleines Fläschchen aus dem Nichts hervor. Du solltest das hier nehmen. Du wirst dich wahrscheinlich erinnern, was passiert ist, wenn du wieder aufwachst. Hermine zögerte und nickte dann zustimmend. Er schob eine Hand unter ihren Nacken und hörte dabei, ihren Oberkörper aufzurichten, damit sie schlucken konnte. Sobald sie es schluckte, übermannte sie ihre Erschöpfung und sie spürte, wie sie einschlief. Kenn ich dich? fragte sie, als ihr die Augenlider zufielen. Ich nehme an, das tust du. antwortete er. Als Hermine wieder aufwachte, fühlte sich die rechte Seite ihres Körpers noch leicht verspannt an und ihre Zunge hatte das schwache Gefühl eines Heilungszaubers auf der Oberfläche. Sie versuchte sich daran zurückzuerinnern, was passiert war. Sie hatte mit Malfoy über Voldemort geredet, über die Horkruxer. Sie konnte sich plötzlich an das Wort erinnern. Sie hat endlich ihre Frage gestellt, auch wenn es kaum eine Frage war, weil sie sich fast hundertprozentig sicher war, dass Voldemort am Sterben war. Dann hat er sich angefühlt, als ob alles in ihrem Kopf explodiert war und das Zimmer hatte sich rot verfärbt und dann ist sie zusammengebrochen. Sie hatte einen Krampfanfall vor Malfoy. Als sie dann das erste Mal aufgewacht war, war sie praktisch unbeweglich und konnte sich nicht mal an ihn erinnern. Er hat ihr einen Schlaftrunk für traumlosen Schlaf gegeben. Sie erinnerte sich an den kurzen Austausch von Worten zurück. Für dein Wohlergehen zuständig war eine sehr großzügige Art, eine Rolle zu beschreiben. Sie schnaubte. Sie bewegte ihre Schultern und versuchte, ihren Mund aufzumachen. Ihr Kiefer war noch verspannt, aber sie konnte ihre Zähne ganz auseinander machen. Sie setzte sich behutsam auf und untersuchte sich selbst. Sie ist behandelt worden. Krampfanfälle waren nicht ihr Heilungsfachgebiet, aber Arthur Weasley hat ein paar milde Anfälle gehabt, nachdem er von Lucius Malfoy verflucht wurde. Sie hatte es recherchiert. Die Behandlung war ähnlich wie jemanden zu behandeln, der vom Cruziatus getroffen wurde, eine Behandlung, mit der sie nur allzu vertraut war. Es war nicht nur ausschließlich Zauberstabheilung, sondern magisch-physische Therapie. Man verwendet Sprüche und massierte dann die verspannten Knoten von Hand weg. Jemand hat sie angefasst. Mindestens auf der ganzen rechten Seite ihres Körpers, um die Anspannung und die Steifheit erfolgreich loszuwerden. Da sie sich schon fast wieder normal fühlte, nahm sie an, dass sie auf beiden Seiten von ihrem Kinn bis runter zu ihren Füßen behandelt wurde. Sie erschauderte leicht, aber versuchte sich selbst zur Vernunft zu bringen. Es war Heilkunst. Nur Heilkunst. Sie hatte schon hunderte von Leuten geheilt. Sie hat Verletzungen an jeder Stelle des Körpers behandelt. Eine Verletzung war eine Verletzung. Heilen war heilen. Es war abseits von irgendwelchen sexuellen Empfindungen. Klinisch. Körper wurden kaum als was anderes wahrgenommen, als etwas, das geheilt werden musste. Dennoch, der Gedanke, dass sie jemand angefasst und geheilt hatte, während sie bewusstlos in Malfoys Haus war, ließ ihr schlecht werden. Sie bewegte sich und zischte leicht. Sie schaute an sich herunter. Ihre Brüste taten weh und waren angeschwollen. Sie starrte sie einen Moment geschockt an, bevor sie sich an die Nebeneffekte des Fruchtbarkeitstrankes erinnerte, den Straut ihr gegeben hatte. Sie verzog ihr Gesicht und krabbelte aus dem Bett. Malfoy hatte zwar Reinigungszauber auf ihr angewendet, als sie von Voldemort zurückgekommen sind, aber sie hatte nichts davon wirklich abgewaschen. Sie sammelte sich Klamotten und Handtücher zusammen und ging den Gang runter, um in dem anderen Badezimmer zu duschen. Die lange Dusche löste auch die letzte Verspannung in ihrem Körper. Sie legte ihren Kopf in den Nacken und ließ das Wasser über sie laufen, während sie über die Erinnerung an Ron nachdachte, die sie unabsichtlich aufgebrochen hatte. Horkruxer und Todesopferzahlen und Ginny. Es kam immer auf Ginny zurück. Ron. Er sah so eingefallen aus, niedergeschlagen vom Krieg. Seine Haare sind von Grau durchzogen gewesen, obwohl er nicht viel älter als 22 hatte sein können. Sie hatte diese Details vergessen. Sie hatte vergessen, wie der Krieg ihn zerfressen hatte, wie sichtbar sich der Stress in ihm abgezeichnet hatte. Er hat Missionen mit Nudie und Kingsley geplant. Er hat sein Talent für Strategien und Zauberschach genommen und gelernt, wie man es auf den Krieg anwenden konnte. Er war so stolz gewesen, als Kingsley zum ersten Mal eine seiner Strategien genehmigt hatte. Ron, Harry und D.A. hatten lange gebraucht, um zu akzeptieren, dass es ein langer Krieg sein würde. Sie hatten gedacht, dass sich die magischen Gemeinschaften erheben würde und sich auf die Seite des Ordens schlagen würde. Dass die Zaubererwelt dadurch, dass sie Voldemorts Hinterlager schon das erste Mal miterlebt hatte, mehr Vertrauen in die Kraft des Lichts setzen würde. Aber Voldemort hatte seinen Fehlern während des Ersten Kriegs gelernt. Er war cleverer, vorsichtiger und gerissener als das erste Mal. Vor allem nach einem Fehlschlag in der Schlacht im Zaubereiministerium. Er hat seine Schreckensherrschaft auf Muggelgeborener, Halblüterfamilien und Blutsverrätern limitiert. Er hat frühzeitig die Macht über das Ministerium übernommen und den Orten des Phönix als Terroristengruppe deklariert. Und hat Dumbledore in der Schule des Schulleiters von einem 16-jährigen Jungen umbringen lassen. Alle Hoffnung, die die Zaubererwelt vielleicht in die Kraft des Lichts gehabt hatte, wurde schnell in Keim erstickt. Muggelgeborene und Halblüter waren nur ein Bruchteil der Zaubereipopulation. Es war einfach, die magische Gesellschaft dazu zu bringen, sich dafür zu entscheiden, einfach den Kopf unten zu lassen und es dem Orden zu überlassen, alleine gegen Voldemort zu kämpfen. Es war schwierig, in einem Krieg als Terroristengruppe zu kämpfen. Selbst wenn man genügend Geld hatte, war es schwer, in die Winkelgasse zu gehen und Zugriff auf sein Verlies in Gringotts zu bekommen. Offizielle Identifikationen wurden notwendig, um egal was kaufen zu wollen, Essen oder Zutaten für Tränke, und wenn man zu viel auf einmal kaufte, zog es die Aufmerksamkeit auf sich. Nach einer Schlacht konnte man die Person ins Krankenhaus schicken, aber alle Verletzungen, die in die Zauberspruch-Schadensabteilung geschickt werden mussten, verpflichteten St. Mungus dazu, sie an die Abteilung für magische Strafverfolgung zu melden. Verletzte Mitglieder des Widerstands wurden während ihrer Genesung wegen Terrorismus angeklagt und verhaftet, und sie verschwanden in einem von Voldemorts Gefängnissen, bevor sie wieder von St. Mungus entlassen werden konnten. Der Widerstand ist nicht darauf vorbereitet gewesen, wie aufschlaggebend Voldemorts anfängliche Einfälle sein würden. Sie hatten sich keine Vorreiter gehortet. Sie haben nicht genügend Leute versteckt, und viele von denen, die sie versucht hatten zu beschützen, haben sie nicht gut genug versteckt. Es gab immer einen Abschied, von dem Leute dachten, dass sie ihn noch umbringen konnten. Ein kleiner Hinweis, den die Folter von Todessen einfach aus Nachbarn herausquetschen konnte. Denn Stolz, den Ron empfand, als seine Strategie zum ersten Mal verwendet wurde, verflog schnell, als er feststellte, dass es fast unmöglich war, einen Plan zu erstellen, in dem es keine Opfer geben würde. Menschen waren keine wiederverwendbaren Figuren auf einem Schlachtfeld. Wenn einer geopfert wurde, dann starb er. Auf schreckliche Art und Weise. Und selbst wenn man alles strategisch Mögliche dafür tat, um sie zu beschützen, taten sie nicht immer das, was sie sollten, oder was man angenommen hat. Und selbst wenn sie es taten, dann tat es der Feind nicht. Ron neigte dazu, jeden Tod und jede Verletzung als seine persönliche Schuld anzusehen. Der Glanz des Heldentums und der Neid, den er früher für Harry übrig gehabt hatte, verschwand. Der Krieg ernüchterte ihn schnell, und das Verständnis fügte ihn und Harry noch näher zusammen. Halter aller Rissen, die seine vergangenen Eifersucht über die Jahre erschaffen hatte. Sie wurden von der Schuld, Entschlossenheit und dem Idealismus vereint. Sie standen sich so nah wie Brüder. Es gab nicht mehr viel Platz für Hermine. Hermine seufzte und ließ ihren Kopf nach unten sinken. Sie fühlte, wie das Wasser an ihren Backen entlang lief. Ihre Lippen verzogen sich und zitterten, als sie sich an Hogwarts zurückerinnerte. Harry, Ron und Hermine. Das unzertrennbare Trio. Bis zu Dumbledores Tod. Als Hermine Tränke und Heilkunst statt Verteidigungsmagie mit Ron und Harry und dem Rest von Dumbledores Armee gewählt hatte. Ihre Nächte verbrachten sie damit, Zaubertränke von Snape zu lernen. Ihre Freundschaft blieb auf der Strecke. Sogar ihre Noten wurden schlechter. Sie hatte nicht viel Zeit übrig, um sich Verteidigungszaubern zu widmen. Alle studierten Verteidigungsmagie. Niemand sonst schien sich um Verletzte zu sorgen, oder wie man einen Gegenfluch fand. Oder wie man Zaubertränke machen konnte. Die Verletzungen heilten. Hermine musste einen Monat lang nach der Schlacht in der Ministeriumsabteilung täglich zehn Tränke nehmen, um all die inneren Schatten zu reparieren, die Dollarhose nicht verbalen Fluch angerichtet hatte. Sie konnte vom Glück sprechen, dass sie es überlebt hat. Als Dumbledore nur wenige Monate später starb, ist es ihr schmerzlich bewusst geworden, wie ausschlaggebend die Rolle von Heilkunst und Zaubertränken sein würde, damit der Widerstand lange genug überleben konnte, um zu gewinnen. Aber sie war die Einzige, die sich darum Sorgen machte. Jeder stempelte sie als paranoid ab. Krankenhäuser waren neutraler Boden. Falls jemand geheilt werden musste, dann war da immer noch St. Mungus, wo man hingehen konnte. Aber sie waren Terroristen. Krankenhäuser waren kein neutraler Boden für Terroristen. Als Voldemort so plötzlich die Kontrolle über das Ministerium übernommen hat, war Minister Stickners erste Handlung der Mugelerfassungsakt. Es war ein vorsichtig zeitlich abgepasster und strategischer Zug. Die Muggelgeborenen und Halbblüter Auroren in der Abteilung für magische Strafverfolgung und Heiler in St. Mungus wurden festgenommen und ihre Zaubersterber wurden zerbrochen, bevor sie zum Orden flüchten konnten. Sie wären unbezahlbare Mitglieder für den Widerstand gewesen, wenn der Orden sie rechtzeitig erreicht hätte. Stattdessen musste die Terrororganisation feststellen, dass sie plötzlich von der Welt abgeschnitten waren und Poppy Pomfrey war die erfahreneste Heilerin, die sie noch hatten. Alle Widerstandskämpfe wurden zu der Internatsoberin gebracht, um von Schlachtfeldwunden und dunklen Flüchen geheilt zu werden. Kingsley schaffte es, noch zwei weitere Allgemeinheiler zu rekrutieren, um ein halbwegs funktionales Krankenhaus zu schaffen. Aber durch Voldemorts Tendenzen, ganze Zaubererfamilien zu bestrafen, waren die meisten Zauberer sehr zögerlich, ihr ganzes Leben hinter sich zu lassen und sich dem Orden anzuschließen, wenn sie es nicht unbedingt mussten. Der Krieg beschränkte sich hauptsächlich auf Großbritannien zu diesem Zeitpunkt. Nachdem das britische Zaubereiministerium gestürzt wurde, nahmen europäische Krankenhäuser, die mit dem Widerstand sympathisierten, heimlich Kontakt auf, um Training in der Heilkunst von dunkler Magie und Flüchen anzubieten. Hermine ist die einzige Person mit genug Grundtraining gewesen, die sich dafür qualifiziert hat und die der Orden entbehren konnte. Er stand kaum zur Frage. Der Orden brauchte dringend einen Traumaheiler, und wenn sie keinen rekrutieren konnten, mussten sie eben einen neuen schaffen. Hermine war geeignet. Ihr wurde kaum Zeit gegeben, sich zu verabschieden, bevor Kingsley sie aus Großbritannien geschmuggelt hat. Sie wusste nicht, wann sie wieder zurückkommen würde. Sie trainierte wie besessen für zwei Jahre. Sie hatte fast das Ende ihrer Ausbildung erreicht, als das Sicherheitskrankenhaus des Ordens durch die Folgen eines Kampfes entlauft wurde. Ein Todesser hatte sich an Ernie Macmillan festgehalten, als dieser dort inappariert ist. Als der Todesser erst einmal innerhalb der Schutzzauber war, ist er sofort verschwunden und hat weiterer Todesser hineingebracht. Außer dem Fidelius-Zauber war das Krankenhaus kaum geschützt gewesen. Es gab nicht mal einen Evakuierungsplan. Keine Wachen. Es war ein Blutbad, bevor der Orden sich überhaupt versammeln und zurückschlagen konnte. Der Orden verlor die zwei Heiler, die er rekrutiert hatte. Die Auszubildenden Horace Slughorn und fast jeden der letzten Kämpfer, der dort untergebracht war. Die Todesser ließen Ernie aus Trotz zum Leben. Der Orden musste Hermine sofort zurückholen. Voldemort hatte Antonin Dollarhoe erlaubt, eine Fluchtentwicklungsabteilung zu errichten, neue und tödliche Flüche wurden in den Schlachten verwendet, die fortgeschwindene Zauberanalysen benötigten, um sie zu bekämpfen. Hermines Fachgebiet. Sie brauchten außerdem jemanden, der den Zaubertrank meist ersetzen konnte, und Hermine war auch dafür ausgebildet. Innerhalb von drei Tagen kam Kingsley persönlich in das österreichische magische Krankenhaus, in dem sie studiert hatte, und brachte sie zurück nach England. Während ihrer Abwesenheit hatten sich Harry und Ron zu einem Duo zusammengeschmiedet. Mit ihrer Rückkehr hat das Trio versucht, wieder dort anzufangen, wo es aufgehört hatte, aber in den zwei Jahren hatten sie sich auseinandergelebt. Hermine ist nicht der gleichen idealistischen Ansicht gewesen, dass das Licht durch seine natürlichen Eigenschaften von Gutherzigkeit schlussendlich den Krieg gewinnen würde. In ihren Augen wandte sich das Glück immer mehr und mehr gegen den Orden. Von dem Moment an, als sie nach England zurückgekommen war, lebte sie in einer neuen Krankenabteilung, die im ersten Stock des Grimauplatzes angerichtet worden war. Sie verbrachte ihre Tage und Nächte damit, den Leuten beim Sterben zuzusehen. Sie saß neben ihnen und erklärte ihnen so oft wie möglich, dass sie nie wieder reden, nie wieder essen, nie wieder sehen, nie wieder laufen, sich nie wieder bewegen würden. Dass sie niemals Kinder haben würden. Dass ihr Partner, Ehepartner oder ihre Eltern oder Kinder gestorben sind, als sie bewusstlos waren. Sie durchlebte jeden Tag die Nachwirkungen der Schlachten. Sie atmete die Verheerung ein, bis sie darin ertrank. Sie durfte nicht kämpfen. Sie durfte nicht auf das Schlachtfeld. Sie war zu wertvoll als Hallerin und Zaubertrankmeisterin. Der Orden konnte es nicht riskieren, sie zu verlieren. Sie stand endlos in der Nachwirkung der Kräfte, die sie nicht beeinflussen konnte. Also benutzte sie, was sie hatte. Ihre Stimme und ihre Position als Ordensmitglied. Sie benutzte ihren Sitz in den Treffen da zu dem Orden die Wichtigkeit, das Training über Verteidigungsmagie hinaus auszuweiten, nahezulegen. Sie setzte sich nicht für die Folter und die Verwendung von unverteidigten Flüchen ein. Sie wollte einfach nur, dass seinen Widerstandskämpfern die ausdrückliche Erlaubnis erteilt wurde, Todesse in Notwehr zu töten. Sie hatte nicht gedacht, dass es eine besonders schwierige Position zu vertreten sein würde, nach drei Jahren Krieg. Doch das war sie. Harry war unnachgiebig. Sie würden keine dunkle Magie verwenden. Sie würden keine Leute töten. Der Großteil des Ordens hat sich Harry angeschlossen. Hermine wurde als das schwarze Schaf abgestempelt, was nach und nach die meisten ihrer Freundschaften zerstört hat. Es ist nicht komplett überraschend gewesen, als Ginny angenommen hatte, dass Naib die einzige Person sein könnte, mit der Hermine in einer Beziehung sein hätte können. Ginny hatte recht. Hermine ist fast immer allein gewesen. Hermine seufzte und tritt die Dusche ab. Wenn sie etwas anderes gemacht hätte, hätte sie den Ausgang des Krieges ändern können? Wenn sie sich mehr auf Verteidigung konzentriert hätte, wenn sie nicht Heilkunst und Zaubertränke nachgegangen wäre? Wenn sie nicht für zwei Jahre weg gewesen wäre? Hätte es einen Unterschied gemacht? Hätte sie damit jemanden retten können? Ein Kloß bildete sich in ihrem Hals, als sie sich an Malfoys Schehelei vor ein paar Monaten erinnerte. Sie schluckte schwer und presste ihre Lippen zu einer dünnen Linie zusammen, als sie aus der Dusche stieg und sich abtrocknete. Sie hielt kurz inne und schaute ihre Reflexion an. Sie hasste ihr Spiegelbild. Sie hasste es, es zu sehen. Sie versuchte immer, ihren Blick abzuwenden, wenn sie in einem Spiegel vorbeikam. Sie erkannte die Person, die sie im Spiegel sah, kaum wieder. In ihre Erinnerung ist sie eingefallen, durch den Stress und die Unterernährung gewesen. Blass, weil sie immer nur drinnen gewesen ist und Leute geheilt und Tränke gebraut hat. Ihre Haut ist bleich geworden, ihre unzähmbare Haare, immer sorgfältig in straffe Zöpfe geflochten, um es sicher hinter dem Kopf festzustecken. Knochig und mit dürren Armen und Beinen, ihre Augen groß und dunkel, aber mit einem Feuer, das in ihnen lodete. Jetzt. Ihr Gesicht war nicht länger eingefallen. Mit ausreichend Nahrung füllten sie ihre Wangen wieder aus, sodass sie nicht mehr hohl waren. Die regelmäßigen täglichen Spaziergänge haben ihr einen leichten, natürlichen Hautton gegeben. Ohne einen Kamm oder Haarbänder konnte sie ihre Haare nur mit den Fingern kämmen und offen lassen. Es fiel in einem wilden Chaos aus Wellen und Locken bis unterhalb ihren Ellbogen. Ihre Knie und Ellbogen und Hüftknochen und Rippen stachen nicht mehr hervor. Sie hat Muskeln durch die Übungen aufgebaut. Sie sah gesund aus. Sogar hübsch. Normal. Wie eine Hermine aus einem anderen Leben. Aber ihre Augen... Ihre Augen waren tot. Es lautete kein Feuer mehr in ihnen. Der Funke, der, wie sie fand, sie so sehr ausgemacht hatte, war verschwunden. Sie war eine lebendige Leiche. Sie tritt sich vom Spiegel weg und zog sich an. Der Furchtbarkeitstrank beeinflusste, wie ihre Robben ihr passten. Die Knöpfe über ihren Busen spannten und sie konnte ihre Nippel durch den Stoff erkennen. Sie ließ ihre Schultern nach vorne fallen und versuchte es zu verstecken, indem sie ihre Haare nach vorne legte. Als sie im Zimmer zurückkam, fand sie ein Mittagessen für sie bereitgestellt. Sie stocherte in einem Gurkensalat herum und schaute aus dem Fenster. Der Schnee war geschmolzen. Das Anwesen wurde von endlosem Grau überzogen. Sogar der Himmel war grau. Sie starrte noch immer aus dem Fenster, als die Tür aufging. Sie schaute hinüber und sah, dass Malfoy reingekommen war. Er hatte seine Jagdklamotten an. Sie waren so sauber, dass sie annahm, dass er irgendwo hingehen wollte und nicht gerade zurückkam. Er hielt ein paar Handschuhe in einer Hand. Sie fragte sich, ob das das Outfit war, das er anhatte, als er Ginny, Neva McGonagall, Alastair Moody, Neville, Dean, Seamus, Professor Sprout, Madame Pomfrey, Professor Flitwick und Oliver Wood umgebracht hat. Er hatte es wahrscheinlich immer unter seinen Todesserruppen an. Eisenbauchleder war sehr resistent gegen Magie und fast unzerstörbar durch physikalische Einflüsse. In einem Duell, außer der Angreifer, schaffte er es, seinen Kopf zu treffen oder er verwendete den Todesfluch, welcher Malfoy praktisch unbesiegbar. Jemand mit Fesseln, die die Magie blockierte, hätte keinerlei Chance gegen ihn. Aber nun ja, wann haben Suthervins schon jemals fährt gekämpft? Sein Blick trat auf ihren, von der anderen Seite des Zimmers und er beobachtete sie aufmerksam. Sie verschränkte ihre Arme, schützend vor ihrer Brust. Erinnerst du dich jetzt an mich? fragte er. Zu meiner tiefen Enttäuschung leide schon, sagte sie und schaute von ihm weg. Er kam langsam auf sie zu. Ich habe Heilerin Stroud informiert, was passiert ist. Anscheinend hat sie sich nicht die Mühe gemacht, zu verifizieren, dass der Fruchtbarkeitsdrang keine negativen Reaktionen mit Leglementik haben würde, sagte er mit einem leichten Schnauben. Ich bezweifle, dass die Kombination etwas ist, das Taubertrankmeister normalerweise untersuchen würden, sagte er ihm ihn trocken. Es gab eine kurze Pause und Mel verzog eine Zeitung aus dem Nichts hervor und reichte sie ihr. Sie nahm sie mit einem neugierigen Ausdruck aus seiner Hand. Du hast deine tägliche Lektüre anscheinend gut genutzt, sagte er, als sie sie auseinanderfandete. Drittens Gespräche in Skandinavien, hieß es auf der Titelseite. Sie grinste leicht in sich hinein und überflog den Artikel. Woher hast du es gewusst? fragte er nach einer Minute der Stille nach. Sie blickte von der Zeitung auf. Das hier? sagte sie unschuldig und hörte er auf den Artikel. Er vertrete seine Augen. Nein. Ihr Mundwinkel zuckte. Ich bin eine Heilerin, sagte sie, dann schaute sie nach unten auf ihre Handgelenke. Oder ich war zumindest mal einer. Ich habe mich darauf spezialisiert, dunkle Magie zu heilen. Ich kenne die Anzeichen von magischem Zerfall. Zu viel von bestimmten Arten von dunkler Magie und es verwandelt sich zu Giftkörper. Der Körper und die Magie versuchen es zu verarbeiten. Wenn sich dunkle Magie erst einmal in den Zellen ansammelt, gibt es kein Zurück mehr. Die Magie frisst einen von innen heraus auf. Sie legte die Zeitung auf die Seite. Die Magie verliert dadurch natürlich nicht ihre Kraft. Er ist immer noch eine der mächtigsten Zauberer in der ganzen Welt. Aber körperlich zerfällt er. Nicht mal das ganze Einhornblut, das er aufnimmt und in dem er batet, kann seine Symptome erfolgreich binden. Selbst wenn er unsterblich ist, wird er schon bald kaum noch ein Schatten sein. Er wird im Erde verschwinden. Mit Harrys Tod hat er keine Möglichkeit, wiedergeboren zu werden. Wenn all seine Horkruxen zerstört wurden, wird er einfach aufhören zu existieren. Malfoy schaute sie gerissen an und sie hielt seinem Blick stand. Diese Verbindung, sie werden Horkruxen genannt, oder? fragte sie. Er nickte langsam. Neue Erinnerung? sagte er. Sie nickte. Während dem Krampfanfall, sagte sie und linde sich im Stuhl zurück. Der Orden hat sie gejagt. Roll und Harry wurden darauf angesetzt. Sonst noch irgendwas? sagte er. Seine Stimme war tief und gefährlich. Ron war über die Zahlen der Todesopfer verärgert. Uns gingen die Mittel aus. Ich bezweifle, dass es irgendetwas ist, was du nicht eh schon wusstest, sagte sie leise. Sie schaute ruhig zu ihm hoch. Sie erwartete, dass er sofort in ihren Stand einringen würde, um es zu überprüfen. Er schaute sie nur an. Sie schaute weg und nach einigen Minuten blickte sie zögernd wieder zu ihm auf. Er bemerkte ihre Aufmerksamkeit und legte seinen Kopf schräg, während er eine Augenbraue hochzog. Kingsley Shacklebolt, sagte sie. Hannah hat ihn nicht erwähnt. Alle sagen immer, dass ich die Einzige bin, die vom Orden noch übrig ist. Aber ich erinnere mich nicht. Er ist ein paar Monate vor der letzten Schlacht gestorben, sagte Malfoy und schaute von ihr weg. Sein Kiefer spannte sich leicht an. Hermine hat es fast vermutet, aber sie verspürte dennoch ein schneidendes Zieren in ihrer Brust, als sie die Bestätigung bekam. Sie war sich fast sicher, dass sie die Antwort auf ihre nächste Frage auch schon wusste. Warst du dajenige, der... Er sah ihr in die Augen und nickte. Er stand mir im Weg. Kapitel 18 Hermine blickte mit Fassungslosigkeit auf das Stück Papier, das sie in den Händen hielt. Sie zog die Augenbrauen zusammen, während sie es in der Hälfte faltete und dann stoppte. Sie wusste nicht mehr weiter. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, wie man einen Origami-Kranich faltete. Sie hatte mehr als tausend von ihnen gefaltet, große und kleine, Tag für Tag. Sie hatte Erinnerungen daran, dass sie sie gefaltet hat. Aber irgendwie... Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, wie sie es machen musste. Sie versuchte es weiter, jeden Morgen, nachdem sie die Zeitung gelesen hatte, aber irgendwie konnte sie nicht herausfinden, wie sie sie falten musste. Sie konnte sich nicht mehr an die Reihenfolge der Falze erinnern. War es erst eine Diagonale? Vielleicht musste sie es in der Hälfte falten und dann nochmal? Sie versuchte es auf beide Arten. Sie konnte sich nicht erinnern. Das Wissen darüber war einfach... weg. Sie hatte keinen dazu vorgefalteten Kraniche mehr, damit sie die Schritte ableiten konnte. Die Elfen ließen sie immer alle am Ende des Tages verschwinden. Hermine seufzte und legte das Papier auf die Seite. Es muss während des Krampfanfalls verloren gegangen sein. Wahrscheinlich wurde ihr Gehirn verletzt. Die Erinnerung... Das Wissen ist von dort verschwunden, wo sie es aufbewahrt hatte, als ob es niemals existiert hätte. Nur wusste sie, dass es existiert hat. Sie erinnerte sich ganz genau daran, dass sie in der Lage gewesen war, sie zu falten. Es machte nichts. Sie wusste nicht einmal, warum sie Kraniche gefaltet hat. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann sie es gelernt hat. Vielleicht in der Grundschule, grübelte sie. Sie zog ihren Mantel an und ging nach draußen. Das Anwesen war trostlos und matschig. Der Winter war in seinen letzten Zügen, bevor der Frühling kam. Die Fenster waren noch ab und zu am Morgen mit Frost überzogen, aber die Tage wurden wärmer und es regnte tagelang durch. Es regnte nur leicht, also wagte sich Amina nach draußen. Sie konnte in der Zwischenzeit durch fast alle Garten gehen, die das Haus umgaben, solange sie nicht zu weit im Offenen lag. Offener Plätze, sie kam noch immer nicht klar damit. Wenn sie ab und zu probierte, sich an den Hecken vorbei, ins Offene hinaus zu zwingen, fühlte sie sich, als ob jemand sie aufschlitzen würde. Ihr die Nerven aus dem Körper schnitt und sie in der Kälte und im Wind ausbreitete. Ihr Verstand faltete sich einfach zusammen und ließ sie alleine in Schock zurück. Sie kam nicht, nicht damit klar. Sie fragte sich, ob sie jemals wieder damit klarkommen würde, ob sie sich jemals von ihrer Agoraphobie erholen würde. Die Angst fühlte sich so an, als ob sie sich tief in ihrem Inneren und durch sie hindurch verwurzelt hatte. Von ihrem Gehirn und ihrer Kehle hinunter, um ihre Lunge und Organe, wie eine invasive Rebe, die darauf wartete, sie zu Tode zu bürgen. An den Tagen, wo es nicht wie aus Kübeln schüttete, so brachte Hermine die meiste Zeit damit, ab dem Anwesen umherzuwandern. Sie kam voller Scham wieder zurück und hatte keine andere Wahl, als eine Spur über die Veranda bis nach drinnen und durch die Gänge zu ziehen. In Zaubererhäusern gab es keine Tradition, Fußmatten oder Abschreifer zu haben, wenn ein schneller Ratze-Putz-Zauber den meisten Schlamm verschwinden ließ. Hermine murmelte jeden Tag Entschuldigungen für die Haushälte in den Gedanken. Ihre Tage sind in eine abscheuliche Art von Monotonie übergegangen. Sie wachte auf und aß Frühstück. Sie las mehrmals die Zeitung. Sie faltete Origami. Erst Mittagessen. Wenn es draußen nicht in Strömen regnete, ging sie nach draußen und erkundete das Anwesen für mehrere Stunden. Wenn es zu stark regnete, ging sie nur kurz nach draußen und trennte dann in ihrem Zimmer, bis sie fast zusammenbrach. Sie duschte. Sie erkundete das Haus. Sie erstaatlich. Sie hat Abendessen. Manchmal kam Malfoy im Leglement, die ganz zu wenden. Manchmal kam er und fliegte sie reaktionslos über einen Tisch. Sie ging schlafen. Sie wachte auf und das Ganze wiederholte sich. Tag für Tag. Es gab nichts Neues, außer die Nachrichten. Sie redete nie mit jemand anderem als Malfoy und das Trout. Dass sie wusste, dass das Züchtungsprogramm nur eine Ablenkung war, endete nichts. Dass sie wusste, dass Voldemort sterben würde, dass er Horkruxe gehabt hat, endete nichts. Zumindest nicht für sie selbst. Malfoy verbrachte immer noch all seine Zeit damit, denjenigen zu jagen, der das Medaillon zerstört hatte. Als er kam, um sie zu inspizieren, sah er deutlich abgearbeiteter aus. Er durchsuchte ihre Gedanken nur oberflächlich, so als ob er Angst davor hatte, noch mehr Schaden anzurichten oder noch einen Krampfanfall auszulösen. Hermine hatte die Vermutung, dass Voldemort ihn regelmäßig mit dem Cruciatusflug folterte. Jedes Mal, weil Malfoy berichtete, dass er den Schuldigen noch immer nicht gefunden hatte. Er kam nicht, wie sie feststellte, blass vor Wut zurück. Er war blass durch die körperliche Erschöpfung, verursacht durch die Folter. Er sah fast so aus, als ob er täglich gefoltert wurde. Die Symptome zeigten sich deutlich jedes Mal, wenn sie ihn zu Gesicht bekamen. Er schien sichtlich abgenagt, als ob er kurz vor dem Zusammenbruch war. Der Cruciatus machte das mit einem. Wenn er so regelmäßig benutzt wurde, auch wenn er einen nicht verrückt werden ließ, konnten sich denn noch Langzeitfolgen festsetzen. Seine Hände, sie zuckten, so wie Hermine es immer noch ab und zu taten. Sie fragte sich, ob er wegen den Auswirkungen der Folter behandelt wurde, ob er überhaupt Zeit dafür hatte. Natürlich hatte er das, redete sie sich ein. Er hatte sie behandeln lassen, nachdem sie einen Krampfanfall hatte. Er würde wahrscheinlich den gleichen Heiler benutzen. Er musste einen Heiler haben. Er hat sich wahrscheinlich schon während des Krieges an einen Heiler gehalten. Er war nicht der Typ Mensch, der in einem St. Mungus-Weiterzimmer sitzen würde. Sie versuchte, die Symptome nicht wahrzunehmen. Die Blässe, das gelegentliche Krampf in seiner Finger, die erweiterten Pupillen. Sie erinnerte sich daran, dass er versuchte, das letzte Mitglied des Ordens zu jagen und zu töten. Jedes Mal, wenn er gefoltert zurückkam, hieß das, dass er gescheitert war und der Orden überlebt hatte. Aber es störte sie als Heilerin. Der Verfall, sie konnte sich nicht davon abhalten, es zu bemerken und das nackte unerklärlicherweise an ihrem Gewissen. Sie ignorierte es. Voldemort war am Sterben und Malfoy wusste es und er hat darauf reagiert, indem er die Ränge aufgestiegen ist und den Orden ausgelöscht hat. Sie hatte sich gewundert, warum er fast sklavisch gehorsam war, sogar als er sie als Mutter seiner künftigen Kinder bekommen hat. Jetzt wusste sie es. Natürlich würde er alles dafür tun, um gut es ging, vor Voldemort dazustehen. Ron hatte recht. Malfoy sah sich selbst wahrscheinlich als Nachfolger an. Wie könnte er es nicht? Der hohe General, die Hand des Todes vom dunklen Lord. Wenn Voldemort schlussendlich verblasste, wer würde es wagen, anzuzweifeln, dass Malfoy der nächst in der Reihe war? Es gab keinen Todesser, den man mit ihm vergleichen konnte. Malfoy strebte offensichtlich an, der nächste dunkle Lord zu werden und außer Voldemort würde ihn vorher töten, erwartete Hermine auch nichts anderes. Sie fragte sich, welche Art von dunklem Lord Malfoy wohl sein würde. Was erwartete er sich überhaupt davon? Hermine wusste es immer noch nicht. Vielleicht würde sie es nie wissen. Sie hat immer schon gerätselt und ihn aber nie verstanden. Er verdiente es zu sterben, dachte sie sich. Er verdiente es, gekruziert zu werden. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn Draco Malfoy getötet oder geisteskrank werden würde. Jedoch störte sie der Gedanke an ihn, wie er mit leblosen Augen auf der Janethicke-Station liegen würde. Passiv die Auswirkungen der regelmäßigen Folter an ihn zu beobachten, gab ihr seltsamerweise ein schuldiges Gefühl. Sie konnte nichts dagegen tun. Sie erinnerte sich verbittert daran, als sie durch das Heckenlabyrinth ging, selbst wenn sie ihm helfen wollte, was sie nicht tat. Er war ein Todesser. Es hat ihn ja niemand dazu gezwungen, ein Todesser zu werden oder Dumbledore umzubringen oder den gesamten Orden des Phönix zu ermorden und fast den gesamten Widerstand auszulöschen. Er verdiente jedes bisschen Leid, das mit seiner Gefolgschaft einherging. Sogar noch mehr. Wenn sie ihn schon nicht töten könnte, war die Ironie, dass es Voldemort sein würde, der langsam diese Tat vollzog, sowohl passend als auch selbstzufriedenstellend, wenn man darüber nachdachte. Größtenteils. Hermine seufzte und blieb stehen. Sie presste ihre Handballen gegen ihre Augen. Sie versuchte, den Kopf freizubekommen. Es schien, als ob sie selbst für ein solches Monster ein weiches Herz hatte. Sie hatte schon immer die Idee von bloßer Folter verabscheut. Es hat sie sogar gestört, als sie Umbridge gesehen hatte. Anscheinend konnte sie nicht einmal Malfoys genießen. Ihre nächste Furchtbarkeitsperiode wurde durch den Trank wesentlich schlimmer gemacht. Als es soweit war, wurden ihre Brüste um einige Körbchen größer, größer. Ohne einen BH hingen sie nur da und taten weh und waren schmerzhaft empfindlich. Ihr Unterbauch schwoll an, sodass es tatsächlich so aussah, als ob sie in den ersten Monaten schwanger war. Es war entsetzlich. Hermine fand sich unausweichlich, lebhaft damit konfrontiert, wie es sein würde, schwanger zu sein, auf eine Art und Weise, die sie bis jetzt hatte ignorieren können. Sie weinte. Ihre Klamotten passten ihr nicht. Sie konnte keine Übungen machen. Es war zu unangenehm. Sie fühlte sich extrem müde und nervös. Sie verkroch sich einfach in ihrem Zimmer und versuchte, all die Dinge zu ignorieren, die ihr Körper tat. Als der Tisch auftauchte, war es fast schmerzhaft, sich darüber zu lehnen, als sie das Gewicht spürte, das sich auf ihre Brust presste. Sie schluckte schwer. Ihr ganzer Körper fühlte sich empfindlich an, vor allem in Bereichen, an die sie auf keinen Fall denken wollte. Als sie die Tür hörte, konzentrierte sie sich komplett auf den Schmerz. Sie lehnte sich noch mehr auf ihre Brüste, als es notwendig gewesen wäre, und zwang sich dazu, auf nichts anderes zu achten. »Bitte werde nicht schwanger!« »Bitte werde nicht schwanger!« schlugte sie ihren Körper an. Nach dem fünften Tag, als Malfoy vorbeikam, um ihre Erinnerung zu untersuchen, schien er etwas weniger nervös, nicht ganz so leicht und blass, weniger zeitnah gefoltert. Es sah sich Hermines Erinnerung mit Ron mehrere Male an, als ob er nach Details suchen würde. Als er ihre Besorgnisse über seine Foltersymptome fand, zog er sich aus ihren Gedanken zurück. »Du machst dir Sorgen um mich, Schlammblut?« sagte er spöttisch. »Ich muss zugeben, ich hätte nicht damit gerechnet, so einen Tag jemals zu erleben.« »Du sollst es nicht als Kompliment verstehen!« sagte Hermine steif. »Es tat mir auch für Umbridge leid, als er sie gefoltert hat, und dennoch tanze ich voller Freude auf ihrem Grab.« Sein Mund verzog sich vor Belustigung. »Leider haben die Schlangen sie gefressen.« Hermine musste grinsen, bevor sie sich davon abhalten konnte. Malfoy schießt ein bellendes Lachen aus. »Du bist ein Miststück!« sagte er mit einem leichten Kopfschüttern. Hermines Grinsen verblasste er. »Manche Leute verdienen es, zu sterben!« sagte sie kühl. »Und andere, die es nicht verdient haben, töten sie trotzdem.« Er verdrehte die Augen, als ob sie lediglich seine Manieren kritisiert hat. »Ich habe das getan, was mir befohlen wurde!« sagte er mit einem Schulterzucken. »Kriegst du dir das ein, um dein Gewissen zu erleichtern?« bemerkte sie höhnisch, als sie sich im Bett aufsetzte. »Als du sie aufgehangen und zum Verrotten dort gelassen hast, denkst du, du warst großmütig?« Er schenkte ihr ein dünnes Lächeln und zog eine Augenbraue nach oben. Dein Widerstand war ziemlich unermüdlich, sogar nachdem Potter vor ihren Augen gestorben war. Sie waren die Art, die den Berichten der Todesser über die Tode nicht geglaubt haben. »Wie viele Kämpfer, glaubst du, hätten versucht abzuhauen, wenn sie nicht die verrotteten Leichen mit ihren eigenen Augen gesehen hätten? Ich bin mir sicher, du würdest es nicht für gut heißen, selbst Mordoptimismus zu unterstützen?« »Irgendjemand ist noch da draußen,« sagte sie. »Irgendjemand, den du noch nicht gefangen hast.« er grinste leicht. »Nicht mehr lange.« Hermine spürte, wie ihr das Blut so schnell aus dem Gesicht wich, dass sich ihr Kopf ganz hohl anfühlte. »Hast du?« ihre Stimme zitterte. »Noch nicht. Aber ich kann es praktisch garantieren.« sagte er in deinem grausamen Lächeln. »Lange bevor der dunkle Lord verschwindet, wird das letzte Mitglied des Ordens tot sein. Und ein wertvoller kleiner Widerstand wird nicht einmal wissen, dass es jemals existiert hat.« »Das kannst du gar nicht wissen,« sagte Hermine entschlossen. »Ich weiß es,« sagte er, und sein Ausdruck wurde so hart, er hätte aus Marmor gemeißelt sein können. »Das ist eine Geschichte mit nur einem Ende. Wenn dein Orden ein anderes hätte haben wollen, dann hätten sie andere Entscheidungen treffen müssen. Vermutlich ein paar härtere und realistischere. Sie hätten von ihren Märchenvorstellungen ablassen müssen, dass sie einen Krieg gewinnen können, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Sie waren Idioten, fast alle von ihnen.« Er schaute spottisch auf sie herunter. »Weißt du, wie einfach es ist, jemanden zu töten, wenn sie dich nur betäuben wollen? Sehr einfach. So einfach, dass ich es in der Zwischenzeit sogar im Schlaf könnte.« Hermine schaute ihn an, beobachtete, wie sich sein Mund vor Spott verzog und sah die Wut in seinen Augen, als er sprach. »Wen hast du so sehr?« fragte sie, weil sie immer noch nicht verstand. Es schien die Grenzen der Magie zu überschreiten. »Sehr, sehr viele Leute«, sagte er mit einem unverschämten Schulterzucken. Dann lächelte er. »Die meisten von ihnen sind jetzt tot.« Er ging aus dem Zimmer, bevor sie irgendetwas anderes fragen konnte. Nach fast einem Monat fiel Montekio wieder an, das Anwesen zu besuchen. Hermine ist zu der Feststellung gekommen, dass er ziemlich wahrscheinlich kein Mitglied des Ordens war. Wenn dem so wäre, hätte Voldemort Malfoy schon längst auf ihn gehetzt. Als sie eines Tages von ihrem Spaziergang zurückkam, waren ein halbes Dutzend Hauselfen auf der Veranda des Nordflügels und stellten große Tische auf und drapierten eine riesige Menge Blumen überall. Einer von ihnen verschwand sofort in einem Lauten. Als er sie erblickte und einen Moment später erschien Topsy und Kammer Famine zu. Die Gebieterin feiert heute Abend eine Ostraparty. Das Schlammblut hat außer Sichtweite zu bleiben, sagte Topsy. Hermine blinzelte und schaute sich auf der Veranda um, die eher so aussah, als ob sie für eine Hochzeitsfeier vorbereitet wurde, nicht für eine Feier des Frühlingsanfangs. Okay, sagte Hermine und suchte sich einen anderen Eingang zum Haus. Sie beobachtete die Vorbereitungen von den Fenstern in den oberen Stockwerken und folgerte, dass der Frühlingsanfang nur eine Ausrede für Astoria war, um eine Party zu schmeißen. Man konnte keine Rituale oder Tradition erkennen, außer die Unmengen an Blumen. Hermine beobachtete, wie die Gäste ankamen, Todessa, jede Einzelne von ihnen. Sie gingen steif und formell miteinander um, bis die Getränke großzügig ausgeschenkt wurden. Als jeder Platz genommen hatte und das Essen im vollen Gange war, trat Hermine von ihrem Platz am Fenster zurück, von dem sie sie beobachtet hatte, und schnappte sich ihren Mantel. Sie huschte einen leisen Gang hinunter und schlüpfte nach draußen in den Garten. Sie konnte die Stimmen von der Party über die Hecke hören. Wenn sie eine gute Position finden würde, konnte sie die Leute vielleicht belauschen. Vielleicht würde jemand etwas Nützliches über den Orden oder den Widerstand sagen. Oder über schwer herauszufinden, was tatsächlich wahr war. Sie folgte den geschwungenen Weg in das Hecken Labyrinth. Ihre Schritte waren leise. Ihr ist nicht gesagt worden, dass sie nicht nach draußen kommen darf. Es war eine Erleichterung zu versuchen, das zu belauschen, was eindeutig zu einer betrugten Dinnerparty wurde. Hermine fühlte sich lebendig. Anstand sich nur für eine mechanische tote Kreatur zu Origami zu falten, zu trainieren und zu warten, dass ein Tisch in der Mitte ihres Zimmers auftauchte, damit sie klinisch darüber gefickt werden konnte und sie dann für einen weiteren Zyklus zurückgelassen wurde. Die Veranda war nur auf der anderen Seite der Hecke. Sie konnte die Stimmen klar verstehen. Sie hat kaum noch irgendwelche Finger, beschwerte sich die eine Stimme. So etwas kann ich nicht bekommen, um sie zu vögern. Aber jetzt, wo sie schwanger ist, hat sie die geilsten Tüten bekommen. Das macht die Sache mit den Fingern definitiv wieder gut. Hermina starrte. Sie redeten über die anderen Mädchen. Wahrscheinlich Pavati oder Angela. Beide hatten kaum noch Finger. Manche der Mädchen waren schwanger. Emina deine beiden Augen! mischt sich eine andere Stimme ein. Meine ist grausam anzuschauen. Ich vögle sie nur von hinten oder lege etwas über ihr Gesicht, damit ich nicht in das verdammte Loch in ihrem Kopf starren muss. Ich habe jetzt eine Augenklappe besorgt, aber trotzdem. Hannah ebbert. Sie sind nicht dafür gedacht, sie anzuschauen, unterbrach Astorias schneidende Stimme. Es ertönte Betrunkenes, wie Henders lachen nach dieser Bemerkung. Du solltest sehen, Ich muss nur mit den Fingern schnüpfen und sie beugt sich von über. Ihre Fotze ist so ausgeleiert, ich fügele sie lieber in den Arsch, außer es ist an einem der vorgeschriebenen Tage. Muss eine ziemliche Schlampe damals in Hogwarts gewesen sein, aber sie war, sie mal einen Schwanz lutscht, ich hab sie unter dem Tisch jeden Morgen, wenn ich frühstücke. Hermine fühlte sich, als ob ihr jemand ein Messer in den Rücken gerammt hatte. Das Grauen, das sie verspürte, war körperlich schmerzhaft. Es gab viele zustimmende Laute der Bewunderung. Du hast das Schlammblut, oder Malfoy? Ich hab den schönen großen Artikel darüber im Tagespropheten gesehen. Ja, das habe ich, sagte Malfoys eisige Stimme. Die Gefängnisdirektorin hat sie in der Schule damals schon gehasst. Ich wette, sie ist nur noch in Stücken zu dir gekommen. Nein, sagte Malfoy knapp. Der dunkle Lord wollte, dass sie intakt bleibt. Glücklicher Mistkerl, mummelte jemand. Es muss Spaß machen, in ihr kleines Besserwisseren Gesicht zu schauen, wenn du in sie rammst. Weint sie? Ich habe mir immer vorgestellt, dass sie weinen würde. Ich hatte so viele Fantasien, damals für Schulzeiten, wie ich sie auf einem Schreibtisch festhalte, während ich in sie stoße und sie am Heulen ist. Hermines Haut krabbelte und sie zog ihren Mantel fest um sich. Ich habe nie wirklich darauf geachtet, antwortete Malfoy mit einem gelangweilten Unterton. Was Was der dunkle Lord anordnet, werde ich tun, aber es gibt nichts an ihr, was mein Interesse wecken könnte. Einige Stimmen grummelten irgendetwas über Malfoy, aber die Unterhaltung ging zu einem anderen Thema über. Hermines Ohren spitzten sich. Sie diskutierten an Bridges Tod. Sie beschwerten sich über die Patrouillen im Verbotenen Wald und was für eine Schererei die Centauren waren. Es schien Es war enttäuschend, aber nicht überraschend. Sie hörte weiter zu. Malfoy wurde nach Rumänien geschickt. Das waren Neuigkeiten. Es waren Hinrichtungen geplant und Voldemort wollte, dass sie mit einer Zeremonie durchgeführt wurden. Eine Demonstration der Stärke, falls irgendwelche der europäischen Länder den Attentat auf Flickness als ob das der Grund dafür war, dass Voldemort aufgehört hatte, Malfoy zu foltern. Er musste in bester Form sein, um seine Tat fürs Morden noch Männern zur Schau zu stellen. Er konnte gemurmelte Eifersucht über Voldemorts Auftrag hören. Hermines Lippen verzogen sich. Welche Art von widerlichen Kreaturen wurde eifersüchtig, weil jemand andere Leute umbringen durfte? Wirst du sie die Tradition? sagte Malfoy so gekünstelt, dass Hermine das Augenvertrehen praktisch vor sich sehen konnte, das sicherlich mit der Aussage einherging. Sie wusste nicht, was sie mehr aus der Fassung brachte. Malfoys Gleichgültigkeit oder die Bewunderung der anderen Todesser? Die Unterhaltung endete das Thema und bot nichts Nützliches mehr an. Man hörte das Geräusch von Stühlen, die über den Boden schabten und Leute, die aufstanden und Astoria hörte nicht auf, von den Blumen in ihrem Treibhaus zu fasern. Hermine schlüpfte durch die Hecken zurück zum anderen Eingang des Anwesens. Sie wollte nicht aus Versehen von einem der Todesser entdeckt werden, falls sie sich dazu entscheidet, die Hecken zu erkunden. Sie hatte fast das Haus erreicht, als plötzlich Immobulus. Der Zauber traf sie an des Halter ihres Kopfes. Sie erstarrte an Ort und Stelle, als Graham Monteclue durch die französischen Türen des Anwesens trat. Wer hätte gedacht, dass sich abzuseilen und zu pissen mir so viel Glück verschaffen würde? Er schien verwundert, als er auf sie zukam. Mit all den Schutzzaubern, die Malfoy deinem Flügel des Anwesens hinzugefügt hat, hatte ich schon fast Angst, dass ich dich nie wieder erreichen würde. Hat er dich schon geschwängert? Er führte einen Schwangerschaftsnachweis zauber aus und grinste, als er negativ war. Ich hätte nie gedacht, Astoria dazu zu bringen, eine Frühlingsanfangsparty zu schmeißen. Die Sache wäre, die eigentlich funktionieren würde, sagte er und lachte in sich hinein. Er beobachtete ihr Gesicht. Sein Ausdruck war triumphierend, so wie er es auch an Silvester gewesen ist. Er knöpfte ihren Mantel auf und streifte ihn von ihren Schultern. Fuck, die hattest du das letzte Mal noch nicht. Ihre Brüste waren immer noch durch den Fruchtbarkeitsdrank etwas angeschwollen. Er grabsch an ihrer linken Brust und rückte sie, als er näher kam, sodass ihre Körper fast aneinander gepresst waren. Er verkrub seine Nase in ihren Haaren und roch an ihnen. Er roch säuerlich vom Wein, betrunken. Du hättest mir gehören sollen, weißt du, sagte er und ging leicht zurück, damit er sie nochmal von oben bis unten anschauen konnte. Ich war derjenige, der dich gefunden hat, als du Sachse es angegriffen hast. Als ich dich da unter dem Himmel aus brennenden Demetoren gesehen habe, ich wollte dich gleich da auf dem Feld ficken. Prost verstärkte sich, als er sprach. Seine Finger gruben sich in ihr Fleisch. Wenn sich Hermine nur irgendwie bewegen hätte können, hätte sie vor Schmerzen auch Luft geschnappt. So habe ich mein Mahl bekommen, weißt du, indem ich dich gefangen habe. Mein außergewöhnlicher Dienst für den dunklen Lord. Als ich dich in Sussex gesehen habe, habe ich dich aus dieser Hölle wiedererkannt. Erinnerst du dich, wie ich gefragt habe, ob ich dich haben kann. Ich habe den dunklen Lord an dich erinnert für das Züchtungsprogramm. Er hat gesagt, dass du mir gehören würdest, aber dann hat er seine Meinung geändert und dich zum Malfoy gegeben. Montague zischte und drehte ihre Brust fest in seiner Hand. Verdammter Malfoy bekommt alles, aber ich schulde dir so viele Schmerzen dafür, dass du mich mit diesem vergifteten Messer gestochen hast, ich werde ihn mir nicht in die Quere kommen lassen. Ich habe schon so lange darüber fantasiert. Ich habe extra in den Karium gekauft, damit ich dir so oft ich will dabei zuschauen kann, wie du meine Hose aufknüpfst. Hermine würde zittern, wenn sie sich bewegen könnte. Sie wusste nicht, wovon Montague redete, aber sie erkannte den Ton aus raussamer und besessener Rara wieder. Er grinste sie an und platzierte die Spitze seines Zauberstabs auf ihre Stirn. Wir wollen ja nicht, dass Mervoy kommt und uns unterbricht, richtig? Confundo. Hermines Verstand verschwemm, als der Immobilisierungstauber aufgehoben wurde und sie brach in seine wartenden Arme zusammen. Kapitel 19 Da war etwas, irgendetwas stimmte hier nicht, dachte sich Hermine, als sie gegen die Hecke gedrückt und ihr Kleid aufgerissen wurde. Kalt, kalte Luft striff sie. Sie spürte Zähne an ihrer Kehle. Es tat weh. Es gefiel ihr nicht. Sie versuchte sich wegzudrücken, aber ihre Hände wurden grob zur Seite geschoben und dann spürte sie Zähne auf ihren nackten Brüsten, bevor sie hineinbissen. Hart. Sie weinte, glaubte sie. Finger waren zwischen ihren Beinen und stachen in sie, stießen gewaltsam in sie ein. Sie versuchte ihre Beine zusammen zu pressen, aber etwas klemmte sich zwischen sie. so dass sie es nicht konnte. Sie glaubte nicht. Die Hecke kratzte sie, starre in ihren Rücken. Finger sanken immer wieder in sie hinein und Zähne bissen in ihre Schulter und Brüste. Dann lag sie am Boden. Sie konnte den Kies des Weges unter ihren Händen spüren. Scharfkantige, kalte, kleine Steine. Irgendetwas, das sie nicht wollte. Es würde gleich geschehen. Sie war sich nur, sie war sich nicht sicher, was. Hatte es etwas mit Malfoy zu tun? Ein Mann knickte zwischen ihren Beinen. Montague. Sie starrte zu ihm nach oben, verschwommen. Ihre Finger zuckten, kratzten durch das Kies. Er lehnte sich zu ihr nach unten. Sein Gesicht war ihrem sehr nah. Vielleicht wollte er ihr ein Geheimnis erzählen. Etwas berührte sie zwischen den Beinen. Sie hatte das Gefühl, dass sie wissen sollte, was, aber sie konnte sich nicht erinnern. Etwas, das nicht passieren sollte. Ein Geheimnis vor Malfoy, aber sie wollte nicht. Malfoy würde es wissen, wenn sie ein Geheimnis hätte. Er war immer in ihrem Kopf. Sie versuchte es dem Mann zu sagen, aber sie weinte einfach nur. Dann war der Mann plötzlich weg und sie hörte ein lautes, krachendes Geräusch. Sie drehte sich um und sah, dass der Mann in die Wand des Hauses gekracht war. Malfoy trat ihn so aggressiv, dass man ein knackendes Geräusch hören konnte. Hermine setzte sich hin und beobachtete. Malfoy hob den Mann an seiner Kehle hoch und zog ihn nach oben an der Wand, bis sie auf Augenhöhe waren. Wie kannst du es wagen? greifte Malfoy. Hast du gedacht, dass du damit davonkommen würdest, Montague? Es schien, als ob es dir egal ist, dass sie dir gehört, Malfoy, keuchte Montague. Ich habe angenommen, dass es dir nichts ausmachen würde, zu teilen, wenn man bedenkt, wie du Astoria zum Spielen rauslässt. Das Schlammblut hätte mir gehören sollen. Du hast dich vorgedrängelt. Ich habe sie gefangen. Sie gehört mir. Sie wird niemals dir gehören, sagte Malfoy spätisch, als er eine schnelle Stichbewegung mit seinem Zauberstab ausführte und durch Montagues Oberteil in seinem Bauchschnitt. Ohne zu zögern oder Montague von dort runter zu lassen, wo er ihn festhielt, rammte Malfoy seine Hand in Montagues Bauchhülle und fing an, seine Organe rauszuziehen und um seine Faust zu wickern. Montague schrie und schlug um sich. Malfoy zog eine Hand voll seiner Innereien weit genug raus, damit sie im Mundlicht schlitzerten. Wenn ich dich jemals wieder zu Gesicht bekomme, werde ich dich mit denen hier erwürden, sagte Malfoy mit einer tödlich ruhigen Stimme. Er ließ die Gedärme los, sodass sie wie Uhrenketten vorne an Montague runterhingen. Malfoy ließ das Blut und andere Flüssigkeiten mit einem Ratze Putzzauber von seiner Hand verschwinden, als er Montague dabei beobachtete, wie er wegtaumelte, wimmelnd und schluchzend und während er versuchte, seine Gedärme wieder in seinen Bauch zu stopfen. Malfoy drehte sich zu Hermine. Sein Gesicht war weiß. Du Idiot! Wieso bist du heute Nacht nach draußen gegangen? Hermine saß gemütlich im Kies und starrte ihn mit großen Augen an. Sie glaubte, sie sollte etwas sagen, aber sie war sich nicht sicher, ob sie sich erinnern konnte, was sie sagen sollte. Etwas über Malfoy glaubte sie, das war es, was sie dem Mann sagen wollte. Montague. Malfoy kommt immer für mich zurück, flüsterte sie. Er starrte sie an, sein Kiefer angespannt und seine Hände für einige Sekunden zu Fäusten geballt, bevor es so schien, als ob er etwas herunterschluckte. Was hat er mit dir gemacht? sagte er mit einer tiefen Stimme, als er sich vor sie hinkniete. Er probierte mehrere Gegensauber an ihr aus, bevor eine plötzlich wirkte und die Realität wie Eiswasser auf Hermine hereinbrach. Ein stickender Schluchzer brach aus ihr heraus und sie schlang ihre Arme um sich selbst und sie konnte die Bisswunden auf ihrem ganzen Körper spüren. Sie konnte nicht aufhören zu zittern. Malf folgte sich neben ihr, völlig ausdruckslos. Er steckte vorsichtig seine Hand aus und nahm ihren Arm. Komm, wir machen dich wieder sauber. Mit einem Ploppgeräusch tauchten sie wieder in ihrem Zimmer auf und er drückte sie sanft nach unten, sodass sie auf der Kante ihres Bettes saß, bevor er sich umdrehte und in das Badezimmer nebenan lief. wieder rauskam, er trug eine Waschschüssel mit nassen Tücher, die er ihr reichte. Hermine hatte aufgehört zu schluchzen und sie hatte immer wieder Schluck auf, als sie versuchte nicht zu weinen oder zu hyperventilieren. Malf drehte sich um und starrte aus dem Fenster, als sie versuchte den ganzen Kies und Dreck abzuwischen, der an dem Blut in den vielen Bissen über ihrem Körper verteilt klippte. Manche waren so tief, dass sie eher wie tiefe Krater als wie Zahnabdrücke aussahen. Sie fühlte, wie das Blut aus ihnen ihren Oberkörper hinablief. Ihre Hände zitterten so sehr, dass ihr das Tuch immer wieder in den Schoß fiel. Sie hörte ein irritiertes zischen und plötzlich schnappte sich mehr für das Tuch aus ihrer Hand. Sie schreckte zurück. Ich werde dir nicht wehtun, sagte er mit angespannten Stimme und setzte sich neben sie aufs Bett. Er streckte langsam seine Hand aus und drehte sie an der Schulter leicht zu ihm, um den Schaden zu betrachten. Sein Kiefer spannte sich an, als er sie anstarrte. Er bewegte sich langsam, so als ob sie ein verschrecktes Reh wäre, er fing an ihren Schultern an. Er wischte vorsichtig das Blut weg und murmelte Zauber, um die Wunden zu verschließen. Sie versuchte nicht jedes Mal zusammenzuzucken, als er sie berührte. Er arbeitete sich über ihren Schultern ihren Nacken nach oben, bevor er sich den Schlimmsten widmete, die sich auf ihren Brüsten befanden. Seine Lippen waren zu einer dünnen Linie zusammengepresst, als er anfing, sie zu heilen. Manche waren so tief und zerklüftet, dass es mehrere Sprüche brauchte, um sie zu heilen. Sein Ausdruck war sachlich und aufmerksam, als er arbeitete. Hermine beobachtete ihn. Sie war immer noch nicht dazu in der Lage, das zu aufzuhören. Er hatte sie bis dahin kaum angefasst, abgesehen von dem minimalen Kontakt, als er versucht hat, sie zu schwengen. Die einzigen Male, als er sie berührt tat war, als er sie davon abgehalten hatte, sich von der Prüstung zu stürzen oder wenn er mit ihr apparierte. Er arbeitete effizient. Schlussendlich rückte er von ihr ab und schaute weg. Noch irgendwo anders? fragte er. Nein, sagte Hermine mit angespannter Stimme. Sie zog ihre zerfetzten Roben um sich herum und umahnte sich selbst. Er schaute sie für einen Moment an, als ob er die Wahrheit sagte oder nicht. Dann ließ er die Waschschüssel mit Blut und Wasser verschwinden und stand auf. Ich werde dir einen Beruhigungstrank und den Schlaftrunk für traumlosen Schlaf für die nächste Woche schicken lassen, sagte er. Ich bin mir sicher, du hast gehört, dass ich für die nächsten Tage weg gehen werde. Du solltest in deinem Zimmer bleiben, bis ich wiederkomme. Hermine sagte nichts. sich an ihre Roben fest und zog sie enger um sich herum, während sie auf den Boden schaute. Sie konnte seine Schuhe sehen, die neben ihr standen. Dann drehte er sich um und ging aus dem Zimmer. Er schloss die Tür hinter sich. Hermine saß weiterhin wie erstarrt für einige Minuten da. Dann stand sie auf und ging ins Badezimmer. Sie ließ ihre Roben und das Kleid fallen, als sie dem Wasser dabei zuschaute, wie es die Badewanne füllte. Sie ließ die Klamotten einfach auf dem Boden liegen und hoffte, dass die Hauselfen sie einfach verbrennen würden, anstatt sie so reparieren. Das Wasser verfärbte sich rot von all den Blutresten an ihr und sie ließ es ab und füllte die Wanne erneut. Sie schrubbte sich, bis sich ihrer Haut wund anfühlte. Sie konnte noch immer spüren, wie sich Montegius Zähne in ihr vergruben. Die Haut, die im Herfall geheilt hat, war immer noch neu und sehr empfindlich. Sie kämpfte gegen den Trang an, sie sich aufzukratzen. Sie saß in der Badewanne und weinte, bis das Wasser kalt wurde und sie das Zittern anfing. Sie kletterte aus der Wanne und wickelte ein Handtuch um sich, als sie zögernd zu ihrem Bett zurücklief. Zwei Fläschchen mit einem Trank standen auf ihrem Nachttischchen. Sie trank den Schlaftrunk für traumlosen Schlaf und krabbelte ins Bett. Am nächsten Morgen blieb sie im Bett liegen. Es gab keinen Grund aufzustehen. Sie wollte sich nicht bewegen. Sie wollte nicht nachdenken. Sie wollte einfach noch eine Dosis des Schlaftrunk für traumlosen Schlaf. Egal wie sehr sie es auch versuchte, sie konnte nicht mehr einschlafen. Sie nahm den Beruhigungstrank und spürte, wie sich der Knoten des Horrors in ihrem Magen sich leicht löste und sie lag zusammen gerollt in ihrem Bett. Sie konnte ihre Gedanken nicht abschalten. Der Verstand war nie leiser. Es gab immer irgendwelche Erkenntnisse, Schuld und Trauer, irgendetwas, von dem sie besessen war oder um das sie sich Sorgen machte. Montague. Sie wollte nicht mal über Montague nachdenken. Es gab nur weniges von der Nacht zuvor, das nicht furchtanflößend war. Sie hatte irgendwie angenommen, dass die Situation für alle Mädchen im Züchtungsprogramm die gleiche war, dass wem auch immer sie zugeteilt wurden, sie gleich behandeln würde, wie sie auch behandelt wurde. klinisch, hauptsächlich in Ruhe gelassen, die Befruchtungsversuche komplett ohne Lust für beide Parteien. Aber das war offensichtlich nicht der Fall. Im Nachhinein war es offensichtlich, dass die Leihmütter nie für diesen Zweck angedacht waren. Hilary Stroud denkt vielleicht, dass es magischer genetischer Züchtungsprogramm etwas Seriöses ist, aber im Wesentlichen und viel wichtiger war es eine Ablenkung. Es machte ein Spektakel aus ein Todessern, aber es war auch eine Art Bestechung. Die Leihmütter waren Sexsklaven. Herminas Erkenntnis kam mit einem bitteren Beigeschmack. Sie ist so sehr von ihrer eigenen Situation eingenommen worden, dass ihr gar nicht in den Sinn gekommen war, wie viel schlimmer es für die anderen sein konnte. Es hat offensichtlich schon immer so sein sollen. Kein BH, keine Unterhosen. Die Art, wie die Knöpfe an ihren Kleidern mit der leichtesten Berührung erfrissen. Zugänglich. Die Todesser waren dazu verpflichtet, sie an ihren fruchtbaren Tagen zu vergewaltigen, aber die Anweisungen haben nie darauf hingewiesen, dass es nur auf die fruchtbare Periode beschränkt sein musste. Sie hat irgendwie Glück gehabt, dass sie Malfoy zugeteilt wurde? Er schien unpersönlich vorzugehen, wenn er sie benutzte. Vielleicht einfach nur, weil Voldemort sie intakt haben wollte, bis ihre Erinnerungen zurückkommen. Vielleicht war es ihm nicht erlaubt, ihr wehzutun oder sie so zu vergewaltigen, wie er es gerne hätte. Aber das passte nicht. Es schien, als ob er kein Interesse daran hätte. Es war nicht so, als ob er sich zurückhielt. Er schien immer sehr darauf bedacht zu sein, es so schnell wie möglich hinter sich zu bringen, um von ihr wegzukommen. Sie war eine lästige Pflicht für ihn. Kann es sein, dass der hohe General die am wenigsten unmenschliche Person Voldemorts Regierung war? Das passte aber irgendwie auch nicht. Nicht, nachdem sie gesehen hat, was er mit Montague gemacht hat. Zu beobachten, wie er lässig dastand, als er Montagues Innereien mit seinen bloßen Händen herausgeholt hat, war furchteinflößend. Die Sachlichkeit, die Leichtigkeit. Malfoy hatte genügend Brutalität in sich. Sie köchelte direkt unter der Oberfläche, wartete darauf, rausgelassen zu werden. Vielleicht war Vergewaltigung nicht sein Ding. Ein herzamer Gedanke, aber der einleuchtendste, den sie finden konnte. Er hasste es, sie anzufassen. Er vermiede so viel wie möglich. Anscheinend war Malfoy kein komplettes Monster. Nicht, dass es von Bedeutung wäre, nichts davon war von Bedeutung. Nichts davon ist ihr Maß von Bedeutung gewesen. Es war das gleiche wie ihre Feststellung, dass Voldemort am Sterben war. Festzustellen, dass es für die anderen Mädchen schlimmer war, machte keinen Unterschied. Hermine konnte nichts dagegen tun. Selbst wenn sie wie durch ein Wunder einen Weg finden würde, um abzuhauen, und das alleine war schon fast unmöglich, dann würde sie nicht halt machen können, um jemand anderen auch noch zu retten. Sie würde rennen und rennen müssen. Das Beste, was sie tun könnte, wäre denjenigen zu finden, der vom Orden noch übrig war, und zu schauen, ob er einen Weg hatte, um alle anderen zu retten. Aber wenn es tatsächlich so etwas geben sollte, dann hätte es der Orden schon längst gemacht. Mit Sicherheit hätte der Orden die Leihmütter nicht so lange dort gelassen, wenn es einen Weg geben würde, sie zu retten. Hermine konnte sich niemanden anderen vorstellen, außer sich selbst dennoch übrig sein konnte. Wenn sie die Informationen hatte, von denen Voldemort und Malfoy zu denken schienen, dass sie sie besaß, dann wäre die einzige Sache, die sie tun könnte, dass sie die Informationen von ihnen fernhielt. Sie musste abhauen. Ihr liebte Zeit davon. Es schien wie ein reines Wunder, dass sie noch nicht schwanger war. Sie war sich sicher gewesen, dass sie nach dem Fruchtbarkeitsdrank schwanger sein würde. Wenn sie einmal Hermine fühlte sich als ob sie nicht atmen konnte. Ihre Brust und ihre Kehle schnürten sich zu und sie fing das Zetteln an, als sie versuchte nicht zu weinen. Ihre Chancen abzuhauen fühlten sich jetzt schon extrem gering an. Wenn sie Isama schwanger war, würden sie praktisch nicht mehr existieren und sie würden nur kleiner und kleiner werden mit jedem weiteren Tag der verging. Sie konnte ja noch nicht mal über das Feld oder auf den offenen Straßen laufen. Eine Flucht mit den zusätzlichen und sich entwickelnden Hindernissen, die eine Schwangerschaft mit sich bringen würde, wäre unmöglich. Wenn sie erst einmal das Kind geboren hätte, würde Malfoy das Kind aus ihren Armen reißen, angenommen, dass er sie das halten lassen würde. Dann würde Hermine zu Voldemort bringen und er würde sie umbringen und sie würde von Voldemorts abscheulichen Pythons gefressen werden und ihr Baby würde allein gelassen werden in Malfoys schrecklichen Haus und von ihm und seiner schrecklichen Frau aufgezogen werden. Hermines Brust bebte und bevor sie sich davon abhalten konnte, begann sie heftig zu schluchzen, sodass sie fast erstickte. Selbst wenn sie entkommen würde, würde Malfoy niemals aufhören, nach ihr zu suchen. Es gab keinen Weg zu entkommen. Jede Idee, die ihr einfiel, ging schlussendlich nicht auf. Sie war wie ein Insekt, das auf einem Brett festgenagelt wurde. Das Anwesen war ein perfekter Käfig. Außer sie konnte Malfoy wie durch ein Wunder davon überzeugen, sie gehen zu lassen. Es gab einfach keinen Weg. Sie war sich nicht mal sicher, ob er sie weglaufen lassen könnte, selbst wenn er wollte. Es lag etwas in der Art, wie er die Fesseln ab und zu ansah, dass er mir glauben ließ, dass er nicht wusste, wie man sie entfernte. Er konnte sie nur umbringen und das hatte er eh schon vor. Sie drehte sich auf den Rücken und starrte in Verzweiflung nach oben an den Walderin. Es gab keinen Ausweg. Sie würde bald schwanger sein. Sie würde niemals entkommen. Die Welle der Depression ließ sie schlussendlich einschlafen. Hermine ging kam aus dem Bett für die nächsten paar Tage. Sie starrte gerade nach draußen aus dem Fenster, als die Tür ihres Zimmers plötzlich eskludierte und Astoria hereinstürmte, ein Zappel starb in einer und eine Zeitung in der anderen Hand. Hermine sprang sofort auf und Astoria stoppte. Sie starrten sich für eine Minute einfach an. Astoria war nicht mehr auf Hermine zugekommen seit der Nacht, als sie Hermine zu Merthas Himmel geführt hatte. Hermines Finger zuckte nervös. Astoria musste wegen Montague hier sein. Komm her, Schlammblut, ließ Astoria sie mit schneidender Stimme an. Hermine durchquerte widerstrebend das Zimmer und stand nur noch einen halben Meter vor Astoria entfernt. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals und sie hatte das starke Gefühl, dass die Unterhaltung, die sie gleich haben würden, nicht gut enden wird. Astoria war weiß, gereizt. Sie war makellos angezogen und hergerichtet, aber sie hatte etwas Aufgelöstes an sich. Die Ohrringe, die sie anhatte, wackelten leicht und ihre Augen waren zu schlitzen verengt, als sie Hermine anstarrte. Ich weiß, dass du herumschnüffelst. Hast du diesen Artikel gesehen? sagte Astoria und hob die Zeitung so an, dass Hermine das Bild auf der Titelseite sehen konnte. Hermine ist so depressiv gewesen, dass sie seit der Party nicht mal den Tagespropheten gelesen hat. Ihr Blick fiel nach unten und sie betrachtete das Bild und ihre Augen weiteten sich. Auf der Titelseite des Tagespropheten war ein Bild von Malfoy, wie er gelassen Graham Montague in der Mitte des St. Mungos Warte Bereiches den Baurauf schlitzte. Hermine konnte nur für einen kurzen Hühn draufstarren, bevor Astoria ihre Hand wegzog und die Zeitung in der Hälfte faltete. Ich muss zugeben, sagte Astoria mit einer unnatürlich ruhigen Draco Graham öffentlich umgebracht hat, habe ich gedacht, dass er es endlich bemerkt hat. Astorias Lippe zuckte und sie schaute von Hermine weg. Ich habe versucht, die perfekte Ehefrau zu sein, als ich ausgewählt wurde, sagte Astoria. Draco Malfoys Ehefrau. Man konnte wirklich nichts damit vergleichen. Der mächtigste General in der Armee des Dunkeln Lords, all die anderen Mädchen waren eifersüchtig. Natürlich war es enroschiert, aber ich dachte, dass er irgendwann bemerken würde, dass ich die Richtige für ihn bin, dass ich eine gute Ehefrau bin. Ich habe alles gemacht, ich bin jedem Vorstand beigetreten, sogar Wohltätigkeitsveranstaltungen. Ich war die perfekte Ehefrau. Ich war perfekt, aber es hat ihn nie interessiert. Astoria zuckte mit den Schultern und gestikulierte wahllos mit ihrer Zauberstabhand. Ihre Fingernägel wurden angemalt und reflektierten das Licht. Die Leute wussten es nicht, aber er hat nicht einmal hier gelebt. Wir haben geheiratet und er er hat mich einfach in diesem Haus zurückgelassen. Er hat mir nicht mal ein natur durch das Haus gegeben. An unserem Hochzeitstag hat er mich hergebracht und mich im Foyer stehen lassen. Er hat sich nicht mal die Mühe gemacht zu vollenden, bis ich fruchtbar war. Und dann, als sie heile feststellten, dass ich unfruchtbar war, Draco kam gar nicht mehr hierher. Er ist einfach verschwunden. Ich wusste nie, wo er war. Ich konnte ihn nicht kontaktieren. Ich dachte, vielleicht könnte ich seine Aufmerksamkeit bekommen, indem ich ihn eifersüchtig machte, aber es interessierte ihn nie, was ich tat. Und so habe ich angenommen, dass es einfach seine Art war. Die Verbitterung machte sie gleichzeitig in etwas hässliches und furchteinregendes. Aber dann kam es doch. Astorias stimmert zitterte vor Verbitterung. Und dann zog er ein und hat das ganze Anwesen auf den Kopf gestellt, um es mit Schutzzauber zu belegen und es sicher zu machen. Er ist auf Spaziergänge mit ihr gegangen, hat dir eine Tour durch das Haus gegeben. Hermine starrte sie mit offenem Mund an, um sie darauf hinzuweisen, dass Malfoy angewiesen wurde, diese Dinge zu tun. So still, ich will nichts von dir hören, sagte Astoria schnippisch und blüßte ihre Zähne. Die Zeitung war zusammengeknüllt in Astorias angespannte Faust und qualmte leicht. Und dann hat Graham angefangen, mir Aufmerksamkeit zu schenken, sagte Astoria. Ihre Stimme zitterte, als ob sie versuchte Tränen zurückzuhalten. Er war Einstellungen, auf denen Draco nie auftauchte. Er wollte alles sehen, was ich geschaffen habe und bemerkte all die Dinge, die ich getan hatte, um Draco zu beeindrucken. Er wollte, dass ich ihn auf dem Anwesen herumführe, um zu sehen, wie ich es dekoriert hatte. Es war seine Idee, eine Neujahrsfeier hier auf dem Anwesen zu feiern und Dinnerpartys und sogar die Frühlingsanfangsparty auf der Veranda des Nordflügels. Er war spezifisch, dass es auf der Seite des Nordflügels stattfinden sollte. Astorias Stimme verlor sich und sie starrte für ein paar Sekunden aus dem Fenster. Als ich gehört habe, dass Draco Graham umgebracht hat, habe ich gedacht, Draco hat es endlich bemerkt. Er war davor nur zu beschäftigt gewesen. Aber dann fiel mir auf, Graham kam das erste Mal, eine Woche nachdem der Tagesprophet einen abscheulichen Artikel darüber geschrieben hat, dass du hier lebst auf mich zu. Er wollte unbedingt, dass wir hierher kamen und nicht in ein Hotel gingen oder in sein Stadthaus. Er war sehr beharrlich. Er wollte das Anwesen sehen, das Haus, alle Zimmer, selbst wenn wir durch Zauber brechen mussten, um hinein zu kommen. Und dann ist es mir aufgefallen, wie Graham immer wieder mal verschwand während der Neujahrsparty und den Dinnerpartys und den Gartenfeiern. Er verschwand immer wieder. Astoria verstummte für einige Sekunden. Hermine erschautete. Sie war nicht dazu in der Lage zu sprechen, nicht dazu in der Lage die Dinge richtig zu stellen. Sie wusste nicht, ob es überhaupt einen Unterschied machen würde, wenn sie es tat. Wenn sie es könnte. Es war wegen dir, sagt Astoria schließlich. Graham ist hierher gekommen wegen dir. Draco hat ihn umgebracht wegen dir. Graham hat mich nur benutzt. Er hat mich benutzt, um an dich heranzukommen. Astoria schmiss die Zeitung auf den Boden. Die Seiten breiteten sich auf dem Holzboden aus und zeigten Malfoy, wie er Graham Montague eiskalte mordete in einer schwarz-weißen endlosen Wiederholung. Draco Malfoy tötet öffentlich andere Todesser. Warum interessieren sie sich für dich? fragte Astoria. Sie kam auf Hermine zu und drückte ihren Zauberstab fest an Hermines Kehle. Was ist an dir so besonders, dass Draco hier einzieht in dieses Haus, das er so offenkundig hasst? Dass Graham Montague damit verbrachte, mich zu benutzen, um an dich rein zu kommen? Warum scherzt sich irgendjemand um ein Schlammblut? Warum denkt jeder, dass du so wichtig bist? Das Glitzern in Astorias Augen, als Hermine anfunkelte, war verstörend. Hermine öffnete ihren Mund und Astoria schlug ihr ins Gesicht. Ich will keine Erklärung von dir hören, greifte Astoria. Ich habe dich gewarnt. Ich habe dir gesagt, dass du mir keine Probleme bereiten sollst. Astoria bewegte plötzlich ihren Gesicht zu ihren Augen. Hermines Brust zog sich zusammen und sie riss ihr Gesicht weg. Weißt du, sagte Astoria mit einem zitternden, trallenden Unterton in der Stimme. Sie packte Hermines Kinn. Marcus sagt, dass er es kaum aushalten kann, seiner Leihmutter anzuschauen, weil das Loch ihrem Kopf so widerlich aussieht. Vielleicht würde Draco wenige Zeit damit verbringen, von dir besessen zu sein, wenn du zwei davon hättest. Hermine stolperte nach hinten. Steh still, befahl Astoria. Hermine erstarrte und Astoria kam näher. Malfoy würde kommen. Malfoy würde kommen. Malfoy würde kommen. Malfoy war in Rumänien. Astoria packte Hermine wieder am Kinn. Mach deine Augen auf Schlammblut, befahl Astoria. Hermine konnte spüren, sie das Zittern anfing, als sich ihre Augen weiteten. Bitte nicht Halt den Mund, sagte Astoria kalt, als sie Hermines Gesicht näher zu sich zog. Astoria presste die Spitze ihres Zauberstabs in den äußeren Augenwinkel von Hermines linken Auge. Sie drückte die Spitze nach hinten in ihre Augenhöhle. Sie grinste hönisch in Hermines Gesicht. Ich hoffe, dass ich hier bin, wenn Draco dich das nächste Mal sieht, selbst wenn er mich umbringt. Die Genugtuung wird es mir wert sein. Hermine versuchte, ihr Gesicht wegzuziehen und Astoria zog ihren Zauberstab kurz zurück, um sie mit einem schnellen Zauber bewegungslos zu machen. Hermine erstarrte an Orten schneller, bevor sie ihren Zauberstab wieder gewaltsam in die Seite von Hermines Auge rammte. Der Schmerz in Hermines Auge nahm immer mehr zu. Sie konnte spüren, wie ihr Augapfel kurz davor war, herausgerissen zu werden. Ihr ganzer Körper zitterte und sie konnte sich nicht bewegen. Das Geräusch ihres panischen Atmens bandte sich einen Weg durch die surreale Realisation, dass Astoria Malfoys Gesicht vielleicht das letzte sein würde, das sie jemals sehen würde. Sie hörte etwas in ihrem Auge nachgab und ihre Sicht einheitig wurde. Plötzlich war da ein krachendes Geräusch in der Ferne, so abrupt, dass das ganze Haus erbebte. Astoria zuckte vor Überraschung zusammen, aber hörte nicht auf. Expelliamos! schieß Malfoy wütend davor, als er wie aus dem Nichts auftauchte. Der Zauberstab, der sich immer tief in Hermines Auge verkraben hat, verschwand und Astoria wurde durch das ganze Zimmer geschleudert und schlug mit einem widerlichen Krachen gegen einen der Wände, bevor sie auf den Boden fiel. Hermine blieb weiterhin mit ihren offenen Augen starr auf der Stelle stehen. Sie schluchzte hysterisch, bewegungslos, wo Astoria sie zurückgelassen hatte. Malfoy alte zu Hermine. Er setzte den Bewegungslostauber außer Kraft. Hermine brach auf dem Boden zusammen. Malfoy kniete sich vor sich hin und drehte ihr Gesicht zu sich nach oben. Sein Gesicht war blass, eiskalt und sein Ausdruck wurde noch erschrockener, als er ihr Gesicht sah. Er führte einen Diagnostik spruch über ihr aus. Nach einer Minute schluckte er und atemte ein paar Mal tief ein und aus, um sich zu beruhigen. Dein Auge ist halb aus der Augenhöhle herausgerissen und du hast eine tiefe Stichwunde im weißen Teil deines Auges, sagte er schließlich. Was sind die Zauber um es zu reparieren? Hermine starrte ihn benommen an, weinend. Ihr Gesicht verzog sich, als sie in seine Hand zitterte und sie spürte, wie sich ihre Tränen an seinen Fingern sammelten. Sie konnte ihn durch ein Auge sehen, aber die linke Seite war nur dunkler Verschwommenheit. Sie konnte nicht aufhören, zu weinen und zu zittern, als sie zu Mal aufblickte. Sie konnte nur die Stelle spüren, an der Astorga in ihr Auge gestochen hatte. Sie konnte nicht sehen. Malfoy zog scharf die Luft ein und sein Ausdruck wehrtete sich, als er sie noch genauer betrachtete. Du musst dich beruhigen, damit du mir sagen kannst, wie man es heilt, sagte Malfoy. Der Befehl war deutlich herauszuhören. Hermine erstickte an Schluchzer und versuchte zu sie konnte nicht, weil Astorga versucht hatte, eines davon herauszureißen. Sie schnappte ein paar Mal abgehakt nach Luft und versuchte sich zu fassen. Dann brachte sie sich selbst dazu, auf die Diagnostik abbildung zu schauen, die noch immer vor Malfoy Zauberstab zu sehen war. Sie war eine Heilerin. Jemand hatte ihr Auge verletzt. Sie musste effizient arbeiten, wenn sie ihr verstoßene Skrera, sagte sie mit wackeliger Stimme. Sie brachte ihren Verstand dazu, sich zu fokussieren, als sie versuchte sich zu erinnern, während sie das Abbild analysierte. Malfoy hatte eine detaillierte Diagnostik ausgeführt, und sie konnte sehen, dass der Schaden umfassend war. Skrera Sanentur, du musst es rhythmisch sagen, fast singend, und bewege die Spitze deines Zauberstabs über den Einstich. Malfoy wiederholte die Bewegung und den Rhythmus und sie nickte kurz. Er machte damit weiter, es über ihrem Auge auszuführen. Sie wimmelte leicht, als sie spürte, wie der Einstich anfing zu heilen. Und dann für ein luxiertes linches Auge, sagte sie mit einer Stimme, die sich ruhiger anhörte, als sie sich fühlte. Ist es Oculus Sinister Retreo? Und die Zauberstab Bewegung? Sie griff vorsichtig halbblind nach Malfoys linke Hand und als er sie nicht von ihr wegzog, schloss sie ihre Finger um seine und demonstrierte die filigrane spiralförmige Bewegung. Mach es nicht zu schnell oder du wirst es zu weit zurückziehen, fügte sie hinzu. Malfoy nickte. Hermine spürte, wie ihr Auge wieder in seine Platzsuche krutschte. Die dunkle Verschwommenheit wurde etwas heller, aber es war noch immer so, als ob sie durch ein stark knäbliges Fenster schauen würde. Malfoy führte einen neuen Diagnostik Spruch aus. Wie viel kannst du sehen? fragte er und drehte ihr Gesicht Gesicht wieder nach oben zu seinem, seine Fingerspitzen lagen leicht auf ihrem Kinn. Sie schaute zu ihm nach oben und bedeckte ihr rechtes Auge mit ihrer Hand. Sein Gesicht war nur wenige Zentimeter von ihrem entfernt. Du bist blond. Ich glaube, ich kann sehen, dass du blond bist und wenn ich mich anstrenge, kann ich dein Auge und ein bisschen was von deinem Mund erkennen? Ihre Stimme brach durch ein Wimmern ab und sie verschluckte sich fast, als sie wieder das Weinen anfing. Ihre Hand rutschte von ihrem rechten Auge und sie schlug sie über ihren Mund, als sie darum kämpfte, nicht zu schluchzen. Was muss ich sonst noch machen? Wie kann ich zu heilen, aber es ist selten, es wird wahrscheinlich schwierig sein, es rechtzeitig zu bekommen. Topsy? Malfoy rief sofort die Elfe herbei. Bring mir Dipdam Essenz. Die Elfe verschwand sofort wieder. Malfoys Hände verweilten weiter auf ihrem Gesicht, bis sich ihre Schluchzer wieder beruhigten und sie dann langsam zurückzog. Warte hier, ich muss mich um Astoria kümmern, sagte Malfoy. Hermine nickte und wischte sich übers Gesicht. Sie bemerkte, dass sie blutweigte. Sie beobachtete, wie Malfoy zu seiner Frau ging und sie vom Boden levitierte und sie in den Stuhl fallen ließ, bevor er einen Diagnostik Spruch über ihr ausübte. Die Unausgeglichenheit in Hermines Sicht machte es schwer, etwas zu erkennen, als sie versuchte, das Abbild durch das Zimmer zu lesen. Sie glaubte, dass Astoria einige gebrochene Rippen und eine Gehirnerschütterung hatte. Malfoy halte die Brüche mit geübter Leichtigkeit und blickte dann für einige Minuten auf Astoria hinunter, bevor sie wieder aufweckte. Kapitel 20 »Trico, wie bist du hierhergekommen?« keifte Astoria, sobald sie wieder bei Bewusstsein war. Sie fasste sich mit der einen Hand behutsam an ihrer Seite, als sie in den Stuhl zurück sank. »Ich musste wegen dir quer durch Europa apparieren,« sagte er mit einem tiefen Knochen. Die Wut in seiner Stimme konnte man fast spüren. Hermine versteifte sich. Überkontinentale Apparition war fast unmöglich. Man musste entweder so oft springen, dass die Magie der Person erschöpft wurde und sie aufhören musste oder so eine geballte Konzentration an Magie benutzen, dass es praktisch unmöglich war, zu überleben. Die meisten Leute, die mehr als ein paar Länder weiter parierten, zersplitterten sich selbst zu Tode. Wenn Malfoy tatsächlich so weiter pariert ist, sollte er vor magischer Erschöpfung fast tot sein. In diesem Fall war es kein Wunder, dass das Anwesen gebebt hat. Die Kraft und Konzentration, um erfolgreich so einen Sprung zu vollführen, würde wie die Schockwellen einer Schallbombe explodieren. Es gab vermutlich einen Raum im Haus, der komplett zerstört wurde. Das ist unmöglich, komplett unmöglich, stammelte Astoria. Unterschätzt bist du dein Ehemann, Tori, sagte er mit einem kalten, mörderischen Unterton. Nicht sehr ehefraulich von dir. Oh, bist du wegen mir hier? Astorias Stimme war boshaft. Nein, bist du nicht. Du bist wegen diesem Schlammblut hier. Du hast mich verhext, mich in eine Wand geschleudert, du hast Graham Montague umgebracht und alles wegen dem Schlammblut. Ja, das habe ich, sagte Malfoy. Ich habe all diese Dinge getan, weil sie das letzte Mitglied des Orden des Phönix ist. Und das heißt, dass sie im Gegensatz zu dir wichtig ist. Unendlich wichtiger wie du es bist. Und um einiges wichtiger als Montague. Wusstest du, dass der dunkle Lord sie regelmäßig zu sich bringen lässt, um ihre Erinnerungen zu durchsuchen? Die Augen sind für Leglemente gerecht wichtig. Astoria wurde immer blasser und Malfoy sprach mit seiner kalten, tödlichen Stimme weiter. Ich habe versucht, geduldig mit dir zu sein, Astoria. Ich war dazu gewillt, dein unmögliches Verhalten und deine erbärmlichen Sabotageversuche zu übersehen, aber abgesehen davon, dass du halbwegs dekorativ bist, bist du nutzlos für mich. Wenn du es jemals wieder wagen solltest, in ihre Nähe zu kommen oder mit ihr zu sprechen oder deinen Status als Herrin dieses Anwesens dazu zu benutzen, durch irgendwelche meiner Schutzzauber zu brechen, dann werde ich dich töten und ich werde es langsam tun, vielleicht über ein oder zwei Abende. Das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen. Geh mir aus den Augen. Astoria stieß einen verängstigten Schluchzer aus und floh aus dem Zimmer. Murphy atmete für ein paar Sekunden tief durch, bevor er sich wieder zu Hermine umdrehte. Er ging langsam auf sie zu, dann kniete er sich hin und hob ihr Gesicht wieder an, um ihre Augen anzusehen. Deine Pupillen haben unterschiedliche Größen, sagte er nach einem Moment. Wenn ich die Dipdam Essenz aufgetragen habe, werde ich nach einem Spezialisten schicken, um zu schauen, ob noch etwas getan werden kann. Hermine starrte ihn an. Du brauchst meine Augen nicht, um Legilimentik zu führen, sagte sie mit Herz seiner Stimme. Auf diesem Weg ist es nur einfacher. Es macht nichts, ob ich auf einem Auge blind bin oder nicht. Sie spürte, wie die Finger auf ihrem Gesicht leicht zuckten, als sich sein Kiefer anspannte. Ich sehe es als ein Gegenstand der Bequemlichkeit, sagte er nach einer kurzen Pause. Sein Daumen striff federleicht über ihre Wangenknochen. Sie schaute zu ihm zurück. Er wirkte ausgemagelt oder vielleicht schien es auch nur so wegen ihrer verschwommenen Sicht. Wie bist du von Rumänien hierher pariert? fragte sie. Er schenkte ihr ein müdes Grinsen. Die Fähigkeit habe ich als Kompliment vom dunklen Lord erhalten, obwohl er damals, glaube ich, keine Ahnung davon hatte. Es ist ursprünglich als Bestrafung angedacht gewesen. Hermine zog ihre Augenbrauen zusammen. Sie hatte keine Ahnung, welche Art von Bestrafung es als Nebeneffekt haben würde, dass man überkontinental apparieren konnte. Irgendeine Art von schrecklicher, obskurer, dunkler Magie. Welche Art von Fluch? Es ist kein Fluch gewesen. Es war ein Ritual und keines, über das ich diskutieren möchte, sagte er und schnitt ihr abrupt das Wort ab. Woher wusstest du, dass ich die Zauber kannte? sagte sie, als er sie weiter anstarrte. Du warst deine Heilerin. Er zog mit den Schultern. Wenn ich dich ins St. Mungus Krankenhaus appariert hätte, habe ich angenommen, dass der Druck dein Auge zerstört hätte. Es kam auf Schnelligkeit an. Wo hast du gelernt zu heilen? fragte sie, als sofort gewusst hatte. Ein Grinsen zog an seinem Mundwinkel. Ich bin jahrelang ein General gewesen. Ich habe ein paar Dinge währenddessen aufgeschnappt. Es war eine offensichtlich nützliche Fähigkeit. Nicht für Jihitten. Hermine hat so oft versucht, an Mitgliedern des Ordens ein bisschen mehr als nur die grundlegenden Notfallsprüche beizubringen, aber die meisten sind zurückhaltend gewesen, Sachen zu lernen, die über Pisky hinaus gingen. Ja, ich war auf der Siegerseite. Wir haben offensichtlich bessere strategische Entscheidungen getroffen, sagte er mit kühler Stimme, als er seine Hände zurückzog. Der Diagnosespruch, den du kanntest, war ungewöhnlich, sagte Hermine und ignorierte seinen Kommentar. Es war ein langer Krieg. Er kniete immer noch vor ihr. Hermine blickte kurz nach unten in ihren Joes, dann schaute sie wieder zu ihm auf. Sie fing an, durch die eingeschränkte Sicht Kopfweh zu bekommen, das sich von ihren Schläfen aus ausbreitete. Du hast ein natürliches Talent fürs Heilen. In einem anderen Leben hättest du ein Heiler sein können, sagte sie. Eine der großen Ironien des Lebens. sagte er und schaute von ihr weg. Sie meinte zu sehen, wie sein Mundwinkel leicht zuckte, aber vielleicht spielte ihr ihrer Sicht auch nur einen Streich. Ich nehme an, das ist es. Hermine schaute wieder nach unten auf ihre Hände. Ihre Fingerspitzen waren voller Blut, genauso wie seine. Mit einem Ploppgeräusch tauchte Topsy mit einem kleinen Fläschchen Tiptamessenz wieder auf, die sie Malfoy überreichte. Stell sicher, dass die Tür repariert wird, wies Malfoy die Elf an, er schaute sie kaum an, als er sich zu Hermine zurück drehte. Hermine versuchte unsicher aufzustehen. Ich sollte mich hinlegen, damit es nicht ausläuft, sagte sie. Ihr Gleichgewicht fühlte sich nicht richtig an und ihre Hände und Arme zitterten und wollten ihr Gewicht nicht tragen. Sie sackte auf den Boden zurück und biss sich vor Frustration in die Unterlippe. Vielleicht sollte sie sich einfach auf den Boden legen. Eine Hand schloss sich um ihren Ellbogen und zog sie auf die Füße. Ich werde mich nicht am Boden über dich lehnen, sagte Malfoy mit kalter Stimme, als sie durchs Zimmer zog und sie dann zu ihrem Bett führte. Leg dich hier hin. Sie tastete nach dem Bett hinter sich und legte sich hinein. Sie schob die Kissen auf die Seite und legte sich flach hin. Malfoy lehnte sich über sie mit dem Fläschchen in einer Hand. Sein Gesicht rückte immer wieder aus ihrem Fokus, jedes Mal, wenn sie blinzelte. Dunkel, hell, dunkel, hell. Wie viele Tropfen? fragte er und Hermine zögerte. Die Ptarmessenz war teuer. Wenn sie eine Heilerin wäre, müsste sie sich die Essenz gut einteilen. Vorsichtig den Nutzen gegen die Kosten abwägen. Ein Tropfen alle zwei Stunden für die nächsten paar Tage wäre ideal, aber eine einzelne Dosis mit drei Tropfen würde es auch tun, sagte sie schließlich. Würden was tun? sagte er. Ich werde wahrscheinlich Umrisse ausmachen können und Waben innerhalb von ein paar Metern, sagte sie. Malfoy lehnte sich nach vorne und benutzte seine rechte Hand, um ihr linkes Auge vorsichtig aufzuhalten, während er einen Tropfen der Essenz in ihr Auge tropfen ließ. Es brannte. Hermine schloss sofort ihre Augen, um sich davon abzuhalten, den Tropfen wegzublinzern. Die Hand auf ihrem Gesicht verschwand. Ich werde in zwei Stunden zurück sein und ich werde sicherstellen, dass Astoria nicht wieder hierher kommen kann. Sie hörte, wie sie seine Schritte entfernten und sie hob ihre Hand an, um ihr linkes Auge zuzuhalten, damit sie beobachten konnte, wie er weglief. Er taumelte leicht, als er an der Tür war, so als ob er etwas unsicher auf dem Weinen war. Hermine schloss wieder ihre Augen und lag still da. Sie versuchte sich vom Weinen abzuhalten. Nicht weinen, nicht weinen, sagte sie zu sich selbst. Es wäre eine Verschwendung der Titamessenz. Malfoy tauchte zwei Stunden später wieder mit einem Spezialisten auf, ein älterer Herr, der in Limetten im grünen Roben gekleidet war. Der Gesichtsausdruck des Heiles war angespannt, aber er schien entschlossen, sein Unbehagen zu verstecken. Er schaute Hermine nur kurz an. Sklera Punktionen sind recht heikle Angelegenheiten, sagte der Heilem mit einer piepsigen Stimme, als er sich einen Stuhl neben ihrem Betthead zauberte und zu Malfoy zurückschaute. Oft kann man nicht mehr viel tun. Grundlegende Heilungszauber können nicht viel dazu beitragen, die Sehkraft zu erhalten. Wir müssen schauen, womit wir arbeiten können. Sie war die jenige, die ihnen gesagt hat, welcher Zauber sie verwenden sollen? Malfoy nickte kurz und lende sich gegen die Wand. Der Heile drehte sich zu Hermine und benutzte einen Okular Diagnostik Spruch, den sie nicht kannte. Hermine starrte auf die farbigen Bänder, die über ihrem Kopf schwebten, aber sie wusste nicht, wie man sie deutete. Der Heiler war für einige Minuten leiser und seine Diagnostik veränderte und studierte. Das ist ein außergewöhnlich gutes Heilungsergebnis, sagte der Heiler mit überraschender Stimme, als sie einem Band einen letzten Stoß mit seiner Zaubestabspitze verpasste und kleine Lichtfunken aufblitzen ließ. Die Bänder flackerten und treten sich als Antwort drauf. Welchen Spruch hast du ihn benutzen lassen? fragte der Heiler, als er endlich in Hermines Gesicht blickte. Skleja seinen Tor, sagte sie. Seine Augenbrauen schossen in die Höhe. Du hättest vermutlich dein Sehvermögen verloren, wenn du einen allgemeineren Spruch verwendet hättest. Wo hast du es gelernt, so zu heilen? fragte er mit einem bewunderten Unterton. Österreich, Frankreich, Albanien und Dänemark, sagte Hermine und ihre Stimme war kleinlaut. Ich bin viel rumgereist. Mein Fachgebiet war die Heilung von dunklen Künsten und Unfallverletzungen. Wirklich? Der herablassende Ton in der Stimme des Heilers verschwand und er beobachtete Hermine nachdenklich. Ich habe mich beworben, um in Albanien zu studieren. Damals in 64. Sie haben mich nicht genommen. Meine Zauberstabarbeit war nicht präzise genug. Wunderschönes Krankenhaus. Ihre Abteilung für alte Magie war die beste in ganz Europa. Ja, das war sie, sagte Hermine und ihre Stimme klang wehmütig. Eine Schande, wie die Terroristen es während des Krieges zerstört haben, sagte der Heiler. Aber nun gut. Er beugte Hermines Klamotten und ihre Handgelenke und seine Lippen verzogen sich. Ich nehme an, du warst eine von ihnen. Keinen von denen, die Krankenhäuser angegriffen haben, sagte Hermine. Es ist eine beliebte Taktik von Voldemort gewesen, Orte anzugreifen, die neutraler Boden waren und es dann auf die Widerstandsterroristen zu schieben. Es hat geholfen, um die Öffentlichkeit auf Voldemort Seite zu ziehen und es hat den Widerstand weiter in den Untergrund getrieben. Hermine erinnerte sich daran, als sie die Nachrichten bekommen hatte, dass das albanische Krankenhaus in die Luft gejagt wurde. Es hat fast keine Überlebenden gegeben. Alle Heiler, die Hermine unterrichtet hatten, sind unter den Trümmern gestorben. Der Widerstand in Albanien ist kurz danach untergegangen. Der Spezialist machte damit weiter, das Abbild über Hermine für ein paar weitere Minuten zu begutachten, bevor er es mit einer Bewegung seines Zauberstabes verschwinden ließ. Er führte ein paar Zauber aus. Hermine spürte, wie sie sich in ihr ausbreiteten und ein kaltes Gefühl im vorderen Teil ihres Gehirns verursachten. Der Heiler lehnte sich nach vorne und ließ einen Tropfen von Titan Essence in ihr Auge fallen. Ich denke, dass du dich wahrscheinlich wieder komplett erholen wirst. Nicht so viel Licht und wende einen Tropfen der Titan Essence alle zwei Stunden untertags und einen Extratropfen kurz vor dem Schlafen gehen für die nächsten zwei Wochen an. Wenn du das tust, solltest du kaum oder gar keine Langzeitschäden deines Sehvermögens davontragen. Hermine beobachtete mit einem Auge, wie er aufstand, sich zu Malfoy drehte und wittitorisch seiner Robenglatt strich. Ich muss schon sagen, das ist eine außergewöhnliche kleine Heilerin, die sie da haben. Als sie mir erzählt haben, was passiert ist, bin ich fast davon ausgegangen, dass sie fast blind auf ihrem Auge sein wird. Seine Enturzauber sind sehr unbekannt und verletzungsspezifisch. Es ist beeindruckend, dass sie noch so bei Verstand war, um den angemessenen Spruch für diese besondere Art von Stichverletzung zu finden. Ziemlich Glück gehabt, sagte Malfoy ausdruckslos. Empfehlen sie noch irgendetwas anderes, ich habe die strenge Anweisung, dass sie in einem guten körperlichen Zustand bleiben muss. Ich will nicht, etwas übersehen wird. Nun, ähm, eventuell kühle Kompressen. Die Darmeszenz funktioniert am besten in den Augen, wenn die Temperatur niedrig gehalten wird. Und, ah, um nährstoffreiches Essen, Hühnerbrühe und solche Dinge, um den Körper beim Heilungsprozess zu unterstützen. Sie weiß es bestimmt. Nun gut, sagte Malfoy, richtete sich auf und wörtete auf Herminas Zimmertür, die die Hauselfen repariert hatten. Der Heile schaute noch einmal auf Hermine hinunter. Wirklich, außergewöhnlich, sagte er noch einmal mit verwundeter Stimme. Schade, so eine Verschwendung von Talent. Hm, brummte Malfoy nur. Und sie, Sir, wirklich bemerkenswert, wie sie die Sprüche so genau ausführen konnten. Eine sehr beeindruckende Zusammenarbeit. Sie könnten selbst ein Heiler sein. Das wird mir immer wieder gesagt, sagte Malfoy mit einem falschen Lächeln. Glauben Sie, St. Mungus stellt mich noch ein, nachdem ich jemanden in ihrem Wartebereich umgebracht habe? Der Heiler wurde blass. Nun, was ich meine ist, wenn es nichts weiteres gibt, dann begleite ich sie jetzt nach draußen, schnitt Malfoy ihm das Wort ab und schritt aus dem Zimmer. Hermine verbrachte eine Armlänge Abstand wieder fast ganz hergestellt, aber darüber hinaus wurden die Dinge unscharf und es tat weh, sich zu fokussieren. Malfoy kam nicht wieder, aber Hermine glaubte, seine Schritte im Flur zu hören. Dann kam Hallorin Stroud. Ich habe gehört, dass du einen eher unglücklichen Monat hattest, sagte Stroud, während sie einen Untersuchungstisch herbeiholte und darauf wartete, dass Hermine herkam. Hermine sagte nichts, als sie zum Tisch lief und sich auf die Kante niederließ. Stroud holte ein Fläschchen Veritaserum hervor und Hermine öffnete ihren Mund und akzeptierte den Tropfen auf ihrer Zunge. Stroud führte einen generellen Diagnosezauber über Hermine aus und studierte ihn. Hermines Auge ging es besser. Der Natriumspiegel war normal, ihr Cortisol Spiegel war extrem hoch. Er war immer hoch, aber man konnte einen deutlichen Anstieg erkennen. Stroud seufzte und schrieb etwas in Hermines Akte nieder, bevor sie den Schwangerschaftsnachweis Zauber durchführte. Hermine wusste bereits, was das Ergebnis des Zaubers sein würde. Sie schaute angestrengt auf die Uhr an der Wand. Ihre ungleichmäßige Sehkraft führte dazu, dass sie die Zahlen und nicht einmal die Zeiger erkennen konnte, außer sie schloss ihr linkes Auge. Es folgte so lange, dass Hermine schlussendlich zurückschaute und sah, dass Hilary Stroud eine detaillierte Diagnostik ihrer Fortpflanzungssystems herbeigezaubert hatte. Hermine konnte nicht alle Abbildungen genau erkennen, aber genug, um zu sehen, dass es nichts Ungewöhnliches daran zu sehen gab. Sie schaute nach oben in Hilary Strouds Gesicht. Es war verschwommen, aber Hermine konnte dennoch die bekannte angespannte Verärgerung um den Mund der Frau erkennen, als sie die Diagnostik weiter mit ihrem Zauberstab verendete. Du bist immer noch nicht schwanger, sagte Stroud matt. Die Worte waren beides, ein Vorwurf und eine Verurteilung. Hermine zog nicht zusammen oder blinzelte. Hilary Stroud fuhr fort. Du bist einer der wenigen, die immer noch nicht schwanger ist, und im Falle der anderen ist es, weil die Männer selber Probleme haben. Sie pausierte kurz. Halloween Stroud schien zu erwarten, dass sie sich verteidigte. Vielleicht hat der hohe General auch Probleme, sagte Hermine schlussendlich. Das hat er nicht. Ich habe ihn in der Zwischenzeit mehrere Male persönlich untersucht. Er ist perfekt zeugungskräftig und fruchtbar. Außergewöhnlich gut sogar. Hermine kämpfte dagegen an, bei dem Gedanken, wie Malfoy von Stroud untersucht wurde, ihren Mund vor Belustigung zu verzieren. Er muss es bestimmt lieben, dachte sie sich. Nach außen hin ließ sich Hermine nichts anmerken. Halloween Stroud zeugte erneut. Wie macht er das? Bleibst dann liegen, so wie es dir befohlen wurde, wäschst du dich danach? Die Fragen waren misstrauisch. Hermine spürte, wie sich ihre Wangen rot verpappten, als sie die Fragen beantworten musste. Da ist eine Uhr an der Wand. Ich warte immer die bestimmte Zeit ab, bevor ich mich bewege. Ich befolge alle Anweisungen. Das Porträt kann es bestätigen. Halloween Strouds Augen waren zusammengekniffen. Und wie nimmt er dich? Hermine starrte angestrengt auf die verschwommene Uhr, bis ihr Kopf das Pochen anfing. Auf einem Tisch. Was? sagte Halloween Stroud in einem scharfen Ton. Er zaubert einen Tisch in die Mitte des Raumes und ich muss mich dann darüber lehnen. Er nimmt dich von hinten? Hermine spürte wie ihre Wangen und Ohren glühten. Ja, er ist sehr klinisch mit der ganzen Sache. Wie oft am Tag? Einmal pro Tag, fünf Tage lang. Es herrschte eine lange Stille. Nun, sagte Halloween Stroud endlich. Dann beuchte sie sich nach vorne und tippte eine der Fesseln an Hermines Handgelenk zweimal mit ihrem Zauberstab an. Sie konnte eine sofortige Wurge der Hitze spüren. Eine Minute später konnte man einen lauten Schlag an der Türe hören und Malfoy kam herein. Er sah kälter aus, als er Miene ihn je gesehen hatte. Sie konnte kaum sein Gesicht erkennen, als er auf Haldwin Stroud zulief. Sie schloss ihr linkes Auge, damit sie klar sehen konnte. Sie haben mich gerufen, sagte er. Sie ist immer noch nicht schwanger, verkündete Haldwin Stroud. Malfoy hatte weder überrascht noch enttäuscht über die Neuigkeit. Wie unglücklich, sagte er kühl. Allerdings, es fängt an ungewöhnlich zu werden. Ich kann keinen Grund dafür finden. Haldwin Strouds Augen waren verengt, als sie Malfoy anschelte. Hermines Interesse wurde plötzlich geweckt. Hatte Haldwin Stroud den Verdacht, dass Malfoy versuchte, es zu vermeiden, Hermine zu schwängern? Tate er das? Warum würde er das tun? Er sollte verzweifelt versuchen, sie zu schwängern. Wenn nicht für einen Erben, dann zumindest für die Hoffnung, dass die kompatible Magie endlich durch die Magie brechen würde, die Hermines Erinnerungen beschützen. Der dunkle Lord wird eventuell Gründe zur Berunruhigung haben, wenn sie nicht schwanger wird. Wie sie wissen, ist sein Wunsch zweiseitig. Allerdings, dem bin ich mir bewusst, sagte Malfoy. Ein gefährlicher Unterton schlich sich in seine Stimme. Dann sollten sie keine Anwände haben, wenn ich ein paar Vorschläge mache, wie man die Erfolgschancen erhöhen kann. Malfoy senkt seinen Kopf. Alles zu Diensten für den dunklen Lord. Keine Tische mehr, sagte Hallorin Stroud in einem spitzen Unterton. Etwas flackerte in Malfoys Augen auf, vermutlich Veragerung. Wenn es sein muss. Und sie sollten sie in einer liegenden Position haben, sagte Hallorin Stroud und hob ihr Kinn an. Mit weniger Rissensiertheit. Ein spöttisches Lächeln kam über Malfoy's Lippen, aber bevor er irgendetwas sagen konnte, fügte Hallorin Stroud hinzu, magische Schwangerschaften sind komplexer, also der biologische Prozess der Befruchtung. Manchmal benötigt es eine Verbindung. Wenn das nicht so wäre, könnten ihr Muggel Vorgehensweisen verwenden mit einem viel größeren Erfolg für alle. Ach, wirklich? Verdanken alle anderen schwangeren Leihmütter, die sie betreuen ihren Zustand der Verbindung, die sie mit dem Erzeuger des Kindes haben, sagte Malfoy gekünstelt. Sie ist außergewöhnlich mit ihrer Magie, so wie sie es ebenfalls sind, sagte Stroud. Ihr Gesichtsausdruck verhärtete sich. Laut einigen Theorien benötigt solch eine Macht mehr Überzeugung, um den Funken des Lebens zu erschaffen, außer sie können mir eine andere Erklärung dafür geben. Sie schaute Malfoy an und er schaute ohne zu blinzeln zurück. Hermine war sich sicher, dass Stroud Malfoy verletzte, etwas zu tun, das eine Schwangerschaft verhinderte. Also gut. Sehr schön, sagte Stroud, auf ihren Lippen breitete sich ein Lächeln aus. Immerhin ist es ein Bunkner Lord sehr wichtig, Erfolg mit diesen Erinnerungen zu haben. Wenn die Befruchtungsversuche weiterhin fehlschlagen sollten, würden wir uns eventuell dazu gezwungen sehen, einen anderen Erzeuger zu finden. Ich dachte, wenn man magische Schwangerschaften verwendet, um die Erinnerungen zu befreien, muss der Vater der Leglement sein oder es kann zu einer Fehlgeburt führen, zeigte Malfoy mit schneidender Stimme. Das stimmt. Die magisch-genetische Ähnlichkeit ist wichtig. Wie dem auch sei, müsste es nicht zwingend eine elterliche Verbindung sein. Halbgeschwister zum Beispiel könnten eine andere Option sein. Ich habe Gerüchte gehört, dass ihr Vater vielleicht nach Großbritannien zurückgeholt werden soll. Hermina spürte, wie er schwindelig wurde, und sich ihrer Kehle zuschnürte, als sie das Gefühl bekam, sich übergeben zu müssen. Malfoys Ausdruck blieb der gleiche, aber er wurde blasser, sichtbar, sogar mit Herminas verschwommenen Sehvermögen. Hyalurin Stroud fuhr fort und ihre Stimme hatte etwas Stichelndes an sich. Ich habe diese Möglichkeit noch nicht in dunklen Laut vorgeschlagen, bis jetzt, aber ich weiß, wie begehig er Erfolg sehen will. Es wäre eine Enttäuschung für mich, wenn ich diesen Vorschlag machen müsste. Als Wissenschaftlerin muss ich gestehen, kann ich es kaum erwarten, dass Produkt zweier so einzigartige, mächtige Individuen zu sehen. Aber meine Loyalität gilt am dunklen Laut. Deshalb sehe ich keine andere Möglichkeit, als ihm alternative Lösungsmöglichkeiten anzubieten, wenn es nach sechs Monaten noch immer keine Schwangerschaft gibt. Natürlich. Sein Ton war ruhig, aber seine Stimme hatte etwas an sich, das Herminas eiskalte Rage identifizierte. Gibt es sonst noch was? Nein, nichts mehr, hoher General. Vielen Dank für Ihre Zeit, sagte Harwin Stroud. Malfoy drehte sich auf dem Absatz um und verschwand durch die Tür. Kapitel 21 Hermine saß weiter geschockt auf dem Untersuchungstisch. Das kratzende Geräusch von Harwin Stroud schreibt weder in Hermines Akte vermischte sich mit dem monotonen Ticken der Ohr. Hermines Mund fühlte sich trocken an und sie hatte Schwierigkeiten zu schlucken. Sie hatte einen sauren Geschmack im Mund. Sie versuchte gleichmäßig zu atmen, aber sie bemerkte, wie sich ihrer Kille zuzog und sie konnte nichts machen, außer da zu sitzen und zu versuchen, nicht bewusstlos zu werden, bei dem Gedanken daran, an Lucius Malfoy übergeben zu werden. Lucius Malfoy der wahnsinnig war, noch viel wahnsinniger als Bellatrix Lestrange jemals gewesen ist, der, der immer die Regel gebrochen und Grenzen überschritten hat und es trotzdem geschafft hat, mit seiner Sprachgewandtheit seine eigene Haut zu ratten. Der Arthur Weasley hätte töten können, aber sich stattdessen dazu entschieden hat, ihn auf so eine Art zu verfluchen, dass er den Verstand des Familien Oberhauptes der Malfoy Familie zerstört wurde und sein Körper intakt geblieben war, damit sich seine Familie um ihn kümmern musste und ihn betrauen konnte. Ein hilfloser kindlicher Schatten eines wundervollen großzügigen Vaters, der George mit einer fruchtbaren Form des Nekrosenfluss getroffen hat, sodass Hermione dazu gezwungen war, sein Bein an der Hüfte abzuschneiden, während er noch bei Bewusstsein gewesen war. Der Ron vor Hermines Augen umgebracht hatte, während er die ganze Zeit gelacht hat. Hermine hatte das Gefühl, dass sie gleich ohnmächtig werden würde oder einfach durchdrehen und das Schreien anfangen würde. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals und das Zimmer verschwamm vor ihren Augen. Sie fing das Zittern an. Was ist los? fragte Heidelin Stroud. Hermine zucklte zusammen. Sie haben gerade damit gedroht, mich an Lucius Malfoy zu übergeben. Ich habe die Hoffnung, dass es nicht dazu kommen wird, sagte Heidelin Stroud mit gleichgültiger Stimme. Und wenn es aber dazu kommt? Nun, wir können ihn überwachen lassen, falls es zu große Bedenken darüber geben sollte, dass Lucius sich im Griff behalten kann. Schade, dass ich dir diesen Monakan die Dinge etwas vereinfachen und die Chance auf Erfolg erhöhen sollten. Hermine blieb still und sagte nicht noch mal etwas. Sie fühlte sich so krank vor Stress, dass sie das Gefühl hatte, davon vergiftet zu werden. Malfoy kam später am Abend wieder und sie starrte ihn teilnahmslos an. Sein Gesichtsausdruck war hart. Angespannter Kiefer und kalte, hartheizige Augen, die aber auch müde schienen. Er war wahrscheinlich wieder dabei, das letzte Mitglied des Ordens zu jagen. Oder hatte vielleicht einfach Angst, dass sein Vater sie voreilig umbringen würde. Sie beobachtete ihn und versuchte aus seinem Gesichtsausdruck abzulesen, warum zur Hölle er etwas tun würde, um absichtlich eine Schwangerschaft zu vermeiden. Hermine fiel keine Erklärung dafür ein. Sie ging es immer und immer wieder in Gedanken durch, aber konnte nichts finden, das Sinn ergeben würde. Sie ging die Möglichkeiten durch. Es könnte sein, weil er die Idee, sie als biologische Mutter seiner Kinder zu haben, so verwerflich fand, aber Hermine bezweifelte, dass das das Problem war. Mal abgesehen davon, dass er sie Schlammblut nannte, als ob es ihr eigentlich Name war, schien er sich nicht besonders viel über die Blutreinheit zu interessieren. Er behandelte weder Voldemort Sieg als Testament für die Reimblut Überlegenheit, noch ihr tragikes Blut als Grund für ihre Gefangenschaft. Wann auch immer er von Krieg sprach, dann bezeichnete er es immer als Seiten, die sich hauptsächlich durch Idealismus versus Realismus unterschieden. Hermines Erfahrung nach waren Fanatiker von ihrem Fanatismus besessen. Draco Malfoy in Hogwarts hatte immer den Fatanismus seines Vaters nachgeplappert, der Draco Malfoy in der Gegenwart Hermine war sich nicht sicher, von was er besessen war. Von Hermine, wenn man aus Sohre glauben konnte. Hermine wusste nicht, was sie glauben sollte. Er hatte immer die perfekte Antwort berat und bezeugende Entschuldigungen für sein Verhalten. Warum sollte er nicht wollen, dass sie schwanger wird? Sie konnte nichts finden, das strategisch Sinn ergeben würde. Sie wollte nicht schwanger werden, aber jetzt, wo sie wusste, zu welchen Mitteln Halvin Stroud und Voldemort greifen würden, um sicherzustellen, dass sie es wurde, sie fühlte sich noch immer schrecklich angebietet von dem Gedanken, dass Malfoy sie auf einem Bett nehmen würde, mit weniger Distanziertheit, dass sie schwanger nicht schwanger werden würde und an Lucius übergeben werden würde. Keine guten Optionen, nur welche, die immer und immer schlimmer wurden, bis sie dachte, dass sie schlussendlich einen mentalen Zusammenbruch bekommen würde. Sie konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken und jedes Mal, wenn sie die Möglichkeiten durchging, bekam sie das Gefühl, sich gleich übergeben zu müssen. Malfoy führte einen Diagnostik- Zauber über ihrem Auge aus und analysierte ihn. Wie viel kannst du in der Zwischenzeit sehen? fragte er. Hermine lachte abrupt auf. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann sie das letzte Mal gelacht hatte. Es sind wahrscheinlich Jahre vergangen, aber die Frage war so witzig, urkomisch sogar. Alles in ihrem Leben war dann komplette und absolute Horror und irgendwie war Malfoys größte Sorge ihr Augenlicht. Er hielt sie in seinem Haus gefangen, vergewaltigte sie auf Befehl hin und er machte sich Sorgen um ihr Sehvermögen. Sie konnte nicht das Lachen aufhören. Es ging immer weiter und weiter und wurde immer mehr hysterischer und dann wachte sie nicht mehr. Sie fing das Weinen an. Sie weinte und weinte und weinte während sie auf der Kante ihres Pettes vor und zurück wippte und Malfoy stand die ganze Zeit einfach nur da und schaute sie an ausdruckslos. Sie brauchte 20 Minuten bis sie endlich dazu in der Lage war das Weinen aufzuhören. Dann saß sie einfach nur da hatte Schluck auf und hielt ihre Hände über ihren Augen als sie versuchte zu atmen. Sie fühlte sich als ob sie im Inneren hohl war als ob sie alles in ihrem übrig war ist die Hülle. Endlich schaffte sie ihr still zu sein bis auf ein paar vereinzelte Schnapper nach Luft als sie auf ihre Füße starrte. Geht's dir besser? Ihr Mundwinkel zuckte als sie müde mit den Schultern zuckte. So gut es eben geht sagte sie. Sie schaute auf seine Hände und bemerkte wie seine Finger leicht zuckten. Sie schaute zu ihm nach oben. Für was wurdest du dieses Mal gefordert? fragte sie. Er grinste als er seinen Zauberstab in seinen Ärmer verschwinden ließ. Du hast offensichtlich nicht die Nachrichten verfolgt in letzter Zeit. Die Öffentlichkeit hat es irgendwie geschafft durch ihre gewaltige Intelligenz herauszufinden dass ich der hohe General bin. Sogar ohne die Bestätigung des Tages Propheten. Diese Neuigkeit weckten ihre Neugäder. Wegen Montague? Erzogte mit den Schultern. Es könnte damit zu tun haben, aber ich nehme eher an, dass es mit meinem Erscheinen in Rumänien zusammen mit dem Besuch des Hohen Generals zusammenhängt. Die Presse in manchen Ländern von Europa ist wesentlich weniger gut kontrolliert als die in Groß Britannien. Wenn eine Zeitung erst einmal anfängt etwas zu schreiben, dann braucht es nicht lange, bis es sich verbreitet. Ich werde nun öffentlich dafür gewürdigt, Voldemorts Schützling zu sein. Die zuvorige Anonymität ist natürlich zu meinem Schutz gewesen. Natürlich, sagte Hermine, aber du wurdest dafür bestraft. Andere Leute sind tot, sagte er mit eisigen Augen. Ich wurde lediglich gezüchtigt. Also nur zwei Minuten des Gutziatus Flures, sagte Hermine bissig. Fünf. Hermine spürte, wie sie vor Schock bleich wurde, als sie zu ihm aufsah. Er schenkte ihr an Dünners lächern. Mach dir um mich keine Sorgen, meine gewissenhafte Heilerin. Es ist schon Tage her, ich werde es überleben. Es gab eine kurze Pause. Warum hast du Montague umgebracht? fragte sie. Sie hat tagelang im Bett gelegen und sich darüber Gedanken gemacht. Wenn er Montague töten wollte, warum hat er es nicht sofort getan? Warum öffentlich? Marvold grinste. Ich habe mich schon gewundert, wann du diese Frage endlich stellen wirst. Ich dachte, es war offensichtlich. Er hat offenkundig und absichtlich in meinen Auftrag eingegriffen, obwohl er wiederholt davor gewarnt wurde, dass er sich nicht an dir auf irgendeine Weise zu schaffen machen darf. Ich hätte es offizieller gemacht, aber mit meinem Ausflug hatte ich leider nicht mehr Zeit. Also hast du ihn mitten in St. Moncos umgebracht? sagte sie und schaute ihn zweifelnd an. Nun, ich hatte versucht, ihn in seinem Zimmer umzubringen, aber er hat probiert wegzurennen. Ich musste improvisieren. Marfoy's Miene blieb unverändert. Wenn du dann mit all deinen Fragen fertig bist, ich glaube, es steht eine Leglementik Sitzung an. Er ging nicht durch ihre Augen. Hermine wusste nicht, ob es irgendeine Heilkunde Literatur darüber gab, Leglementik nach einer Augenverletzung anzuwenden, aber Marfoy hat sich anscheinend dazu entschieden, es nicht zu riskieren und ging einfach durch ihren Schädel. durch erzwungen hat, ließ der Schmerz etwas nach. Hermine wünschte sich, dass er seinen Weg geben würde, sich abzuschotten, wenn er durch ihre Gedanken ging, aber Leglementik schliff ihr Opfer durch die Erinnerungen mit durch. Wo auch immer Marfoy in ihrem Kopf hinging, Hermine folgte. Sie hatte keine neuen unverschlossenen Erinnerungen, nur neuere Wiederholungen der alten, vor allem von der in der Ginny weinte. Sie hatte das Gefühl, dass sie jede Nacht davon träumte, immer die gleiche Erinnerung. Sie hörte immer an der selben Stelle auf. Es schien fast, als ob er zögerte, bevor er zu ihrem aktuellsten Erinnerungen überging, die über Montague, über Astoria, über Strauts Fragen vor und nach seiner Ankunft. Als er sich endlich aus Hermines Bewusstsein zurückzog, fühlte sie sich, als ob sie in sich selbst zusammengefallen war. Alles nochmal zu erleben war so traumatisch, dass sie ihren Kiefer so fest zusammenfresste, bis sie das Gefühl hatte, ihre Zähne hörten gleich, bei dem Versuch nicht innerlich zu verfallen, zu brechen. Sie drehte sich auf die Seite und rollte sich zu einem Ball zusammen. Malfoy seufzte. Das Geräusch war kaum zu hören, aber er sagte kein Wort. Er blieb noch einen kurzen Moment länger, bis sie hören konnte, wie er ging. Sie lag im Bett und versuchte nicht nachzudenken. Sie wünschte sich, dass sie ihre Gedanken abschalten konnte. Die Furcht verschlang sie wie ein Umhang. Wie der Hauch eines Geistes hing sie unabwendbar über ihr. Sie konnte sie nicht loswerden. Sie versuchte es auch kaum. Am Tag nach Strauts Besuch belies sie ihr Zimmer zum ersten Mal seit der Frühlingsanfangs Feier. Sie blieb im Nordflügel. Sie wanderte zählos umher. Still. Sie glitt vom Zimmer zu Zimmer, von Fenster zu Fenster. Als sich ihr Auge immer weiter erholte, konnte sie endlich scharf genug sehen, um zu erkennen, dass der Frühling angefangen hatte, sich über das Anwesen auszubreiten. Die kalte, graue, englische Landschaft fing an, einen leichten Hauch von Grün zu bekommen, das an den Spitzen der Äste vorspitzelte und vorsichtig aus dem dunklen Erbboden kam. Dabei zuzusehen, wie der Frühling sich langsam auspreisete, fühlte sich fast wie Hoffnung an. Außer der Platz in Hermine, an dem ihre Hoffnung mal gewesen ist, sich jetzt wie ein tiefes Loch anfühlte, als ob jemand hineingegriffen und etwas aus ihrem Kern ihres Daseins herausgeschnitten hatte. Wo Hoffnung einmal aufgeblüht war, war jetzt nur noch etwas Schmerzhaftes und Verfaulendes. Aber dennoch, der Frühling war wunderschön anzusehen. Es fühlte sich überraschend an, dass es noch immer etwas Schönes, Unbeflecktes in dieser Welt gab, so gegensätzlich. Es war nicht rational. Rational wusste Hermine, dass Voldemorts Herrschaft nicht die Sterne im Nachthimmel auslöschen würde, oder die Fibonacci-Sequenz zerstören würde, oder die ersten Krokruße des Frühlings zerstören würde. Aber trotzdem überraschte sie es, dass sie die Schönheit noch erkennen konnte. Irgendwie hatte sie angenommen, dass die hässliche Kälte in ihrem Leben bedeutete, dass es nur noch hässliche Kälte und grausame Schönheit um sie herum gab. Als sie nach draußen über das Anwesen blickte, wie es anfing, sich mit neuem Leben zu schmücken, zog sich etwas in Hermines Inneren zusammen. Was ja ein Kind haben sollte, würde es wunderschön sein, unbefleckt, blass und rosa, mit vertrauensvollen Augen, die nur Güte erwarten würden, mit Händen, die nach jedem greifen würden, der versuchte, es zu erreichen, ein Baby wäre wunderschön, so rein wie der Frühling, so süß wie der Sommer. Und dann würde man es ihr wegnehmen. Hermine würde sterben und ihr Baby würde zurückgelassen werden. Es würde trainiert und verletzt und in ihrem Inneren so verdreht werden, dass es ein kaltes, grausames Monster war, so wie Malfoy und Astoria und alle anderen Todesser. Hermine riss sich von dem Fenster los, vor dem sie stand und beeilte sich in Richtung der inneren Zimmer des Nordflüges zu gehen. Zimmer ohne Fenster. Sie wollte nicht über den Frühling nachdenken oder ihr Leben oder Kinder oder Schönheit oder Güte. Sie wollte nicht über solche Dinge nachdenken, die einmal waren, aber jetzt nicht mehr existierten. Oder die Schönheit, die noch immer existierte. Es machte das Grauen nur schlimmer, bis es ihr körperlich weh tat, zu denken, zu atmen, zu leben. Wenn man nur sterben könnte, indem man es sich inbrünstig wünschte. Sie konnte nicht essen. Sie brachte kaum etwas Wasser hinunter. Als fünf Tränke mit einer Notiz von Halloween Stroud ankamen, räumte sie sie in einer der Badezimmerschränke. Die Furcht zog sich immer enger um ihr Herz, Tag für Tag, mit dem Wissen, dass ihre nächste Fruchtbarkeitsperiode immer und immer näher kam. Malfoy kam unerwartet in ihr Zimmer und sie brach fast in Tränen aus. Er war so angespannt, als ob er gleich platzen würde, als er sie anschaute. Sie stand auf, als ob sie vom Blitz getroffen wurde und erstarrte. Es herrschte eine Stille und Malfoy sah so unbehaglich aus, wie sie ihn noch nie gesehen hatte. Ich dachte, es würde es nur schlimmer machen, wenn ich vorher Bescheid geben würde, sagte Malfoy, als er sie vorsichtig beobachtete. Ich habe mich nicht vorbereitet, murmelte sie und schallte von ihm weg. Du duschst jeden Morgen. Ich verlange nicht, dass du übermäßig gewaschen bist. Seine Stimme war schneidend wie die Klinge eines Messers. Das Porträt erzählte ihm anscheinend immer noch alles, was sie tat. Hermine stand weiter da und starrte ihn an. Es fühlte sich wie die erste Nacht an, als sie in seinem Zimmer gewesen ist. Sie versuchte nicht zu zittern und sie fragte sich, ob sie einfach nach drüber gehen und sich in ihr Mitte haben. Nimm das hier, sagte er und holte ein Fläschchen mit irgendeinem Trank aus seinen Roben und hielt es ihr hin. Sie nahm es entgegen und schaute sich die Konsistenz und Farbe an, bevor sie den Korken entfernte. Ein Beruhigungstrank. Er beobachtete, wie sie ihn schluckte. Sie spürte, wie der Trank das Wecken anfing, als sich ihr Kiefer und ihrer Schulter entspannten und das zugeschnitte Gefühl in ihrer Kehle sich etwas löste. Da Knoten in ihrem Magen, der sich in den letzten zwölf Tagen mehr und mehr zusammengezogen hat, lockerte sich leicht. Als Hermine ihren Beruhigungstrank nahm, griff Martha erneut in einer Robe und holte einen zweiten Trank hervor. Sie war überrascht, als sie sah, dass er ihn selber nahm. Es schien nicht ein weiteres Fläschchen des Trunk des Friedens zu sein. Malfoy schien noch angespannter und wütender, nachdem er ihn genommen hatte. Ein Libidotrank? Es ist Hermine nie in den Sinn gekommen, dass er etwas nehmen könnte. Hat er immer etwas genommen? Außer in der ersten Nacht hat sie ihn in keinen der Nächten angeschaut. Selbst da hätte er etwas nehmen können, als trank. Stroud hat ihn als perfekt zeugungskräftig bezeichnet, außergewöhnlich gut sogar. Vergewaltigung war wirklich nicht sein Ding. Muss muss ich ähm soll ich in die Mitte oder an den Rand des Pettes zwang sich Hermine zu fragen. Er stellte sie an. Mitte sagte er endlich mit knapper Stimme. Da ich die Anweisung habe weniger distanziert zu sein. Hermine drehte sich Richtung Bett. Ihr Bett, in dem sie jede Nacht schlief. Der einzige Ort, den sie übrig hatte, der ihr etwas Trost und Sicherheit spendete. Ihr Bett, wo sie gleich, gleich, konnte man es Vergewaltigung nennen, wenn es ihr lieber war, dass er es war und nicht sein Vater? Sie biß sich auf die Lippe und schluckte schwer, als sie zum Bett lief und versuchte nicht, das Weinen anzufangen. Sie ließ sich auf der Kante nieder und rutschte dann nach hinten zur ungefähren Mitte und legte sich flach hin. Marfoy kam einen Moment später auf sie zu. Er legte seine äußeren Roben ab, er trug nur noch ein Shirt und eine Hose. Sie versteifte sich sofort, als er näher kam. Sie versuchte nicht, mit den Zähnen zu knirschen, als sie ihren Kiefer anspannte. Sie kämpfte darum, nicht zu hyperventilieren, als er ihr ihm näher kam, und sie schaute ihn mit großen, erschrockenen Augen an, ihr Blickchen etwas in ihm auszulösen. Mach einfach deine Augen zu, zischte er. Ich werde dir nicht wehtun. Sie zwang sich dazu, die Augen zuzumachen und versuchte sich darauf zu konzentrieren, ihren Atem unter Kontrolle zu bekommen, als sie spürte, wie sich die Matratze bewegte. Sie konnte ihn riechen. Der beißende Geruch von Waldboden stieg plötzlich in die Nase, als sie versuchte nicht zu hyperventilieren. Er pausierte kurz. Dann spürte sie, wie er ihre Ruben zur Seite schob und sich zwischen ihren Beinen platzierte. Zwischen ihre Beine, wie Montague. Sie schlurzte mit zusammengepressten Zähnen und zuckte zurück. Ihr Körper war so angespannt, dass sie zitterte. Sie spürte, wie sich ihre Nägel in das Fleisch ihrer Handballen gruben, als sie sie stärker und stärker zur Faust ballte. Ich werde dir nicht wehtun, flüsterte Malfoy in der Nähe ihres linken Ohres. Atme einfach. Sie nickte kurz zur Bestätigung. Besser als Lucius. Gott, sie konnte nicht mal darüber nachdenken. Sie zuckte zusammen und unterdrückte ein weiteres Schluchzen. Sie versuchte krampfhaft sich zu entspannen. sie hörte wie er den gleichgilt, aber murmelte kurz bevor er in sie glitt. Sie versuchte sich auf ihren Atem zu konzentrieren. Sie zwang sich dazu, genau das Gefühl zu spüren, wie sich ihr Brustkorb ausdehnte und wieder zusammenzog oder ihre Nägel in ihren Handballen. Sie konnte Malfoys Atem auf ihrem Gesicht spüren, das Gewicht seines Körpers auf ihrem, seine Länge in ihr. Sie wollte nichts davon spüren. Sie konnte es nicht nicht spüren. Er war überall, umgab sie. Das Gefühl von ihm in ihr und sein Gewicht auf ihr waren unausweichlich real. Sie konnte sich nicht so loslösen, wie sie es sich auf dem Tisch angewöhnt hatte. Sie wollte ihn darum betteln aufzuhören. Besser als Lucius. Besser als Lucius. Sie wollte einfach, dass es aufhörte. Sie tat es nicht bewusst, aber sie bemerkte, wie Tränen aus ihren Augenwinkeln über ihrer Wange liefen, als sie darum kämpfte, nicht unter ihm zu schluchzen. Endlich versteifte er sich und kam. Sobald er dies tat, schieß er sich von ihr und von dem Bett ab. Hermine öffnete ihre Augen und versuchte ihre Atmung zu beruhigen. Als sie auf dem Bett lag, hörte sie wirkende Geräusche aus dem Badezimmer. Während sie da lag, hörte sie, wie die Toilettenspielung betätigt wurde und dann für einige Minuten das Geräusch von Wasser, das aus dem Wasserhahn lief. Sie versuchte sich aufzusetzen und nicht über die Tatsache nachzudenken, dass sie sich nicht bewegen durfte, nicht über die körperliche Erfahrung nachzudenken, die sie gerade erlebt hatte. Er hat versucht, so rücksichtsvoll wie möglich zu sein. Es war bizarr. Er war eine kalte, gleichgültige, mörderische Person, der ganz gelassen eine Person die Eingeweide herausreißen konnte, aber Vergewaltigung überschritt eine Grenze. Hat er sich immer danach übergeben? Oder ist es jetzt schlimmer gewesen, dadurch, dass er sie anschauen musste? Vielleicht ist jemandem etwas zugestoßen, den er gekannt hat. Jemand, der ihm nahe stand. Vielleicht hat es etwas mit seinen Fähigkeiten, den Todesflug bestrafen, zu tun. Er kam wieder aus dem Badezimmer. Seine angespannte Miene schien abgeschwächt, so, als ob er sie nicht aufrechterhalten konnte. Er sah blass und erschöpft aus und er sah mehr traumatisiert aus, als er ist noch nie zuvor danach geblieben. Er ist immer gegangen, bevor sie ihn ansehen konnte. Vielleicht sah danach immer so aus. Er schien besorgt um sie. Nicht, dass er tatsächlich fragte, aber er bewachtete sie vorsichtig durch das Zimmer hindurch. Es tut mir leid, hörte sie sich selbst sagen. Sie blinzelte. warum entschuldigte sie sich bei Malfoy? Es war, als ob ihr die Worte einfach rausgerutscht waren. Er schaute sie überrascht an. Sie versuchte es klarzustellen. Weil ich geweint habe. Du warst sie wusste nicht, wie sie ihn beschreiben sollte. Nicht der schlimmste Vergewaltiger? Es hat mich nur alles erinnert. sagte sie schließlich und schaute weg. Hoffentlich wird es morgen leichter, sagte er mit schwerer Stimme. Dann rief er seine Robben herbei und ging ohne ein weiteres Wort aus dem Zimmer. Hermine lag da und beobachtete, sich die Zeige der Uhr langsam über das Zifferblatt bewegten. Als zehn Minuten vorbei waren, bewegte sie sich nicht. Vielleicht wenn sie länger wartete, würde sie schwanger werden und dann mussten sie nicht länger da liegen und es ertragen. Sie war sich nicht sicher, wie sie das bezeichnen konnte, was Malfoy mit ihr gemacht hatte. Auch wenn man das generelle Konzept das Vergewaltigung bezeichnen konnte, hatte sie das Gefühl, dass es nicht komplett erfasste, was passiert ist. Es war nicht Sex haben oder Vögeln oder Ficken oder Bumsen, nicht mal nehmen. Kopulieren beschrieb es wohl am besten, zumindest auf dem Tisch, aber jetzt, jetzt fühlte es sich zu real an und verbunden und elendig für sie beide an, um diese klinische Bezeichnung zu verwenden. Es gab keine Worte dafür. Sie würde keine Probleme damit haben, für den Rest ihres Lebens nicht mehr von einem Mann angefasst zu werden. Sie wollte nicht daran denken, dass Malfoy wiederkommen und es alles morgen noch mal tun würde. Der Gedanke von Leben, das sich in ihr bewegen würde, machte sie krank vor Grauen. Der Gedanke, dass es nicht... Sie konnte Malfoy ertragen. Sie drehte sich auf ihr Seite und schlief auf ihrer Decke ein. Kapitel 22 Am nächsten Morgen schleppte sich Hermine aus dem Bett und in das Badezimmer mit Dusche den Gang runter. Das heiße Wasser, das auf sie niederprasselte und sie umgab, war das einzige, zu dem sie Zugang hatte, das körperlich im Trost am ähnlichsten kam. Sie schloss ihre Augen und stand einfach da. Nach einer Weile sank sie auf den Boden und bemannte ihre Knie, während sie ihre Augen zukniff und versuchte nicht über die letzte Nacht nachzudenken. Sie konzentrierte sich auf ihre Dusche. Eine Sache, die am wenigsten wertgeschätzt wird, wenn man Magie hatte, war die niemals endende Menge an warmen Wasser. Die Temperatur schwankte nie oder sank ab. Es strömte dampfend auf sie nieder. Wenn sie einen ganzen Tag hier sitzen würde, würde das Wasser immer noch heiß aus dem Duschkopf kommen. Als sie sich endlich dazu zwang es abzudrehen und aus der Dusche zu klettern, stand sie mitten im dampfigen Beidezimmer und versuchte die Motivation zu finden, sich abzutrocknen und anzuziehen. Sie hatte sich noch nie so unmotiviert gefühlt. Zu existieren erschien wie eine so unfaire Anforderung. Hermine würde alles für ein Buch tun. Alles um etwas anderes als die Zeitung zu lesen. Die Nachrichten hingen ihr zum Hals raus. Vielleicht würde sie einen Spaziergang machen. Sie ist seit der Frühlingsanfangs nicht mehr draußen gewesen. Sie war sich nicht sicher, ob sie jemals wieder in der Nähe der Hecken gehen konnte, aber vielleicht schaffte sie es, auf einem der Wege langzugehen. Sie konnte die Knospen an den Bäumen untersuchen, die Osterglocken zählen, irgendetwas. Sie lief in ein Handtuch eingewickelt aus dem Badezimmer und einen kalten Flur entlang. Wieder zurück in ihrem Zimmer ging sie zur Kommode und zog ein frisches Set oben heraus. Sie legte sie auf dem Bett bereit und ließ das Handtuch fallen und betrachtete sich selbst. Die Narben, die Monti Yuki unterlassen hatte, waren alle verblasst. Es gab eine Stelle auf der Innenseite ihrer rechten Brust, die sich immer noch vernarbt anfühlte. Hermine fuhr mit ihren Fingern, Gedanken verloren darüber. Die Wunde ist so tief gewesen, dass sie wahrscheinlich spezifischere Zauber zur Heilung erfordert hätte. Die Stelle fühlte sich straff an. Sie ist so tief gewesen, dass der Schaden nicht nur im Hautgewebe gewesen ist. Geläufige Heilungszauber waren dafür gemacht, Haut und Muskeln zu reparieren. Es gab wahrscheinlich einen spezielleren Zauber, um Brustgewebe zu heilen, aber Hermine konnte sich spontan nicht daran erinnern. Sie schloss ihre Augen und versuchte sich zurück zu erinnern, um herauszufinden, ob sie es jemals gelernt hatte. Sie konnte sich an ein großes Buch mit Heilungszaubern erinnern. Sie hat es für mehrere Jahre dauerhaft mit sich herumgetragen, klein geschrumpft, damit es in ihre Tasche passte, immer griffbereit. Voll mit Blutflecken und Tränken, die verschüttet wurden und in die Zeiten eingezogen waren, als sie zu viel zu tun hatte, um sie gleich verschwinden zu lassen. Die Ecken waren eingeknickt, um besonders wichtige Abschnitte zu markieren. So viele eingeknickte Seiten, die Ränder waren mit ihren eigenen Notizen vollgekritzert. Es ist das erste gewesen, was sie nach Dumbledores Tod gekauft hatte. Sie erinnerte sich an die große Euler, die in die große Halle in Hogwarts geflogen kam und es vor sie fallen hat lassen. Alle anderen haben davon geredet, Dumbledores Armee wieder ins Leben zu rufen, Bücher über Verteidigungsmagie zu kaufen. Aber Hermine hat sich der Heilkunst zugewandt. Es ist der Anfang des Auseinanderlebens gewesen, der Abstand, der langsam zwischen ihr und allen Gleichaltrigen im Widerstand entstanden ist. Als sie darauf gedrillt wurde, Schildzauber und Betäubungszauber zu lernen, ist sie zu Madame Pomfrey gegangen und hat nach einer Ausbildung gefragt. Sie hat fast alle ihrer Tage mit Madame Pomfrey verbracht, hat jeden Heilungszauber und fortgeschrittenen Diagnostikzauber auswendig gelernt, den die Schuloperin ihr beibringen konnte. Sie lernte, auf welche Zeichen und Symptome sie achten musste. Heilkunst ist sehr präzise Zusammenarbeit, sehr genau. Man musste die Fähigkeit besitzen, Ablenkungen auszublenden und sich zu fokussieren. Man musste dazu in der Lage sein, extrem feine Nuancen der Magie zu lenken, den richtigen Zauberspruch zu ermitteln, die Ausführungen zu perfektionieren, um dann sein Vorhaben mit Präzision durchzuführen. Heiler benutzen keine tatsächlichen Skalpelle, aber magisch gesehen war die mentale Genauigkeit und die Zauberstabarbeit damit vergleichbar. Hermine hatte eine Abbildung der menschlichen Anatomie nach der anderen auswendig gelernt. Sie hat sich genau darauf abgerichtet, jedes Detail, das ihr Auge in eine Diagnostik erfassen musste, zu erkennen und wahrzunehmen. Puzzleteile an Informationen, die neu angeordnet werden mussten, damit man herausfinden kann, was nicht stimmt. Dann, an den Abenden, ist sie nach unten in die Kacke gegangen, um Zaubertränke mit Snape zu studieren. Wann immer sie mit Heilkunde und Zaubertränken fertig gewesen ist, hat sie sich in eine Ecke der Bibliothek zurückgezogen, ein Buch nach dem anderen durchgewühlt, um nützliche Zaubersprüche für Harry zu finden, bis sie dort eingeschlafen ist. Langsam ist sie immer weiter von ihren Freunden abgedriftet. Sie sind alle so rechtschaffend, wütend und dennoch optimistisch nach Dumbledores Tod gewesen. Sie schienen von einem Funkeln der Gewissheit angetrieben zu werden, den Hermine, wie es schien, nicht in sich entfachen konnte, noch nicht einmal zu Beginn des Krieges. Je mehr sie gelernt hat, desto mehr schien ihre Zuversicht und für den Ausgang des Krieges geschrumpft zu sein. Niemand anderes schien es wertgeschätzt zu haben, wie schwer es war, Menschen am Leben zu erhalten. Als sie es nicht geschafft hat, deren Zuversicht zu teilen, haben sie sich gekränkt gefühlt. Sie war Harrys beste Freundin, warum glaubte sie nicht an ihn? Glaubte sie, dass sie schlauer war als sie alle? Sie hat es nicht einmal mehr geschafft, einen Patronus hervorzurufen. Vielleicht, wenn sie mehr Zeit damit verbringen würde, Verteidigungstauber zu üben, würde sie nicht so viel Trübsal blasen. Es war nicht so, dass die anderen sie nicht ernst nahmen, aber ihre Ansichten waren sehr engstirnig. Es war das Licht gegen die Dunkelheit, gut gegen Böse. Das Licht gewann immer. Schaute die Geschichten an, schaute die Geschichtsbücher an. Ja, es würden Menschen sterben, aber das wäre aus einem guten Grund. Ein Tod, denn es sich zu sterben lohnt. Sie hatten keine Angst dafür zu sterben. Irgendwann hat Hermine aufgehört zu reden und hat sich mit ihren Büchern zurückgezogen. Es machte keinen Sinn anzumerken, dass die Geschichtsbücher von den Siegern geschrieben wurden, oder dass es ganz viele Kriege in der Muggelwelt gab, wo Leben nur eine andere Form von Munition waren, da Schlachten nichts bedeutet haben, außer eine neue Liste an Todesopfern zu erschaffen, eine neue Reihe Gräber. Vielleicht brauchten sie es solche Dinge zu glauben, aber Hermine konnte es nicht. Sie musste sich vorbereiten. Sie begrub sich selbst in Heilkunde, den Zaubertränken und Büchern, bis das Zauberministerium fiel und der Krieg offiziell begann. Dann wurde sie bestürzt nach Frankreich gebracht, um zu studieren. Dann Albanien, als Frankreich zu gefährlich wurde. Dann Dänemark, dann Österreich? Nein. Ist sie noch irgendwo anders gewesen, bevor sie nach Österreich ist? Es fühlt sich an, als ob eine Lücke wäre. Etwas verschwommenes. Hermine drängte und stieß gegen die Lücke in ihre Erinnerung. Da gab es noch irgendwo, irgendwo anders, wo sie zum Studieren hingegangen ist. Wo hätte es sein können? Warum würde sie es vergessen? Sie zwang ihre Gedanken in Richtung des Verschwommenen und es war eine Düsterheit, ein schwaches, goldenes Licht, das einer Lampe entsprang, Staub, der Geruch von altem, trockenem Papier und eine dünne Kette einer Halskette in ihren Händen. Nichts anderes. Sie stieß stärker dagegen, aber die Erinnerung verschwand wieder in die Tiefen ihres Bewusstseins. Sie konnte sich an nichts anderes erinnern, genauso wie sie sich nicht an den Zauber erinnern konnte, um Brustgewebe zu erheilen. Sie seufzte und ließ ihre Hände von dem vernarbten Gewebe nach unten sinken. Die Fehlerhaftigkeit ihrer Gedächtnisse brachte sie zunehmend aus der Fassung. Manchmal war sie sich nicht mal mehr sicher, ob sie noch wusste, wer sie während des Kriegs gewesen ist. Sie erinnerte sich daran, eine Heilerin gewesen zu sein. Nur eine Heilerin und Zaubertrankmeisterin. An irgendeinem Punkt muss sie sich von dieser Person wegentwickelt haben und sie wusste nicht, wie oder wann es passiert ist. Wann ist sie zu jemandem geworden, der Voldemort als gefährlich bezeichnen würde? Eine Person, die ein halbes Gefängnis in Schutt und Asche gelegt hat? Die Dementoren verbrannt und Graham Montague und einem vergifteten Messer erstochen hat? Hermine hatte keine Idee, wo diese Version ihrer selbst hergekommen war. Sie fand es schwierig zu glauben, dass diese Person niemals existiert hat. Irgendwie ist diese mysteriöse Person von der Dunkelheit in den Tiefen von Hogwarts verschluckt worden. Ohne die Informationen aus zweiter Hand von Voldemort Malfoy und Montague würde sie nicht einmal wissen, dass diese Person existiert hat. Sie würde wahrscheinlich sogar denken, dass es eine Art Täuschung von ihnen war, wenn sie nicht so viele Narben haben würde, für die sie keinerlei Erklärung hatte. Sie schaute nach unten auf ihr linkes Handgelenk. Sie ließ ihre Fingerspitzen über die zerstreuten zilberlichen Narben auf ihrem Sternum und ihrem Schlüsselbein gleiten und dann über die lange dünne Spur der Narbe zwischen ihrer siebten und achten Rippe. Hyalurin Stroud sagte, dass die Fügungszustände in ihrem Gedächtnis keine Dissoziation oder multiple Persönlichkeiten waren, aber Hermine hatte eher das Gefühl, dass es so sein musste. Hermine, wie sie sich selbst kannte, hätte niemals ein halbes Gefängnis in Schutt und Asche gelegt und unzählige Leute umgebracht, um einzubrechen. Nicht mal für Ginny. Hermine hätte niemals bei einem Fluchtversuch alle anderen als Kollateralschaden angesehen. Sie wusste nicht, wie man den Himmel mit brennenden Dementoren füllte. Sie hatte noch nie ein vergiftetes Messer was ich getragen, geschweige denn gelernt, wie man jemanden damit erstach. Es gab etwas tiefliegenderes in ihrer Unwissenheit und sie wusste nicht, wie sie es hervorbringen konnte. Sie zog ihre Roben an und lungerte in der Nähe der Verandertür herum. Die Luft war warm und roch nach Lehm mit einer leichten Spur von Süße. Die Wiesen waren von einem Blütenmeer aus gelben Narzissen und Schwertlinien rüberzogen, das in der letzten Woche aufgetaucht sein muss. Die Vögel zwitscherten. So, als ob die Außenwelt sich verwandelt hatte, während Hermine in ihrem verdunkelten Zimmer gelegen ist. Die Natur hat ihr Totenhemd fallen lassen und hat aufgehört, die Kälte und Trübsinn aus Hermines Leben wiederzuspiegeln. Die Welt hat sie hinter sich gelassen. Sie ist wie sehr lebendig geworden, aber Hermine war noch immer in einem kalten, tödlichen Käfig gefangen. Sie drehte sich um und ging wieder nach drinnen. Sie wollte nicht das Aufblühen des Frühlings spüren, nicht auf ihrer Haut oder in ihrem Blut. Sie wollte nicht über das Aufblühen von Leben nachdenken, nicht um sie herum, nicht in ihr selbst. Topsy erschien vor dem Abendessen. Sie soll sich jetzt fertig machen, quitsche die Hauselfer. Es war Stunden früher. Malfoy ist zuvor noch nie so früh zu ihr gekommen. Hermine hatte keine Ahnung, was die plötzliche Änderung hervorgerufen haben könnte. Jedes bisschen Unvorhersehbarkeit machte es nur noch schlimmer. Ihr wurde ganz kalt vor grauen. Sie ging ins Badezimmer und badete. Als sie sich mit zitternden Händen abtrocknete, erinnerte sie sich an die Tränke, die Hallorin Stroud hat schicken lassen. Sie ist die Nacht zuvor so nervös gewesen, dass sie ganz vergessen hatte. Nachdem sie sich angezogen hatte, ging sie und nahm eine der Flaschchen aus dem Badezimmer Schrank. Es war nicht der Trank des Friedens. Die Farbe und Konsistenz waren ihr unbekannt. Sie roch daran, der Geruch war würzig in ihrer Nase, leicht zitrusartig und pfeffrig. Sie ließ einen Tropfen auf ihre Fingerspitzen fallen und probierte ihn. Er fühlte sich warm und leicht süßlich auf ihrer Zunge an. Sie wartete für eine Minute. Sie spürte, wie etwas wenig kalt vor Angst wurde. Sie schluckte ihn und er fühlte sich heiß an, als er in ihrem Magen hinunter glitt. Als der Trank ihren Magen sich in ihrem ganzen Körper auszubreiten. Ihre Haut kribbelte und wurde fast schmerzlich empfindlich. Hermine erstarrte und schnappte vor Schreck nach Luft und torgelte nach vorne. Sie starrte mit aufgerissenen Augen in den Spiegel. Ihre Wangen waren gerötet und ihre Pupillen waren erweitert, als sie ihr Spiegelbild anschaute. Sie presste die Hände über ihren Mund zusammen und stolperte nach hinten. Stroud hat ihr einen Lusttrank mitgegeben. Hermine wollte in Tränen ausbrechen, als sie versuchte sich zu beruhigen und die Auswirkungen des Trankens loszuwarten, die sich gerade durch ihn durchbrannten. Das konnte nicht passieren. Es war einfach nur unfassbar grausam. Hermines Hände zitterten und sie versuchte über eine Lösung nachzudenken, irgendetwas um den Trank zu neutralisieren. Sie stand bis ich das Glas von der Ablage des Waschbeckens und Trank es in einem Zug aus, in der Hoffnung, den Trank aus ihrem System zu schwemmen. Es funktionierte nicht. Die Hitze, die durch ihren Körper wanderte, schien weiter nach unten zu sinken. Sie fing an, in ihren unteren Abdominalbereich auszustrahlen. Sie gingen in ihr Zimmer. Sie verstanden nicht, warum Stroud so etwas tun würde. Mel Einzugreifen war eine Sache, aber Hermine reinzulegen, sich selbst mit einem Lustrank zu dosieren, war ein ganz neues Level von Herzlosigkeit. Hermine kletterte unruhig in ihr Bett, legte sich auf den Rücken und schloss ihre Augen. Wenn sie einfach still liegen blieb und sich konzentrierte, dann würde vielleicht alles gut sein. Das Klicken der Tür ließ sie zusammenzucken. Sie öffnete ihre Augen und sah wie Malfoy Deutschland, kalt und angespannt, als er seine äußeren Rücken öffnete und sie von seinen Schultern rutschen ließ. Er beobachtete sie, als er das Zimmer durchquerte. Er trappierte die Klamotten am Rande des Bettes und schaute auf sie herab. Willst du wieder einen Beruhigungstrank? sagte er. Es war möglich, dass der Beruhigungstrank helfen würde. Hermine nahm an, dass er vielleicht die körperliche Reaktion, die sich gerade durch ihren Körper brannte, abschwächen konnte. Sie nickte knapp und setzte sich hin. Sie nahm das Fläschchen aus seiner Hand. Ihre Finger streiften sich und sie musste sich auf die Zunge beißen, um nicht nach Luft zu schnappen. Sie zog den Korken heraus und trank alles, während Malfoy seinen eigenen Trank nahm. Der Trunk des Friedens verschlimmerte die Auswirkungen nur noch. Statt die Symptome abzuschwächen, entspannte er ihren Körper nur noch mehr in das warme Gefühl hinein. Sie ließ das Fläschchen auf das Bett fallen, als sie versuchte, es ihm zurückzugeben. Sie schlug die Hände über den Mund zusammen und brach ihn Tränen aus. Malfoy stellte sie für einen Moment an. Was ist los? verlangte er zu wissen. Halvin Stroot hat ein Set an Tränken schicken lassen. Sie sagte, es ist dafür da, um die Dinge zu vereinfachen, sagte sie. Sie erwischte sich die Tränen weg und starrte bestimmt nach unten auf das Bettlaken. Ich habe sie gestern vergessen, aber ich habe heute einen genommen, kurz bevor du gekommen bist. Ich dachte, er wäre für die Angst. So schien es, als ich einen Tropfen probiert habe. Es ist ja nicht so, als ob ich Zoppelspruch Analysen durchführen könnte. Also habe ich ihn genommen, aber sie musste kurz schlucken. Es war ein Aphrodisiakum. Es herrschte eine geschockte Stille. Du bist ein Idiot, sagte Malfoy schlussendlich. Nimmst du einfach alles ohne Fragen zu stellen? Hermine zog zusammen. Das letzte Mal, als ich dich gefragt habe, was es für ein Trank war, der mir geschickt wurde, hast du mich aus reiner Gehässigkeit dazu gezwungen, ihn zu trinken. Hätte ich annehmen sollen, dass es dieses Mal anders sein würde? Malfoy war still. Die Wut, die von ihm ausging, war fast spürbar, wie die Wogen an Hitze, die von einer Flamme ausgingen, die Luft um ihn herum schien fast zu flimmern, als er dastand und wütend auf sie herunterblickte. Du bist ein Idiot, sagte er noch einmal. Hermine wollte sich zu einem Ball zusammenrollen. Die Hitze in ihrer Mitte war ablenkend beständig und ihr ganzer Körper fühlte sich zu warm und empfindlich an. Sie fühlte sich hohl im Inneren. Sie wollte berührt werden. Es ist so lange her, seit sie jemand berührt hat. Nein, nein, nein! Sie holte tief und zittrig Luft. Kannst du nicht bis später heute Abend warten? Ich bin mir sicher, dass die Wirkung in ein paar Stunden nachlassen wird. Ich kann nicht. Ich muss unerwartet nach Frankreich heute Abend, deswegen bin ich heute schon früher hergekommen. Ich werde erst morgen spät abends wieder auf das Anwesen zurückkommen, sagte Malfoy. Herminia ließ einen leisten Schluchze aus. Okay, sagte sie erstickt und zwang sich dazu, sich wieder zurück aufs Bett zu legen. Bring es einfach hinter dich. Sie kniff ihre Augen zusammen und versuchte sich darauf zu konzentrieren und tausend rückwärts zu zählen, während sie jedes Mal die abgezogene Zahl verdoppelte. Minus eins 999 minus zwei 997 minus vier 993 minus acht 985 sie spürte wie Malfoy ihre Ruben auf die Seite schob. Minus 16 979 minus 32 Malfoys Finger in der Nähe ihrer Mütter ließen plötzlich ihre ganze Konzentration dahin schwinden und sie ließ ein unterdrücktes Stöhnen aus und riss ihre Augen auf. Malfoy schaute mit vor entsetzten weit aufgerissenen Augen auf sie hinunter. Sie starrte ihn an. Sie hat ihn vorher noch nie wirklich als jemand anziehendes betrachtet. Mal abgesehen von den fünf Monaten, die sie über einen Tisch gebeugt hat, ist ihr der sexuelle Teil von ihm nie wirklich aufgefallen. Er war kalt und gefährlich. Er war schön, aber nur vom Aussehen her wie eine Marmor Statue. Niemand mit dem sie irgendeine Form von körperlichem Kontakt wollte. Sie wollte nie von ihm auf diese Art angefasst werden. Jetzt wollte sie seine Lippen auf ihren spüren, seine Hände auf ihr, sein Gewicht, dem sie die Nacht zuvor so verzweifelt entkommen wollte. Sie wollte es spüren, dass er sich über sie lehnte, sich gegen sie presste. Das Gefühl der Erregung in ihrer Mitte war betäubend. Sie hatte noch nie das Bedürfnis verspürt, jemanden in sich haben zu müssen, aber als sie so da lag, hatte sie das Gefühl, gleich das Schreien anzufangen, wenn er sie nicht gleich berühren würde. Sie hatte nicht gedacht, dass die zweite Nacht noch schlimmer werden konnte als die erste, aber es war tausendmal schlimmer. Sie zwang sich dazu, wieder ihre Augen zu schließen, damit sie aufhörte, sein Gesicht zu Sie hörte auf, sich überall die Details Gedanken zu machen, die sie zuvor nicht an ihm bemerkt hatte. Seine Haare und seine kantigen Wangenknochen, die Intensität seiner Augen, seine dünnen Lippen und seine geraden weißen Zähnen, die definierte Linie seines Kiefers und blasser Nacken, der aus dem schwarzen Kragen seines Hemdes kam. Beweg, Kik, beweg dich einfach, sagte sie. Sie weinte fast, weil es sie so viel Anstrengung kostete, sich nicht einfach selbst zu bewegen. Einen Moment später spürte sie, wie er in sich stieß und sie bewegte sofort ihre Hüften nach vorne, um ihn tiefer in sich zu spüren. Sie vergrub ihr Gesicht in ihren Händen und versuchte, ihre Gedanken loszureißen, während sie gegen ihre Handflächen keuchte und sie sich verdorben fühlte. Sie tüttete. Sie konnte nur daran denken, wie sehr sie wollte, dass er sich in ihr bewegte. Hart und schnell. Es formte sich immer wieder ein neuer Swimmern in ihrer Kehle und sie konnte es nicht unterdrücken. Sie versuchte, so bewegungslos wie möglich zu sein, sodass ihr ganzer Körper erschauderte von dem Versuch, keine Reaktion zu zeigen. Die Spirale der Lust zog sich immer und immer weiter in ihrem Inneren zusammen. Sie biss ihre Lippen zusammen. Sie würde nicht nachgeben. Sie musste es nur aushalten. Er würde bald kommen und dann wäre es vorbei. Dann konnte sie die Wirkung des Trankes einfach so abklingen lassen. Seine Stöße wurden länger und härter, so wie sie es wurden, wenn er fast fertig war. Er wurde etwas schneller und sie biss sich fest auf ihre Zunge, als sie versuchte, sich zusammenzureißen. Und dann brach es über sie mit einem verzweifelten Schluchzen. Ihr ganzer Körper zog sich um ihn herum zusammen. Sie konnte spüren, wie er sich anspannte und zuckte, als er noch ein paar Mal in sie stieß und er dann mit einem gequälten Stöhnen erschauderte. Nach einem kurzen Moment riss er sich von ihr los. Sie konnte kaum schnell genug ihre Augen öffnen, zu sehen, wie er sich seiner Roben griff und direkt aus ihrem Zimmer apparierte. Sie konnte einen Blick auf sein Gesicht erhaschen, kurz bevor er verschwand. Er sah aschfahl aus, als ob er kurz davor war, bewusstlos zu werden. Sie lag auf ihrem Bett und weinte, als ihr Kopf langsam wieder klarer wurde. Die Realität begann langsam, so bitter wie Gift, auf sie einzupressern, als sie verarbeitete, was gerade passiert war. Sie hat eben ihren ersten Orgasmus gehabt, soweit sie sich erinnern konnte. Sie wusste nicht, ob sie noch eine Jungfrau gewesen ist, bevor sie zum Helfer geschickt wurde. Wenn sie es nicht mehr gewesen ist, dann ist die Erinnerung daran, wie sie sie verloren hatte, aus ihrer Erinnerung verschwunden. Es schien wie eine seltsame Wahl, wenn sie sich dazu entschieden haben sollte, diese Information zu beschützen. Also hat sie wahrscheinlich keinen Sex während des Krieges gehabt. Alles fühlte sich fremd an. Nichts hat ihr irgendwelche Anzeichen gegeben, dass ihr Körper mit solchen Dingen vertraut gewesen ist. Der Lusttrank hat die Dinge geändert. Sie hatte die Befürchtung, dass es dauerhaft war. Er hat ihren Körper auf einer ganz neuen Seite dieser körperlichen Intervention, die ihn ihr geruht hat, aufmerksam gemacht. Hermine lag da und bewegte sich zehn Minuten lang nicht. Als die Zeit endlich vorbei war, stand sie auf und ging ins Badezimmer. Sie zog jeden einzelnen und verbliebenen Trank aus dem Schrank und schüttete sie ins Waschbecken, bevor sie die Fläschchen in die Abfalleimer warf. Als sie aufschaute, war das Porträt da und beobachtete sie im Spiegel, immer beobachtend, immer schweigend. Hermine schenkte ihr ein verbittertes Lächeln und ließ sich auf den Boden fallen. Die blasse Hexe beobachtete Hermine. Hermine fühlte sich kalt, als ob sie einen Schock bekam. Sie rollte sich zusammen. Sie umarmte ihre Knie und versuchte zu atmen. Sie wurde verrückt. Sie wurde verrückt. Sie konnte nicht weiter festhalten. Sie wusste nicht einmal, warum sie noch festhielt. Warum sie nicht einfach losgelassen hat, als sie in Hogwarts eingesperrt gewesen ist. Das Malfoy-Anwesen war schlimmer. Sie vergrub ihr Gesicht in ihren Händen. Sie konnte die Flüssigkeit von sich selbst und Malfoy auf ihren Oberschenkel spüren. Sie schlief auf dem Boden ein. Kapitel 23 Hermine stand in der Küche von Spinner's End. Sie drehte sich langsam um, um über die Tische zu schauen, die mit Notizbüchern, vorbereiteten Zutaten und plubberen Tränken bedeckt war. Hermine stoppte, als sie einen Trank bemerkte, der in einer Ecke schimmerte. Sie ging hinüber und beobachtete, wie der Dampf in Spiralen von der Oberfläche aufstieg. Sie roch heimlich daran. Der würzige, erdige Geruch von Eichenmoos, eine rauchige Note von Zeder, der beißende Geruch von oxidierenden Blättern und Pergament. Nein, sie roch noch einmal. Papyrus. Sie ging schnell wieder einen Schritt zurück und schaute auf die anderen Kesseln. Das ist eine ziemlich große Auswahl an Liebestränken, die du da brauchst, sagte sie. Sie schaute zu Severus rüber, wo er sich über einen köchelnden Kessel beugte. Ein neues Projekt für den dunklen Lord. Er hat neuerdings ein Interesse daran, die Tränke als Waffe einzusetzen, sagte Severus. Er lächelte spöttisch auf die trübe, luminisierende Flüssigkeit herab, mit der er arbeitete. Hermine spürte, wie ein Schauer über den Rücken lief. Ist das denn möglich? Severus lächelte schwach und zog mit den Schultern. Ich bin beides skeptisch und unmotiviert, also ziemlich wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es war eher eine vorübergehende Idee und kein ernst gemeintes Interesse. Ich stelle nur einen flächendeckenden Bericht zusammen, falls er nochmals danach fragen sollte. Und ich mache es lieber zu Hause, statt im Labor, um sicherzustellen, dass keiner irgendwelche bahnbrechenden Ideen mit einbringen kann. Hermine begutachtete das Zimmer. Es gab zehn Variationen von Liebestränken und ein paar Afroisiaker, die sie wiedererkannte, genauso wie zusätzlich fünfzehn, die experimentelle Schienen. Was würde einen Liebestrank, den man als Waffe einsetzen konnte, ausmachen? Etwas mit außergewöhnlicher Stärke, das nicht wiederholt verabreicht werden muss. Ich glaube, er stellt sich vor, es für Verhörer zu verwenden. Das ist obszön, sagte Hermine schließlich. Allerdings. Zum Glück oder vielleicht eher Unglück hat er wichtigere Angelegenheiten für Sussex geplant, auf die er sich fokussieren muss. Hermine lag noch immer auf dem kalten Boden des Badezimmers, als sie aufwachte. Sie blieb weiterliegen. Wenn es einen Vorteil ihrer Depression gab, dann war es, dass sie das Schlafen einfacher machte. Es war, als ob ihr Körper aufgegeben hätte. Die Wut, die sie monatelange herangezüchtet hatte, war verschwunden und sie blieb zurück mit Müdigkeit und Lustlosigkeit, so als ob ihr Körper zu schwer wurde, um sich überhaupt unter den Boden zu schleppen. Sie konnte fast den ganzen Tag schlafen und schlafen in einem Zustand der Verzweiflung. Sie drückte sich selbst vom Boden hoch, ging in ihr Zimmer, kroch unter die Decke in ihrem Bett, verkrub sich unter ihr und umarmte sich selbst. Selbst ihr Gehirn fühlte sich müde und lustlos an, als ob sogar Denken zu anstrengend war. Sie warf einen Blick auf die Uhr. Es war fast neun Uhr abends. Es stand ein Tablett mit Essen neben dem Stuhl, aber sie hatte keinen Appetit. Sie fragte sich, warum Malfoy in Frankreich war. Vermutlich, um noch mehr Leute umzubringen. Würde er immer noch maskiert sein? Oder würde er es offen machen? Sie wunderte sich, wie er wohl aussah, wenn er den Todesfluch benutzte. Die Gesichter der meisten Menschen verzogen sich zu verabscheulichen Grimassen, wenn sie den Todesfluch benutzen. Sogar Voldemorts. Aber Malfoys Hass und Wut war so kalt, vielleicht sah er so aus, wie er ausgesehen hat, als er Montague getötet hatte. Herr Biene fragte sich, ob es Absicht war, dass er als hoher General enttarnt wurde. Wenn Malfoy darauf hinarbeitete, Voldemort seine Macht zu entreißen, dann musste man ihn kennen. Kennen und fürchten. Enttarnt zu werden, ist vielleicht ein gut kalkuliertes Risiko gewesen. Er würde sich darauf verlassen, dass Voldemort eine öffentliche Figur benötigte und dass er deshalb sein Leben verschonen würde. Wenn die Lage in Rumänien tatsächlich so instabil war, wie gesagt wurde, dann konnte Voldemort Malfoy jetzt nicht töten, selbst wenn er es wollte. Es würde ein Vakuum an Macht hinterlassen, die Todessearmee destabilisieren und Europa die Möglichkeit geben, sich frei zu kämpfen. Es gab niemand anderen in Voldemorts Armee, der auch nur annähernd vergleichbar wäre. Voldemort hatte kommunale Regierungsfiguren, aber Malfoy war Voldemorts einzige sichtbare Stützer auf kontinentaler Ebene. Der mächtigste General in der Armee des Dunklen Lords, das hat Astoria gesagt. Hermine pausierte verwirrt. Malfoy ist ein General während des Krieges gewesen? Sie erinnerte sich nicht daran, wann Malfoy ein General gewesen ist. Sie erinnerte sich nicht an viel von ihm, nachdem Dumbledore gestorben ist. Sie hat angenommen, dass sein Aufstieg in den Rängen gegen Ende des Krieges passiert sein muss, aber vielleicht ist das falsch gewesen. Es ist schwer gewesen, gegen Ende des Krieges noch Informationen zu bekommen. Hermine ist in den meisten strategischen Ordentreffen nicht mit anwesend gewesen. Es muss ein Detail gewesen sein, das sie nicht mitbekommen hatte. Es gab so viele Dinge an Malfoy, die unergründlich waren. Seine Macht, der Grund für seinen Ehrgeiz, die Ironie in seinem Talent für Heilkunst, seine Fähigkeiten beim Apparieren. Ein Ritual als eigentliche Bestrafung? Hermine betrachtete das Ministerium in ihren Gedanken. Es ist wahrscheinlich das gewesen, über das Voldemort gesprochen hatte, als er darauf hingewiesen hat, dass er ihn enttäuscht hat. Hermine fragte sich, was zur Hölle es gewesen ist. Dunkle Magierituale waren generell körperlich zersetzend und geistig zerfressend. Dafür schien Malfoy in einem verdächtig, fast unnatürlich guten Zustand zu sein. Tatsächlich war er sogar, wenn sie mir darüber nachdachte, auf eine unmögliche Weise bei gesundem Verständ. Die Menge an dunkler Magie, denen er ausgesetzt war, sowohl durch sein eigenes Benutzen, als auch durch Voldemort, er sollte eigentlich davon vergiftet werden. Außer er verbrachte seine ganze Zeit, damit sich Reinigungsritualen zu unterziehen, seiner relative Gesundheit erschien unmöglich. Hermine ist es schon schlecht geworden, nur davon Voldemorts Saal zu betreten, während Malfoy komplett reaktionslos schien und er ging mit Sicherheit mehrmals die Wochen dorthin. Leute wurden nicht reaktionslos bei dunkler Magie. Es war wie eine vergiffende Droge, abhängig machend, beeinflussend, tödlich. Dunkle Magie neigten dazu, mehr und mehr und stärkere und stärkere Arten der dunklen Künste zu benutzen, bis es sie zerfraß, wie es bei Voldemort der Fall war, oder es macht sie verrückt, wie es bei Lucius und Bellatrix der Fall war. Aber Malfoy war unversehrt, körperlich und geistig war er makellos und dazu in der Lage, quer durch einen ganzen Kontinent zu apparieren. Wie zur Hölle war das möglich? Hermine drehte die Frage immer wieder in Gedanken umher, bis sie schließlich aufgab. Sie hatte nicht genügend Informationen, um Vermutungen aufzustellen. Sie beschäftigte sich mit einem weiteren Problem. Sie konnte nicht verstehen, wie sie selbst in all dies hineinpasste. Was auch immer Malfoys Plan war, sie musste irgendwie dahin vorkommen. Malfoy war zu sehr darauf bedacht, sich um sie zu kümmern und sie intakt zu halten, als dass es anders sein könnte. Hermine hatte gedacht, dass er es einfach tat, weil es ihm befohlen wurde, aber sie fing an zu vermuten, dass seine Zuneigung tiefer ging als das. Er schien persönlich und emotional in die Sache involviert zu sein. Die Art, wie er sie anschaute, die ungeteilte Intensität war kaum zu verleugnen. Sie war wichtig für ihn oder seine Pläne. Wo in seiner Strategie passte es hinein, Hermine nicht zu schwängern? Er hasste es, sie zu vergewaltigen. Es schien nicht so, als ob es ihm auch nur ein winziges bisschen gefallen würde und auch nicht so, als ob er versucht hätte, dass es das tat. Es machte ihn krank. Also sollte er sie doch so schnell wie möglich schwanger haben wollen. Außer, es hatte mit ihren Erinnerungen zu tun. Die Idee, dass eine Schwangerschaft ihre Erinnerungen befreien würde, war theoretisch die beste, aber wenn Malfoy etwas in ihren Erinnerungen vermutete, dass er nicht befreit haben wollte, das würde es vielleicht erklären. Aber selbst ohne eine Schwangerschaft haben die Erinnerungen angefangen, langsam zurückzukommen. Wenn sie schwanger wäre, würde es ihm neun Monate verschaffen, indem er exklusiven Zutritt auf sie hatte. Solange sie nicht schwanger war, würden eventuell willkürliche Erinnerungen auftauchen, die Voldemort finden konnte. Warum? Warum würde er sie beide weiter durch fünf Tage monatliches Trauma zwingen? Hermine konnte es sich nicht erklären. Sie grübelte weiter über die Frage nach. Das Einzige, was ihr sonst noch einfiel, war, dass er wusste, dass sie lieber sterben würde, als schwanger zu werden. Würde ihm das etwas bedeuten? Sie zerbrach sich weiter den Kopf, bis sie einschlief. Sie fühlte sich den ganzen nächsten Tag ängstlich, nervös und zappelig, bis sie Angst bekam, dass sie sich gleich ihre eigene Haut abziehen würde. Sie überflog den Tag Tagspropheten nur ganz sporadisch, bevor sie anfing, ihn in Stücke zu reißen und in alle möglichen Formen zu falten, an die sie denken konnte. Sie konnte keine Kraniche falten, aber sie konnte Flugzeuge falten und alle möglichen geometrischen Formen. Sie legte ihre ganz nervöse Energie in das Falten, bis sich ihre Fingerspitzen wund anfühlten. Sie fing an, durch den Neuflügel zu gehen, ihre Finger streiften leicht entlang der Wand, als sie lief. Als der Abend kam, wartete Hermine, ohne dass sie die Anweisungen dafür bekam. Topsy tauchte nicht auf, aber dafür ist Abendessen. Hermine ignorierte es. Es war fast neun Uhr, als die Elfe plötzlich ins Zimmer ploppte. Topsy wandte ihre Augen ab, als Hermine aufs Hinunterblick da. Der Meister ist zurück, sie soll sich jetzt fertig machen. Es entstand eine kurze Pause. Ich bin schon fertig, sagte Hermine. Topsy nickte und verschwand dann. Hermine ging zu ihrem Bett und setzte sich am Fußende hin. Als Malfoy in der Tür erschien, starrten sie sich quer durch den Raum für einige Minuten an. Es gab nichts zu sagen. Er ging quer durch das Zimmer und zog ein Fläschchen Beruhigungstrank hervor, dass er ihr, ohne etwas zu sagen, reichte. Sie trank den Inhalt aus und gab es ihm zurück. Während er seinen eigenen Trank nahm, rutschte Hermine zurück auf die Matratze und legte sich hin. Sie starrte bestimmt auf dem Ball nach ihm über ihrem Bett. Sie zuckte nicht zusammen, als sie spürte, wie sich die Matratze neben ihr absenkte. Sie machte keinen Muckse, als sie spürte, wie er ihre Roben zur Seite schob und sie entblößte. Als sie spürte, wie er zwischen ihre Beine rutschte, biss sie sich auf die Lippe, während sie weiter nach oben an den Balderin starrte. Als er den Gleitgel sauber murmelte, ballte sie ihre Hände zu Fäusten. Als er in sie eindrang, keuchte sie kurz auf und drehte ihr Gesicht Richtung Wand. Sie wandte sich innerlich vor Qual. Ihr Körper hat es erwartet, sich darauf eingestellt und es erwartet. Er war bereit. Er wollte es. Es war so ein tiefer Verrat. Dass sie wusste, dass ihre Erregung physiologisch natürlich war, machte die Schuldgefühle nicht besser. Wenn die Vergewaltigung klinisch war, dann war es erträglich. Wenn sie betäubt war, dann war die Vergewaltigung erträglich. Aber wenn es nur sie selbst war, ihr eigener Verstand und ihr Körper, dann war es am schlimmsten. Es drehte und riss an irgendwas in ihrem Inneren. Ich werde vergewaltigt. Ich werde vergewaltigt riss ihre Roben und riss ihre Roben nach unten, schnappte sich seine Roben und apparierte. Sie drehte sich nicht um, um zu schauen, wie er aussah, bevor er verschwand. Sie schloss einfach ihre Beine und lag da. Sie konnte spüren, wie ihre Tränen kalte Spuren auf ihren Schläfen hinterließen. Die nächsten zwei Tage verliefen genau gleich. Sie verspürte kaum Erleichterung am Morgen nach dem fünften Tag. Hermine fühlte sich einfach nur kalt. Ihr Zimmer und Bett hatten jedes Gefühl von Trost verloren. Sie zog ein frisches Roben aus ihrer Kommode und ging den Gang nach unten in das Beidezimmer, um zu duschen. Sie kauerte sich zu einem Ball zusammen. Sie saß auf dem Boden der Dusche und blieb einfach dort unter dem Wasser sitzen. Es hatte keinen Zweck, es weiterzuleugnen. Die Dinge hatten sich verändert. Nichts fühlte sich noch an wie zuvor. Nichts mehr. Malfoy war nicht das Monster, für das sie ihn ursprünglich gehalten hatte. Nachdem sie erfahren hat, was die anderen Leihmütter durchmachten mussten, nach dem, was Montague versucht hat, mit ihr zu machen, nach Astoria, nachdem sie fürchten mussten, welche Grausamkeit Lucius Malfoy antun würde, wenn ihre Leihmutterschaft auf ihn übertragen werden würde. Die Person, für die sie Malfoy ursprünglich gehalten hat, hat sich verändert. Von ihm gerettet zu werden, hat die Dinge beeinflusst. Er hat sie berührt. Sie ist schon so lange von niemandem mehr berührt worden. Er hat sie viel mehr geheilt, als es notwendig gewesen wäre. Er wollte sie nicht einmal vergewaltigen. Auch wenn er darauf bestand, dass seine Fürsorge nur aus Selbstinteresse bestand, weil es ihm befohlen wurde, war sie sich fast sicher, dass sie wesentlich weiter ging, als was seine Verpflichtung verlangten. Die Einflüsse der Fässern trugen noch dazu bei. Sie sind schon immer dazu bestimmt gewesen, Gehorsam und Abhängigkeit zu verankern. Die Fähigkeit zu widerstehen, auszulöschen. Wenn sie sich Malfoys Missbrauch widersetzen könnte, wenn er sie körperlich nach unten drücken müsste, wenn er sie vergewaltigte, dann wäre es einfacher für sie, nicht so gleichgültig zu werden und sich nicht daran zu gewöhnen. Es war durch das leise Darliegen und es einfach nur zu erleben. Die Aussicht auf das Unausweichliche, dem sie sich nicht widersetzen konnte. Wenn die Art, wie er sie verletzte, mehr freiwillig wäre und weniger verpflichtend, dann wäre es einfach, ihn für das zu sehen, was er war. Aber selbst dann war der Verstand auf grausame Weise anpassungsfähig. Der unbewusste Wille zu überleben war tiefer in den Menschen verankert als irgendetwas anderes. Zum Überleben musste Hermine nicht unversehrt sein. Sie musste nicht anständig sein. Sie musste nicht sie selbst sein. Ihr Überlebenswille würde all das langsam verschwinden lassen, was es schwieriger machen würde, es zu ertragen. Er würde die mentale Qual aus dem Weg räumen, sich an jeden winzigen Schimmer von Nettigkeit klammern. Das Leben würde aufhören zu schmerzen. Wenn sie nicht vorsichtig ist, würde ihr Überlebenswille alles, was noch von ihr übrig war, auslöschen, bis sie so gebrochen im Inneren ist, dass sie ihren Käfig akzeptieren würde. Hermine erschauderte unter dem sieden, heißen Wasser, das noch immer auf sie herabrasselte. Sie musste sich von Malfoy fernhalten. Sie würde nicht mit ihm sprechen. Sie würde sich nicht erlauben, Fragen zu stellen. Wenn er sie etwas fragte, würde sie so knapp wie möglich antworten. Sie würde aufhören, sich mit ihm zu beschäftigen, aufhören, zu versuchen, ihn zu verstehen. Sie konnte vielleicht nicht kontrollieren, was ihr Körper tat, aber sie konnte ihren Verstand kontrollieren. Alles, was er von ihr wollte, würde sich erzwingen müssen. Sie ließ ihren Kopf auf ihre Knie sinken und ein Gefühl von Trostlosigkeit kam über sie. Sie hatte es so satt, alleine zu sein. Sie presste ihre Lippen zusammen, als sie damit zu kämpfen hatte, nicht zu weinen. Sogar ihre Erinnerungen waren ein einsamer Abgrund. Fast all die Jahre des Krieges ist sie allein gewesen. Sie hat allein in Hogwarts studiert. Dann in Europa. Dort hatte sie für nichts außer professionelle Beziehung Zeit gehabt. Als sie zurückgekommen ist, hat sie praktisch in einer Krankenabteilung gelebt. Es gab nie Zeit für Freundschaften. Wenn sie mal Freizeit hatte, waren Ron und Harry auf Missionen unterwegs. Wenn sie zurück waren, dann hauptsächlich während der Nachwirkungen von Kämpfen, wenn Hermines Fähigkeiten am meisten gebraucht wurden. Sie hatte nur wenige Erinnerungen daran, dass sie mit allen von ihnen zusammen war, außerhalb ihrer Arbeit. Dann nach der letzten Schlacht. Hermines Gefangenschaft in Hogwarts ist ein endloser Fall gewesen. Alleine, alleine, alleine. Bis ihre Erinnerungen sich selbst kannibalisiert haben. Als Hermine endlich aus ihrer Zelle gezerrt und in das Züchtungsprogramm gezwungen wurde, ist sie auf ihre Funktion reduziert worden. Für Hallorin Stroud war sie eine Gebärmutter, für Voldemort war sie eine eventuelle Quelle für Kriegsintelligenz. Sie war kein Mensch. Für niemanden außer Malfoy. Er behandelte sie wie ein Mensch. Er beantwortete die meisten ihrer Fragen und er sah sie an, als ob er sie wirklich sehen würde. Er redete mit ihr. Er behandelte sie so, als ob sie persönlich wichtig für ihn war. Wenn er ihr weh tat, schien es immer gezwungen und unfreiwillig. Alle anderen taten ihr einfach nur weh, weil sie es konnten. Sogar die Hauselfen schauten sie kaum an. Es gab keine Arbeit, unter der sie sich in den Malfoy-Anwesen vergraben konnte. Keine endlose Leere, in der sie sich verlieren konnte. Es war nur Hermine, wie sie da saß, nachdachte und Papier faltete. Gefangen in einem kalten Haus. Malfoy war das einzige bisschen Wärme oder Leben oder menschlicher Kontakt, den sie hatte. Ob er es mit Absicht machte oder nicht, Hermine klammerte sich an ihn in ihrer verzweifelten Isolation. Sie konnte nicht. Er hat jeden umgebracht. Er hat sie alle ermordet und hingerichtet. Ob freiwillig oder nicht, er vergewaltigte sie. Sie war nur eine Spielfigur für ihn. Sie würde nicht die Erinnerungen an ihre Freunde auf so eine schreckliche Art hintergehen. Sie würde sich nicht selbst hintergehen. Wenn sie auf dem Malfoy-Anwesen sterben würde, dann würde sie sich an jedes bisschen ihrer selbst klammern, das sie noch in sich hatte. Wie der Tod selbst hatte Malfoy alles genommen und wartete darauf, noch mehr zu nehmen. Sie konnte sich von Malfoy fernhalten. Sie konnte sich weigern, mit ihm zu interagieren, außer er würde sie dazu zwingen und nötigen. Sie konnte es. Sie würde es. Sie war daran gewöhnt, alleine zu sein. Sie verbrachte den Rest des Tages damit sich zu sammeln, sich zu wappnen. Es war wieder eine Legitimente-Sitzung von Malfoy fällig. Er kam immer nach ihrer furchtbaren Periode. Wenn er dies tat, würde er all die Gedanken in ihrem Kopf finden. Er würde sie wahrscheinlich damit aufziehen. Sie würde nicht darauf eingehen. Sie verbrachte den Nachmittag damit, ein Kartenhaus zu bauen. Der Tag verging, das Abendessen erschien. Malfoy aber nicht. Hermine versuchte nicht ängstlich zu sein. Sie versuchte nicht dauernd auf die Uhr zu schauen. Sie ignorierte das immer enger werdende Gefühl in ihrer Brust, als sie weiter darauf wartete und dass er kam. Er tat es wahrscheinlich mit Absicht, erinnerte sie sich selbst. Vielleicht hatte er ihre Gedanken gelesen, als sie vorher nachgedacht hat. Er folgte sie wahrscheinlich mit Absicht. Sie wartete darauf, dass er endlich auftauchen würde, bis es nach elf Uhr war, wo Hermine normalerweise schon schlief. Schlussendlich ging sie schlafen. Sie konnte nicht schlafen. Sie lag einfach nur da und fragte sich, warum er nicht aufgetaucht war. Vielleicht ist er wieder im Ausland. Die Zeitungen hatten zwar nichts berichtet, aber das muss ja nichts heißen. Vielleicht war er mit Astoria auf einer Veranstaltung. Hermine glaubte nicht, dass etwas in den Gesellschaftszeiten erwähnt wurde. Vielleicht sind sie einfach nur Abendessen gegangen. Gingen er und Astoria zusammen zum Abendessen? Hermine lag im Bett und grübelte, bis die Uhr an der Wand fast zwei Uhr morgens zeigte. Sie stieg aus dem Bett. Der Mond war fast voll. Sie ging zur Tür und aus dem Zimmer. Sie streifte durch den vom Mondlicht erleuchteten Flur des Nordflügels. Das Porträt folgte ihr wie ein blasser Geist. Hermines Finger streiften entlang der Wand, da sie lief. Sie bekam keine Panik attacken mehr im Haus, aber das Gefühl der Wand unter ihren Fingern war beruhigend. Das Mondlicht zeichnete lange Schatten über den Boden und die Wände. Ein Gedanke schoss Hermine plötzlich durch den Kopf. Was wenn Malfoy gestorben ist? Würde sie es überhaupt wissen? Wahrscheinlich nicht. Für mehrere Tage nicht. Hylerin Stroud würde kommen und Hermine einem anderen Leglement zuweisen. Vielleicht würde Voldemorts Neighbors Rumänien zurückbringen und ihm befehlen, sie stattdessen zu schwängern. Was wenn sie schon schwanger war? Bei dem Gedanken wurde ihr kalt. Was wenn sie schwanger war und Malfoy tot war? Würde Voldemort warten, bis sie entbunden hatte und dann die Erinnerungen selbst aus ihr herausholen? Oder würde er Straub befehlen, das Kind abzutreiben, damit Hermine woanders hingebracht werden kann? Wenn sie es bis zum Ende austragen würde, was würde dann mit dem Baby passieren? Würde Voldemort das Baby Astoria geben? Astoria würde es töten. Sie würde es zu Tode foltern. Wenn es wie Malfoy und Hermine aussah, würde Astoria ihm wahrscheinlich die Augen ausstechen und sie verbrennen und es dann verhungern lassen. Hermine schnappte nach Luft und fing ihm das Hympelventilieren ein. Es gab nichts, was sie tun konnte. Nichts! Sie konnte nichts tun. Sie hatte Monate damit verbracht, sich zu wünschen, dass Malfoy sterben würde, aber jetzt erfüllt sie der Gedanken mit Grauen. Was, wenn er tot war? Sie atemte immer schneller und schneller. Ihre Hände und Arme fingen das Kribbeln an, als ob Nadern durch ihre Haut stachen. Ihre Brust fühlte sich zusammengedrückt an, als ob sie unter etwas erdrückt wurde. Sie konnte sich nicht dazu bringen, sich zu beruhigen. Plötzlich war da eine Bewegung in der Dunkelheit. Hermine erstarrte. Sie unterdrückte einen erschrockenen Aufschrei und sah sich um. Malfoy trau das der Dunkelheit vor. Sie war sich sicher, dass ihr einen Moment vorher noch nicht dort gewesen ist. Das Mondlicht reflektierte sich in und engelshaft zugleich aus. Sie starrte ihn an. Sie spürte, wie ihre ursprüngliche Panik abhebte. Das Gefühl der Erleichterung, das sie verspürte, als sie ihn sah. Sie versuchte nicht zu sehr darauf einzugehen, als sie ihn vorsichtig beobachtete. Da war etwas in seinem Gesicht. Die Angespannteit seines kalten, harten Gesichtsausdrucks schien etwas weniger zu sein, was sie sonst gewohnt war. Er sah etwas weniger wie kurz vor dem Zusammenbruch aus. Er kam näher zu ihr. Seine Augen wanderten langsam näher runter, als er sie beobachtete. Granger. Ihr Name rollte von seinen Lippen wie ein Schnurren. Sie spürte, wie ein Schauer der Ungewissheit durch ihn durchlief. Er hat sie noch nie bei ihrem Nachname genannt, nicht seitdem sie angekommen war. Sie ist immer das Schlammblut gewesen. Ihre Augen weiterten sich. Er war betrunken. Seine Schritte waren sicher und seine Stimme war nicht verwaschen, aber sie war sich sicher. Sie bewegte sich nicht. Er kam näher, bis sie langsam rückwärts ging, aber er kam immer weiter auf sie zu, bis sie an der Wand gefangen war und er nur noch wenige Zentimeter vor ihr entfernt war. Oh, Granger. Er seufzte und schaute auf sie hinunter. Er hob seine Hand an und legte sie auf ihre Kehle, drückte aber nicht zu. Er ließ sie einfach dort ruhen. Sie konnte spüren, wie die Hitze von seiner Hand sich auf ihre Haut ausbreitete. Sie schaute zu ihm auf. Sogar betrunken war sein Ausdruck eine Maske. Sie war sich nicht sicher, was er als nächstes vorhatte. Er striff von seinem Daumen langsam ihren Nacken entlang und sie spürte, wie ihre Haut kribbelte. Er seufzte noch einmal. Wenn ich gewusst hätte, was für Schmerzen du mir bereiten würdest, hätte ich dich niemals genommen. Er stand einfach nur da, seine Hand auf ihrer Kehle. Sie spüren, wie ihr Puls gegen seine Hand flatterte. Sie war sich nicht sicher, was er meinte, ob sie sich entschuldigen sollte. Sie konnte den Alkohol in seinem Atem riechen. Aber... sagte er nach einer Minute. Ich nehme an, dass ich es an diesem Punkt verdiene zu brennen. Ich frage mich, ob du auch brennst. Sein Gesicht war plötzlich ganz nah an ihrem. Sie konnte spüren, wie sein Atem beim Reden über ihre Haut striff. Seine Lippen trafen auf ihre. Kapitel 24 Er schmeckte nach Feuer Whisky. Es war ein bestrafender Kuss. In dem Moment, als sich ihre Lippen berührten, presste er ihren Körper gegen seinen. Die Hand um ihre Kehle rutschte nach hinten und zu ihrem Nacken, wo sich seine Finger in ihren Haaren vergruben, als er den Kuss vertiefte. Seine andere Hand legte sich für einen Moment auf ihrer Wange, bevor sie ihren Körper entlang wanderte. Er lehnte ihren Kopf weiter zurück, als er sie küsste. Seine Zunge bahnte sich einen Weg in ihrem Mund, bevor er sich zurück zog, um an ihre Unterlippe zu knabbern. Stark genug, sodass es wehtat, aber nicht so, dass es Bluten anfangen würde. Dann, als sie nach Luft schnappte, zog er sich zurück und fing an, an ihren Nacken entlang zu küssen. Hermina war vor Schock wie erstarrt. Sie schmolz dahin und war gleichzeitig erstarrt in seinen besitzer greifenden Händen. Er zog an ihren Klamotten. Sie spürte, wie ihre äußere Robe auf den Boden fiel und wie er die obersten Knöpfe ihres Kleides öffnete, als die kalte Luft des Anwesens sie streifte. Er riss die Knöpfe ab, als er sie entblößte und ihre nackte Haut erkundete. Er presste sich gegen sie, als er das Kleid von ihren Schultern nach unten zu ihren Hüften zog. Die kalte Luft war beißend auf ihrer Haut und sie spürte, wie ihre Nippel in der Kälte hart wurden, als seine Hände nach oben zu ihren Brüsten wanderte und mit ihnen spielte. Sein Mund war in der kleinen Grube zwischen ihrem Hals und ihren Schultern und er küsste und knabberte seinen Weg entlang ihres Nackens, als er plötzlich eine Stelle erreichte und sie aufstirnte. Sie erstarrten beide. Malfa riss sich von ihr los. Er stand da und schaute sie an. Sie war gegen die Wand gelehnt, halbnackt und erregt. Seine Augen waren geweihtet, so, als ob er sich erst jetzt bewusst wurde, was er getan hatte. Er stand für einige Momente geschockt da, bevor sich seine Maske plötzlich wieder auf sein Gesicht legte. Sein Ausdruck wurde angespannt und er grinste. Anscheinend hast du deinen Platz akzeptiert, sagte er mit einem anzüglichen Grinsen. Dann drehte er sich auf dem Absatz um und verschwand in der Dunkelheit. Hermine stand geschockt da, sie froh und spürte, wie das kalte Gefühl der Verheerung sich in ihr ausbreitete. Sie war, sie ist empfänglich gewesen für Malfoy. Ihre Willigkeit ist nicht durch die Fesseln erzwungen worden. Es ist ihr nicht einmal in den Sinn gekommen, ihn wegzudrücken. Es ist ihr nicht in den Sinn gekommen, es nicht zu wollen. Er hat sie geküsst und sie hat ihn gewähren lassen. Sie hat sich nicht angeekelt gefühlt. Es hat etwas Einsames und Verlangendes in ihr angesprochen. Berührt zu werden. Jemand mit warmen Händen, der sie liebkoste. Es war ein Verlangen, das durch jede Phase ihres Körpers gewoben war. Gefangen auf dem Anwesen klammerte sie sich an jedes Fünkchen Nettigkeit, das sie finden konnte. Aber es war keine Nettigkeit. Malfoy war nicht nett. Er war einfach nur grausam. Er war nicht so schrecklich, wie es vielleicht sein könnte. Er besaß einen spärlichen Funken Anstand. Anscheinend war in ihrem gebrochenen Verstand, das Fehlen von Grausamkeit, ein ausreichender Trost. Für ihr verhungendes Herz war es genug. Ein erstickender Schluchster begann sich einen Weg aus ihrer Kehle und sie sammelte ihre Roben um sich selbst und floh zurück in ihr Zimmer. Sie riss die Türen ihrer Kommode auf, nahm sich ein neues Set Roben heraus und knöpfte sie so schnell zu, wie sie konnte. Dann schlang sie ihre Arme um sich für ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit, von Anstand. Sie war besser als das. Sie würde sich nicht von ihren psychologischen Überlebensinstinkten in das Licht führen lassen, um sich in ein Monster zu verlieben, um die Aufmerksamkeit von einer Person zu wollen, die für den Beginn des Krieges verantwortlich war, um empfänglich zu sein für einen Verstand nicht erlauben, sich in ihren Vergewaltiger zu verlieben, nur aus dem Grund, weil er nicht so ein großes Monster war, wie er sein könnte. Sie konnte nicht, sie würde nicht, sie würde nicht, würde nicht. Sie konnte es ertragen, von ihrem Körper verraten zu werden, aber sie würde es nicht zulassen, von ihrem Verstand verraten zu werden. Sie würde lieber verrückt werden. Sie Anwesen runterkommen. Sie legte ihre Hand gegen die Fensterscheibe und starrte verzweifelt über die monderleuchteten Ländlichkeiten. Dann zog sie ihren Kopf zurück und schlug ihn so fest, sie konnte gegen das Glas. Die unkaputtbare Glasscheibe zerbrach nicht. Sie konnte es nicht. Sie schmiss ihren Kopf noch einmal dagegen. Und noch einmal. Und noch einmal. Blut strömte in ihre Augen, aber sie machte weiter, wieder und wieder. Ein Arm schloss sich um ihre Hüfte und eine Hand schloss sich um beide ihre Handgelenke, als sie vom Glas weggezogen wurde. Sie kämpfte, versuchte ihre Hände loszureißen. Sie grub ihre Zählen in die Furchen des Holzbodens, um sich abzustoßen, schluchzend. Granger, hör, hör auf. Malfors Stimme war ganz nah an ihrem Ohr. Sie kämpfte vergeblich darum, sich zu befreien, während sie schluchzte und schluchzte. Sie hatte es so satt, verletzt und alleine zu sein. Sie wollte nicht mehr. Wenn sie weiter in diesem Haus existieren würde, würde sie versuchen, Trost zu finden. Irgendetwas, um nicht kalt und für immer allein zu sein. Sie wollte berührt werden. Sie wollte sich sicher fühlen, auch weil es nur eine einfache Illusion war. Sie wollte es, aber sie konnte es nicht. Sie würde sie alle nicht so hinter gehen. Harry, Ron, Minerva, Ginny, sie würde sich selbst nicht so hinter gehen. Ich kann nicht, kann nicht, schluchzte sie und versuchte sich wieder loszureißen. Tu dir nicht weh. Granger, das ist ein Befehl. Tu dir nicht selbst weh. Malfrey knurrte die Einweisung, als er sie weiter vom Fenster wegzahnte. Sie kämpfte weiter. Stopp! Die Einweisung klang bissig. Hör auf, zu versuchen, dich körperlich zu verletzen. Seine Stimme zitterte. Sie spürte, wie die Fässern um ihre Handgelenke heiß wurden, als er sie aktivierte und sie kämpfte gegen die Magie an. Nein! Sie schluchzte, sie spürte, wie die Magie mehr wurde, bis sie fast davon erstickt wurde und ihr Körper schlapp wurde. Sie fiel gegen Malfoy. Er ließ ihre Handgelenke los und legte seinen Arm eng um ihre Schulter, als ob er erwartete, dass sie sich plötzlich wieder gegen das Fenster schmeißen würde. Sie blieb einfach für ein paar Minuten zitternd und weinend in seinen Armen. Blut floss an ihrem Gesicht entlang und tropfte von ihren Lippen über ihr Kinn auf den Boden. Also? Sagte er mit angespannten Stimmen nach ein paar Minuten. Wie ich sehe, hast du einen Weg um die Fesseln gefunden. Das hatte sie wohl, realisierte sie stumpfsinnig, während sie an ihm hing. Die Zwänge existierten in ihrem Verstand. Die Anweisung ist es gewesen, sich nicht selbst zu verletzen, aber sie hatte keinen spezifischen Unterschied zwischen psychischen und körperlichen Verletzungen gemacht. Also in einem ausreichenden Zustand der geistigen Qual war sie dazu in der Lage, sie zu umgehen. Sie wurde so oder so verletzt. Sie konnte ihren Verstand nicht davon abhalten, wehzutun und verletzt zu werden. Der Zwang wurde annulliert. Es war in ihrem Kopf. Die Interpretation der Zwänge ist schon immer das gewesen, was sie eingeschränkt hat. Der Befehl, leise zu Sie hatte es so interpretiert, dass Malfoy es ihr nicht gestattete, ohne Erlaubnis zu sprechen, weil sie angenommen hatte, dass dies seine rachsüchtige Art war. Also hat sie nicht sprechen können. Wenn sie es als etwas Einfacheres interpretiert hätte, wie nicht laut zu sprechen, dann hätte sie sprechen können. Außer Malfoy hätte den Zwang mehr eingeschränkt und spezifiziert. Die Zwänge wurden darauf begründet, bewussten ungehorsam zu vermeiden. Wenn sie nicht über die Tatsache nachdachte, dass sie ungehorsam war, wenn sie instinktiv reagierte oder sprach, ohne nachzudenken, ist sie immer dazu in der Lage gewesen, die Zwänge zu umgehen. Es ist ihr einfach nur nicht aufgefallen. Ich nehme an, das habe ich, sagte sie leise. Sie stellte sich wieder selbstständig hin. Seine Hände ließen von ihr ab. Etwas in Hermine zog sich zusammen, als der Kontakt erbrach. Er drehte sie zu sich und benutzte einen Spruch, um das ganze Blut aus ihrem Gesicht verschwinden zu lassen und er benutzte einen Heilungszauber, wo ihre Haut aufgeplatzt war. Ihr Kopf pochte an der Stelle, wo sie hingegen die Scheibe geschlagen hatte. Warum? fragte Malfoy sie mit angespannter Stimme. Warum das plötzliche Verlangen so weit zu gehen? Sie schaute ihn an. Sie stand nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Seine stellenden grauen Augen bebachteten sie aufmerksam. Er hatte einen Nüchterungstrank genommen, seit er sie geküsst hatte. sie konnte ihn in seinem Atem riechen. Warum nicht? sagte sie mit wehmütiger Stimme. Die Möglichkeiten sind schon immer Fluch oder Tod gewesen. Aber das hier war das erste Mal, dass du versessen genug gewesen bist, um es tatsächlich zu tun. Warum heute und nicht gestern oder der Tag, an dem ich nach Frankreich gegangen bin? Also hatte er bemerkt, dass sie ungewollt mehr akzeptierend geworden ist. Hermines Mund zuckte und sie wandte ihr Gesicht ab. Sie presste ihre Wange gegen ihre Schulter. Rede nicht mit ihm, er ist nicht dein Freund. Ich muss nicht mit dir reden, um Antwort zu erhalten, sagte er nach einigen Minuten, auch wenn ich annehme, dass du es bevorzugen würdest. Unsere Legilimentik Sitzung ist sowieso überfällig. Hermine kniff ihren Mund zusammen, aber ihre Augen huschten zu ihrem Bett. Sie wollte nicht wieder auf einem Bett vor ihm liegen. Wenn er in ihre Erinnerungen eindringen würde, würde er sehen, wie hoffnungslos einsam sie war, wie wichtig er ihr geworden war. Wenn sie seine Frage beantwortete, hätte sie wenigstens etwas Kontrolle über die Art, wie sie es erzählen würde. Sie öffnete ihren Mund ein paar Mal und hatte Schwierigkeiten damit, wo sie anfangen sollte. Ihr war so kalt, dass ihre Haut wehtat. Sie umarmte sich selbst und rieb sich langsam über die Arme. Ich glaube, ich fange an, Stockholm-Syndrom zu bekommen, sagte sie schlussendlich leise. Es ist eine muggelpsychologische Störung. Ich nehme an, man könnte es einen Überlebensinstinkt oder Verarbeitungsmechanismus nennen. Sie wurde still und blickte zu Malfoy. Er war ausdruckslos. Anscheinend erwartete er, dass sie es weiter ausführte. Sie wandte sich wieder ab. Er seufzte irritiert. Also machen wir es auf den harten Weg. Nun gut. Dann also legelimentig. Hermine versterbte sich und zog ihre Schultern schützend nach vorne. Es ist etwas, das manchmal auftritt, wenn eine Geisel anfängt, sich zu ihrem Kidnapper hingezogen zu fühlen. Aufgrund ihrer Abhängigkeit. Sie zwang die Worte dazu, aus ihrem Mund zu kommen. Ihre Stimme zittete. Sie sah Malfoy nicht an. Sie zwang sich dazu, weiterzureden. Ich weiß nicht sehr viel darüber. Ich hatte nicht viel Zeit dazu, Psychologie zu studieren. Aber ich glaube, ich fange an, dein Verhalten zu rationalisieren. Versuche zu rechtfertigen, was zu zu tust. Ein Mangel an Grausamkeit wird zu Nettigkeit. Es ist ein Überlebensmechanismus. Er funktioniert durch unbewusste Reaktionen und Anpassungen. Bei dem Versuch, authentische emotionale Verbindung herzustellen, ich entwickle vielleicht Gefühle für dich. Ihre Stimme brach ab und verlor sich für einen Moment. Es herrschte eine kurze Stille. Um ähnlich zu sein, würde ich lieber von deinem Vater vergewaltigt werden, als Gefühle für dich zu haben, sagte sie schlussendlich und scharrte auf das Blut am Boden. Es herrschte ein überwältigendes Schweigen und sie sah, wie sich Malfoys Hände langsam an seiner Seite zu Fäusten ballten. Nun, sagte er nach einigen Sekunden. Mit etwas Glück bist du jetzt schwanger und musst weder die Aufmerksamkeit von ihm noch die von mir ertragen. Du wirst einfach in Ruhe gelassen. Er wandte sich ab, um weg zu gehen. Ohne nachzudenken, schoss ihre Hand nach vorne und griff nach seinen Roben. Ihr erstarrte. Sie schluchzte atemlos, als sie den Stoff noch fester umfasste und ihren Kopf gegen seine Brust zinken ließ. Er roch nach Moos und Zeder und sie schluchzte und presse sich gegen ihn. Seine Hände wanderten nach oben und ruhten auf ihren Schultern, bis sie spüren konnte, wie sich deren Hitze langsam in ihr ausbreitete. Seine Daumen streichelten leicht über ihre Schultern, bis sie aufhörte zu zittern. Seine Hände hörten auf, sich zu bewegen und er schob sie gewaltsam von sich weg. Hermine stolz werte zurück und wäre fast gegen ihr Bett gefallen, als sie sich von ihr entfernte. Seine Augen waren kalt und sie konnte etwas Undeutbares in seinem Ausdruck Seine Lippen verzogen sich spöttisch als er Gryffindor sagte Immerhin malst du dir schon seit Monaten einen großartigen Doppel Selbstmord für uns beide aus. Nein, das was dich auffrisst ist das Überleben. Es ist die Isolation. Arme kleine Heilerin mit niemandem der sich um dich kümmert. Niemand braucht dich. oder will dich. Hermine starrte ihn an als er fort fuhr. Du kannst es nicht ertragen allein zu sein. Du weißt nicht wie du funktionieren sollst. Du brauchst jemanden zum Lieben. Du würdest alles dafür tun damit jemand dir erlauben würde sie zu lieben. Das ist es was der Krieg für dich war oder? Du wolltest kämpfen aber du warst schlau genug um zu wissen dass ein anderer tollkühner 17-jähriger Durland nicht das Ende des Krieges ändern konnte. Nicht so wie ein heiler heiler konnte. Ich kann mir nicht vorstellen dass irgendwer deiner Freunde es jemals wert geschätzt hat was du getan hast oder dass die Wahl ein Opfer für dich gewesen ist. Hermine spürte wie sie immer blasser wurde. Potter und der Rest deiner Freunde waren zu dämlich und zu idealistisch um deine Entscheidungen wert zu schätzen. Eine ganz schöne Last eine der wenigen Leute zu sein die schlau genug waren um zu realisieren was nötig war um den Krieg zu gewinnen. Eine der jenigen zu sein die tatsächlich dazu gewillt waren den Preis zu bezahlen den ein Sieg verlangte. Sie haben nie irgendwas davon gewürdigt. Du hast dich von ihnen wegschicken lassen. Dann bist du zurück gekommen und hast dich von ihnen zu Tode arbeiten lassen. Es gibt nicht viel Wert und Ruhm für Heiler. Nicht so wie für Kämpfer. Sogar Ginny ist das aufgefallen. Als Creevy gestorben ist, haben sie Potter tagelang freigegeben, um zu trauern. Nur weil er es gesehen hatte. Du bist diejenige gewesen, die den Jungen versucht hat zu retten. Und was hast du bekommen? Vier Stunden. Und dann wurde erwartet, dass du wieder deine Schicht antrittst. Das ist nicht wie es war. Hermines Hände waren so fest zu Fäußen geballt, dass ihre Knochen wehtaten. Das ist genau wie es war. Du kannst dich vielleicht selber täuschen, aber ich habe so viele Stunden in deinen Erinnerungen verbracht, dass ich sie vermutlich besser kenne als meine eigenen. Du hättest alles für deine Freunde getan. Du hättest all die schweren Entscheidungen getroffen und den Preis dafür bezahlt, ohne dich zu beschweren. Hättest dich für die Kriegsanstrengung sogar prostituiert. Aber sag mir, denn ich bin wirklich neugierig. Was hat Potter jemals für dich getan, um das zu verdienen? Sie schaute zu ihm auf. Harry war mein Freund. Er war mein bester Freund. Na voll schnaupte. Tja, na und? Femine schaute weg und hatten der Zittrich ein. Ich hatte nie Freunde. Als ich aufgewachsen bin, ich war zu seltsam. Ein Bücherwurm. Ich wollte sie mehr als alles andere haben. Aber niemand wollte je mein Freund sein. Als ich von Hogwarts erfahren habe, habe ich gedacht, habe ich gedacht, dass es anders sein würde, dass ich immer nicht dazu gepasst habe, weil ich eine Hexe war. Aber als ich dort ankam, war ich immer noch seltsam und ein Bücherwurm und keiner wollte etwas mit mir zu tun haben. Harry war die erste Person, deren Freund ich sein durfte. Ich hätte alles für ihn getan. Sie stieß ein trockener Schluchzer unter ihrem Atem aus und versuchte ihn runter zu schlucken. Außerdem ich hätte nie eine Chance ohne ihn gehabt. Es herrschte eine lange Stille. Das ist das erbärmlichste, was ich jemals in meinem Leben gehört habe. sagte Malfoy schließlich und strich seine Ruben glatt. Und jetzt bin ich ein Ersatz Potter? Er schnaubte spöttisch. Wenn jemand nur so viel tut wie mit dir zu sprechen, klammerst du dich an ihn? Prostituierte in der Nocturngasse kosten mehr als du! Hermines Kind hittete, aber Malfoy war noch nicht fertig. Lass mich eines klarstellen, Schlammblut. Ich will dich nicht. Ich wollte dich noch nie. Ich bin nicht dein Freund. Es gibt nichts, das mir mehr Freude bereiten würde, als endlich mit dir fertig zu sein. Ich weiß, sagte Hermine mit leise, hohle Stimme. Obwohl, sagte Malfoy nach einer kurzen Pause. Ich muss schon sagen, du bist besser geworden. Ich sollte mein Dankeschön an Starout schicken. Er ließ seine Augen über ihren Körper wandern. Hermine sog scharf die Luft ein und schaute ihn an. Sie schnaupte spöttisch. Ach, wirklich? Deswegen hast du mich geküsst? Wegen dem Trank? Er zuckte mit den Schultern und starrte kalt in ihre spöttischen Augen. Was soll ich sagen? Vergewaltigung ist nicht wirklich mein Ding. Wie dem auch sei, ist deine wachsende Anhänglichkeit beides faszinierend und belustigend mit anzusehen. Ich hätte dich nicht für den Typ Mensch gehalten, der darüber fantasiert, dass meine Zuwendung, zu der ich verpflichtet bin, eine Art Zuneigung sein könnte. Ich kann mir nur vorstellen, wie amüsiert der dunkle Lord sein wird, wenn er es in ein paar Tagen sehen kann. Potters Schlammblut, die sich in ihren Todesser vergewaltiger verliebt. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist, dass du noch erbärmlicher wirst, aber anscheinend gibt es immer noch einen tieferen Punkt für Schlammbleter. Er drehte sich um, um zu gehen, hielt einer Beinne. Ich werde später zurückkommen, um mich um deine Erinnerungen zu kümmern. Bitte nimm nicht an, dass ich tot bin, nur weil ich ab und zu etwas Besseres mit meiner Zeit anzufangen weiß, als durch dein tragisches kleines Leben zu stöbern. Er schnaubt sein letztes Mal spöttisch und schlazierte aus Herminas Zimmer. Als er am nächsten Tag zurückkam, hatte Hermine sich kaum bewegt. Er starrte sie für einige Minuten an. Sie schaute nicht auf, um Aufmerksamkeit zu schenken. Bett, befahl er ihr schlussendlich. Hermine stand auf, ohne etwas zu sagen und setzte sich auf die Kante des Bettes. Sie starrte nach unten auf dem Boden. Er brauchte ihre Augen nicht. Es gab eine kurze Pause, bevor er sich seinen Weg in ihre Gedanken erzwang. Er verbrachte die meiste Zeit damit, ihre Erinnerung an Snape zu untersuchen. Er überflog ihre jüngsten Erinnerungen nur grob. Als er bei der Gegenwart ankam, zog er sich zurück und ging ohne ein weiteres Wort. Hermine fühlte sich tot. Wenn sie in den Spiegel schauen würde und herausfinden würde, dass sie ein Geist wäre, würde es sie nicht wundern. Ein kaltes Nichts. Das ist alles, was sie spüren konnte. Sie lag im Bett, und murmelte Entschuldigungen für ihre Freunde, dafür, dass sie gescheitert war. Als Stroud sechs Tage später ankam, durchquerte Hermine wortlos das Zimmer und ließ sich auf der Kante des Untersuchungstisches nieder. Sie öffnete wie ferngesteuert ihren Mund für das Veritaserum. Sie sehen recht blass aus, sagte Stroud. Ihr Mund verzog sich leicht, was sie begutachtete. Wie haben die Empfängnisversuche diesen Monat geklappt? Ich weiß nicht. Ist das nicht der Grund, warum sie hier sind? sagte Hermine mit verbitterter Stimme. Sie starrte nach unten in ihren Joes und rollte den Stoff ihrer Rupen zwischen ihren Fingern. Stroud gab ein kaltes Lachen von sich. Clever! Es herrschte eine kurze Stille, während Stroud den Schwangerschaftsnachweis Zauber ausführte. Dann herrscht eine noch längere Stille. Sie sind Schwänger! Strouds Ton klang triumphierend. Hermines Hände stoppten mit ihren Bewegungen. Nein, bitte nicht! Es fühlte sich so an, als ob Hermine plötzlich tief unter eiskaltes Wasser gedrückt wurde. Keine Luft und ein Druck, der sie von allen Seiten zu erdrücken schien. Sie konnte hören, wie ihr Herz schlag in die Höhe schoss, bis sie fast nichts mehr außer das Rauschen ihres Blutes wahrnehmen konnte. Stroud begann zu sprechen, aber Hermine konnte kein Wort verstehen. Sie konnte nicht atmen. Stroud redete immer und immer lauter mit ihr. Es wirkte, als ob sie die Worte lautlos in ihren Lippen formte und sie waren nicht zu entziffern. Hermine keuchte und versuchte Sauerstoff in sich hinein zu bekommen, aber ihre Kehle fühlte sich wie zugeschnürt an, als ob sie erwürgt würde. Ihr Herz schlug so schnell, dass sie Nein, bitte nicht. Stroud stand vor ihr und starrte in Hermines Gesicht. Stroud sagte etwas immer und immer wieder. Die Bewegungen von Strouds Lippen waren jedes Mal die gleiche, als die Hallerin näher auf sie zukam und gestikulierte. Hermine konnte die Worte nicht entziffern. Strouds Gesichtsausdruck wurde ersichtlich ungeduldiger, als sie sich immer wieder wieder wiederholte. Das Geräusch verschwamm einfach und wurde zu einem unverständlichen Getöser. Hermine konnte nicht atmen. Ihre Lungen brannten, als sie es versuchte. Die Ränder vom Gesicht der Heilerin verschwammen, als ob sie sich in der umgebenden Luft auflösen würde. Alles wurde immer und immer mehr verschwommen. Hermine bekam das Gefühl, als ob Nadeln in ihre Arme und Hände sinken würden. Plötzlich war Malfoy vor ihr, seine Hände auf ihren Schültern. Seine scharfe Stimme schnitt durch die Verschwommenheit. Hermine schnappte nach Luft, zog hektisch die Luft ein, dann brach sie in Tränen aus. Nein, nein, nicht schwanger, überkipp mich an Lucius, es soll mich vergewaltigen und zu Tod entfalten. Jedes Mal, wenn sie einen Atem zugenahm, fühlte es sich an, als ob ein Messer nach innen in ihrer Speiseröhre gerammt wurde. Oh Gott, nein! Sie presste die Worte immer und immer wieder schluchzend heraus, während sie zitterte. Atme, atme weiter, sagte Malfoy. Sein Ausdruck war angespannt. Sein Kiefer spannte sich an, als er auf sie hinab blickte und beobachtete, wie sie versuchte zu atmen. Sie brauchte mehrere Minuten, bis es endlich geschafft hatte, aufzuhören, zitternd die Luft einzuatmen und dann und auszuatmen. Sein Griff lockerte sich leicht und er drehte sich langsam um, um Halloween Stroud wütend anzustarren. Sein Gesichtsausdruck war rasend. Sie wissen, dass sie anfällig für Panikattacken ist, sie können sie nicht einfach mit Informationen überrollen, sagte er mit Wut ein brannter Stimme. Er hielt Hermine noch immer beharrlich an den Schultern fest, als sie weiter weinte. Ich dachte, die Panik beschränkt sich ausschließlich auf offene Plätze. Stroud beschränkte ihre Arme vor der Brust und hob ihr Kinn an. Da sie so Angst von ihrem Vater hatte, habe ich gedacht, dass sie erleichtert sein würde. Vielleicht versuchen sie mal etwas mehr nachzudenken, sagte Malfoy mit eiskalter Stimme. Ich fange an, anzunehmen, dass sie sie mit Absicht traumatisieren wollen. Sie haben ihr mit meinem Vater gedroht und sie mit einem Aphrodisiakum dosiert, ohne sie zu warnen. Versuchen sie sie dazu zu bringen, einen mentalen Zusammenbruch zu erleiden. Halloween Stroud schnaubte, als sie eine Diagnostik Zauber über Hermine ausführte. Ich tue nichts, was die Erinnerungen gefahrten würden. Es gibt keinen Grund dafür, sich Sorgen zu machen. Ich bin sehr um die Wiedererlangung der Erinnerung bemüht, seit ich herausgefunden habe, dass sie für Sussex verantwortlich ist. Stroud warf Hermine einen kühlen Blick zu. Ich bin neugierig, wie eine Hexe, die nicht mal einen Abschluss von Hogwarts hat und keine offizielle Ausbildung hat, geschafft hat, ganz alleine eine Bombe zu konstruieren, die all meine Kollegen umgebracht hat. Es herrschte eine lange Stille, die nur durch Hermines gebrochenen Schluchze unterbrochen wurde, als Malfoy's Stroud einstarrte. Sie war eine Widerstandsterroristin, die in ganz Europa ausgebildet wurde, um eine Heilerin zu werden, die sich auf das Dekonstruieren von Sussex-Flüchen spezialisiert hat. Ganz zu schweigen von dem Zaubertrank-Meister-Titel, den sie trägt. Wenn sie einen Fluch auseinandernehmen und neutralisieren kann, dann kann sie ihn auch benutzen. Wenn sie so neugierig gewesen sind, hätten sie mich auch einfach fragen können. Sagt er mit kalter Stimme. Sie mental zu foltern wird ihnen keine Antworten bringen, vor allem, da sie keine Erinnerungen daran hat. Ihr Programm ist keine Möglichkeit, ihre Rachefantasien auszuleben. Sie scheinen vergessen zu haben, dass ich es nicht zulasse, dass sich Idioten an ihr zu schaffen machen. Ich habe nicht... Sie haben. Der dunkle Lord hat sie in meine Obhut gegeben. Sie wissen, wie instabil sie ist. Ich habe Unmengen an Geld und Mühen aufgebracht, um sie in ihrem Umfeld zu stabilisieren. Da der dunkle Lord nichts dagegen einzuwenden hatte, als ich einen seiner Diener mit dunklem Mal hingerichtet habe, weil er sich eingemischt hat, glauben sie wirklich, dass er sich für sie Mühe machen würde? Stroud wurde totenblass. Mein Programm ist eine Farce, sagte Malfoy verachtend. Der einzige Grund, warum sie nicht neben ihren Kollegen in Sussex gestorben sind, ist, dass sich ihr Vorhaben nicht als wissenschaftlich wichtig genug für ein Labor dort qualifiziert hat. Wo sind ihre Kontrollen? Oder Statistiken und historische Daten? Das Spektakel, das sie so gewillt mit den Gesellschaftsseiten teilen, ist finanziert und mit ausreichend Personal versehen, so dass es ganz einfach ohne sie weiterlaufen kann. Malfoys Augen glitzerten gehässig, während er redete. Das ist die einzige Warnung, die sie bekommen werden. Sie sind nicht mehr länger erlaubt, alleine mit ihr zu sein. Ihr heutiger Termin ist vorbei. Wenn sie weitere Anweisungen haben, die ihre Behandlung betreffen, dann teilen sie es mir mit. Topsy! Die Hauselfe tauchte mit einem Bop auf. Malfoy ließ Stroud nicht aus den Augen. Begleite Stroud zum Zeichenzimmer. Ich werde nach unten kommen, wenn ich mit der Situation hier fertig bin. Stroud schnaubte beleidigt, aber sie sah immer noch blass aus und ihre Hände zitterten, als sie ihre Unterlagen zusammensammelte. Malfoy drehte sich um, um Hermine anzuschauen. Sie hatte aufgehört zu weinen und versuchte gleichmäßig zu atmen. Er seufzte kurz und zog sie dann auf ihre Füße. Komm, sagte er und führte sie Kuedos Zimmer zu ihrem Bett, während er sie aufmerksam beobachtete, bevor er in seiner Ruhe griff und ein Fläschchen Schlaftrunk für traumlosen Schlaf herauszog. Angesichts der kürzlichen Geschehnisse muss ich zugeben, dass ich dir nicht bei Bewusstsein und alleine Traue. Nimm das. Hermine streckte Bleiern ihre Hand aus und nahm das Fläschchen, starrte dann aber nur darauf hinunter. Ihr Atmen stockte immer wieder. Manche Tränke können in Missbildungen des Fötus enden. Ich kann mich nicht erinnern, ob traumloser Schlaf sicher ist oder nicht. sagte sie mit zittriger Stimme. Er ist sicher. Sie schaute zu Malfoy nach oben. Wie zur Hölle konnte ihr das wissen? Ihre Blicke trafen sich. Ich hatte befürchtet, dass so etwas passieren würde, wenn du schwanger werden würdest. Ich habe es nachgeprüft. Sie zögerte immer noch. Ich habe dich nicht darum gebeten. Wenn du dich weigerst, zwinge ich dich dazu, sagte er mit harscher Stimme. Hermine presste ihre Lippen zusammen und schluckte schwer, als ihre Brust weiterhin von unterdrückten Schluchzen erschüttet wurde. Sie zog den Korken wackelig aus dem Fläschchen und hob es an ihrer Lippen. Sie schluckte den Inhalt, sie verschluckte sich und brach wieder in Tränen aus. Das Fläschchen fiel ihr aus der Hand und zersplittete auf den Boden. Sie schluchzte in ihre Hände, als er trank sich in ihr ausbreitete und sich über ihren Verstand legte, wie eine schwarze Gezeitenwelle. Sie sank aufs Bett zurück. Oh Gott, oh Gott, bitte. Ihre Augen schlossen sich, als sie weiter weinte. Sie bemerkte schwach, wie ihre Beine auf die Matratze gehoben wurde. Die Dunkelheit verschluckte sie. Es tut mir leid, Granger.